Liebe Community, willkommen zu Kapitel 90. Heute steht wohl ein sehr, sehr langer Dienst für Evan an und neben vielen Taxifahrten und vielen interessanten Handlungssträngen. Abseits davon ist auch heute das Speeddating geplant. Das wird um 20 Uhr stattfinden, wir haben 14.26 Uhr und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Elvira ist drin, wir kommen dazu. Hallo Evan. Hi Elvira, ich komme dann auch dazu. Alles klar, freut mich. Wo bist du, wie sieht's aus? Gerade waren ziemlich viele Anrufe hintereinander, also ich fahre jetzt wieder zum Stadtpark. Okay, na ich freue mich, ich bin bereit. Super, na dann bis gleich. Gut, bis dann, tschüss. Take me home, country roads. Wie groß kann ein Lächeln werden, wenn ich dich sehe? Ja, ne, das ist ja so, ich muss sagen, was ist denn das für ein Jackett? Ja, ich mache heute Speeddating-Moderation, weißt du? Und um zu repräsentieren, dass bei uns alle willkommen sind, habe ich das Sakko an heute. Uiuiui, sehr gut. Und dafür machen wir jetzt Werbung, oder? Ne, Werbung machen wir nicht, wir fahren Taxi, weißt du? Ach so. Aber ich mache heute durch. Ja, aber wir müssen heute trotzdem Werbung machen für World of Music. Unser erstes großes Konzert steht an. Ja, hör mal, dat machen wir doch. Sagst du mir erstmal, gibst du mir erstmal Bruno's Pitstop ein, mein Lieber? Bruno's Pitstop. Genau, dann fahren wir da erstmal lecker hin, weißt du? Dat machen wir. Ab nach Palido. Es wird ne lange Fahrt. Deswegen habe ich mir auch gedacht, ich frage, ob du mitfährst, weil dann habe ich immer so einen Quatsch, weißt du? Und ich muss den da von Downtown Cap nicht umfahren. Warte, 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 dane, 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 dane. Hey, oh, das ist meine Freundin, das ist dann wohnungslos, wenn der kaputt ist, ne? Deine Freundin ins Wohnungsbad? Ja, meine, meine, eine meiner besten Freundin. Aber ich muss mal kurz mal rechts ran, glaube ich. Wunderbar. Ne, ist das hier so genehm? Grobi, an Kriegeln! Danne, ich muss die ganz schnell, das war unnötig. Das hieß doch so manchmal, ne, weißt du? Danne, was soll ich meine? So, da, ich hab's nochmal eingetippt. Grobi, dankeschön für zwei verschenkte Abos. Ja, sonst, sonst, du, ich bin langsam wieder so am Reinkommen in die ganze Sache hier, ne? Nachdem ich ja 14 Tage weg war, nur einmal, nein, nein. Muss man dann erst mal, ne? Dann ist dann wie, wie, wie wieder neu laufen leer, ne? Ja, ja. Denk man, da ist alles neu hier. Du kennst das, ja. So, Werbung für World of Music, klär mich auf. Ja, am 21.01. ist unser erstes großes Konzert mit vielen Künstlern verschiedener. Und da bist du ganz dick im Geschäft, ne? Ja, ich plane das Ganze, ne? Das ist ja von meinem Verein aus. Und da sollen aber andere Künstler hauptsächlich im Vordergrund stehen, ne? Ach so, du bist ja quasi der Drahtzieher im Hintergrund, dann, ne? Ja, ich mach dir, ich mach ein paar Duette mit verschiedenen Künstlern. Ja. Und, äh, so ansonsten sollen die anderen, ne? Geil. Geil. Da muss einfach, die Musik muss hier mehr nach Los Santos, da muss hier alles transparenter und näher an die Menschen ran, ne? Ja, ja. Immer überall so hinterrücks irgendwo hier eine Buchung für den, eine Buchung für den, da muss alles, da muss ich das so zentralisieren, ne? Ja, ganz genau. Finde ich auch geil, dass du immer wirklich den Leuten eine Plattform gibst, ne? So ist es. Die Firmen können sich bei uns melden, ne? Ja, hier, wir brauchen Künstler mit ein bisschen Pop. Wir brauchen einen, der richtig rockig ist. Wir brauchen jemanden für Balladen oder was auch immer, ne? Habt ihr auch Rap? Rap? Rap hab ich bisher noch nicht. Ich hatte einen richtig guten Rapper, mit dem hab ich ja auch mal ein Duett gemacht. Ja. Bullitt hieß der, aber der ist weg, ne? Oh, das war's, ne? Der ist abgehauen. Eieieiei, hat der da so weiter gesucht, die Donnerheim? Ja, war vielleicht besser für ihn, der ist so ein Typ gewesen, unten aus dem Süden, ne? Oh! Ich glaube, ich weiß, was du mehr sagen willst. Ey, da hab ich mit denen, hab ich mal so einen Arm verbracht, Junge, Junge. Mit den Jungs aus dem Süden, oder was? Das war aber auch wild, ne? Du bist aber auch lebensmüde. Dann, ne, was? Ich hab mich eingeladen, wir haben den Song aufgenommen, da bei Rentschuh-Records. Ah ja, kenn ich schon. Und dann kamen da immer mehr von denen, ne? Die Hosen, alle unten irgendwo in den Kniekehlen sitzen, ne? Ja, wenn sie überhaupt so hoch sitzen, ne? Ja, ja, dann haben sie überall irgendwas Blitzendes irgendwo in den Taschen gehabt. Hier mal eine Knarre, da mal ein Messerchen, ne? Also, das war ein ganz wilder Mann, das. Ja, ich sag ja, du bist lebensmüde, ne? Die haben auf mich aufgepasst dann. Das war ganz lustig. Wir haben uns ein bisschen was da zu uns genommen. So ein paar berauschende Mittelchen, sag ich mal. Noch hier ein Bierchen und da ein Jäunchen. Ja, und dann hatten wir Spaß. Und dann haben sie gesagt, komm, den nehmen wir mit. Und dann haben die mich mitgenommen in der Stadt. Und dann sind wir erst hier in den Laden und da. Und dann hat da vielleicht jemand sein Jackett verloren auf dem Rückweg. Aha. Was willst du mir damit sagen? Ja, die haben dann da, die sind da alle rausgesprungen. Und dann, du wartest hier, haben sie gesagt. Dann hab ich da geguckt. Bin nur ausgestiegen, hab mir eine geraucht. Ja. Ja, und dann kamen die wieder alle angerannt, so, ne? Und dann sind sie los, wir müssen weg hier. Ich steig ein jetzt. Dann, du willst mir nicht sagen, dass du in den Überfall verwickelt wurdest. Ich hab's gott oder nicht gesehen. Ich hab nur gehört irgendwas und ich weiß es nicht. Ja, dann ist ja auch so, wenn die auf die glorreiche Idee kommen, dass sie dann einen Überfall machen und dann ein Taxi bestellen dafür, ne? Zum Flüchten. Das soll ja auch vorkommen, ne? Ja, ja. Aber ich hab gehört, der, der das macht, der hat jetzt jemanden professionell an seiner Seite, ne? Ah. Ja, dann. Den kennst du vielleicht. Du musst mich gerade verarschen, Dunaheim. Ich mach gleich die Beifahrer-Tür auf. Ja, das ist so. Ich hab dir doch den Limon davor gestellt. Du bist das letzte Dunaheim, weißt du? Aber man kann doch mal ein paar Dollars gebrauchen, so ein bisschen nebenbei. Warum denn nicht? Ach so, wie läuft Dunaheim? Du weißt Bescheid, ne? Ja, ja. Dunaheim! Oh Gott. Was, ne? Und der Burger jetzt aber... Ja, nicht den ganzen auf einmal essen, weißt du? Das Gebiss einsetzen, weißt du? Ich kann... Ich kann davon... Ui, was war das denn jetzt? Ah, ne? Was, 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 was? Hast du ein Gebiss, oder was? Die Doriten, ne? Und ich weiß, wovon ich spreche, Dunaheim. Sie sitzen manchmal locker und ich... Ja, gestern sind sie mir auch beinahe wieder rausgefallen und der Harald hilft mir dann wieder beim Reinsetzen, ne? Ja, das ist aber schon widerlich, ne? Es ist widerlich, aber was willst du machen in der Notsituation? Ja, du weißt doch gar nicht, wo der da rumgefingert hat vorher mit seinen Händen, ne? Ja, es ist eine Notsituation und andere Hände, weißt du, was ich meine? Ich stehe an der Ampel. Das mach ich aber nicht, die können dann ruhig auf den Boden fallen hier, ne? Ja, du musst mir ja nicht... Heute ist es ja fest, ne? Heute sitzt es ja. Aber es kommt so Momente wie gestern auch, weißt du? Wo ich dann um eine Kurve fahre. Ach so, hier links übrigens, ne? Ich weiß, ja. Und dann wird es locker, ne? Und dann, ja. Ach, da ist sie. Und dann wird es eine knappe Sache. Dann fällt das einfach raus. Und wenn ich dann den Haar in die Städte, der hat mir wieder einsetzt, weißt du? Ich begrüße sie herzlich. Einen wunderschönen guten Tag, man. Sie lachen so viel. Ja, ne, ein gut, dass ich euch nicht abgestellt hab. Was denn? Das ist, ja, weil eine Freundin von mir auch gerade hier oben im Paleto war. Aber wenn Matthew und du hier hochkommen, dann kann ich doch nicht da runtergehen. Ja, die Freundin können wir da auch mitnehmen noch. Na, sie schon. Ne, die ist ja mit dem Auto unterwegs. Das macht nichts. Die fahren wir nachher wieder hoch. Komm rein hier. Ja, ne, die ist schon runtergefahren wieder mit dem Auto. Xanderstorm, Goliwok und Noah. Herzlich willkommen, Jordi. Dann hab ich euch ganz allein. Ja, das wurde ich nicht so, ne? Vielen Dank für dein Gefallen. Nein, ähm, ich müsste einmal bitte zu Aphrodonis. Da steht mein Auto mitten auf der Straße. Noah, große Ehre. Ey, das ist... Dankeschön. Das ist nicht so gut, ne? Ja, ich hab vielleicht gestern Abend einen Joint geraucht und hab dann so vergessen, das Auto mir an die Seite zu stellen. Ah, da haben wir's. Da haben wir's. Da haben wir's. So, soll ich das mal eintippen hier? Ja. Guck mal, der ist so ein hier, so ein... Wie sagt man das, wenn die alles gleichzeitig machen? Rote wird berechnet. Was die Frauen so gut können und die Männer eigentlich nicht oder anderswo? Multitaskingfähig. Multitasking. Das, das mein ich. Nee, bin ich nicht. Ich hab nämlich beim eintippen euch dann kurzfristig nicht mehr zuhören können. Weißt du? Ey, ich soll... Ich muss auch Prioritäten. Ähm, man. Ja. So ist das nämlich. Ja, dann fangen wir nochmal von vorne an nach dem Gelächter. Herzlich willkommen bei Alice Taxi, wo das Lächeln auf ein Lippen sitzt. Lippen sitzt. Anaheim, weißt du? Ach, ist das schön. Wenn wir unsere Kundschaft zum Lachen bringen können, dann, was wollen wir denn mehr? Sache denn, Danaheim. Was wollen wir dann mehr? Haben Sie denn einen schönen Tag gehabt? Ja. Matthew, hör auf, mich bitte zu siezen. Nein, ich muss das machen. Nein, wir waren mal Arbeitskollegen, Matthew. Ja, aber... Es ist eine Frage der Professionalität, weißt du, hä? Das meine ich auch immer. Ich sag immer, sie zu allem. Und um ganz offen und ehrlich zu sein. Er hat auch ein bisschen vergessen, wer sie sind, weißt du? Man kann nicht sagen, wie die standen. Ich hoffe nicht. Ich vergesse niemanden. Gut, ergibt's nicht. Also, ich bin... Also, ich glaube nicht, dass Matthew mich vergessen hat. Ich bin die Dame, die bei seinen Konzerten immer laut Jihau schreit, wenn ich da bin. Dann waren wir hier oben am Bergsee mit Outlaws, während er eigentlich... Ja, lassen wir das? Genau, das musst du ja gar nicht wissen. Nein, das ist das. Schönen Nachmittag, hallo. Noah, nochmal vielen Dank für dein Geschenk, Abruh. Ich freu mich sehr. Hast du eigentlich... Okay, komm, ich bleib... Ich mach jetzt nur ein Duwein. Hast du den Podcast mal gehört, eigentlich den ich bei Wiesel News... gemacht hab? Den Podcast bei Wiesel News? Nee. Das war der allererste, den die vor ein paar Wochen rausgebracht haben, wo zwei Wochen oder so. Auf Venture Tube, meinst du? Nee, das war noch bei Wiesel News selber. Da hab ich euch nämlich erwähnt, ne? Da haben sie nämlich gefragt, was war so die ereignisreichste, lustigste oder tollste Taxifahren? Black Reads? Ja, das war halt das, ne? Hallo, schönen guten Abend. Eben, komm, dann erzähl ich jetzt. Komm, hau raus. Ich fahr, ich fahr, das war nicht Samstag, Sonntagsmorgens, irgendwann fahr ich ganz in Ruhe, bisschen Plexi, war nix los. 10 Uhr, dann krieg ich einen Anruf. Ja, kommen Sie vorbei, ja, dann da hin und ja, dann können wir dich eine Stunde buchen mit Gesang und dann machen wir was. Ja, und dann haben wir einen schönen Ausflug gemacht, mitten im Dienst, ne? Ja, wir haben ihn gefragt, ob er den Norden kennt. Und dann hat er gesagt, nee, er war noch nicht so wirklich im Norden. Ja, Black Reads. Dann hab ich gesagt, naja, dann fahren wir mal hoch. Es ist zu früh für mich. Nach Paleto, da hab ich noch bei Paradise gearbeitet, oben bei der Outdoor-Abteilung. Und dann haben wir uns zwei Outlaws genommen und dann sind wir zu viert hoch auf den Bergsee gefahren und dann sind wir erstmal schön schwimmen gegangen und haben, ja. Also eine Story kann nicht exklusiver sein, meine ich. So stelle ich mir dann arbeiten vor, ne? Ja, und so der Nebeneffekt war halt, dass Matthew für uns gesungen hat. Geil. Ja, und er hatte keine Langeweile, weil ich kenn das selber, wenn man da drei, vier Stunden im Taxi sitzt und kein Anruf kommt rein. So ist es, Jim Rocky. Ja, das ist so. Manchmal, da rede ich mit so ein paar Stimmen, die mir wie meinem Kopf begegnen, ne? Ja, das würde ich untersuchen lassen, ne? Aber ganz... Meinst du, was ich meine? Meinst du, was ich meine? Aber grundsätzlich, ne? Meinst du, was hat er? Brennt sich zusammen jetzt, ne? Na, komm, jetzt. Was ist denn los, hier? Müsste, Konten, 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 Kontenangst habe ich keine dabei, muss ich im Weinschrank nachgucken. Nungs, das meine ich hier, genau. Konten, Nungs. Konten, Nungs, was war's, ne? Ja, gestern hatte ich noch einen eingekühlt, aber der Harald hat mir den ausgesoffen, weil er hat bei mir übernachtelt, ne? Oh, ja, das war ein Jahrgang 2008, ne, liegt schon ein bisschen was im Keller bei mir. Oh, oi, oi, oi. Naja, macht nix, nein. Gut, also ich würde es untersuchen lassen dann, aber zur Sache selber, haben sie natürlich recht, also es ist manchmal gar nichts zu tun. Es ist so rum wie so ein alter Stiefel in der Ecke, weißt du, ne? Und manchmal geht die Party aber supert von ab, dass der Telefon, ja, der Akku wird heiß. So is it. So, wenn wir jetzt hier schon mal so hübsch zusammensitzen, ich muss Werbung machen, ne? Genau, hau raus. Es gibt jetzt ganz exklusiv die ersten Tickets für unser großes Konzert am 21.01. Oh. Freitagsabends ab 20 Uhr im Karma und ich verkaufe jetzt die erste Karma. Ja, boah. Schönen Nachmittag, hi. Ja, da bin ich bestimmt selber vor Ort, weil ich im Karma arbeite. Ja, okay, dann brauchst du nicht so viel zahlen. Ich kenne mich alle nicht. Ja, wunderbar, ne? Also würde ich dort nicht arbeiten, dann hätte ich dir jetzt ein Ticket abgekauft, aber nicht da arbeiten. Ja, wie erst Taxi, dann dann ein Paradise Auto und jetzt Karma. Ne, ich habe mit Paradise angefangen, dann habe ich mir einen Zweitjob gesucht bei LS Taxi, dann habe ich bei Outdoor gekündigt, also bei Paradise viel mehr, bin zu Meriwether gegangen, da habe ich dann bei LS Taxi gekündigt, weil Meriwether echt zeitaufwendig war, dann habe ich bei Meriwether gekündigt, weil mich der Job einfach gekillt hat und arbeite jetzt bei Bennys und habe da eine Ausbildung als Mechanikerin genossen. Und dann habe ich jetzt auch noch ein Konzept eingereicht und wir müssen jetzt hier gleich nach rechts, den Berg da hoch, weil da mein Auto mitten auf der Straße steht. Also ich war ja früher Buchautor, aber meine Bücher waren dünner aus ihr Lebenslauf. Ich weiß immer, das ist meine! So, hier, ist das der schicke Wagen? Und dafür habe ich mir jetzt halt auch noch, ne, der nicht, bitte einmal rumdrehen, die Straße wieder runter. Okay. Dann ist doch nicht so ein Auto, fährt die doch nicht. Ich bitte nicht, Evan. Und dann habe ich jetzt noch ein Konzept für einen eigenen Laden eingereicht. Oh, was soll das denn werden? Darf man das schon wissen? Ähm, Sportmodenladen. Sportmode? Mhm. Ja, das ist nichts. Also nicht für mich, meine ich. Nee, für mich auch nicht. Dann, sag mir dies, sag mir dies. So, was kriegt ihr denn jetzt? 56 Dollar wäre aufgeregt. Ach. Dann eben muss Lunge heute, meine ich. Richtig, ja, das ist so. Das passt so und den Rest haltet ihr euch bitte, ja? Ja, natürlich. Ich danke für die lustige Fahrt. Ja, ich habe zu danken. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja, dir auch, ne? Danke, bis dann. Schönen Abend. Passt auf euch auch. Ebenso. Ja, ciao, ciao. Leben Sie, was, ne? Ja. Ja, da, der Helm, ich habe keine Ahnung, wer das war. Weiß ich nicht. 100 Dollar haben wir gekriegt. Auch geil. Warten wir, gib mir das Geld für Alice Taxi. Und du behältst so Trinkgeld und das stellen wir nachher wieder. Okay, Momentchen. Oder willst du mir alles geben? Ich gebe dir jetzt auch noch das. Ich hatte eine Fahrt vorher. Dann gebe ich dir jetzt die 56 plus die 24. Das sind 80, ne? Alter, das ist jetzt nur das Geld für Alice Taxi. Genau. Ganz genau. So, Geld geben, 80 Dollar hier. Hast du? Hab ich schon ein paar. So, und was war denn 6,5? Das heißt, 44 hatten wir Trinkgeld, ne? 44 hatten wir Trinkgeld, so ist es. Ich mach das hier. Das ist... So, 44 Dollar. So, bleib ich mir hier in mein Handy? Genau, du schreibst das zusammen und dann machen wir zum Schluss... Haben wir. Dann, ich habe Luft, weißt du, ich habe Luft. Ja, ich möchte das Fenster auf, ne? Don't worry, be happy! Was machst du denn? Wahnsinn! Schlein ist dann okay eigentlich mit Lahn, wenn wir zu zweit fahren, weil dann ist ja quasi... Dann zahle ich ja gar nichts ein nach dem Dienst, ne? Ähm... Also, dann ist in dem Fall jetzt auf jeden Fall okay. Gehe ich mal davon aus. Also, wenn du mit mir fährst, wüsste ich jetzt nicht, dass es ein Problem gibt. Ja, hoffe ich. Ich kacke dich an, sonst. Ja, das kannst du machen. Ich habe das damals mit Lahn. Nein, niemals. Niemals. Ja. Gut, jetzt sind wir wieder sympathisch, gerade mal so ein Hänger. Weißt du? Ah, Mann, ey! Nee, Spaß, denn du seid ihr, ne? Äh, guck mal, du musst es ja so rechnen. Wenn wir zusammen in einem Taxi sitzen, spart die Firma ja Spritkosten, weil die Auslastung ist ja gerade nicht da. Und wenn sie da ist, kannst du ja umsteigen auf deinen Wagen. Also, so spart sich die Firma ja eher noch was, ne? Das stimmt. Weißt du? Nein. Wollen wir uns ein Käffchen holen? Machen wir. Ich könnte dir aber auch eine Wallis Braus anbieten, wenn du möchtest. Ach, wieso will mir derzeit gestern jeder anbieten, weiß ich. Keine Ahnung. Ne, ähm, wo holen wir uns den denn? Haben die schon offen da oben? Wo, beim Italy? Na, Italy oder da hinten oben, beim Mirror Park. Äh, Cool Beans. Ja, genau. Ja, gucken wir mal. Guckst du mal auf Venture? Oh! Don't worry, be happy. Ah, ne, guck natürlich. Vielen Dank für 500 Bits. Der absolute Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Ich erinnere, das ist nicht falsch. Danke herzlich für den Support von dir und von euch hier gerade. Um die Uhrzeit. Freunde, was macht ihr denn? Ne, für Sunny Sunday. Ja, von heute ist nix, ne? Scheiße, dann machen die erst offen. 15 Uhr kann das sein. Ah, da, da, da rufen wir doch direkt an. Oh, wann. Rakori, aktualisier mal den Stream, dann müsste auch der Alert kommen. Vielen Dank für dein Sam. Und ich darf mich bei Totti und Leon bedanken fürs Einschalten. Herzlich willkommen. Schiene Maja, herzlich willkommen auch an dich. Das gibt's ja gar nicht. Rakori, müsste klappen, wenn du den Stream aktualisierst. Da ist nix. Also wir kriegen jetzt keinen Kaffee? Einen Tankstellenplörre vielleicht, wenn dann... Ja, aber wo? Welche Tankstelle hat denn einen Kaffee? Gegen Gang oder so? Ja, dann waren wir da hin, ne? Toller Beats, hi! Und, Rakori! Ach Mensch, ja, du wolltest heute wieder so einen richtig langen Tag machen, hast du gesagt. Ja, äh, ja. Ja, hab ich Bock drauf. Erstens mal dachte ich mir so, die Nachmittagsfahrt mit dir war nicht immer so das Zuckerhäubchen auf der Sahne für mich. Eieieie. Dann hab ich ja das Speed-Dating am Abend. Ja, und nachts bin ich sowieso immer aktiv. Und dann machst du durch, ne? Machst du immer so zwölf Stunden Dienst, ne? Warum nicht? Ach, guck mal, da sind dann die haben doch bestimmt keine neue... Oh, dann gibt's ganz frisch jetzt. Herrlich. Ich werde nervös, dann heim. Rakori, ich darf mich bedanken bei dir für dein Abo ins zweite Monat. Es ist mir eine riesengroße Ehre für den Support und für die Treue. Herzlich willkommen, Rakori, im Zweiten. Ich danke dir wirklich von Herzen für dein Abo. Es ist mir echt ne Freude. Ich darf Mike auch begrüßen. Schönen guten Abend. Und Markus cheer von Frau von Markus 100 Beats der Stunde. Vielen Dank, Frau von Markus für 100 Beats. Und bis nachher. Dankeschön. Ach, ihr Lieben, ihr macht mich komplett fertig. Ihr macht mich komplett fertig. Was ist denn los mit euch? Was ist denn los mit euch? Weiß weh? Um die Uhrzeit. Ich bin doch gar nicht bei mir. Ich bin doch gar nicht bei mir. Weiß weh? Nee, ich bin mit der Turin, weißt weh? So. Ganz frisch hat sie gesagt. Ich freue mich wahnsinnig auf diesen leckeren Käffchen. Darf ich dich einladen? Weil beim letzten Mal hast du ja eingeladen. Ja, natürlich soll ich nicht ein. Was kriegst du denn? Was kriege ich? Ja, Gehling. Ein Kaffee. Achso, achso. Achso. Gut, dann werde ich dir jetzt hier kaufen, weißt du? So ein Magazin da oben vielleicht noch nehme ich an. Ja, das glaube ich. Ein bisschen alleine in der letzten Zeit. Ach, naja, du bist das Letzte, weißt du? Ah, das sieht ja frisch aus, weißt du? So. Hier, Sprung. Dann ist aber auch hier... Wo muss ich hier drücken? Ja, da, wo Kaffee steht. Welchen willst du? Mit doppelt Zucker und doppelt Milchbrüche. Ah ja, du hast ja immer drunter dieses, dieses, diesen Zucker-Kakao, ne? Warte mal. Ja, ja. So. Blond und süß, ne? Genau. Warten wir mal ein bisschen, bis das fertig ist, ne? Ja, ja. Bist auch der erste Streamer, für den ich Geld bezahlt habe. Ja, mal gucken, ob die mich schon bezahlt hat. Das war, glaube ich, die Frau... Die Ehre ist riesengroß. Oh, Marschle. Danke ganz, ganz herzlich auch, Corey. Oh, hier gibt's noch eine Nummer für die Blacklist. Vielen Dank. Hast du da schon reingeguckt ins ADP? Zwei Nummern sind drin, ne? Ja. Weißt du genau, was da passiert ist? Na, keine Ahnung. Ja, aber gestern wurde ich von den Leuten angequatscht, ob's mir gut geht. Und David, herzlich willkommen. Du hast ja auch noch angerufen, ne? Wer hat dich angequatscht, ob's dir gut geht? Ja, wegen, weil irgendwer in Matthew überfallen wurde oder so. Ja, kannst du mir die Scheiße erklären? Was war da denn los? Ich weiß es ja nicht, keine Ahnung. Also Lahm hat mir gesagt, es wurde Matthew mit Gerald entführt und er hat angenommen, das wär's tun, deswegen hat er Lösegeld bezahlt. Ach, du Scheiße. Er hat für mich Lösegeld bezahlt? Ja, darf's aber niemandem sagen, da dahin. Sonst krieg ich Ärger, weißte. Boah, das schießt mir jetzt fast die Tränen in die Augen. Ja, aber du darfst es niemandem erzählen, Danahem. Na, ich geh nur zu Lahm, ich sag, ey, mein Lieber. Nee, du darfst es auch nicht Lahm erzählen, weil der hat mir ja verboten, dass ich es niemandem erzähle. Ja, ich sag, das ist hier so wie so ein Grab, ne? Sechs Süße unten und runter. Genau, das ist jetzt eine Kollegen-Sache, das nehme ich jetzt persönlich, weißt du? Ja. Das ist mal deiner hier. Die Scheiße ist durch, meine ich, weißt du? Und jetzt meinen. Das Gegenteil von deinem, weißt du? Walrinea, vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen in der Community. Hallöchen. Ich sag's immer, ne? Ich sag immer, Lahmi ist einfach der beste Chef, den man sich vorstellen kann. Ja. Nein. So ist das, mein Lieber, weißt du? So ist das, meine ich. Gucken wir mal. Ah. Uh, ist das heiß. Uh, ist das heiß. Und draußen kurz ein Moment hier aufs Sofa setzen. Genau, das machen wir doch immer so gerne, ne? Ah, ich schließe mal die Karre ab. Nicht, dass uns noch jemand das leere Handschuhfach ausraubt. Evira. Äh, sind grad an der Ying Yang. DOJ, das machen wir doch glatt, ne? Ja, sicher. Super. Ciao, ciao. Ja, dann trinken wir ein Fahrzeug, ne? Ja, genau. Oder nicht ganz so. Alter. Du, was machen wir mit Leuten vom DUJ, die wir abholen? Die bringen wir weg, ne? Tanne! Wir überfallen sie mit... Mit einem Lächeln auf den Lippen. Und... Herzlichkeit, Tanne! Herzlichkeit, das gehört auch noch dazu. Aber das haben wir beide ja auch innen drin, meine ich. Ja, das ist ja. Und Tickets müssen wir verkaufen. So hieß es, nein. Du nutzt aber auch jeden Fahrgast als Werbeplattform, ist das nicht so? Ja, ja. Schöne Sache. DOJ. Oh Gott, das ist alles auf dem Boden. Wo das Recht nur in den Büchern lebt. Was ist auf dem Boden ausgeschüttet? Ein bisschen ist übergeschwappt, gerade. Gut, solange nur ein Beifahrer sitzt, weißte, dann setze ich nachher da Harald hin und dann passt das schon wieder. Oh, da ist er doch, oder? Da ist er. Oh, ja. Tja, kommen Sie gerne rein, ne? Ihr Taxi wartet. Sorry, war ein bisschen tief in den Gedanken. Alles gut. Oh, das passiert mal, ne? Einmal zum Generator, bitte. Gerne. Erstmal herzlich willkommen bei Elis Taxi, wo das Lächeln auf den Lippen sitzt. Ach, meine Güte, ihr beiden Süßen seid ja... Ach, was sind wir dann da in der Sache? Süße sind wir. Ich drehe, aber auch mit Kaffee, weißt du? Oh, Vorsicht! Ja, ich muss hier drehen, weil der Herr ist schon die UJ, meine ich. Und wenn ich über Doppel drehe, habe ich Ärger, weißt du, ne? Nein, 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 nein. Nicht die UJ. Staatsanwaltschaft sind sie, oder? Ja, der Herr Staatsanwalt, möchte der denn auch zu einem wunderschönen Konzert am 21.1. kommen? 21.1. weiß ich nicht, ob ich da Zeit habe, tatsächlich. Okay. Was ist denn da für ein Konzert? World of Music, der Verein für Künstler in Los Santos, macht dort sein erstes großes Konzert, ne? Mit ganz vielen verschiedenen Künstlern. Und morgen auch David, ne? Hört sich interessant an. Darf ich jemanden eine ernsthafte Frage stellen? Also wirklich ganz ernst. Wir nehmen für so ein Ticket da 150 Dollar. Das sind mehrere Gesangsex, da gibt's Comedy und hinterher DJ und das Ganze geht über mehrere Stunden. Ist doch nicht zu viel, oder? Nein. Gut. Also aus meiner Sicht, ne? Also ich, für die Leute, glaube ich, die gut verdienen, wird das kein Problem sein. Und für die Leute, die halt so mittelmäßig verdienen. Wissen Sie, solange der Abend Spaß macht, dann kann man das auch, glaube ich, rechtfertigen. Ja, das denke ich auch. Ich finde sogar, es ist zu wenig, weil du darfst nicht vergessen, wie viele Künstler und Künstlerinnen du da hast. Ja, aber wir haben gesagt, wir fangen erst mal so an, dann müssen wir erst mal gucken, ob die Leute das auch annehmen und so. Genau. So machen wir das bis vor die Tür mit Herzlichkeit. Soll ich ihn noch hochfahren, weißt du? Ja, ich mach es, weißt du? Ich fahr rein. Dann er montiert die Pylonen ab und ich bin rein, weißt du? Ja, ja. Ach, nein. 8 Dollar wäre nicht der, ja. Rücksichtsbank, ne? Bitte schön. Nein! Was machen Sie denn? Ui! Sind Sie sich sicher? Herr Anderson, ich glaube, ja. Sie sind reich. Ist wirklich verrückt. Sie sind reich. Hundertfünfzig Dollar, also ich kenne von 8! Oh, damit er immer an Gottes Willen. Verdienen halt gut Geld. Und warum soll ich das nicht, wenn ich Ihre Leistung in Kauf nehme? 8 Dollar. Komm, seien Sie ehrlich. Von den 8 Dollar sehen Sie doch 10 Prozent. Ja, das passt so ungefähr. Ja. Sehen Sie? 8, 10 Prozent von 8 Dollar. Sie sind ja verrückt. Und ich glaube, Sie brauchen das Geld eher wie ich. Ach Gott, Sie sind ja ein Schätzchen, weißt du? Wenn ich dürfte, würde ich die umarmen jetzt, ne? Ach, ganz lieben, herzlichen Dank. Danke vielmals. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Dienst. Bauen Sie keine Scheiße, dass Sie nicht bei mir irgendwo in den Akten auftauchen. Um Gottes Willen. Und da kommen Sie auf die Idee. Also höchstens, dass ich mal jemanden überfahre, weißt du? Weil das ist auch das Maximum. Das geht direkt vom Haftrichter nicht erst über die Staatsanwälte. Sofort weg mit dem. Ja, Sie wissen, wie es läuft. Ich gucke auch manchmal nicht auf die Straße. Es ist so. Wenn Sie die ganze Zeit, ja, weißt du, auch von Fahrgäste manchmal bedroht werden, dann gucken Sie nicht mehr nach vorne. Zack, hast du jemanden über... Das stimmt. Mit beruhigen, frühen Schnappatmungen, weißt du? Ja. Dann machen Sie sich noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön. Gleichfalls. Und man hört sich bestimmt noch mal. Ja. Sehr gerne. Das läuft aber mit uns hier, dann sag ich dir. Gebe ich dir die 142 rüber. Ja, Dunahe, weißt du, das ist mehr, was wir machen. Das ist nicht nur eine Taxifahrt. Ich sag es immer wieder, auch mit Harald. Wir bieten einfach einen Service, weißt du? Ganz genau. Und die Leute danken es auch, weil wir sich auch manchmal nach der Arbeit oder zur Arbeit oder wann auch immer beglücken, was? Aus Palido holen wir sie ab bis runter in die Stadt. Machst du denn einen Song draus? Wann hab ich raus? Machst du denn einen Song draus? Ja, das hat sich ein bisschen so angehört. Hatte ich auch im Gefühl, so leicht. Mach mal, ich mach mal einen Beat dazu. Holen Sie ab, ganz egal wo Sie stehen. Wenn Alice sagt, Sie werden Sie ans Ziel gehen. Na, gehen ist doof. Kommen wäre besser. Ja, das üben wir doch. Dann machen wir noch ein bisschen so Freestyle. Das ist nicht so meins. Ja, ja, ist schwierig, ne? Ach, Herrgottchen. Ist das nett mit dir, weißt du? Ich könnte jetzt auch einfach gelangweilter rumstehen. Nein, ich fahre mit dir und spüre das Leben bis in die Fingerspitzen, weißt du? Ja. Das kribbelt richtig. Aber ich glaube, der liegt ein bisschen in seinem Kaffeegrad. Der war ganz schön stark. Hast du da irgendwie doppelt? Also, nee, weißt du? Ich habe einfach nur mal auf heißes Wasser gedrückt und du sagst mir das zu... Nein, das ist natürlich ein Kaffee mit Milch und Zucker, was du wolltest, aber... Oh, ich habe dein Taxi vielleicht nicht ganz so gut hier stehen, ne? Warte mal, ich fahre den mal um und dann packst du dein Taxi um. Ne, warte, lass mich dem ersten Ticket verkaufen und dann fahren wir den um. Gut. Ja, was ist denn? Sag es. Andrew! Hey, Matthew, was geht's? Ja, ich habe was für dich. Ich habe was für dich. Du hast was. Was hast du denn für mich? Ein Ticket. Ein Ticket. Ein Ticket. Also nicht so eins, wo du dann bei der Polizei bezahlen musst, wegen zu schnellem Fahren. Was der immer macht sie mit Downtown Cap, ne? Moment, Telefon, Moment, äh, ja, ja, ja. Dani, schönen guten Tag. Ich würde es auch abblasen jetzt, weißt du? Herzlich willkommen, Dani, schön, dass du da bist. Ding und Tour, vielen Dank für dein Follower. Herzlich willkommen in der Community. Alles gut, alles gut. Ich grüße dich herzlich. Guck mal, hier, World of Music, hat dir Kaya da schon mal was von erzählt? Ja, hat sie. Super. Die hat jetzt ihren ersten richtig großen Gig da, ne? Am 21.1. mit mehreren anderen Musikern. Und wir haben jetzt exklusiv seit heute die Tickets. Willst du sie nicht beglücken als Freund, als Kumpel, als Mitbewohner, um da auf ihr Konzert zu kommen? Aber natürlich. Das Ganze, das beinhaltet ein Comedy-Programm. Das sind mehrere Künstler mit Special DJ bis weit in die Nacht. Das fängt um 20 Uhr an am 21. Und jetzt kommt's. Um 21. Und jetzt kommt's. Er nimmt Vorkasse. Ja, dann, ja, die Tickets, Team, die müssen halt direkt bezahlt werden. Ja, jetzt warte doch mal. Aber, der Knüller, da das ja unser erstes großes Event ist, die Ticket kostet nur 150 Dollar. Das ist ja entspannt. Meine ich auch, ne? Ja, ja, ja. Ja, super Sache, nehm ich. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Soll ich beschiften hier? Ja, ja, klar. Alles klar. So, Moment mal. Perfekt. So, ist sogar jetzt die 001. Oh, das erste sogar. Das erste Ticket. Dann, dann macht man doch nicht mal. Schreibt man 712 drauf und dann sagt man, boah, eins hab ich noch, weißt du. Boah, Evans. Andrew, Andrew, wie ist denn nochmal der Nach-Endersen? Evans. Ach Gott, wo bin ich denn? Dann, dein Hut fliegt gleich bis nach Weinwut. Ich sag es dir. Entschuldigung. Andrew Evans. Didi, ich begrüße dich. 1201-2022. World of Music in Concert. Hab ich denn jetzt alles? Moment, ich gucke noch mal hier. Ich sag mich, oh Gott, wenn ich mich verschrieben hab, bitte. Andrew Evans. World of Music in Concert. Ne, haben wir. So, zack. Guck mal. Ich reichte das mal eben raus, ne? Tada! Direktverkauf, weißt du? Das erste Ticket. Swiss, hi! Ach, danke dir, sehr hübsch. Schön, ne? Mhm. Nicht vorher zerreißen, ne? Weil damit stehst du jetzt auf der Gästeliste. Nein. Sine Bayer. Nein. Es gibt nämlich auch nur 70 exklusive Tickets. Nur 70? Ja, weil das sind dann auch die Barleute, die Musiker, ne? Der Laden wird voll. Mhm. Ja, klar, klar, klar. Ist dann im Karma ist es, oder? Das ist dann im Karma, ganz genau. In Kooperation mit Geld. Hm, cool. Das ist eine starke Sache, du. 150 kriegst du, hast du ja gesagt, ne? Ganz genau. Ich spring mal kurz rüber und hol die Kohle, ja? Ja, alles klar. Da ist es. Jetzt gleich kannst du umfahren. Der hat nämlich auch so ein Hemd um. Ich sag gerade, wenn er bezahlt hat, fahre ich ihn um. Dann, ähm! Oh, ist das schön. Was klickt denn hier so? Ja, ich hab erstmal beide Blinker angemacht, als ich mein Handy rausgeholt hab, ne? Ja, ja. Hä? Was ist das denn für eine Nachricht hier? Also. So. Guck mal hier. Der Automat hat mir was ausgespuckt. Bitteschön. Ah, das ist aber. Das ist aber Liebe. Ich hab das, das ist dann. Gut, dann fahr ich mal kurz ein Stück zurück. Warte, Vorsicht! Vorsicht, warte! Dann fahr ich zurück, so. Und jetzt geht's. Mach jetzt keinen Scheiß jetzt. Mann, 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 das ist ein Verrückter. Ist halt hier. Ach, nein, du. Die Kosten auf dich, Evan, okay? Nun klar. Aber du musst, ja. Lassen wir das. Ach, ihr Gottchen, ey. Da wirst du dich freuen, ne? Das war ne halbe Reifenspinze an meiner Schuhspinze vorbei, du. Ja, dann mein' ich auch. Ja, weißt du, der Reifen, der ist ein bisschen, weiße. Das passt schon, ne? Da ist wenig Luft drin. Meinst du, da ist wenig Luft drin? Meinst du, das tut nicht weh? Ja, da hab ich Glück gehabt. Da ist nix mehr drin, weiße. Ich war immer platt, hab ich mehr Grieb, weiße. Ach, so, fährst du quer, siehst du nicht, versteh schon. Ach, guck mal, da kommen die Ladies, ne? Na gut. Okay, also dann bis dann, ne? Bis dann, juhu. Hey, du, danke! Bitte! Bezahlt, Alter, können wir ja los, ne? Alter, können wir los. Parkst du die Scheiße kurz um? Ja, mach ich. Oder fahr das Teil vielleicht direkt hoch in die Firma, wenn wir jetzt hier zusammenfahren? Mach doch. Ich kann nicht hier stehen. Ich fahr die hinten nach. Aileron. Es ist ein Träumchen heute wieder mit euch. Es ist ein Träumchen mit euch. Heute haben wir es wieder lustig, ihr Lieben. Es macht echt Spaß mit dabei. Und ich finde es halt auch so geil, dass er die Nachmittagsfahrten macht. Musst du eben tanken, ne? Na klar, ich auch. Rüssel ist drin, meine ich. Oh, was ist denn das hier? Ei, 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 ei. Hast du Schwierigkeiten? Was ist denn das hier? Ich rasche aus, ne? Was willst du denn? Adam! Nicht über den Schlauch stolpern. Nein, nein, nein. Bei mir auch. Nein, nein. Bei mir auch. Nein, nein. Beinahe voll. Die Scheiße. Das ist doch mal ein Bild. Guckt euch das mal an hier. Das ist doch mal ein Bild. Ja, Markus. Ja, Markus. Schauen wir mal. Gut. Und Magic, ich darf dich begrüßen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Einen wundervollen Nachmittag auch dir zu wünschen. Und jetzt sage ich nicht Abend, sondern jetzt sage ich Nachmittag. Das ist doch toll. Das freut mich doch. Ähm, ja. Es ist grundsätzlich möglich, dass es zwölf Stunden wären, Markus. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es wirklich zwölf wären. Es sei denn, es passiert viel. Weil es ist schon sehr anstrengend auch, ne? Im RP so lange unterwegs zu sein. Aber wenn das Roleplay das Ganze hergibt, vergeht die Zeit ja sowieso viel schneller. Und dann gucken wir mal. Aber was ich vorhin sagen wollte, ich finde es geil, dass Danahem die Nachmittagsfahrten macht. Nur weil Harald als Kollege von Eben ist ja meistens abends und nachts da. Und wenn Danahem am Nachmittag da ist, dann hat Eben wirklich am Nachmittag und in der Nacht zwei grandiose Kollegen mit denen er fahren kann. Und beide sind Träumchen. Ich finde es mega geil. Ein Zwölftel haben wir. Okay, Freunde. Wer von euch macht den Countdown? Wer von euch macht im Chat den Countdown, Freunde? Wer ist heute auch zwölf Stunden dabei? Späßgen. Genau, Felgen. Und dann bin ich durch. Notfalls hättest du dich auf den Trecker in die Gebär. Hahahaha. Ach, ja. Will ich das Live-Hörbuch fliegen? Auschwitara! Elvira, dein Kollege nimmt ab, weißt du? Hallöchen. Sag mal, magst du zur Kanzlei Goldbaum fahren? Da kannst du mal schwer von ausgehen, Elvira. Super, das freut mich. Bin am Weg. Super, danke schön, viel Spaß. Tschüss. So, wir fahren in Kanzlei Goldbaum. Es geht munter weiter, weißt du? Oh, der war gestern pisst, ne? Warum denn? Der hat ein bisschen lange gewartet, glaube ich. Ja, hat passiert. Der Herr Goldbaum hat uns schon mal versetzt. Der hat zwei Taxis vorbestellt für eine bestimmte Uhrzeit, ja? Und dann sind zwei Taxis hingefahren. Wir haben andere Fahrten nicht gemacht. Dann waren wir da und der Herr Goldbaum war weg, weißt du? Das ist auch scheiße. War ja, Franzi, alles gut. Ich habe nur einen Spaß gemacht, ne? Das Vitara freut mich, dass du uns da mitnimmst als Hörbuch. Das ist doch schön. Dann können wir. Weiß, wo das ist, ne? Ja, klar. Nee, jetzt geht mir ja beim Snavi eintippen. Das Lustige ist, ich fahre ja dann meistens noch andere Wege, weil das Snavi zeigt immer den kürzesten, aber nicht den schnellsten Weg an, ne? Das stimmt, ja, ja. So, und zum Beispiel, ich wohne in Wiesbuchi unten. Wenn ich in die Firma fahre, dann sagt das Navi auch über den Stadtpark, aber ich habe jetzt echt einen schnelleren Weg gefunden. Nein. Ja, viele Wege von der Los Santos und auch raus. Das ist richtig. Durch Taxifahrer hat man das Straßennetz ja quasi in den Adern, meine ich. Ja, das pulsiert dann so, wo man rechts muss und links hier. Ja gut, wenn man laufen und trinken, meine ich, ne? Das ist schon gut, ne? Wenn das so weitergeht. Ich muss gleich nur mal kurz zum DOL. Ja, das ist ja kein Problem. Das Geld abgeben, oder was? Ne, was klar machen, um Geld zu bekommen. Die wollen mich haben für irgendein Ding, was die da vorhaben. Die haben irgendwas ganz spezielles vor. Was denn? Ja, das wollten sie noch nicht sagen. Ja, das wollen sie mir ja heute erzählen, ne? Ja, dann sagst du gleich, weißt du, ne? Machst du. Sag gleich direkt zu. Ja, natürlich, natürlich. So, was ist jetzt hier in der Kanzlei, ne? Hat's ihm wieder zu lange gedauert, oder was ist da jetzt? Ja, du hast doch gerade erst angerufen, hörni. Na, Herr Goldbaum, ich trink mal mein Käfchen. Sean, ich begrüße dich herzlich. Schön, dass du da bist. Einen wundervollen Abend. Abend, jetzt hab ich's wieder gesagt. Ich bin los. Und dann kommt er gleich raus, noch mit dem Telefon in der Hand, ne? Und zutritt. Boah, jetzt haben sich die Farben ver... Oh. Naja, das war eben jetzt den Kaffee getrunken hat, ne? Was ist da denn jetzt? Wie ist er zu hell geworden, nennst? Oh, ist wieder normal. Klingel, Mann, ne? Mach den. Weg, 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 schnell weg! Wieso? Ach, ne, wir warten, das stimmt. Klingelstreich, weißt du, ne? Ja. Ah, der Doe, im Moment geht's, nein. Alles gut. Und es freut mich sehr, Muso. Das freut mich sehr. Es freut mich sehr. Ja, ja, mein Lieber. Du weißt, wie's läuft. Alles Taxi. Ich komm rum. Ich komm rum. Dann werd ich mal meine Mails checken. Oh ja, ne, sag's, bitte. Nichts drin. Nichts drin. Ladies Night. Limousinen Shuttle kostenlos. Tja. Hm. Sagen wir mal, wer macht denn die Werbung eigentlich hier? Dieses, diese Werbeplakate, wo kann man da anrufen dafür? Bei Creative Studios. Also, ich mein wirklich auch dann die Werbung platzieren auf den Schildern. Nicht erstellen. Ähm, ja, das liegt immer ein bisschen dran. Das kann sein, dass Ventura das selber macht oder McGill. Ne, ich mein die große Werbetafel zum Beispiel hier vorne, ne? Die macht, glaub ich, McGill. Bist du sicher, dass man da die Werbung buchen kann? Ist das nicht jedes Moments? Die großen Helles Moments macht, glaub ich, die Bänke und so. Das könnte aber auch sein. Vielleicht einfach mal anrufen. Ich ruf an. Nicht erreichbar. Ach, ist halt ein Traum, ne? Das ist sehr lieb von dir, Timo. Mir macht's aber vor allem auch sehr viel Spaß. Was ist denn jetzt? Hat der bei dir persönlich angerufen? Also, ne, ich ruf jetzt nochmal Evira an. Sonst sollt ihr mal den Goldbaum anrufen. Wenn er die Racheaktion für gestern ist, reicht es mir. Ja, Evan? Rufst du den Goldbaum nochmal an? Wir warten hier seit fünf Minuten schon. Okay, ja, ich ruf ihn mal an. Dankeschön, tschüss. Meinst du, das ist so einer, der das absichtlich macht? Oder der steht wo ganz woanders. Der hätte wahrscheinlich gesagt, hier ist Goldbaum. Ich müsste da und da abgeholt werden. Meinst du, der zieht einen Fehler gemacht hat? Weiß ich nicht. Ja, aber jetzt sagst du eigentlich ein Stück Gehaltskürzung. Ja, scheiße, Schatz. Bin ich nicht Huhn, ne? Nee. Ne Kacke. Ach, halt ist gestern überfallen worden. Ach was? Mhm. Bei mir an Eingangstür. Ach du Scheiße. Mhm. Das ist scheiße. Das Casino hat noch immer nicht offen. Das ist noch beschissene. Mhm. Also im Moment läuft das eher so gegen den Strom. Ja. Falling Dragon, hi, ich grüße dich. Ja, ich wollte gerade Mails checken als Username eingeben. Wem ist es aufgefallen? Der Doe. Und Musu hat es auch gesehen. Ja. Ihr habt recht. Ich wollte gerade... Ui, da kommt der angerannt. Eieieiei. Oh Gott. Was ist denn da los? Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hallöchen. Was ist denn da los? Ja, gut, aber ich stand da vorne bei KBBC. Ja, uns wurde gesagt, kannst du gleich Gold bauen. Ernsthaft? Ja. Frech. Frech. Da müssen wir noch mal Rücksprache halten. Da müssen wir Rücksprache halten. Na, ich hoffe, es war jetzt nicht so schlimm, dass Sie warten mussten. Ich bitte Sie, ich hoffe für Sie auch nicht. Wir sind nicht, wir haben uns ja dann noch gut getroffen, hat Ihre Kollegin angerufen und dann hat das geklappt. Ja, ja, aber ich habe Sie gerade verständigt, dass Sie nicht da sind. Ja, das ist ja richtig. Ach, oh, Mann. War ja so, war ja so. Ähm, ne, gucken Sie, da hinten am Schlangenberg-Sax-Tower ist, äh, meine Kanzlei oder unsere Kanzlei, deswegen, wo ich arbeite deswegen, laut. Ist das gar nicht Kanzlei Goldbaum? Nein, Kanzlei Kingsley Brown, Bennett Collins, K.B. Ah, sagt sie dann Goldbaum? Ich verstehe es nicht. Tut mir leid, da hat sie sich aber komplett vertan, ne, die Kollegen? Naja, vielleicht, weil die nebeneinander sind oder ich sage auch meistens Goldbaum dazu, weil eine von beiden ist dann meistens bekannt, eine von beiden Kanzleien. Ja, ja. Und dann mit ungefähr weiß, wo das ist. Ich kenne Ihre ja, das ist ja nicht das Thema. Wir sind die erfahrenen Taxifahrer. Sie greifen ja bei Elisantos auf ein großes Portfolio an Taxi-Garanten in der Stadt. Und, ich meine, ich kenne Ihre Kanzlei, ja, wir können ja ruhig wagen. Ich habe gehört, die Besten der Besten arbeiten da. Ja, die Swarer. Ja, weil die, die gute Kate Lenkeri, ne, die. Ne, bei Elisantos, meine ich. Achso, ja, da sowieso, ne. Ja, nein, nein, klar. Ähm, aber ja, bei uns arbeitet Kate. Ja, und dann haben wir den ja halt noch, ne. So, und du steigst aus. Er hat ja Taxi-Ruf. Tobi, schön, dich zu sehen. Oh Gott, ist ja schön. Sehr schön. Ja, danke, dass Sie gekommen sind. Ja, das war schon wieder. Ja, schönen Tag noch. Acht Dollar werden's. Ja. Na, zahlen müssen Sie schon, weißt du, ne? Ne, ne, das war einfach draußen. Ähm. Ja, ne, das ist jetzt toll, weil... Ach ja, ich wollte nach Hause. Wo ist das denn? Warten Sie mal, apropos, ja, wie, wieder bei dem, bei dem GARDOS. Wissen Sie noch, Herr, ähm, wo wir vorhin waren? Ja, ich war's im Moment. Ja, ähm, ich würde aber gleich hier nochmal den Geldautomaten mitnehmen. Ja, machen wir doch. Machen wir alles. Nehmen Sie den Geldautomaten Miet, aber wenn Sie eine Flex und einen Schlagbohrer brauchen, muss ich kurz noch zu mir nach Hause, ne? Was ist meine Tanne, eben? Mann, die darf ich auch nur küssten. Hallöchen. Schön, dass Sie alle da sind, ihr Lieben. Ich freue mich. Oh, ich war hinter dir mit dem, mit dem Evan, dann hat man's aber auch nicht leicht. Ne, wir haben immer Spaß im Taxi. Wo geht's hin? Ähm, zu dem GARDOS. GARDOS Hotel, aber ich kann nicht Sie markieren, wenn Sie mir noch kurz dachten. Ja, ich geb's Ihnen erstmal dachten. Ne, das machen wir für Sie. Dann mach ich. Oh, Service. Service. Ja, wir sind zu zweit, da können wir auch doppelte Servicekraft an den Dach legen. Ja, ist ja wunderbar. Nicht so viel los gerade, oder? Es geht sogar, ne? Eigentlich ist gar nicht so schlimm. Wir sind eigentlich ganz gut ausgelastet, ne? Warte mal hin, dann könnte es sein, dass wir noch einen unten drunter sind, glaube ich. Entschuldigung, ich muss das Telefon. Ja, ja. Ganz like, ich sehe, ich bin Bernard Collins. Collins, hallo. Okay, bye. Das ist kein Problem. Haben Sie denn ne Fallnummer bekommen? Sicherlich dann auch nicht. Okay. Digital, dann guck ich mal danach. Digital Den, ja. A, V und der. Hab man so als Taxifahrer alles mitkriegt? Ja. Fall von Digital Den. Ja, 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 ja. Das ist okay. Das müsste dann Herr Schor sein. Okay, alles klar. Schon ein bisschen weiter. Okay. Achso, Weinwood Gardens, oder was? Mhm. Ja, das ist immer hier links. Ja, genau. Ja, ich bitte Sie. Ist gar kein Problem. Wann passt sie Ihnen denn besser? Oder soll ich sich da Herr Schor nochmal mit Ihnen in Verbindung setzen? Ui, oh Gott. Wo hast du denn da eben? Ich bin. Auch heute. Keine Tasch. Ich werde das ihm schreiben und der wird Sie dann sicherlich anrufen und sich nochmal bei Ihnen melden. Aber bis er sich meldet, halten Sie gerne das 20 Uhr als abgemacht fest. Wunderbar. Ihre Nummer habe ich, dann gebe ich die weiter. Alles klar. Klasse. Ein schöner Tag. Tschüss. Puh. Okay. Entschuldige, ich musste mir das ganz kurz sortieren, sonst vergesse ich das wieder. Nein, ich sage kein Problem. Geht das lieb, danke. Also ich hoffe, ich klaue Ihnen jetzt nicht noch mehr Ihrer Zeit. Wie, wie schon vorher. Warten Sie mal, welche Nummer waren das jetzt hier? Die da. Die 8. Ja, 8 ist sogar drin. Ähm. Termin 18 Uhr. Ähm. Digital Den, weiß ich noch. Richtig, genau. Aber der wollte 20. Ich habe mich auch, habe ich mir notiert, was? Haben Sie sich getötet, ja? Alles fertig? Lass es da. Ähm. Wünschte 20 Uhr bitte um Rückruf, wenn es nicht passt. Top. Dankeschön. Okay, dann muss ich dann noch hier meine... Na, so, die Leute, dass die Leute das auch lesen, ja, so. Gut. Okay, und dann noch der Kollege noch da, und dann läuft's. Ein Wand Bärchen. Ähm. Das ist klasse. Dann, dann entschuldigen Sie bitte die... Nee, ist kein Problem, wir sind gerne hier im Büro. Wie viel bekommen Sie denn? 8 Dollar. 8 Dollar, man. Ja, passen Sie auf, dann lege ich Ihnen jetzt mal hier 8 Dollar nach vorne auf die Mittelkonsole. Und, äh, vielleicht nochmal für einen Sixer, für einen Feierabend und für Ihre Geduld jeweils. Oh, das ist nett. Ja. Auch. Dass Sie beide da ein bisschen... Das ist aber sehr freundlich. Na immer. Vielen Dank. Sehr gut. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Geduld und für Ihre... für das freundliche Gespräch. Alles Gute. Alles Gute Ihnen auch. Tschüss. Ciao, ciao. Hat er dir auch einen Zwanni gegeben? Ja. Mir auch. Dann gebe ich dir meinen Zwanni rüber und du mir die 8 für die Fahne. Ja, machen wir. Dann gib mir doch einfach jetzt, äh, 12. Ja, nee. Jetzt habe ich dir einen Zwanni gegeben, weißt du? Nein, warum? Und es ist ein Schein. Was soll ich meinen? Ja, Schein. Hast du keine kleinen Dollar? Ich warte, dann gebe ich dir jetzt 8. Alter, Alter, Alter. Ich rieche das ganze Kleingeld hier, mein Gott. So. Jetzt muss ich dich wohl für einen Moment am Stadtpark rauslassen und mal kurz weiter erledigen. Ja, das passt. Dann fahre ich dann jetzt auch eben nach, äh, wohl, ne, das ist ja 16 Uhr. Hast du Termin? Uah! Eieiei. Hast du Termin oder was? Ja, 16 Uhr beim DOL da, ne? Ach so. Ja, dann kann ich dich bei dem Wagen rauslassen, wenn du willst. Ach ja, der Taxi ist jetzt wieder, ach, das ist, ja, dann müssen wir zur Zentrale eben. Ja, lass ich dich da kurz raus. Ja. Und dann, ähm, kannst du ja trotzdem ein Taxi nehmen. Das ist ja kein Problem, ne? Nein, das mein ich nicht. Okay. Ich bin am Gas. Warteilen wir das eben noch auf? Machen wir. Dann müssen wir eben dann, äh, hier halten wir eben dann Bankautomaten hier. Ja, jetzt haben wir dann auch direkt einmal so. Dann haben wir dann hier 80, 100, 222, 226, sind 113, ne? Warte mal kurz. 100, 113. Ja. Wie viel haben wir? 226? Äh, 44, 142 und 40. Ja. 180, 186, 126, ja. 126, 226, sind 113. 126, genau, sind 113. Und das Geld für alles Taxi zahlgefallen. Ja. Na, wie ist es jetzt? Dankeschön. Das war schön jetzt. Das hat Sinn gemacht, ne? Aber richtig. Pass auf. Das war jetzt für Alice Taxi 96. Und für mich sind das dann genau 110. Ich hab ja ein bisschen weniger wegen Kaffee. Perfekt. Auf zur Zentrale, mein Lieber. Los geht's. Ja, Monkey ist ja auch ein cooler Kollege von Evan, muss ich echt sagen. Also Evan fährt mit Harald und mit Dunaheim am liebsten. Das macht Evan am meisten Spaß. Boah, das ist, oh, mutig ist er. Ja, ich hab ja dem Auge, weißt du. Das kommt mit der Routines. Ah, Danaheim. Ja, wenn's später noch klappt, können wir ja weiterfahren nach dem Duellen, oder? Ist er bei dir. Was denn bitte? Ja, natürlich. Na, sicher da hat was, ne? Du ein bisschen am Wohl. Na. Vergeht dir die Luz? Ich glaube, dann sehen wir uns vielleicht heute Abend erst wieder, wenn dann. Das macht ja nichts, Danaheim. Ich bin doch da. Kommst du auch? Bist du vergeben? Vergeben? Ne, noch nicht, ne? Ja, dann komm doch aufs Speed-Dating heute. Wo ist denn das? Wann, wann, wo, wie? Beim Le Majeur um 20 Uhr. Da kommen aber auch Frauen hin, ne? Natürlich kommen da auch Frauen hin. 60 Dollar, hast du zwei Getränke dabei und ein bisschen mit am Start. Ja, guck, wenn ich das hinkriege, dann komm ich doch da hin, ne? Ja, wunderbar. Machen wir so. Alles gleiche. Evan, dann bis später, mein Lieber. Bis später, ich freue mich. Der Joe, ey. Ja, Muso. Ja, Muso. Er hat seine Art, sich zu kleiden, aber heute auch aufgrund des Events angepasst, ne? Sehr geehrter Herr Andersson, wie Sie sicherlich festgestellt haben, sind Ihre Abrechnungen in letzter Zeit umfangreicher ausgefallen. Wir als umweltbewusstes Unternehmen verpflichten uns, unnötigen Papierverbrauch zu vermeiden. Denn ausgedruckt wäre Ihre aktuelle Telefonerrechnung 31 Seiten lang. Mit dem Einverständnis würden wir in Zukunft nicht auf das unnötige Abholzen des Losandos-Stadtwalts verzichten, um ihre Rechnungen digital übersenden. Mein einfaches Grüße. Alles komm, ihr Telekom-Partner. Der Doe. Und wieder einmal unterhältst du uns mit einer unglaublich lustigen Nachricht in einer schönen Formulierung auf die Situation bezogen der Doe. Vielen Dank dafür. Und auch für 100 Bits. Ich freue mich sehr. Danke herzlich. Sehr, sehr lieb. Sehr, sehr lieb. Mr. Wiss, Hallöchen. Und wir telefonieren mal mit Nikita, weil der gerade angerufen hat und der filmt was von uns. Och nee. Oh nee. Kurverwaltung und Piranha schönen guten Abend zu wünschen. Hi. Ich grüße euch auch ganz herzlich. Wieso geht ihr denn jetzt nicht ran? Telefoniert sicher. Warten wir mal, dass da nachher im Weg fährt. Ja. Ja, äh, wo wollen wir uns halten? Wo ist es dir lieb? Ähm, treffen wir uns wieder an der Haarnadelkurve bei der Fischerei da hinten? Haarnadelkurve? Ja, wo wir uns damals auch getroffen haben. Ah, ja, 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 können wir brauchen. Ja, ich weiß, was du meinst. Sollst du mit dem Taxi kommen oder mit dem Privatwagen? Das ist mir egal. Das ist mir egal. Wie du möchtest. Ich komme mit dem Privaten. Oder mit dem Taxi, weil das besser. Ja, mit dem Taxi verdächtigt keiner. Nee, weißt du was? Äh, du, du, äh, du kennst ja die Tankstelle, wenn man vom Heway Richtung Sandy Shores fährt, ne? Da gibt es ja noch eine kleine Tankstelle an der Seite. Am Heway richtig? Meinst du die in Sandy Shores? Die Tanke? Nee, da gibt es eine, wenn du von Sandy Shores zum Heway rausfährst, ne? Die Freilandstraße. Dann kommt so eine ganz kleine Tankstelle an der Seite. Am Heway die Tanke? Die direkt am Heway ist? Nee, da gibt es eine dazwischen. Gibt es eine dazwischen? Du meinst bei Flywheels? Nee, nicht bei Flywheels. Wenn du von Sandy Shores nicht über Flywheels zum Heway fährst, sondern direkt östlich die Straße aus Sandy Shores raus. Da kommt eine Tanke. Ja gut, werde ich finden. An der Kreuzung Richtung Grape Seed. Kreuzung Richtung Grape Seed. Ja, werde ich finden, denke ich mal. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Da warte ich, dann steige ich bei dir auf und dann fahren wir zu dem Ort, da können wir in Ruhe quatschen. Jo, alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Was ist da denn wieder los? Hab gestern noch bis Folge 32 nachgeschaut. Ich hole auf Timo. Ich wünsche dir weiterhin gute Unterhaltung. Freut mich. Ich hoffe, dir machen die Videos Spaß nach wie vor. Ja, es sind mittlerweile sehr viele draußen. Heute endlich wird es zu Kapitel 90. Weil heute haben wir nicht nur einen langen Dienst, sondern es passiert auch relativ viel, wie es aussieht. Also jetzt hier schon von Beginn an ist hier Unterhaltung am Start mit. Dann haben wir das schon sehr cool bis jetzt. Dann haben wir jetzt Speeddating jetzt und Treffen mit Nikita. Schauen wir mal, was da rauskommt. Also das wird sicherlich, ja, heute ein spannendes Kapitel. Und Thunderbird, ich darf dich ganz herzlich begrüßen. Schön, dass du da bist. Wundervollen guten Abend. Nein, ich habe schon wieder guten Abend gesagt. Thunderbird, ich bin noch nicht so ganz bei mir. Ich versuche heute einen 10 oder 12 Stunden Stream zu machen. Bitte um Nachsicht, weiß ich. Thunderbird, schönen Nachmittag zu wünschen. Ich freue mich, dass du vorbei schaust. Schön, dass du hier bist. Hi. Ja, und Timo sagt, Videos sind klasse. Das freut mich zu hören. Ja, Musho hat recht. Eben war etwas konservativer zu Beginn. Aber das ist eben das Tolle, dass sich die Charaktere ja auch über diesen Zeitraum weiterentwickeln oder weiterentwickeln können. Und somit haben wir ja auch schon vom ersten Video an bis jetzt einiges gesehen an Veränderungen bei Eben. Danke, Thunderbird. Das ist sehr lieb von dir. Das ist sehr lieb von dir. Macht es euch bequem. Ist noch genug Platz im Chat für alle, Freunde? Oder wie sieht es aus? Haben wir noch genug Platz für alle? Lea schaut sich um und nickt. Wunderbar. Ja, ist drin, was, sagt der Tolle. Aber gut, das wird die Motsätze sein. Also, ich nehme mich mal jetzt ein bisschen zurück. Ja, der Tolle, das freut mich. Aus der Perspektive habe ich das noch gar nicht gesehen. Das heißt, der Tolle, wenn ich das richtig verstehe, man kann auch mal Ja oder sowas durch ein Emote setzen. Ist das... Oder generell einfach, ne? Mit diesen Emotes was anderes sagen. Ja, okay. Kann mir schon vorstellen, dass das... Ja, passt gut. Ja, das freut mich, der Tolle. Das ist natürlich schön zu hören. Hör mal, ist drin, weißt du. Ja. Ganzen Satz ist da, ne? Der Tolle. Eier Trains. Schönen Nachmittag. Hi. 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 Das könnte man sogar noch kombinieren zu... Hallo. Wie alt ist drinnen, was? Der Tolle, ja. Diese schleichende Veränderung von hier und von Anfang bis jetzt erlebe ich halt akut, wenn ich die alte Folge in den Livestreams schaue, das fällt ja nur extrem auf, aber es ist faszinierend toll. Das freut mich. Das freut mich sehr. Danke, Thunderbird. Evan moderiert heute am Abend das Speed-Dating in Los Santos und deswegen dieses Outfit. Hi. Was war da denn für eine Jacke? Ja, Speed-Dating ist heute Abend. Er kneift die Jacke zusammen, der Sitz ist neu. Der ist jetzt kleiner als andere. Wo fährst du denn jetzt hin? Ah, das muss ja nicht jeder wissen, ne? Bei dem Stückchen. Was wird das denn jetzt wieder? Ah, nur 100 Meter. Aber jetzt gleich wieder die Knarre an der Schläfe, der bei dich. Nein, nein, nein. Guck, muss ja nicht gleich jeder wissen, wo. Hier ist Union-Grain-Gefickel. Obwohl, warte, ich weiß, ich hab mir doch extra ein Offroad-Bike gekauft, das muss ich jetzt auch nutzen. Warte, du fährst jetzt nicht Offroad, oder? Ach, das ist gut. Nein, das ist geil. Aber mit zwei Leuten kann ich sowieso nicht so Gas geben. Chaos, vielen Dank für dein Follower, herzlich willkommen in der Community. Schönen Nachmittag zu wünschen. Hi. Ja, viel Platz hast du hier nicht drauf. Das ist ja so ein Geländesitz, da hinten liegt mal so viel Platz, weißt du. Ich sag mal, für die Damen ganz angenehm, aber für die Herren ein bisschen unangenehm, hätte ich mir sagen. Warte mal, hier, da hätten wir schon runtergegeben, ist fest. Ach, das ist ein bisschen zu steu. Egal, fahren wir jetzt weiter, hier, komm. Ich weiß mal, ob ich mich umbringen, oder was? Fahr doch gleich den Berg da hoch, weißt du? Können wir auch machen. Das ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. Cherokee, freut mich sehr. Chaos, schön, dass du hier bist. Hi. Den guten Schwirren verschmutzen, weißt du? Ja, da ist sowieso nie einer. Komm, hier ist doch schön. Schön im Grün. Nordländerin, ich darf dich auch begrüßen, hallo. So. Gut. Oh. Ja, löpt oder was? Was? Na klar. Wie geht's dir? Ja, also nach gestern ganz gut. Was war denn eigentlich? Ja, wir hatten ein bisschen Bersilter gehabt bei uns und haben wir dann mal ein bisschen Palidou gezeigt. Na? So eine Art von Besuch. Ja. Scheiße. Die wollten dann auch gar nicht weggehen. Dann haben wir ihnen unsere unbegrenzte Gastfreundschaft zuteil kommen, Norden. Und dann wollten sie plötzlich ganz schnell wieder weg. Hahaha. Okay. Das war auch immer ein Bunsenbrenner am Spiel oder so. Verrückte Geschichte, sag ich dir. Ganz verrückte Geschichte. Okay, lieb ging es ja nicht so gut, ne? Ja, das war vielleicht auch mein Verdienst. Aha, was heißt das? Hab ihn vielleicht unversehen mit was niedergestreckt. Ach du Scheiße, Nikita. Uiuiui. Der war nicht begeistert. Kann mir vorstellen, du bist ein Verrückter. Der war nicht begeistert. Ein bisschen zu weit out geholt und dann stand er halt gerade neben und dann lag er da. Nikita, du bist so die letzte, weißt du, ja? Das war dann sehr unangenehm. Ja, ich kann es mir vorstellen. Als er mich angerufen war, Nikita, da muss ich ins Krankenhaus. Ich so, ja. Schwierig. Wenn du unseren Breche wegräumst, ne? Das ist ja erstmal eine Scheiße. Herzegau. Ausgiebig bedankt für die Aktion. Naja, Andriks. Ich hab gestern einen unbekannten Anruf gekriegt. Erstmal nix weltbewegen müssen wir nicht. Da war dann aber so ein Typ dran. Ja. Er sagte, es sollten wohl Leute nach mir. Wollte aber erstmal nicht Ruht drücken mit Watt. Und warum? Geschoben. Geschoben Leute nach dir oder nach mir? Ja, ja. Ne, nach mir. Nach mir, nach mir. Und wollte wohl als Gegenleistung, ja, bitten was zum Verteidigen haben. Ein bisschen Handwerkszeug, ne? Jetzt nichts Puff-Puff mäßiges, aber also was Kleines. Für die Info? Ja. Richtig. Aha. Da hab ich gesagt, ja, Junge, melde dich in 30 Stunden nochmal. So, und dann hat er halt wieder angerufen, da standen halt ein paar Jungs von mir nebenbei in der Club. Und dann hab ich ihm ja gesagt, Junge, Matteo, auf diese anonyme Kacke hab ich keinen Bock. Also wenn du mir irgendwas sagen willst, um was es sich handelt, dann kenn ich meine Feinde schon. Und dann sagte er, es ging um die Sache um Pot & Pan. Ach du Scheiße. Da hab ich natürlich erstmal einen auf ganz gewundert gemolgt. Ja. Klang noch ein bisschen enttäuscht. Weil ich gesagt habe, was ist das? Ja. Ähm, auf jeden Fall wäre da wohl mein Name gefallen. Irgendeine Angelegenheit. Und, ähm, er will sich jetzt wohl, ähm, naja, ich hab ihm halt gesagt, du Junge, hör zu. Auf diese anonyme Kindergartenscheiße, machen wir nicht mit, weil wir sind keine Hinterhof-Gangster. Ähm, hab ihm halt angeboten, guck mal, du kannst hochkommen zu uns, ne, ich verspreche, du kannst jedem sagen, wo du bist, so, als ob deine Leute mitbringen oder was weiß ich. Ähm, dann kannst du mir davon Angesicht zu Angesicht sagen. Weil er sagte auch, er kennt mich, ja, und ich kenne ihn. Okay. Aber es hörte sich so an, als wüsste er nicht, wie genau damit in Verbindung gebracht werden konnte. Ich meine, die Forensen und Spuren haben auch nichts gegeben. Das kommt ja aus den Akten hervor. Ähm, aber es wäre wohl mein Norm da mal gefallen. Was heißt, jemand sucht nach dir? Ja, das ist die Frage. Hast du P.D. oder andere Leute? Ne, wenn er P.D. schon nach mir gesucht hat, pfff, keine Ahnung, ob er P.D. nach mir... Ne, glaub ich nicht, dass er P.D. nach mir sucht. Dann hätten die mich schon längst angerufen und, äh, äh... Nachricht geschickt, ne? Nachricht geschickt oder versucht, mich einzusperren. Ja, ich vermute mal andere Leute. Wie das klang, hat er das wohl mitgekriegt und versucht, als Gegenleistung jetzt irgendwas zum Verteidigen von uns zu kriegen. Weil er weiß auch, zu wem ich gehöre. Gegenleistung heißt, dass er dafür, dass du unter den Tisch gehörst, oder wie? Ja, mir sagt, wer nach mir sögt, ne? Also, mir mitteilt, wer nach mir, äh, nach mir Fragen stellt. Er will jetzt, keine Ahnung, er will jetzt zum Verteidigen Messer oder so was wahrscheinlich hätten. Also, jetzt nix Heldbewegnisse. Knader hätte ich ihm... Knader hätte ich ihm eh nie in die Hand gedrückt. Ich hätte gesagt, du Junge. Keine Chance. Und der war dann gestern bei euch oben, oder wie? Ne, noch nicht. Ähm, er war wohl noch in einem Gespräch verwickelt. Ja. Aber... Ähm, war wohl nicht abgeneigt, sich persönlich zu treffen, weil ich ihm gesagt habe, du, ich treffe mich nicht mit anonym. Das kannst du knicken. Also, entweder kommst du hoch, weil er sagte, ja, für Geschäfte wäre er immer zu haben. Da hab ich gesagt, ja gut, dann muss er mal persönlich hier umtauchen. Unser Press sieht das nicht gerne, wenn wir irgendwelche anonymen Telefonnummern Geschäfte machen. Das kann ja sonst irgendwas sein. Richtig. Na, aber er hat mir auf jeden Fall gesagt, dass er mich kennt und dass ich ihn auch kenne. Logo und Grifrinho, Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Okay. Ja, aber wer hat keine Ahnung. Also... Aber dass der Typ am Telefon schon mal deinen Namen und Potent Penn in Zusammenhang gebracht hat, heißt das ja irgendwo ein Wissen da ist, ne? Ja, ich... Also, so wie dann nach seiner U-Tage klang, ist da wohl mein Name gefallen. Bei irgendwas, ich weiß halt nicht bei was. Aber auch jetzt wohl nicht so direkt, dass sie mich in Verbindung bringen können. Also... Ja, aber wer soll dich suchen? Ich meine, wir haben ja alles abgesteckt mit den anderen. Ah, die können ja auch irgendwas, weiß ich gar nicht, was diese Emma Jacobs sich da gewandt hat. Wenn man verzweifelt ist, weiß ich gar nicht, wen sie sich da gewandt hat. Weiß was ich meine. Die Emma Jacobs, das ist die Co-CEO, oder wie? Richtig, richtig. Ja, aber woher sollen die deinen Namen wissen? Den weißt du ja nicht. Ich weiß es nicht. Ich... Ich stelle nur Vermutungen. Kannst du nichts sagen. Auf jeden Fall wurde auch in der Befragung von deiner Partnerin da... Ja. Ähm... Da muss ich mal gucken, ob die Akte noch finde. Kannst du ja. Ja, ich muss mal... Da kann dein Name nicht gefallen sein. Lass mir die Nummer... Ich lass mir die Nummer zuschicken, die Akte. Ob es irgendwas Neues gibt. Ja, schon von dem Standpunkt her kann ich auf jeden Fall entwarnen. Also bei uns, auf meiner Seite, da kann es kein Leck geben, weil ich habe ja deswegen auch Leinwut nie auch nur ein Wort oder einen Namen erwähnt. Ja, ich vermute, das war auch nicht über sie. Ich vermute mal... Da wurden irgendwelche Spekulationen angestellt. So. Und da wird wohl irgendwo mein Name gefallen sein. Ja, und jetzt sind die da wohl... Kicken die wohl, was da los ist. Ne, ich muss den Zusammenhang erstmal verstehen. So geht es ja nicht, ne? Ja, deswegen hoffe ich mal, dass der Typ so klug ist, dass ich mit mir persönlich nicht trifft. Weil, ähm... Ich meine, der kann ja gerne ein Messer oder sowas für haben für die Info. Der kann ja nicht. Das kein Problem. Aber ich will wissen, wo der mir den Namen gefallen ist im Zusammenhang. Mhm. Ja, wenn der Typ ein Messer will, ist aber auch ein Amateur. Was soll die Scheiße denn? Ein Messer kriegst doch überall. Ist mir doch shit egal. Wenn er eins von uns haben will, soll er eins von uns haben. Ja, bezahlt er halt nichts hier, ne? Wenn er mir quasi nur sagt... Ja, ja, ich weiß. Aber trotzdem, bitte ein Messer kriegst du ja für 900 Dollar überall. Ja, aber besser 900 Dollar oder umsonst, ne? Also für so eine Info würde ich wesentlich mehr verlangen. Das muss ein Amateur sein. Ach, gut für mich. Ja, nee. Wir müssen das erstmal durchdenken. Ich muss erstmal kicken, wer das ist. Erstmal will ich wissen, wer das ist und dann will ich wissen, woher das kommt. Äh, hast du ihm gesagt, du bist an der Info interessiert? Ich habe erstmal einen auf ganz, äh, neu gemacht. Er hat gesagt, ich weiß von nix, ne? Aber er hat halt im Anschluss gesagt, ja, er will für andere Geschäfte umzuhaben. Äh, und vielleicht interessiert mich das ja doch mit, äh, wer da nach mir Fragen stellt. Weil er klang auf dem Telefon so ein bisschen enttäuscht, als ich so abgewogen habe. So, nee, sagt mir nix. Also Nikita Vorsicht-Fahle, ne? Was glaubst du, warum er so umkommen soll? Also nicht, dass ich mich mit dem irgendwo anonym treffe. Nee, nicht nur das, nicht nur das, äh, ich... Überleg doch mal. Stell dir mal die folgende Frage. Nur so ein hypothetisches Beispiel. Irgendjemand von eurer Seite hat irgendwas an die falschen Seiten ausgeplaudert. Und die Info ist irgendwie zum PD gekommen. Und mit dir willst du jetzt jemanden vom PD treffen und tisch dir die Geschichte auf. Nur um rauszufinden, ob du wirklich an der Info interessiert bist. Denn sobald du spießt, haben dir ein Indiz. Ah, das werd ich irgendwie verpacken. Werd ich irgendwie verpacken. So, ja, dann erzähl mal, wer angeblich mit mir zu tun hat. Das klang auch mehr so nachdem, was er vertellt hat, dass es keine direkte Verbindung zu mir gibt. Äh, nur, dass mein Name irgendwo gefallen ist. Das war seine Uhrzeit gewesen. Irgendwo wäre mein Name in den Zusammenhang gefallen. Aber so wie das am Telefon klang, war er sich selbst nicht sicher. Als ich halt auch so abgewunken hab, gesagt, nee, sagt mir nix. Xeno. Das Ding ist, ich kann jetzt halt keine Knall. Daran haben wir schon gedacht, dass es irgendeiner vom PD ist, dass ich da mit uns treffen will und mich dann für, keine Ahnung, Waffengeschäft oder so dran nimmt. Na, aber als er gesagt hat, ich kenn ihn. Und er kennt mich auch. Na, das heißt, ich weiß er, wer es ist dann. Also, ich würde das Treffen nicht zustande kommen lassen, egal in welcher Form. Wenn du meine Meinung nach willst. Der wird, ja, wenn, dann kommt er hoch zu uns. Ja, trotzdem. Nicht wegen des Treffens selber. Ich weiß schon, dass sie euch verteidigen können. Nein, nein. Auch wegen der Informationen. Der kommt erstmal hoch wegen Geschäften. Das haben wir erstmal abgemacht. Er hat gesagt, wegen sonstigen Geschäften kann er gerne mal hochkommen, aber nicht in anonymen. Boah, ihr seid riskant. Oh Gott, ihr seid riskant. Ja, aber wenn es das PD ist, was soll die machen? Kommen sie hoch und dann entstehen sie von verschlossener Tür. Ja, nicht nur das PD, ne? Das kann ja sonst wer sein. Ja, soll sie so hochkommen? Dann verscheuchen sie die letzten... Ich glaub, es ist gar nicht, was ein paar Lieder los war die letzten Tage. Zum Glück nicht alles mit, ne? Ja, ja, gut für dich. Aber ich kann dir sagen, nur die alle hochgekommen sind, wir sind mit drei, vier Löchern wieder zurückgefahren. Lenn hat gesagt, ich soll bei dir mal ein Schießtraining nehmen. Ich kann dir sagen, die gestern da waren, die wurden im Krankenwagen auch zurückgebracht. Ja, also... Soll er hochkommen? Dann morgen ist es auch fertig. Die Ansage an alle ist klipp und klar. Wir lassen euch in Ruhe, wir wollen nichts von euch, aber sobald ihr hochkommt, ihr umstressen macht, dann... Ja, ist klar. Ja, Kinder, dann verlasse ihr Palidio aber nicht mal auf den eigenen Beinen. Aber warum treffen wir uns jetzt? Ja, damit du das weißt. Okay. Damit du weißt, dass es irgendwo einen Kontext wahrscheinlich gibt, eine vage Verbindung zu mir, ja, damit du informiert bist. Ja, aber den kann es nicht geben. Ja, weiß ich nicht, dass es den nicht geben kann, aber bevor sich der überhaupt bildet, damit du Bescheid weißt. Okay. Wieso ich meine? Damit du informiert bist. Und du bist sicher, dass du das Treffen überhaupt zustande kommen lassen willst? Ja, klar. Was will er morgen? Er will eine Hand ums Herz. Na, hochkommen und dann. Und was soll passieren? Es geht um Anfangsverdachte. Um das geht es ja. Wenn das wirklich irgendwie ein geheimer Ermittler ist vom BD oder sowas. Ja, dann finden wir das... Naja, wenn er sagt, ich kenne ihn. So, dann habe ich schon mal eine Spur. Dann habe ich eine Anhaltsspur an ihn, wer es ist. Ja, vielleicht stimmt das auch gar nicht. Naja, spätestens... Ich habe ihm gesagt, er soll mich, wenn er hochkommen soll, dass er sich persönlich bei mir melden. Mit seiner Privatnummer, ne? Wenn ich die eingespeichert habe, dann weiß ich, wer es ist. Und wenn es ein Ermittler vom BD ist und er kommt dann rein und erzählt mir das, dann sagt er, gut, danke. Keine Ahnung, was ich damit zu tun haben soll, aber okay. Du musst halt wirklich von vorn, von Beginn an das wirklich... Du musst von Beginn an wirklich alles leugnen. Ja, klar. Also er kommt ja auch hoch wegen sonstigen geschäftlichen Beziehungen, wegen nichts anderes. Ja. Das haben wir auch abgemacht. Und da hat er im Nachgang noch gesagt, ja, vielleicht interessiert es dich dann doch. Weil er gesagt hat, wenn du Geschäfte mit uns machen willst, ist kein Problem, aber dann musst du persönlich umkreuzen. Wir telefonieren nicht mit annehmen. Mhm. So, das ist die Abmachung. Er war gestern wohl interessiert, auch hochzukommen. Er sagt aber, vielleicht schaffe ich das heute noch mal gucken, ob er sich mal meldet. Und wenn nicht, dann kann er mir mal im Arsch legen. Wem würdest du bei euch zutrauen, dass jemand plaudert? Keiner. Tja. Nikita. Also von uns kann ich es mir nicht vorstellen, denn einer von uns plaudert. Weil jeder weiß, wenn er von uns plaudert, dann lebt er die nächsten Tage nicht mehr. Das weiß jeder genauso gut wie ich. Und Leinwood kennt keinen Namen. Richtig. Also wenn wirklich einer von uns geplaudert haben sollte, dann kann ich dir versprechen, liegt er hier irgendwo bald verscharrt. Wir sind keine Street Gangster oder sowas. Wenn wer Kutte von uns trägt, der muss schon was geleistet haben und dem vertraut man auch. Und sollte man diese Vertrauens brauchen, dann legen wir ihn halt um. Und Jenny, ich begrüße dich ganz herzlich. Ja, dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass einer von uns war. Ich vermute mal, es gab irgendeinen Zusammenhang. Irgendwo muss da ein Gedanke gesprungen sein, der Mik mit der Socke in Verbindung bricht. Irgendwas. Eine Vermutung oder was meinst du? Ja, eine Vermutung. Irgendwas muss Mik mit dabei in Verbindung bringen. Es gibt nicht viele, die darüber Bescheid wissen. Sehr wenige. Und die darüber Bescheid wissen, die sind still. Es gibt dich, mich, unsere Jungs und halt denen, der Töv da oben gehört. Aber da weiß er auch wahrscheinlich unter Press Bescheid. Aber keiner von denen singt. Ja, und wenn einer singt, dann puf, halleluja. Dann werden das richtig spannende Wochen werden. Hattet ihr bei der Sache irgendwelche Neuen dabei? Nein, nein. Alle, die wir dabei waren, hatten mindestens schon eine Prospect-Gruppe angehabt. Da war kein Hangout oder so dabei. Und die Prospects, die dabei waren, die sind schon so lange dabei. Der eine ist mittlerweile auch Full-Member und der andere wird es wahrscheinlich bald werden. Wir haben das ja auf fremden Turf gemacht. Ja, ja. Aber mit denen ist das abgeklärt. Dass sie uns da nicht... Ja, dass da vielleicht schon ein Leck war. Würde mich wundern. Naja, aber wenn dann da. Ja, wenn, könnte es sein, dann da. Auf jeden Fall haben wir ja eine Entschädigungssumme an die gezahlt. Dafür, dass wir die Klappe halten. Was kostet sowas? Weiß ich nicht, wie viel das Götthaus hat. Zwei, drei Dusen oder sowas? Würde mich aber wundern. Ja, wenn ich wohl die jetzt mehr, weißt du, würde ich meinen. Nee, 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 nee. Also das Problem... Nee, die haben zugestimmt. Du musst erfaschen, das lebt so bei uns. Wenn die die so mal annehmen, haben die der Sache zugestimmt. Und wenn die das nicht tun, dann brechen die ihr Wort und dann wird das größere Wellen schlagen, als einige von denen verkraften können. Du, hintergehst nicht einfach mal so eine Abmachung. Dann kriegst du richtig Probleme bei uns. Eine Abmachung ist eine Abmachung. Ja, ich weiß schon, aber das Problem ist, dass deine Info jetzt in einen anderen Kreis von Personen reingekommen ist, wo du wiederum nicht weißt, was da für Leute alles so für ihre eigenen Südchen kochen. Ja, aber die kennen wir ja und der hat ja seine Leute auch unter Kontrolle. Ja, aber dann ist da vielleicht ein Neuer dabei, der schnappt mal drauf und glaubt, er kann schnell reden. Ja, dann wird der sich aber darum kümmern müssen. Wenn dem so sein soll, dann muss der sich auch darum kümmern. Ja, ja schon, aber die Info, wenn sie raus ist, ist sie raus, das meine ich. Ja, aber im Endeffekt, es gibt nichts, was uns zu denen verbindet. Also ich hab der letzte Aktenbericht, weil eigentlich forensische Spuren waren bis jetzt wohl auch noch nicht da. Ist noch nichts Neues gekommen, jetzt müssen wir eine Akte wieder anfragen. Es gibt nichts, was uns mit denen in Verbindung bringt. Also gar nichts. Die Ware ist nicht mehr auf dieser Insel. Die Sache ist durch. Gut. Leinwut kann ich plaudern, ich kann ich plaudern, ihr auch nicht. Deswegen. Äh, was gibt's noch für Zusammenhänge? Du hattest ja mit der Kanzlei zu tun. Du hast ja Akten angefordert. Ja, über die Kanzlei. Ja. Kann da vielleicht was sein. Also ich weiß, dass wohl der Freund von dieser Emma Jacobs bei uns Anwalt ist. Ja, und ich hab ihm halt gesagt, ich würde ihm beim Fall helfen, wenn er die Sache durch ist. Aha. Ich würde mich wundern, wenn der denkt, dass ein Anwalt was mit einem Raub von einem Laden zu tun hat. Also das würde mich sehr wundern. Also wenn er solche Schlüsse zieht. Dann wäre ich doch sehr erstaunt. Naja, dass der da vielleicht irgendwo nachbohrt. Da hat er bis nun noch nicht. Bis nun noch nichts wieder von ihm hört. Stichwort Alice Storages? Hä? Nee, glaub ich nicht. Dann haben wir nichts mehr in den Lagern. Ist ja alles weg. Haben sie alles weggebracht. Ist ja nichts mehr bei uns im Lager. Und selbst wenn, brauchen die so viele Durchsuchungsbeschlüsse. Da wird kein Richter der Welt mitspielen. Wer von irgendwelchen Gruppierungen könnte denn Interesse daran haben, die Steils irgendwo dran zu kriegen? Ich meine, Krieg mit uns anzufangen ist ja wirklich sehr ehrlich. Es gibt jetzt einige, die jetzt Interesse daran haben. Aber ich sag mal, die einen, die haben wir vor gestern Nacht raus begleitet. Haben denen noch ein paar Luftlöcher reingemacht ins Auto. Von wo waren die denn? Äh, die kamen aus Wispushi. Ah. Stichfarbe Gelb. Stichfarbe? Ja, ja. So ein paar Vagos heißen die. Die Vagos? Ja, ja. Die sitzen unten. Die wollen wohl oben bei uns eine Ecke haben. Ähm, wenn dir da mal einer im Auto sitzen sollte und du fährst mal einen von denen mit so einem gelben Bandene hoch, dann rufen wir uns mal gleich an. Okay. Da siehst du einen von ihnen rumfahren. Ähm. Ja, und die anderen haben wir gestern raus begleitet. Mit Krankenwagen. Verstehe. Ja, was hast du grundsätzlich? Was hast du, äh, gestern wurde Harald überfallen. Ach Quatsch, wo das denn? Mit Taxi oder was? Hahaha. Oder wo? Nee, bei mir vor der Haustür, Nikita. Ach, da war doch wieder, ja. Bei mir vor der Haustür in Diskussion. Ah, ich kann mir vorstellen, wer es war. Äh, das war schon ein Bike. Ja. Und der war so schwarz angezogen. Und der ist so an mir vorbei und dann zu Harald hin. Und wir hatten dann überfallen und das Geld abgezogen und ist dann weiter. Und am Tag davor ist, ich weiß nicht, ob es dasselbe Bike war oder ein ähnliches, ist aber durch die Straße gefahren, hat er rumgeballert. Hm. Da geht es gerade ein bisschen zur Sache in Westpucci, ne? Ja, da gibt es einige Parteien, die da Interessenkonflikte haben. Aber es geht uns per se hier oben nichts an. Äh, wir werden nur aktiv, wenn ja einer meint, hochzukommen und die Straße zu schieben. Ja, das ist uns egal. Okay. Weil wir mit den anderen links am Hut treiben, was sie wollen da unten, ne, aber sobald sie hier oben die Straße schieben, dann, ähm, da können die schon mal eine Sarg-Vermessung machen. So einfach, so. Hahaha. Ja, der ist halt, der muss halt klare Grenzen ziehen, weil sonst lässt du dich halt auf so einen ewigen Kleinkrieg ein, da haben wir keinen Bock drauf. Nein, nein, das macht überhaupt keinen Sinn, ne? Ich sag mal, wer es nach dem zweiten, dritten Mal nicht versteht, dass wir nichts von denen wollen und dann immer noch irgendwie die Straße schiebt hier oben, ja dann, äh, geht er mit den, äh, Fischen schloppen. So. Meine Chefin Berlin-Major wird bedroht und erpresst. Ja, ich weiß. Wir haben damals drüber gesprochen, oder? Mhm. Ich weiß auch von wem sie gedroht und erpresst wird. Habe ich dir doch gesagt, oder? Ja, ja. Ja, und das wurde gestern so extrem, dass die das bei dir gerufen hat, als ich da ankam. Ja. Und heute Abend ist da das Speed-Dating. Ja, die muss ein bisschen försiktig sein. Also, kann die ungefähr sagen, mit dem sie sich da angelegt hat, muss ich ein bisschen... Du hast es mir doch erzählt. Ja, ja. Gut, die kochen am Anfang zwar auch nur mit heißem Wasser, äh, aber die sind halt so soweit ich das verstanden habe, nicht so die Typen, die da vorbeikommen und dann anfangen rumzuballern. Mhm. Ähm. Wenn, dann packen die die Leute wohl mehr ein. Und halt machen halt diese Schutzgelder-Personen so scheiße halt. Ja, genau. So wird ist das wohl. Ja, ja. Ja, das ist die Frage, weil heute ist das Speed-Dating dann, ne? Ja. Wie soll das machen? Ja. Da wird Polizeischutz da sein heute. Ja. Wunderbar. Das ist alles verrückt, Nikita. Ach, dann wären sie ja, äh, schön doof. Wenn sie heute zuschlagen. Ne, da schlägt keiner zu heute, das ist mir auch klar. Ja, wenn, dann packen die die Leute halt ein. Das kann ich mir vorstellen. Also ich hab gestern, ja, dann bin ich auch weg. Ne, pass auf. Also ich hab gestern mit Caleb nochmal telefoniert, weil, es ist ja so, die war dann ganz aufgelöst. Dann ist sie zum Bedienen, dann hat sie ihre Aussage gemacht, ne? Mhm. Dann hab ich sie abgeholt und dann hat sie mir alles erzählt. Mhm. Dann hab ich sie nachher rausgefahren mit dem Taxi und sie ist wirklich fertig gewesen. Ja, glücklich. Und dann frage ich sie also, ob sie irgendwelche Leute kennt, die ihr da helfen können, ne? Sagt sie, nee, sie hat da niemanden, sie hat da niemanden und sie weiß nicht weiter. Ich hab jetzt erstmal nichts gesagt, außer ihr die Frage gestellt, ob sie Hilfe braucht. Dann hat sie gesagt, fast händeringend, ja. Und ich hab das Caleb jetzt erstmal so als Chance gegeben. Wie heißt die? Wie, was ist denn nochmal? Sophia Ivanov. Sophia Ivanov. Sophia Ivanov. Weiße Haut, oder? Nee, die sind rot-orange. Sophia Ivanov, ja, die kenn ich, glaub ich. Ich kenn zumindest ihren Freund. Die ist Single. Warte mal, warte mal, aber ich weiß, wer da arbeitet. Kennst du nen, ja, kennst du nen Russen, der da arbeitet, Melnik? Ja, da sind einige. Mhm. Mhm. Ja, ich weiß, dass einige von denen sind. Mhm. Naja, egal. Ich hab gestern Caleb noch angerufen, zwei Uhr nachts, aber da war er grad schon so am im Bett ins Bett gehen, nachdem was ihr da gestern, äh, oben hattet, war ja das klar. Äh, ja, und dann sag ich dir das jetzt nochmal. Die braucht Hilfe. Und das könnte für uns ne Eintrittskarte sein. Ja, das könnte sein, ich werd mich mal mit jemandem da übereinandersetzen. Ja, erstmal mit Caleb, weil der hat ja gesagt, er wird sich auch schon mal mit dir treffen, mit Ivanov. Mhm. Mhm. Ja, ich will mal den einen anrufen, den ich da, den ich da kenne, der soll mir mal sagen, das ist ein guter, was der weiß. Also, du brichst erst mit Caleb, oder? Also, helfen werd ich ihm jetzt auch, aber ich will ein bisschen hören, ob er was darüber weiß und, äh, dann werd ich mit Caleb besprechen, ob wir uns dafür anheuern lassen. Ähm. Na, Caleb meinte, das ist fremder Turf. Ja, eigentlich ist halt gar keiner Turf, aber ist halt unten in der City, ne? Ne, Caleb meinte, das ist nicht unser Gebiet, wir müssen da aufpassen. Ja, ist halt nicht unser Gebiet, ne? Unser Gebiet ist halt Palito, das ist klar. Das ist halt das Ding, ne? Ja, aber die Frage wird sein, ob wir da irgendwie, ob wir da, weißt du, ob wir da was machen können. Die Chance, also, reichern. Ja, das Problem ist halt, die Partei, die dagegen steht, die sind halt nicht ohne. Aha. Das ist halt das Ding. Ja, hab ich die doch vertellt. Achso, du meinst die, die sie da erpressen wollen? Ja, ja, weil sonst, deswegen dagegen, die brauchen sie ja Hilfe. Hm. Ja, aber es gibt vielleicht, mir fällt da was ein, mit dem wir die beschwichtigen können. Ich hätte da ne Idee. Wir haben da noch ein paar Asser auf dem Hinterhand, äh, das könnte ganz kloppen, dass wir die dafür kriegen. Ja. Die Idee wäre, dass wir irgendwie, ähm, nur noch einen Fuß bei Le Maille reinkriegen, dafür, dass wir hier das Problem vom Hals schaffen. Ja, kriegen wir ihn. Wäre halt die Frage, ob wir was davon haben, wenn wir in einem gastronomischen Betrieb sind. Ja, nix. Aber die können uns Geld dafür zahlen. Ne? Ne? Na, ich denke da ja weiter schon, ne? Die haben ja auch Geschäftsbeziehungen zu anderen Firmen und so weiter. Da müssen wir mal kicken, was da läuft. Ja, wenn wir uns wahrscheinlich die Tage noch mal zusammensetzen mit Caleb und den anderen, dann mal kicken, was wir da U-Klabisern können an Dinge. Ja, es dürfte wohl ziemlich aktuell sein, deswegen habe ich ihn gestern angerufen. Ich habe mir auch gesagt, wir sprechen dann heute noch mal, wenn er wieder da ist, in der Los Santos Metropole, weißt du? Ja. Ja, kriegen wir ihn. So, ich bring ihn mal wieder zurück zum Bike. Ja, alles klar. Zu deiner Kori. Okay. Hopp. Frisch einen Anruf. Warte mal. Fahr mal kurz rechts ran. Lamy. Bist du vielleicht in, äh, Crapeseed näher? Ja. Ah, okay. Das ist mein Taxi. Warum? Ja, verstehe. Verstehe. Ne, er hat mich gewundert, warum das da so verlassen steht. Ne, steht nicht verlassen, steht geparktes Taxi. Ja, gut. Ne, das wollte ich nur wissen. Ja, alles gut, ne? Bis dann. Danke dir, Cacho. Tschüss. So, warte, scheiße. Die guckt, warte. Du kannst mich so nicht hinbringen. Ey, die kenne ich doch nicht. Kann ich gar nicht. Du kannst doch eine Nähe absetzen, wenn du willst. Ja, ne, dann laufe ich da hin. Das ist doch scheiße. Quatsch. Die fahren da gerade irgendwo rum. Ja, ja, ist entspann, Dig. Setz dich da eine Nähe ab und dann hat sich die Sorge erledigt. Ganz ruhig. Ne, fahr nach Palito und fahr mich mit dem Wagen hin. Nicht mit dem Bike. Quatsch. Setz dich da eine Nähe ab und dann kannst du hinlaufen. Nikita, du bist zu unvorsichtig. Nie. Ah! Gut. Hätten wir auch mal. Bitte Hansen. Schön, dass du da bist. Hallöchen. Gute Nachmittag wünsche ich dir. Willkommen zu einem vielleicht 10 bis 12 Stunden Stream. I don't know. Wir werden es sehen. Wir werden es rausfinden. Lass mich hier, lass mich hier. Ja, ich fahr über die Biki rechts, hab keine Sorge, entspann dich. Festhalten. Ah! Du bist er verrückt! Ah! Okay, das ist eine Idee. So, stopp. Hier gehst du den Fuß. Alles gut, alles gut. Perfekt. Viel Spaß. Danke. Jo, wir sehen uns. Ah! Ja. Warte kurz. Ja. Warte. Ja. 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 Okay, ich danke dir. Okay. Ja, mal gucken, ne? Hallo. Wie geht's? Ja, wunderbar. Wie geht's dir? Auch schicker Sack. Wo hast du her? Ja. Das freut mich. Das ist eine Sonderanfertigung. Weil ich heute das Speed-Dating moderiere. Ach echt? Ach, stimmt. Ja, da war ja was. Richtig. Nein. Oh, jetzt fährt er nicht. Ja, was? Hallöchen, Evan. Magst du zum LSPD fahren? Sehr, sehr gerne. Mit dem größten Vergnügen mache ich das. Dann viel Spaß. Sehr gerne. Ich lege auf, Elvira. Tschüss. Später. Ja, dann habe ich wohl ne Facht und Harald hat den Taxi im Sons geholt. Wow. Na, da wünsche ich dir viel Spaß. Dankeschön. Sag mal, die Nummern, die du... Hast du gemerkt, dass du nicht mein Hallo sagt zu mir? Ja, ich weiß nicht. Der ist sauer. Ja, weiß ich. Weil die sind da mit den Nummern. Oh ja. Die eine hatte... Oh, da stoh den an, wenn ich da wahnsinn. Ja. Die eine Nummer hatte zweimal geprellt und braunbelästigt bei uns. Mhm. Und die andere Nummer ist... Ne. Vielleicht deine Mutter. Aber... Gut. Gut. Die andere Nummer war halt der... ...Harald-Überfall, ne? Ach so! Okay. Ja, ja. Dann weiß ich Bescheid. Ja, habt ihr das aber gemeldet, oder? Harald, wir haben ne Fahrt zum BD. Komm. War echt? Na klar. Komm. Okay. Schau mal, warum hast du jetzt ein Taxi geholt? Ja, ich war zu faul, dich das Nummer anzurufen und abbringen. Du holst nie mal ein Taxi statt mich anzurufen. Ja, das ist tatsächlich so. Ich war zu faul. Du bist halt allerletzte. Oh, so. Warte. 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 Ja, heute ist das spätige Ding. Warte. Machen wir das, Harald, heute zwölf. Ja, aber ich verlasse den schon hinter dir. Hintus meinste? Ja, das auch. Warte mal hin. Ich hab zweieinhalb. Also, wenn wir heute so wie gestern bis halb drei machen, dann haben wir's du ich, mein Lieber. Warte, hab ich gesagt, ja gut, vielleicht ist das nicht möglich, wer sei. Wir schaffen nicht. Wir beide sind doch so verrückt, oder? Ja klar. Ich hab jetzt sogar extra das Josef-Taxi geholt heute, weil ich doch weiß, was ich mache. Ich merke schon, wenn gerade die ist abgenutzt, wer sei. Die Spur ist verstellt, wer sei. Und ich hab vorhin auch ein bisschen auf den Griff gerutscht, ne? Ist das ein Kuh? Oder ist das ein Zivilist ohne Kuh? Ich weiß es nicht. Na, Kuh. Gut. Hallöchen. Wir grüßen Sie herzlich. Wunderschönen Abend. Ja, äh, zu deiner See bitte. Na, sehr gerne. Kleiner See, wo die Wohnungen... ...gerne auch einmal vergeben werden. Ja. Ist doch Ihr Firmenspruch, meine ich. Das, äh, das kommt durchaus vor, ja. Ja, wie war Ihr Tag? Och, der, äh, der beginnt ja jetzt erst. Ach so, gut. Wie wird Ihr Tag? Och, eigentlich relativ entspannt. Ich hab, äh, ich glaub, ich hab heute nicht so viele Termine und dann kann man früh Feierabend machen. Darf ich Sie denn noch mit einem Lächeln aus der Fahrgastzelle entlassen heute? Ja, das, äh, wäre sehr angemessen, denke ich. Ja, dann machen wir einen kleinen Witz für Sie, damit Sie heute auch während der Arbeit was zu lachen haben. Harald, bitte. Echt, und dein Witz? Gut. Treffen sich zwei Oliven am Arbeitsamt. Fragt die eine die andere, und, was ist Ihr Kerngeschäft? Was, äh? Achte Dollar werden's, bitte. Gut. Ja, also der, der war ja richtig würzig. Vielen herzlichen Dank, ne? Schönen Tag noch. Bitte sehr. Uns ist gut, ne? Wie ist es? Ja, unfreundlich wieder. Wahnsinn! Man kann auch aus Sympathie mit Lachen, ne? Ja, weißt du? Einfach schon einen kleinen Lacher setzen. Und grinsen, ne? Ja, oder auch sagen, ja, nicht schlecht. Man kann ja höflich bleiben. Ja. Ich weiß es ja, wie ich weiß es. Ja. Aber es geht um die Öffnung. Ach, 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 ach! Ich hab's noch letztlich, das hat gewiss heute wieder was. Und das kann aber nicht sein. Heute hast du einen Moderatorin. Nein! Nein! Und da musst du auch, wach mir. Da musst du das sitzen. Ich habe Haftcreme dabei. Hara, die musst du mir nachher geben, bevor es losgeht. Ich gib's dir. Da musst du einschmehr. Mach doppelte Ration diesmal. Scheiße. Hara, die muss... Ich muss überquellen, du hast, ne? Hara, die Haftcreme. Hara, die Haftcreme. Heute, wenn ich... Stell dir mal vor, es ist die Hölle. Stell dir mal vor, ich moderiere da. Und dann plötzlich, weißt du, fällt mir das Hibis raus vor 20 Leuten. Harald. Ich geh jetzt wieder rein. Ich bin ja nebenan. Ich komm dann zur Hilfe. Du stehst ja neben mir beim Moderieren. Ja. Du bist ja nicht weit weg von mir. Ja. Wenn es mir rausfällt, Harald, du musst einen Satz nach vorne machen. Ja. Da krieg ich hin, wahrscheinlich. Stopp! Weißt du, weißt du? Wir müssen auch vielleicht zum Indy vorher noch mal. Komm. Dann werden wir vielleicht beruhigende Pillen bekommen. Ja komm, fahr hin. Ich brauch bald wieder an. Weißt du, weißt du? Komm. Komm. Wahr hin. Ich werde... Es geht schon wieder los. Wie soll ich denn das heute durchhalten? Ja. Wir haben heute ein wichtigerer. Ist ne Prüfungssituation. Warten. Ja. Und ich merke, du wirst auch nervös, oder? Ja, ich bin immer. Also ich habe Lampenergeltung. Ja, aber du bist... Man darf es nicht unterschätzen. Du bist ja dann trotzdem dabei, ne? Und das ist ja auch spannend für dich. Ich meine, wir können ja kurz parken. Ja, stell ihn ab. Äh! Lampenergeltung. Hallo Alex. Guten Tag. Guten Tag. Wir können Ihnen helfen. Ich habe ein kleines Problem, die Herren, ne? Mhm. Ich habe heute eine Moderation vor mir. Ich mache das Speed-Dating. Ja. Und da kommen sehr viele Leute. Und ich merke, wie jetzt schon vorab so ein bisschen das Lampenfieber kommt. Es frisch. Immer mehr Schnappatmung, je näher das kommt. Und ich wollte fragen, ob sie was für die Beruhigung haben, was, ne? Ähm, haben wir verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wir verschreiben natürlich eher ungern Medikamente. Äh, wir haben aber ein paar Sachen, die nicht verschreibungspflichtig sind. Ja. So beruhigende Tees und sowas. Was wäre das, was für Sie? Ich darf anschreiben. Ja, ich nehme so einen Tee, nehme ich. Und das hilft manchmal, weißt du? Okay, können wir organisieren. Sekunde. Ich muss nur gerade mal die Kollegen fragen, wo ich den überhaupt finde. Bitte. Äh, Nico? Ha, 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 ha. Mountain. Hast du eine Ahnung, wo wir diese ganzen neuen Tees aufhören? Schön, dass du da bist. Holrika. Sie sind aber farbenfroh. Oder wirst du sie selber beschreiben? Ja, ich repräsentiere die Farbenvielfalt der Gesellschaft. Achso. Achso. Achso waren Sie nicht derjenige, der mich letztens vom Taxi aus angesprochen hat, äh, am Alice? Am Alice? Ich verstehe. Mhm. Puh, keine Ahnung, ich spreche viele Leute an. Das schreibe ich gerade ab. Ja, gut, okay, dann vergessen Sie es. Was war denn? Ne, es, äh, eigentlich sind Sie mir nur im Gedächtnis, glaube ich, geblieben, wegen dem Herrn neben Ihnen, der sehr prägnant ist, ja. Der Herr prägnant ist. Also ich sponste mir aber auch verarschen. Warum? Ja, ich meine, ich werde hier auf meine Person auf Kosten meines Charakters, wenn ich hier niedergemacht. So ist es. Nein. Wieso, Sie sind halt sehr prägnant. Sie verarschen mich gerade. Sie wollen sagen, dass ich hässlich bin. Nein, ich sage nicht, dass Sie hässlich sind, ich sage, Sie sind prägnant. Ich bin fett, sagen Sie doch. Ja, ich esse zu viel. Ist es schlimm. In der Gesellschaft darf man es nicht. Warte mal hin. Doch, Sie dürfen so viel essen, wie Sie wollen. So. Okay. Ja, danke. Sollten Sie wissen, als Rettungsanalyse Solanität auch. Na klar. Dann kann die Leistung wieder ein bisschen, genau. Nein. So. Also, den Tee haben wir jetzt hier nicht. Wunderbar. Was wir hier haben, ist etwas, das nennt sich Neurexan. Aha. Das ist auch nicht verschreibungspflichtig. Das heißt, ich kann Ihnen da mal so ein, zwei Tabletten mitnehmen. Ich würde Ihnen aber empfehlen, gucken Sie einfach im Supermarkt, ob Sie da Kamillen- oder Johanniskraut-Tee finden. Der wirkt auch sehr beruhigend. Den können Sie erstmal probieren. Und wenn Sie nachher merken, dass Sie immer noch nervös sind, dann können Sie die Neurexan probieren. Ich nehm die Pillen. Okay. Ich geb Ihnen zwei mit. Ne? Ja. Aber auch nicht mehr. Ja. Dann ist ja nur für heute. Genau. So ist es. Das ist nur für heute. Mein Schlappabpunkt da. Okay. Könnte ich einfach nur Ihren Ausweis haben, damit ich weiß. Aber sicher. Ich zeige Ihnen den. Ich halte Ihnen ins Gesicht, weißt du. Anderson? Anderson. 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 Entschuldigung. Anderson. Es ist norwegisch, weißt du. Ich bin kein Amerikaner. Ich bin so gewöhnt daran, dass das alles so ausgesprochen wird. Könnte ich dafür, nein. So. Einmal für Sie. Ich krieg Tablete in, Harry. Danke schön. Genau. Das sind ganz leichte Beruhigungsmittel. Die sind auch nicht verschreibungspflichtig. Das ist Neurexan. Da kann auch nichts passieren. Da gibt es keine Nebenwirkung. Wunderbar. Was kriegen Sie? Nix. Alles gut. Das ist eine Freundlichkeit von mir. Also dadurch, dass Sie nicht verschreibungspflichtig sind, die können Sie auch in einem Supermarkt rein theoretisch bekommen. Ja, aber da kosten Sie ja was. Sie sind sehr freundlich. Vielen Dank. Alles gut. Lohnt sich nicht. Dann wünsche ich Ihnen da viel Erfolg und, das wollte ich sowieso sagen, sehr schönes Sakko. Danke herzlich. Ich repräsentiere die Vielfalt. Also ich krieg gleich einen epileptischen, weißt du. Ja, Harald. Dann setz dir halt mal deine Sonnenbrille auf, weißt du. Ja, gut. Lass sich halt einfach nur nicht so sehr bewegen, ne? Ja, richtig. Das flimmert, weißt du. Ja, es ist natürlich auch, wenn ich zu schnell laufe, was bei mir zum Glück selten vorkommt, weißt du, weil ich aber auch schon angelegt in den letzten Monaten, dann, ja, verschwimmen die Farben vor dem fließenden Auge, weißt du. Mhm, mhm. Na gut, sehr schön. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg heute Abend, dass Sie so möglichst viele Leute wie es geht zusammenbleiben. Und viel Erfolg. Vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Wir danken Ihnen herzlich und wünschen alles Gute. Ja, kommen Sie gerne vorbei, ne? Ich bin eine Frau. Kann man die mal hier brauchen. Ich hab schon eine Partnerin, aber danke. So, Harald, und weg. So, und weg. Gut. Soll ich dir denn einen Dollar Trinkgeld gleich geben, oder? Nein, lass das ruhig, nein. So, ja, unser Parkplatz ist auch hier, weißt du, hat keiner was gesagt. Verangelt! Ja. Was ist, wenn wir jetzt mal die Evira fragen, ob wir die Leitstelle haben können, oder? Was ist denn Evira? Da ist eine Mitarbeiterin bei uns, meine ich. Mein Gott. Ich frag sie mal was, sag sie. Da mach doch mal was, ne? Ich, ich ruf sie an. Dreh mal ein Ründchen, bevor du dich hier reinfasst. Klingelt. Wollen wir ein Winzer kaufen, Harald? Hallo, Erwin. Hi. Sag mal eine Frage. Ich sitze jetzt als Beifahrer im Taxi. Könnt ihr euch die Leitstelle nehmen? Ja, klar. Ja. Okay, das ist lieb von dir. Die letzte Fahrt war, hattest du oder wir? Hm? Wer hatte die letzte Fahrt von uns beiden? Du hattest die letzte. Okay, die nächste geht an dich. Okay. Alles klar, danke, tschüss. Ciao. So, bin drin, was, ey? Hier sind auch keine schönen Schlittern. Ich guck mal bei Dillys vorbei. Guck bei Dillys, dann guckst du bei Diamond Cars und dann fahren wir runter zu, äh, Unique Cars. Ja, hätt ich nur das Geld, weiß man. Wie viel hast du jetzt? Ja, 20 Dacken, denk ich mal. Hast du drauf, Harald? Wahnsinn. Ja, aber das Trinkgeld ist auch geflossen, gestern und vorgestern, ne? Das stimmt, das ist es nämlich, ne? Wir haben gestern zu zweit fast 800 Dollar Trinkgeld gemacht. Ist dir das klar? Das ist fast wie früher, was, ne? Mhm. Jetzt hab ich doch was verpasst, ne, dahinten. Ja, da bist du ja auch noch nicht ganz wach, meine ich, ne? Ah, das muss immer auf, äh... Ja, ja, aber heute, heute viel besser, Harald. Heute viel besser als gestern. Boah, was ist das denn da, Harald? Ich will sehen, ey. Da sind aber Schlitten drin. Guck dir mal, ja. Ach, also dat ist auch was für Bus hier, der Bus, ne? Ah, stell dir mal vor! Ja, aber ich weiß, was der kostet, da drehst du dich im Kreise, Harald. Was kostet der? Ja, 30 Dacken. Gott. Du bist das letzte, was, ey? Du hast gesagt, ich dreh mich im Kreise. Ja, du bist das letzte, ey, komm. Komm, ich war weg. Was kostet das schicke Schmuckstück? Ja, 30. Ne, du verarscht mich doch. Ja, das ist unfassbar. Und das fährt, ey, du willst, die ist langsamer als Regina, dann wieder was arzeln. Ne, oder? Doch, wenn man da mit dem Campingausflug, immer die ist so ne Frechart. Aber guck dir mal, was das für ein geiles Ding ist, Harald. Ach, ich sehe uns da aussteigen, Harald. Ja, mit den Brillen auf. Meiner muss doch offen sein, mein Gott. Ja, du kannst ja mal versuchen, ne? Ja, meinst du, da ist einer zum Probe und alles? Ja, lass mal reingehen. Lass gleich hier parken, das stört doch niemanden. Ja, ich mein, das steht ja richtig, ne? Ja. Wo hast du den Sack, woher? Ja, das ist ne Sonderanfertigung. Woher denn? Äh, das hab ich von Samantha bekommen. Die, die ist ja in der Schneiderei und die hat das machen lassen für mich, weißt du? Oh. Et war irgendwie ne Kollektion, ganz wenig Stück nur, und sie hat mir eins davon geschenkt. Hab ich noch nicht, das ist einmalig. Das ist ne tolle Sache, oder? Das ist wunderschön. Ich werde von allen angesprochen, meine ich. Oh, ist weg. Gott. Ja, dann fahren wir weiter zu Tim und Cass. Aber das ist ein Auto, was man sich mal angucken kann, ne? Harald, wir machen das ne Probefahrt und dann überlegst du mal, wenn wir beide et erwerben, weißt du? Hä? Und was machen wir dann damit? Das ist unser Tourbus, das kann man ruhig sagen. Hä? Dafür haben wir ja den von Alice Taxi. Ach Harald, privat wegen Videos und alles. Uns steht dir eine Karriere bevor, mein Lieber. Ja. Nächstes Mal. Wir brauchen unseren Bus. Harald, stell dir vor. Wir machen zukünftig das professionell mit den Videos, ne? Auf Venture. Ne? Ja, natürlich. Und dann haben wir den Bus als Erkennungsmerkmal. Vielleicht können wir auch den als Kooperationspartner gewinnen, den Autohändler. Und der schenkt uns den Bus. Welche Farbe machen wir den als, ne? Vom Bus her? Na, warte. Gibt nur die beiden, oder? Gibt's ja andere. Ne, du wärst ja falsch. Ja, du kannst ja die lackieren. Ja, warte, wenn die jetzt Dings fahren. Diamond Cars. Also, ich dachte Unique. Aber Diamond ist natürlich in einem anderen Segment. Gut, dann fahr Unique. Nein. Oder BDM? Ne, da waren wir ja schon. Dann mach ich Unique. Fahr Unique und dann fahren wir auch Diamond. Es gibt kein besseres Auto als den Surferbissen. Hab ich immer einen gehabt, sagt Peter Hansen. Ist ein geiles Ding, oder? Ist ein... Ist ein geiles Ding. Halea, weißt du? Da hab ich ja auch bei Unique Cars, hab ich ja auch mein Cabriolets geschossen, ne? Ist aber ein Abzockerfirma, kann man ruhig sagen. Fand ich bei mir jetzt nicht. Ja, du gingst auch nicht den richtigen Preis an, ne? Ne. Also, Harald, mal ganz ehrlich. Also, der wollte 18,5. Ich hab ihn für 17,5 plus Anmeldegebühr bekommen. Inklusive der ganzen Umbauten. Mit 900 irgendwas Meilen drauf. Aber wenn er so weit runter geht, gibt's auch schon einen Grund, ne? Wenn das ist, dann durch den Trick, ne? Ja, bisher wäre mir keiner aufgefallen. Du bist verrückt. So. Ja, hier ist ja nur Scheiße. Auch das ist einer. Der rechts. Oh! Und der... Ich meine, der kostet nur 7 Flocken was, ne? Ne. Welcher? Rechts. Der... Ne, 7? Harald, das wird unser Tourfahrzeug. Guck mal, wie der liegt auf dem Boden auf. Das ist mein Fahrzeug. Harald, mit dem fahren wir. Stell dir mal vor, wie sieht's denn da drinnen? Komm, wir kaufen den. Ne, ich sag dir, wenn jetzt hier einer drinnen wär, ich rufe es an. Ja, ich auch. Wir rufen zu zweit an. Was ist die Nummer? Ja. Sechs mal die sechs, meine ich, ne? Warne. Ich klingelt. Schönen guten Tag. Ja. Ich klingelt. Andersson, ich klingelt sehr herzlich. Wir haben einen Wagen entdeckt in Ihrer Auslage. Wir sind verliebt, weißt du? Okay. Können Sie aufschließen oder wir uns unterhalten? Ja, ähm, ich bin in fünf Minuten da, ja? Weil ich bin nämlich gerade in unserem anderen Auto raus, ja. Ja, das ist ja öfter so, ne? Äh, okay. Kommen Sie mal bitte rum. Wir würden uns freuen. Na klar, mach ich doch gleich. Tschüss. Mach mal Einzelfinanzierung, oder? Äh, Bade. Lass uns erst mal gucken, was das kostet. Eine Probefahrt. Ja, ich meine, der ist nicht teuer. Und ich sagte, ich werde auch anderen bis auf den Knochen. Ja, endlich mal, Harald. Weil, du siehst ja, wie der tief ist. Dann ist die Federn sind kaputt. Ja, die sind kaputt. Dann können wir schon mal 5.000 abziehen. Weißt du, Bart, wir setzen uns beide gleichzeitig ein. Wir lassen uns reinfallen, dann brechen die Federn noch und dann können wir auch da handeln. Ich meine, das ist aber ein Auto. Das steht uns wie Anja, äh, äh, äh. Und alles. Richtig, so ist es. Es repräsentiert auch die Farbe. Genzeichen. Was steht da in? Ja. Ja. Das ist meins. Ich meine, ja. Ha, Lea! Ha, Lea! Weißt du, der Witz ist gut mit der Nummer. Ich mag es auch, wie er liegt, aber stark. Nein. Ja, Bade auf, Harald. Wir werden uns erkundigen, was das kostet und dann werden wir auf den Knochen handeln. Na, ich sag der unter. Wir kommen da unter sieben weg. Ja, aber das ist immer noch viel Geld, Harald. Ich brauch drei Autos. Es ist so. Harald, es reicht. Wenn ich drei Fahrzeuge habe, weißt du? Du hast doch drei. Ja, der Washington ist ja nur auf mich angemeldet, nein? Ja, du hast den Washington, du hast die Regina und du hast das Cabriolet. Du hast doch drei. Ja, der Washington ist ja ja auch nicht. Den hast du ihm geschenkt. Ja, also er ist auf mich angemeldet, sag ich mal so, nein? Ja, Harald, wenn du deine Fahrzeuge versenkst, nein? Ja, ich bin ein guter Mensch. Kegel, Servus, guten Abend. Mir liegt das nicht an den materiellen. Und was wir auch mal machen können, lieber Evan, was wir noch nie gemacht haben. Ja? Ja, wir können uns mal eine Rolex holen. Ich hab ne teure Ruhe. Evan, ich war noch nie in der, in der Juwelier-Laden drin. Da fahren wir jetzt im Anschluss hin. So, komm! Ja, ich kann jetzt nicht, wenn ich ein Rolex kaufen lasse. Er kommt, ich meine er kommt. Was ist das denn für ein Ding? Jetzt haben wir aber den Fisch am Läu... Der knallt uns ab. So. Harald? Der knallt uns ab. Das ist das. Harald, huuuu! Komm auch mit. Huuuu! Gott. So. Das ist ein Wisswissmähen. Das kannst du mal glauben. Ich weiß nicht, Harald. Das klarerst du nicht? Ich weiß nicht, Harald. Warte nicht. Ich bin letztens mal aufgestanden und hatte ich es richtig im Rücken, weil ich schlecht gelegen bin. Kennst du das? Na, das meint sie ja. Wunderbar, ne? Geht's dir gut? Ja. Ich hab Spaß. Ja, das kommt ja mal auf. Aber ich meine ja telefoniert oder warum steht der da hinten wieder angegossen und nicht abgehockt? Die Herren, einen Moment, ich muss auch kurz telefonieren, ja? Ja. Ja. Eben, nein. Hörst du mal auf mich, weißt du? Da bin ich wie ein Ping-Pong-Ball von dem abgeprallt, weißt du? Na, sie dürfen nicht einfach ein Auto kaufen. Ich würde es auch, weißt du? Klar machen. Aber der rote dahinten ist auch was für dich, weißt du? Zeig ihn mir. Den da hinten oder der auf dem Podest? Ja, der dahinten. Watt, die Scheiße dahinten? Diese runde Kugel? Ja, oder der da rechts mit der Schra... Ach, Harald, guck mal hier links, der da oben auf dem Podest. Das sieht doch geil aus. Das ist was für dich, weißt du? Nee, ist ein Kripp. Das ist ein Rally-Auto. Nee, was ich gerne hätte, wäre so eine schwarze Limousine, weißt du? Dat wär mal was Elegantes für uns, Harald. Überleg doch mal. Ja, den Straten kannst du sowieso mal verkaufen. Nee, den verkauf ich sicher nicht. Und dat Geld krieg ich ja nie wieder an Wagen, weißt du? Da hätt ich mich gut für meinen. C-Black Wolfpack! Einen wundervollen guten Abend wünsche ich dir. Für den krieg ich maximal nur 3, und für das muss ich ihn nicht verkaufen, Harald. Für 3.000, weißt du? Mach überhaupt keinen Sinn. Ja, gut, wenn du das sagst. Dabei halte ich ihn mir lieber, überleg doch mal. Wir machen, wir dürfen es nicht vorher alles. Wir fahren erstmal. Probe, weißt du? Ja. Nee, lass mich verhandeln, weil du gehst dann wieder auf alles ein, weißt du? So, die Herren, jetzt hab ich Zeit für Sie. Hallo. Schön, als Sie Zeit haben und die Funden haben noch für uns, weißt du? Wir sind nervös. Warum sind Sie nervös? Weil wir da drinnen ein paar Schmutzstücke entdeckt haben und gerne Zutritt zu ihren heiligen Höhlen hätten, weißt du? Na, dann werden wir uns doch mal ein bisschen näher die Fahrzeuge angucken, nicht wahr? Ja. Können direkt nach rechts gehen, nein. Was ist das links hier eigentlich? Links der rote hier oben, das ist ein Flash GT. Ist das ein Gebrauchter? Nein, das ist ein Neuwagen. Was kostet sowas? Lass mich mal kurz gucken. Der kostet 36.900 Dollar. Wie schnell geht sowas? Ja, seine 98, 99 schafft er schon. Hat einen Allradantrieb, beschleunigt daher auch recht gut. Sehr gut in den Kurven liegt er. Und ja, ist halt ein Rallye-Fahrzeug in dem Sinne, ne? Ja, nee, das brauchen wir nicht. Wir sind wegen mal anderem da. Danke für die Info auf jeden Fall, ne? Ja, gar kein Problem. Wir sind wegen dem Schmuckstück dahin. Doch, dahinten in die Ecke, ja. Der Wiebel. Ah, okay. Was ist denn mit dem Fahrwerk los? Das ist ein Tuning-Fahrwerk. Endes Tuning-Isa, da ist ein Schaden. Nein, 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 nein. Das soll... Also der Sturz der Räder wird deshalb geändert, damit man dann in einer Kurve besseren Grip bekommt. Na? Das ist ein gebrauchter Modell, oder was? Ne, das ist eigentlich ein Vorführfahrzeug. Wir hatten den mal neu gekauft, haben dann die Tuning-Werkstatt ein bisschen sich dran austoben lassen, um mal zu zeigen, was an so einem Fahrzeug als machbar ist. Vor einiger Zeit war der noch extremer. Bitte? Gut. Der steht dir aber auch schon ne Weile, nein? Ja, ja, der steht schon ne Weile. Also das ist ja klar. Wir würden uns mal reinsetzen. Wir würden uns gerne mal reinsetzen, nein. Ja, muss ich mal kurz Schlüsse holen, einen Moment. Das wäre super, nein. Wie geht's denn mit dem Sprick? Also das vorne müsst ihr auf jeden Fall zurückbauen. Ich möchte Scheinwerfer vorne haben. Hat der keine Scheinwerfer, oder was? Ist nicht mehr straffentraublich. Dann müssen wir zurück. Also ich finde die Radlage ist gut. Ja, der Sturz, nein. Die Scheiben sind getönt, oder? Das ist schon mal ein Vorteil. Ach, das ist ein Wagen wie gemacht für uns, weißt du das? Das ist unser Unterkofferfahrzeug, kann ich mal sagen. Ja. Aber Motortuning müssen wir natürlich noch aneignen. Was sagen? Black Wolf. Ich verstehe. Ja. Ja, meinst du, dass du dann noch was raus holen kannst? Klar, die würde der Rast am Ende. Na mal gucken. So, dann schließen wir einmal auf. Ja. Dann können sie sich mal reinsetzen. Äh. Ist das wirklich eng, ne? Ja. Ist ja auch ein Kleinwagen, ne? Warten, sieh ist ein Kleinwagen. Ja, der zählt noch unter Kleinwagen, genau. Hinten 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 hinten, ne? Freunde, guck dir das Bild da an. Ja, ein Kleinwüchsiger kann sich hinten noch hinsetzen, da ist ja klar. Ja, ein Kleinwüchsiger oder ein Kind oder irgendwas. Aber ein Erwachsenen würde ich da jetzt nicht hinstopfen wollen, ne? Äh. Stimmt, ne? Ich bin auch nicht schon kompulent, ne? Ja, ich auch. Ich werde klaustrophobisch, sag ich ihnen. Ich habe noch eine Frage. Ja, viele Fragen haben wir. Der Motor ist wahrscheinlich noch nicht getunt, ne? Nein. Der ist nicht getunt. Was meinen Sie, was kommt da raus, ne? Ein bisschen Motor. Also, der, das Fahrzeug hat im Originalzustand einen recht, äh, Kleinmotor. Gut. Da, der schafft so, also seine, seine 60. Was? Die 70 schafft er. Aber dann wird's schon dünner. Ne, ohne Witz jetzt mal. Lassen Sie uns ein Ründchen drehen, bitte. Ich müsste das wissen. Ja. Das müssen wir mal probieren. Okay. Wir müssen wissen, wie das fährt, ne? Dann steigen Sie mal kurz bitte aus, dann fährt das Fahrzeug mal nach vorne. Das wäre super. Und ich bräuchte als Pfand von Ihnen, ähm, der, der fahren wird, den Personalausweis. Den müssten Sie mir eben hier als Pfand lassen. Gib's doch eben rüber. Oh, hier ist drin. Super. Ja. Dann fährt das, das wird spannend. Ja. Dann fährt das Fahrzeug mal vor. Ja, ich bin also 60, ist ja ne absolute Frechheit. Ja, absolut. Aber ich hätte auch fast keine Luft bekommen und da drinnen so knapp und eng. Und die Farbe geht überhaupt nicht. Das muss schon nicht beige sein. Mhm. Richtig. So ein richtig schönes, weißer, elegantes Beige. Und dann pink, weiße? Harald. Na was knalliges. Ja, warte mal, warte mal, die Disco-Kugel der Straße nennt man's auch. Eben. Wir brauchen eine Farbe, die auffällt, weißt du? Wo die Leute sagen, guck mal. Scheiße, wir sollen das alle bezahlen, nicht Scheiße. Ja. Nee, das muss er bezahlen. Wir haben kein Geld mehr. Wir fahren gleich mal. Ja, aber erst mal fahren, wa? Ich fahr. Gut. So, das Fahrzeug lasse ich ihn an, den Schlüssel behalte ich. Also bitte nicht ausschalten. Ja, wir fahren auch mal High-V, ne? Ja, und dann versuchen sie nicht mehr als 5 Meilen, okay, auf den Tacho zu fahren. Ja, vielleicht kaufen wir ihn ja auch, ne? Wir gucken mal. Warte, ich soll nicht mehr als 5 Meilen fahren, weil wie ist das denn? Ja, weil noch ist es ein relativ neues Fahrzeug und da wollen wir den Kilo, den Meilenstand so gering wie möglich halten. Aber ich kann doch nicht Schrittgeschwindigkeit fahren. Nein, nicht 5 Meilen pro Stunde, sondern 5 Meilen auf den Meilenzählerstand. Ach so, jetzt haben wir aber einen Schuh draus, ne? Ja, das kriegen wir hin. Gut, in Ordnung. Na dann, viel Spaß, ne? Wir fahren. Wir fahren. Tschüss. Klappert schon beim Losfahren, was, ne? Scheiße, Harald. Mann, ich stand denn für eine scheiß Kiste. Harald. Der Unschluss. Geh du mal aufs Gas? Ja, also was soll ich sagen? Ah, Gott. Der hat 73 Meilen drauf. Der ist kein, der ist ein Gebrauchtwagen. Da kannst du mich am Arsch ricken. Das Ding hat 73 Meilen. Ja, das werden wir da beim Reißer alles klären. Fragen wir die erstmal hier. Geh auf der Hupe. Ja, und. Was? Ja. Hast du mir einen Schlüssel gegeben, oder habe ich jetzt einen... Harald, du sollst den nicht ausm... Ach du Scheiße, hast du jetzt den Motor ausgemacht? Du bist das allerletzte, jetzt kommen wir nicht mehr weg hier. Harald. Hallöchen. Na? Guck mal, was wir uns hier gegönnt haben. Guck du mal, was sagst du? Äh, ich kenn den Wagen sehr gut. Warum dat denn? Warum dat denn? Äh, weil der bei uns im Autohaus stand. Aha. Aha. Guck mal kurz telefonieren, weißt du? Und wir finden sie? Ja, das ist ein schickes Auto, ne? Unicast, ja, kurz ein Apparat. Könnten sie eben zum Stadtpark kommen? Der Kollege hat's getan, weißt du? Ich... Ach so, okay. Es tut mir so leid. Ich komm vorbei. Bis gleich. Auch nicht anmachen. Ja, ist... Ja. Er ist abgewürgt, ist ne harte Schüsse. Ja, das passiert, ne? Ich mein, ist auch ein Unfallwagen. Dat ist es auf jeden Fall. Gucken Sie sich mal den Sturz von den Rädern an, ne? Ne, dat ist schon so, ne? Ne, ne. Vielen Dank für dein Follower. Herzlich Willkommen in der Community. Das ist ja eigentlich auch ein Showcar, ne? Ein Showcar? Ja, aber die ist ne Showcar, ne? Die ist für mich ein Alltagsgehalt. Ja. Was sagen Sie eigentlich nicht Showcar? Ich spiele ja nicht Karten, weißt du? Ne, nicht Showkarte. Nicht Showkarte, Showcar. Beim Kartenspielen kennen Sie das nicht? Der Clown. Der Clown, wenn Sie einen Showcar ziehen. Versteh ich nicht, was Sie da meinen. Ne, nicht, nicht Showcar. Vielen Dank auch für dein Follower. Herzlich Willkommen in der Community. In, in Deutsch. Was sprechen Sie? Genau. Habe ich nicht verstanden. Ein Fahrzeug, was Blicke auf sich zieht. Das, das ist das im Eigentlichen. Das meinen Sie. Ja, genau. Und deswegen auch die Riegel so schön. Aha. Oh! Weil die Schattel nix. Können Sie mal zumachen, bitte? Wir gehen von alleine. Ja, Schwerkraft vorriegelt das Ganze. Du hast halt den Riegel und ich bin ja noch unten in die Kind, meine ich. Ja, das ist so eine Art des Kfz. Nein. So, da komm da. So. Ach. Ja, ist natürlich beinlich. Das kannst du ihm jetzt erklären, weißt du? Ja, die ist abgewürgt. Die Kupplung ist durch. Ja. Die ist kaputt wegen dir, meine ich. Ich hätte mir auch den Schlüssel geben können. Dann sind wir ja weg mit dem Fluchtauto, ne. Das klar. So, ist abgewürgt die Gare. Hallöchen, nein. Ja, wir brauchen zwei Schlüssels für die Autos. Naja. So, guten Tag, ne. Ja. Wollen Sie uns nicht sicher als Alber den Schlüssel doch geben? Dann kann's weitergehen. Gut. Ne, jetzt kriegen wir den. Fahr, komm. Ich aus. Ja, wir drehen noch mal eine Uhr. Ja, ich find's pothäßlich, das Auto. Ich auch. Arbeit passt zu uns. Das werden wir nicht kaufen. Wieso das denn jetzt? Ja, nicht seine Wäßlichkeit. Ne, genau deswegen passt es doch zu uns, Harald. Ja, aber das vorne muss weggetont werden. Also, das, finde ich, ist das allerletzte. Ja, und das mit der Farbe kriegen wir auch hin. Das ist ja nicht das Thema. Komm, Gas. So, aber brauchst du nicht anhalten hier. Wir sind schneller. Ich meine, mit Motor. Da kommt aber der, weißt du, he? Boah, Harald. Das ist ne Karre. Jedes Mal, wenn wir gucken gehen irgendwo, weißt du, kommen wir wieder auf solche Ideen. Ja, das ist eigentlich ne Krankheit. Ja. Komm, wir kaufen's. Ja, oder wir sprachen auf den Bulli was, ne? Wir wollen mal fragen, wie viel der kostet. Ja. Na, fragen wir erstmal, was das hier kostet. Findest du ja ein nettes Auto? Ist ja lustig. Stell dir das mal vor. Ja, aber, also, ich sag dir, über 7000 machen wir gar nichts. Nee. Das ist mir das Ding nicht wert. Das fahren wir einmal im Jahr. Das muss noch weniger kosten. Viel weniger. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist ne Frechheit, das Auto. Ich sag, das ist, das steht da schon seit Monaten. Bestimmt seit 5 Monaten steht's im Ding im Regal bei dem. Ja, ja. Deswegen muss er beim Reis was machen. Das ist klar. Sonst werden sie das Geld nicht mehr sehen, sag ich dir. Was passiert jetzt, wie ich einen Sportsteinhof fahren will? Ach nee. Ach nee. Ist doch alles super. Das ist ja mal ne Scheißkarre. Hast du die Handbremse gezogen? Ja, die war drin. Guck dir mal an, wie drinnen sitzt du, Harald? Hätten ist wirklich kein Platz. Ja. Das ist ne Scheißfahrzeug, kann man ruhig sagen. Ja. Ich hätte gerne mal so ne richtig schnelle Limousine wenigstens oder so. Aber was sagen wir ihm gleich? Wir haben keine Steinwerfer. Ja. Der Ding ist lahm. Der hat schon 70 Tacken drauf. Der hat ne Frechheit. Die ist ein Gebrauchtwagen. Die ist ein Gebrauchtwagen. Fahr zurück, komm. Dann sagen wir ihm, dass der Umbau ein Witz ist. Oh, der ist nicht. Wir lassen den uns auch nicht bieten. Weißt du? Und die Farbe ist sowieso zum Kotzen. Zum... Ja, der ist so. Der ist so. Der ist so. Der ist so. Wenn wir uns jetzt ne Schnapperpreis machen. Ja, wenn er jetzt 5 macht... Bei 6 sag ich auch noch. Da ist ja 3 für jeden. Dann ist es macht wir täglich was. Naja, ne. Es muss nicht 4 davor sein. Sagen wir so. Ja, das glaubst du selber, Regina hat mehr gekostet. Ja, Regina, Regina, weißt du, ey? Lass uns einfach stehen. Gas. Ja, es war eine Erfahrung, aber parken sie erstmal in Ruhe ein, ne? Gut. Ich dachte, jetzt nein. So, die Herren, was sagen sie? Ja, willst du anfangen, Harry? Ja, ein Pferd für den Sack Schrauben, ne? Und das hört sich auch so an, leider. Ja, das liegt bloß am Motor, der muss... Aber sie meinten, die ist ein Neuwagen, ne? Ich sehe da, da hat schon 74 Mal einen drauf, ne? Ja, 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 ja. Da ist aber für mich kein Neuwagen mehr, ne? Es ist in dem Sinne auch kein Neuwagen, es ist ein Vorführwagen. Der musste natürlich zu den Tuning-Werkstätten gefahren werden, ne? Dass die da dann die Modifizierung vornehmen können. Die muss natürlich auch Pro-Fahrt machen. Ob das Fahrwerk zum Beispiel so schleift oder nicht. Da dementsprechend muss die natürlich auch ein paar Mailen rauffahren. Wir hatten schon ein paar Kunden da, die auch schon mit dem Fahrzeug Probefahrt gemacht haben. Deshalb, ja, er ist nicht ganz neu. Das ist kein Problem. Machen wir es einfach, sprechen wir über die Fakten. Was können Sie uns anbieten, im Rahmen dessen, dass das Ding unverkäuflich und gebraucht ist? Also, das Fahrzeug würde im Normalfall ohne das ganze Umbauzeug 11.000 Dollar kosten. Und weil er jetzt schon hier so lange steht und weil es ein Vorführfahrzeug ist, bekommen Sie den, wenn Sie möchten, inklusive ganzen Umbau für 10.000. Ja, da kommt meine letzte Mahlzeit wieder hoch, ne? Ich muss mal in die frische Luft. Warum denn? Boah. Ja, warte. Oh, ne, ne? Ja, so, und was sagt denn die Polizei, wenn die ohne Scheinwerfer davor fahre? Müssen Sie die Polizei erfragen, also. Ach so. Ja, weil die ist natürlich auch ein Sicherheitsrisiko, ne? Mir wurde damals von dem, wer war das, damals, als wir die Firma übernommen haben, weil Sie wissen ja, der Yabinachi war ja früher mal hier CEO bei den Autohäusern, ne? Ja. Das weiß ich nicht. Und da wurde dann an uns so weitergegeben, dass der soweit straßenlegal ist. Ja, zählen können uns ja viel, ne? Der, der hatte mal hinten einen ganz dicken, fetten Spoiler drauf. Der war nicht konform, der wurde deshalb demontiert, aber ansonsten, äh, sollte man den eigentlich... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ohne Scheinwerfer, was mache ich in der Nacht, weißt du? Das muss, selbst wenn hat mir irgendjemand genehmigt, was soll ich in der Nacht machen, ne? Ne, da kommen wir vom Preis, glaube ich, aber nicht zusammen, weil wir müssten halt bei dem Wagen noch was machen, die Farbe ändern am Motor und so, ne? Okay. Das wird uns zu teuer sein. Die Scheinwerfer sind natürlich, die müssen dran sein, ne? Also es wird uns, um ehrlich zu sein, viel zu teuer sein, dafür, dass die Situation so ist und dann nur tausend weniger, ne? Mhm. Da ist uns halt viel zu teuer. Damit haben wir auch nicht gerechnet, ne? Äh, wollen Sie sich das Fahrzeug beide zusammen anschaffen oder wie? Das wäre der Plan gewesen, ne? Was halten Sie davon? Ähm, ich gebe Ihnen noch, weil Sie sich den Wagen für sich beide kaufen wollen, einen Gutschein von SmartKey dazu. Da bekommen Sie einen komplett kostenlosen Zweitschlüssel dazu. Habe ich noch von Ihnen von meinem letzten Fahrzeugkauf hier. Die erreichst du ja nie, die Firma da. Ne. Ist aber fahrzeuggebunden, ne? Und denken Sie dran, da ist ein Verfallsdatum drauf. Ich weiß auch das. Das Problem ist, wir sind viel zu weit auseinander. Da kann jetzt auch so ein Gutschein nichts regeln, ne? Also da sind wir einfach preislich jetzt viel zu weit auseinander. Aber Sie wissen ja selber, wie lange das Kfz-Tier schon steht, ne? Ja, ja. Deswegen finde ich jetzt ein Tausender-Rabatt auch ein bisschen. Also ein Tausender ist ja nichts. Da habe ich auch einen Neuwagen schon mal ein Tausender bevor. Wo würden Sie denn preislich liegen? Ne, wir werden gar nicht zusammenkommen, weil das ist das Problem, weil unsere Vorstellung einfach unrealistisch ist gegenüber dem Wahnwert, ne? Ich muss kurz ran gehen. Elis Taxi, wir grüßen Sie her. Liesch. Hallo, Ginikata. Ähm, ich bräuchte ein Taxi zum Pitstop in Palito. Pitstop in Palito, na klar, der Wagen kommt rum, ne? Ja, super. Ja, na, bis gleich. Bis gleich, danke. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Chimikata? Aber ich bin jetzt verhört. Hallo, Evan. Pitstop in Bruno. Ne, Bruno Pitstop in Palito, so ist es. Bruno's Pitstop, alles klar, mach ich. Ja, gut, tschüss. Ciao. Ja, das ist nun mal leider... Vor allem bei so alten Kfzs ist natürlich jede Male, die drauf ist, ist der Motor wieder verschleißen, ne? Also mit der Definition bin ich schon im Recht, meine ich. Passen Sie auf, ich kann Ihnen noch was vorschlagen. Ähm, ich würde mir Ihre Nummer notieren. Das war jetzt hier von den Herren links neben mir, ne? Der mich immer angerufen hat. Genau richtig. Das ist meine, weißt du? Der Evan. Unter welchem Namen? Evan. So wie Seven ohne Evan. Okay. Also Ace. Ja. Genau. Meilend. Und, äh, ich würde das mit meinem Chef besprechen, äh, gerade weil der Wagen hier so lange steht. Ja. Und mein Chef wird ja auch ein Interesse daran haben, das Fahrzeug abzugeben. Bestimmt. Ähm, weil wir sind da mit den 10.000, sind wir eigentlich schon echt an der Schmerzgrenze, weil die Fahrzeuge sind... Ja, muss er. Wenn Sie jetzt den neu kaufen, wissen Sie ja, ne, ist der auch nicht gerade günstig. Aber den kauft er ganz neu, nein. Deswegen, ähm... Ist ja eine Hässlichkeit. Oh, Moment, einen Moment, kurz. Mhm, na klar. Ja, so geht das nicht. Nee, das lassen wir, das bringt ja nichts. Jetzt wird er nichts anrufen, wird sagen, oh, ich habe meinen Chef gesprochen. Wir fragen mich noch, der Surfer kostet, war zu ihm, aber das ist ein Unfallwagen für mich. Er sagt mir, ein Erstwagen ist, bis er angemeldet wird, was ich sage, aber das ist ein Motor, der verschleißt. Vor allem zum Alter. Harald, nach der, nach den zwei Meilen Probefahrt ist das Teil doch von uns... Der Korben ist durchgerissen, weißt du, ne? Nee, wir haben den Wagen durchgesessen, weißt du, ne? Guck mal, wie tief der jetzt ist, nur weil wir drin saßen. Eben. Ich meine, die Feder ist kaputt. Ich schaffe den Robert an den Hüften, Harald. Wie soll man da einsteigen so tief? Ich kann es nicht, ich brauche einen SUV, weißt du, ne? Harald, es bringt auch nichts, dass wir uns da jetzt mit ihm Erkundigungen einholen beim Chef. Er wird dann anrufen und wird sagen, wir haben ihm alles möglich gemacht. Wenn ich ihn in die Tasche lasse, dann verkaufe ich ihn für 10 weiter. Aber der Rest kommt nicht in die Tasche rein. Nee, es muss eine 5 davorstehen, das machen sie nicht. Sie werden uns 9,5 anbieten, wir können nicht mehr, weißt du, das ist ein Milliarden Autohaus, aber da müssen sie den Wagen halt stehen lassen. Da steht der bestimmt 6 Monate schon hier. Und er wird nochmal 6 Monate stehen, ja. 10.000, was ist das für ein Preis? Da sage ich wenigstens 9,9, weißt du, dass es gut klingt. Heute könnte ich mich über alles beschweren, Harald. Das können wir nicht machen. Nee. Das ist es also auch. Nee. Nein. Es geht nicht. Ich mache da nicht mit, weißt du? Ja. Ich sagte, wenn die Polizei einmal kommt mit der Scheinwerfer, dann haben sie was zu meckern, ne? Ja, ja, na klar, dann hast du wieder vorladen. Dann gibst du doch die Bohren, weißt du, ne? Wieder eine Warnungsliste, weißt du. Dann bin ich wieder drauf, mein. Also, eine gute Nachricht, eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute, das war nämlich gerade mein Chef, der mich angerufen hat. Den habe ich gleich mal zu dem Thema befragt. Die schlechte Nachricht, er würde maximal runter auf 8.000 Dollar gehen. Ja, nee, das ist leider zu viel. Ich sage es Ihnen ja, das ist das Problem, ne? Ja, ja, haben Sie ja gesagt. Wir wussten halt nicht, was sowas kostet und danach dachten wir natürlich auch, wenn es länger steht, haben wir eine Chance, aber... Ja, ich habe noch eine Frage. Es gibt ja noch einen Kaffee, den Surfer, ne? Für den würde ich uns auch interessieren, theoretisch. Nur mal einen Preis abrufen, was man da hat, ne? Sagen Sie doch mal Krawatte auf den Tisch. Und die Frage ist, und jetzt kommt es, wenn wir einen Surfer kaufen, kriegen wir dann die Kiste geschenkt? Zehn Karneval, schön, dass du da bist. Ein Surfer kostet laut Liste 30.744 Dollar. Das ist der Liestenpreis, ne? Das ist der Liestenpreis, genau. Ich sage mal... Aber dann mal Netto. Bitte? Und Netto, was haben wir da? Wenn sie freundlich sind und mich auch für meine Sarko-Farbe loben, was können wir dann beim Preis machen? Dann könnte ich maximal... Aber das ist dann wirklich mit beiden Augen zugekniffen. Moment, ich muss das mal kurz hier... Dann würde ich mal eine Brille leihen, dann müssen sie die Augen nicht zukneifen. Ja, dann wird es ja wieder teurer. Man sagt doch, Augen zu kneifen und ein bisschen, ne? Beim Rechnen mal sich ein bisschen zu fair rechnen. Lassen Sie einen Bahnholen weg, ne? Benni, ich danke dir herzlich für dein Follow. Willkommen in der Community. Schönen Nachmittag zu wünschen. Hi. Du... Ich werde mir dann was zu essen holen müssen für zwischendurch, Freunde. Uiuiuiuiuiuiui. Ah! Ich freue mich aufs Spielrading nachher. Ich könnte Ihnen da... 5,5% Rabatt geben. Das wären dann 29.000 glatt. Das wären 1,7 noch mal weniger. Da nehmen wir so zu Kindnis, ne? Genau. Ja, definitiv. Sie wissen auch, weil ich kenne das von einer Freundin. Die hat sich damals auch ein Surfer mit ihrer Schwester zusammengekauft. Ja. Die dachten eigentlich, dass es ein schönes, großes Fahrzeug ist, wo sie denn auch mal mit einer größeren Gruppe fahren können. Aber sie wissen schon, dass es vom Hersteller nur als zwei Sitze angegeben ist, ne? Wir haben keine Freunde, von daher ist das auch egal. Genau, deswegen sagen wir tatsächlich mal nichts. Dann ist das halt so. Das wollte ich dir bloß mal drauf anweisen, ne? Richtig. Gut, okay. Sehr freundlich von Ihnen. Danke schön. Dann haben Sie mein Angebot dazu. Ich schicke den Herren noch den Ausweis, genau. Roganex, vielen Dank, dass Sie sich in den Nachmittag da sind. Und ja, wenn Sie sonst keine weiteren Fragen haben. Wir freuen uns, dass Sie so schnell mit uns da ins Gespräch getreten sind und bedanken uns auch herzlich. Sehr gerne, dafür sind wir da, ne? Ich lasse wieder das Tor raus, ne? Super, danke schön, nein. Super, schönen Tag noch mal. Tschüss, danke Ihnen. Ja, Ihnen auch. Wiedersehen, ciao. Ja, absolute Frechheit. Moso, drei Stunden haben wir gerade. Heute geht es aber flott voran, oder? Ach komm, Freunde, was sagt er? Ein Zwölfer geht, oder? Geht ein Zwölfer? Oh Gott. Geht ein Zwölfer? Geht ein Zwölfer, Freunde? Ne, also das kannst du vergessen. Also die Kiste für acht ist zu teuer. Das ist mal eine klare Angelegenheit. Nee, dann möchte ich auch nicht was rein. Guck mal, das Ding könnten wir haben hier rechts. Warte, den Müllcontainer. Ach so, sie schicken. Kann man es auch nehmen? Ja, aber wir haben drei Beine, ne? Ist natürlich klar. Aber was soll ich damit? Ja, wo wir beide sitzen, dann hätten Sie gerne schicken. Ja, mit Ketchup. Du fährst, glaube ich, falsch. Ach, fahr hier weg, Harald. Ich habe schlechte Erinnerungen. Gleich kommt der Schuss wahr sein. Ja, 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 ja. Ist das so, Antihero? Schön, dass du da bist. Ist Evan leiser als die anderen? Ich meine, ich hätte das gestern umgestellt. Ich verstehe es nicht. Ich gucke nochmal. Fahr mal, äh, Loli. So, jetzt gucke ich aber nach. Ja, also warten kommen wir auch nie, ne? Aber in einer halben Stunde ist ja Primetime. Warte mal, da werde ich jetzt auf jeden Fall nochmal nachgucken. So, jetzt schauen wir zu, Freunde. Ja, dann gehen beide ja auch nix gehen. Also, jetzt müssten die anderen etwas leiser sein. Ich habe die anderen jetzt ein bisschen leiser gestellt. Ich hoffe, jetzt passt es wieder. Gebt mir gern Feedback. Ist für mich sehr wichtig. Antihero, schön, dass du da bist. Und Schihochidus auch schon festgestellt. Stimmt, ich habe das dann irgendwie... Ich wollte nachgucken, dann habe ich es vergessen. Danke, dass ihr es jetzt nochmal geschrieben habt, Freunde. Ähm. Jetzt müsste es passen. Gut, hier ist auch niemand. Ich gucke mal bei Wien. Schon hat keine Uni sein. Guck mal bei Winter, was los ist, ne? Und sonst? Ja, da gibt es doch schöne Kimper. Wer auch, warte ich mal. Ich glaube, bevor wir Geld ausgeben, sollten wir erstmal was einnehmen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber da kannst du nur drei Jahre achten. Ne, was ich meine ist, Harald, dass wir gucken, dass wir mit den Videos vorankommen. Dass wir uns da Werbepartnerschaften aufbauen, was meine Harald. Ja, aber noch favorisiere ich Wallis Brause. Ja, hat sich aber noch immer nichts gemeldet. War die Menschlichkeit. Ja, ich würde ihn anschreiben jetzt in Zukunft. Schreibe es. Schreibe ihn an. Mach es jetzt. Hast du eine Umfrage? Sonst wird es ja nichts. Sonne. Energietrink. Du, Anti-Heroes, ist alles gut. Alles gut. Ich freue mich ja über das Feedback. Alles gut. Schön, dass du da bist. Weiterhin viel Spaß wieder. Hat der Lamy verkauft den Schafter? Ne. Was will er haben? Ist der verruf. Ich weiß es nicht. Ich bin da. Ich muss ihn mal anrufen. Was will er haben? Das ist sein Schätzchen. Das kann er nicht machen. Oder ist er wieder weg? Oder wie? Das kann er nicht sagen. Das ist er ja wirklich. Das ist er ja wirklich. Das ist doch Lamy Schafter, oder? Ja, guck mal, weiter unten. Da hat sogar Lamy gepostet, hat er seinen Verkauf. Nein. Ja, aber hier hat es ja Unicars gepostet. Ja, ja, das auch was. Wo ist das denn? Verkauf für Sultan. Ach, was sind das denn? Ist weiter unten. Okay. Straßenumfrage. Weg ab CD. Greased! Schönen guten Abend. Und vielen herzlichen Dank. Äh. Für 100 Bits? Ich freue mich sehr. Danke, lieber Greased. Vielen, vielen herzlichen Dank an dich. Das ist sehr lieb von dir. Und einen wundervollen guten Abend zu wünschen, natürlich. Es freut mich. Danke sehr. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, das ist ein angenehm Tag. Hatte die Werbeagentur heute noch anrufen wegen dem Mann? Ja, habe ich heute schon versucht, ne? Ach so, gut. Dann sind wir angegangen, ne? Und zwar bin ich auf der 323232. Das ist ein Alice Moments, ne? Na, ja. Ja, die sind nicht rangegangen. Aber weißt du was, mein Lieber? Was wir machen könnten? Harald. Lass mich mal eben kurz bei mir raus. Ich hole mir eben aus meinem Kühlschrank was zu essen. Und dann fahren wir nochmal nach Sandy Shows gucken, ob irgendwelche Häuser frei sind. Ich fand das letztens so nett mit dir. Stimmt. Das ist eine gute Idee, ja. Das mache ich mit. Ich fand das so nett. Ich hole mir eben was aus der Wohnung. Und dann gehen wir auf Tour. Lea, bist du da? Ich müsste mir gerade wirklich was holen. Swiss, heute nicht. Nein, beim nächsten Mal geht es wieder weiter. Ich habe ein bisschen auf einen Rand gebieten von Sandy Shows. George Blingels. Alice Taxi, wir grüßen Sie herzlich. Herr Anderson. Hier ist der Herr Winter. Herr Winter. Ich möchte einmal ein Taxi zu den Kingston, zu den Rechtsanwälten, in der Peaceful Street. Peaceful Street zu den Kingston-Rechtsanwälten. Da fahren wir noch zu Ihnen hin. Genau, perfekt. Nein, bis gleich. Jo, bis gleich. Tschau, tschau. Da dich dir kannst du daneben Goldbaum fahr hin. Warte, ich gebe dir einfach ein Stückchen Essen. Ja, nee, ich habe sowas Leckeres im Kühlschrank. Das will ich mir nachher. Ja, dann ruhe ich jetzt schnell. Nee, falls du... Ach, du bist ja ein Lied, ey. Hallo, Kutobers. Wo ist er denn? Neben Goldbaum. Ach, du bist daneben, ne? Ist die Konkurrenz, ne? Grease. Ne, das klingt doch ganz gut. Schön, dass du hier bist. Machst dir gewöhnlich und bequem. Wir haben einen langen Abend vor uns. Vielleicht wären es heute zwölf Stunden. Ich hätte Lust auf uns zwölfer. Mal gucken, wie es mir später geht. Und Berto darf ich auch begrüßen. Mahlzeit. Und Hannu Kutoba darf ich auch begrüßen. Hi. Wie lange geht denn das mit dir? Ich habe keine Ahnung, Leo. Ich habe keine Ahnung, wie lange das heute geht. Das wird sich zeigen. Wir machen das alle, glaube ich, zum ersten Mal hier bei Le Mailleur. Ich glaube. Also, Eben macht es auf jeden Fall zum ersten Mal. Das ist eine klare Sache. Player Dutch, vielen Dank für dein Follow. Und herzlich willkommen in der Community. Ich grüße dich an diesem wundervollen Nachmittag. Und ich darf die Frage an euch stellen. Wie geht es euch, liebe Community? Wie ist das, wer zu befinden? Wie war euer Donnerstag? Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Wirklich. Ihr wisst das ja. Können wir den ganzen Abend hier zusammen erleben. Links. Und irgendwo in der... Das ist nämlich hier die Peaceful Street. Da ist er. Genau, wunderbar. Zehn Karneval, das klingt doch schön. Wunderbar. Wo ist er die 1? Grüßt? Wunderbar. Jawohl, mein Lieblings-Taxi. Hallo, hier in der Winter. Herr Winter, hallo. Mit einem Schamaten-Begleitung. Ja, danke. Das freut mich. Ich glaube, da kommt noch weitere. Na klar, können Sie mitrechnen. So is it. Sehr toll. Wie geht es euch? Ja, wenn wir sie fahren dürfen, geht es uns gut. Denn, Harald? Dann sitzt das Lächeln. Auf den Lippen, was? Ja. Perfekt. Ein besseres Lächeln wäre noch für mich, wenn sie mit uns zum Pier fahren. Na klar. Ja. Ich gebe das ein. Du kannst schon mal... Gut, ich streben. Ja, Herr Winter mit Begleitung, ne? Ja, wie immer. Das freut mich. Immer eine andere Dame, ne? Ne, ne, das ist immer natürlich selbe. Nur eine andere Hautfarbe. Na also, Herr Winter, beim letzten Mal hatten Sie eine andere Dame. Da brauchen Sie uns jetzt auch nichts vormachen, ne? Ja, in blond. Ja, das war pink. Das war pink. Wo warst du mit Rose unterwegs? Ja, mit Thompson, ja. Dann war das die Thompson, ja. Das ist eine Freundin, das ist in Ordnung. Ja, aber das ist mit der Blauhaarige. Man verpetzt doch hier keine Mitarbeiterin von euch, oder? Ne, Sie wissen schon, mit diesem hellblau. Hellblau? Mit dem hellblauen Hahn. Rose? Jetzt bringen Sie mich aber ins Spitzen. Die Antlau-Rose? Ne, wir wollen die nicht ins Spitzen. Da haben wir sie doch vom Unicorn abgeholt. Genau. Ne, vom Unicorn. Hä? Sie sind mit der damaligen Unicorn bei uns eingestiegen und haben gesagt, sie wollen nach Rheinwood fahren. Also, Herr Winter, jetzt legen Sie mal die Karte offen. Weißt du, dass Sie da jetzt auch vor Ihrer Freundin so was aus Schauspiel machen wollen? Sie können nicht davon ausgehen, dass wir Sie da decken lassen, Herr Winter. Sie können tun, was Sie wollen. Ich trau dem Mann da. Ja, mir ist das egal. Das ist Ihre Sache. Ja, das ist schön. Das ist doch nicht von der Problem, nein? Ich sag mal so, jedes Glas bricht einmal, nein? Und wenn es gebrochen ist, das sagt ein altes Sprichwort aus meiner Heimat, dann, Harald? Dann liegen die Scherben auf dem Boden. Ja. Welche Heimat ist denn das? Er sagt euch eben, wo es herkommt. Das Sprichwort Norwegen. Echt? Das habe ich noch nie gehört. Da komme ich auch her. So. Okay. Ich komme aus Schweden. Oh! Hallo, Nachbar. Ja. Ja, wir freuen uns, dass wir auch Schweden fahren dürfen, nein? Ja, natürlich. Gut. Also, es wären 21 Tacken. Ich bezahle das. Steck du mal aus. Dankeschön, sehr freundlich. Ach, Dankeschön, ne? Ja. Sehr freundlich. Super, nein. Dann noch einen wunderschönen Tag. Alles Gute. Tschüssi. Tschüss. Genau, Kegel. Über das Speed-Dating dann später. Kappa. Das Kappa, ne? Ja. Nein. Aber jeder fremd, nein? Haben wir die auch zur Trennung gebracht, ne? Oh, ist das der? Man muss auch den Dienst an der Gesellschaft abtragen, ne? Ich so. Jetzt können nicht alle glücklich sein, weißt du? Während du deine Rose verlierst. Das muss ich Yin und Yang geben. So ist es. Achso, ja. Aber ich fühle sie zu nahe aus, ja gut. Ja, die kommen dann sofort wieder, ne? Gut, da waren jetzt zweimal Stopp. Und da vorne kommt ein drittes, nein? Habe ich jetzt nicht gesehen, Lars, nein? Bist du jetzt Tagblind auch? Ah, ich schwung doch da rechts. Was ist denn mit dir? Ja, ich hatte gerade so viel Schwung. Ah, da vorne kommt ein Schranken. Gut. Der Schranke war ja dann doch zu gefährlich, ne? Ja, da war aber schon mal was, ne? Ja, ja, ich weiß. In der Weinwut hast du das klingelt. Jetzt geht es los, ne? Ich sag mal, dann sagst du es doch mal an einem Dienstschiff. Herzlich. Hallo, ähm, ich bin gerade eingereist und bin am Flughafen und bräuchte eine Abholung zum Geldautomaten und zum DOL. Ja, ich schicke ein nettes Taxi zu Ihnen rum. Der Wagen wird zu Ihnen kommen. Warten Sie da, wo Sie gerade sind. Ich nehme an, Sie sind am Ausgang, ne? Genau, richtig. Warten Sie da, es sind verschiedene Taxis unterwegs. Der Wagen, der zu Ihnen kommen wird, ist ein gelbes, ne? Damit Sie Bescheid wissen. Und eine nette Kollegin wird Sie gleich fürsorglich vom Flughafen abholen. Alles klar. Was ist denn, was ich meine? Ja, super, da freue ich mich. Vielen Dank. Ich wünsche eine angenehme Facht. Sie wissen Bescheid. Elis Taxi. Ich komme rum. Jawohl. So. Also, Arat. Vielleicht der Motorrad verhört. Arat, lass mal die Spiele. So. Nimm kurz die Leitstelle. Ich komme wieder nächste Fahrt machen. Ich beeile mich, ne? Ich nehme die Tras, ne? Zillimilli, vielen Dank für dein Follower und herzlich willkommen in der Community. Schönen guten Abend zu wünschen. Hi. Riesenehre. Und? Hat's geklingelt? Nein. Gut, dann nehme ich Leitstelle. Die nächste Fahrt ist ja für uns. Und, ja, dann genieße ich mal jetzt auf dem Beifahrersitz, weißt du, mit da so einen kleinen Flammkuchen mitgenommen aus dem Kühlschrank. Nein, Muso. Und da kommt ein helles Taxi, wo das Lächeln auf den Lippen sitzt. Ja, Hallöchen. Hier ist nochmal Chloe. Ich bräuchte nochmal ein Taxi in Paleto. In Paleto brauchen wir ein Taxi. Na klar, wir kommen zu Ihnen. Das ist ja kein Problem. Biss mich an. Dankeschön. Na sicher doch. Wir fahren, ne? Bis gleich. Alles klar. Bis gleich. Tschüss. Wieder Bruno Speedstopp? Jawohl. Jawohl. Bis gleich. Tschüss. Danke. Tschüss. Nee, die hat vorhin, wie ich mit Danaheim gefahren bin, 150 Strünge gegeben. Ja, und wir fahren in. Und wir... Was war das meine? Was war das meine? Dies hat Geld, warte. Das ist hier mal eben. Hacke, zache, zache, zache. Ja, dies hat Geld, warte. So, ihr Lieben, ich esse jetzt nebenbei wirklich ein bisschen. Oh. Deswegen habe ich hier etwas die Cam aus. Lecker Flammkuchen. Das ist nicht gut, aber es ist am Herzen, links. Guck mal, das ist noch ganz, ganz kalt vom Kühlschrank. Guck mal. Ja, ich kann Geld doch nie sehen, was, ne? Das ist schon eigentlich, was mittlerweile vom Team Hunter gehört. Ah, wir sind alle nütz. Der Wagen fährt, meine ich, ne? Ja, also ich gebe nichts, das tut. Fährt von alleine. Jetzt kommt die Todeskurve, ne? Aufpassen. Schön am Gast bleiben. Ich bin, ja. Das ist der Trick, was, ne? Ach, schon, wir wollten ja gleich so Sandischloss, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Mal gucken ein bisschen. Obwohl ich ja gerne lieber den Randgebieten von Sandischloss hätte, weil Sandischloss bin ich schon sehr wüstenhaft, was, ne? Ja, wir können auch Randgebiet gucken, das ist ja egal. Ein bisschen grün, finde ich, ist schon nötig. Ja, wir gucken. Zwiebelcremesuppe. Schönen guten Abend. Lockdown wohl. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich grüße euch sehr, sehr herzlich. Schön, dass ihr da seid. Ja, was ist denn mit unserer Partei? Harald. Ja, ich bin, ich kann uns gut vorstellen, als Oberhaupt. Ey, du lachst, Eva. Das ist ja was. Nein, nein, das ist auch kein Scherz, Eva. Ich möchte das. Ja, gut. Und wann wird denn unser Leitspruch werden? Doch. Du bist das Letzte. Weißt du? Ich wünsche mir, dass es mal bald ausgeschrieben wird, hier der Bürgermassenpost. Was ich sage dir, was ich dann hier für Aufruhr auf der Straße gibt. Warum willst du nur Stellvertreter sein? Ach so, du meinst, dass wir im Doppelteam uns den Zettel teilen. Natürlich, Doppelteam. Also, da kannst du mal von ausgehen. Harald, du bist das Beste, wirklich. Ja, was denkst du nicht da alleine? Harald, ich mag dich. Du bist, weißt du, du denkst, so nehme ich dich heute auch ins Spieltätting mit. Weißt du? Ja, aber ich werde nur daneben stehen. Gut. Du hilfst mir, du bist mein Gebisssträger heute. Also, immer wenn du dein Gebiss wieder verspust, ich bin auf der Bühne plötzlich, weißt du, weißt du? So machen wir es. Aber ich muss mich natürlich noch dementsprechend einkleiden. Drago! Ja. Weil ich wünsche mir noch einige von meinen Fans, nein? Farbenfroh. Ja, darf ich was dir mit dem Kühlschrank, weißt du, weißt du? Also, ich war da mal mit Folie und ein paar Freunden. Ja, ich war da auch schon mal, aber... Nein? Wir beide, das war ja lustig. Ich wäre mal dafür, dass die Seilbahn hier mal eingeweiht wird, nein? Ja, von uns betrieben. Ach, stell dir mal vor, und der kommt. Ach, sei? Ja. Seil kommt. Balletto, nicht mehr zu weit hier, Balletto, nein? Nee. Weil ich will ja manchmal auch schnell in den Feierabend tüpfeln, nein? Lucky Dave! Oh, hier meinst du, nein? Genau. Wir tanken auch direkt. Ja, komm. Rüssel rein. Ich esse noch, ne? Ja, iss mal, was, nein? Um 19 Uhr gehe ich essen, was, nein? Gut, dann muss ich Vorbereitung machen bei Le Majeur. Ja, süße mal. Lucky Dave, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Einschalten. So schnell geht das bei den beiden, ne? Wie findest du mein Outfit-Hort, nein? Sehr farbenfroh, lebensperialend, kreativ, eine Inspirationsquelle für jeden Künstler. Ja, wo ist denn die Outfit-Hort, das kann aber wohl nicht sein. Ich frag's immer. Hallo? Ja, Bruno's Pitstoppie. Ach, äh, LS Taxi hier. Wir sind bei Bruno's Pitstoppie. Ja, ja, ich musste gerade nochmal ganz dringend auf die Tonne, als ich komme, angelaufen. Kein Stress, wir parken hier, ne? An der Zaffsäule. Ja, danke, das ist sehr lieb. Also hab ich mir Bruno's Pitstopp vorgestellt. Ja, warum nicht wahr sein? Genau, wir schulen um. Schau mal, wie lustig das wird, Vitara heute Abend. Ich freu mich sehr drauf. Ach, wir werden mir kandidieren. Wir? Oh, ich jetzt. Ah, was soll ich machen? Gott. Grunprinz, ich begrüße dich herzlich. Schön, dass du da bist. Und Lea, guten Hunger wünsche ich dir. Ist erst mal keine Überraschung. Weil es ja Nacht wird, ne? Gut. Vielen, vielen Dank. Ja, ich werde mich drum wirken. Ja. Nee, 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 nee. Um Gott. Nein, 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 nein. Der wird jeden Sonntag ordentlich sanft gepflegt. Aha. Auf jeden Fall. Ihr redet von jemandem da schon. Alles klar, ich danke ihm. Ciao. Ja, ich müsste bitte nochmal da auf die Ecke zu Aphrodonis, weil irgendjemand sich einen Spaß erlaubt hat und hat meinen Wagen wieder dorthin gefahren. Nee, gibt's nicht. Ja, reich. Das gibt es nicht. Ja, wie geht's Ihnen heute, wenn ich das mal fragen darf? Wie geht's gut, Harald? Entschuldigung, ich muss vertranken. So. In das Taxi, wo das Lächeln auf den Lippen sitzt. Äh, ja, hallo. Ich bräuchte einmal ein Taxi zur Lidl-Krastenburg in Lidl-Soul. Sie brauchen ein Taxi zur Lidl-Krastenburg in Lidl-Soul. Na klar, komm zu Ihnen, ja? Super, bis gleich. Gerne, bis gleich, tschüss. Muss ich kurz die Kollegin durchgeben? Machst du es dann sofort? Bäm, die Dame. Nein. Jetzt klingelt's wieder. Alice Taxi, wir grüßen Sie herzlich. Hallo, guten Tag. Ich hatte gerade schon mal angerufen. Ich stehe leider immer noch am Flughafen. Um Gottes Willen. Da ist wohl ein Parme passiert. Ähm, äh, wir... Gar nicht schlimm. Wir machen das so. Wir kommen Sie abholen. Mhm. Wir sind in circa sechs Minuten bei Ihnen. Okay, aber wir sind inzwischen drei Personen, die gerne mit möchten. Gut, das ist eine logistische Herausforderung. Sie schaffen das bestimmt. Sie wirken sehr kompliziert. Wir kriegen das hin. Sechs bis sieben Minuten, okay? Dann sind wir bei Ihnen. Alles klar. Super, vielen Dank. Gerne, danke, tschüss. So, jetzt haben wir hier, weißt du... Nixi, hi. Hi, Evan. Du bist noch nicht am Flughafen. Kann das sein? Nein, ich bin nicht am Flughafen. Gut. Ähm, fährst du bitte Little Crastenburg? Nee. Little Crastenburg. Anders. Fährst du den Flughafen bitte an? Das sind drei Personen für dich. Alles klar. Okay, mach ich. Flughafen. Oben oder unten? Ähm. Guck mal, ich glaube, oben. Okay. Gut, mach ich. Ja, danke, tschüss. Baba, ciao. So, jetzt sind wir wieder ganz bei den Türenlösen, bitte. Das, ne? Das kannst du nicht machen, ne? Ach, ist so eine breite AIW, was, ne? Du kannst schon mal ein bisschen mit den Knien lenken, was, ne? So ist es nämlich. Ja, dann zeig mal den Finger, was, ne? Harald, wir machen nachher Crastenburg, ne? Ja, ist klar, nein. Ja, die Sonne geht unter, nein. Liebe Nixi, wie geht's dir? Ja. Gut. Warum das Lachen? Ach, weil ich dich vermisse als Kollege Harald. Oh Gott. Und dann muss man lachen? Ja, weil ich mich freue, dass du mal, dass ich dich auch mal wiedersehe, Harald. Du hast mir mal einen Spitznamen gegeben, weswegen ich mir ein gewisses Tattoo tätowieren lassen habe. Was wäre das? Na, du hast mich immer roter Drache genannt. So, jetzt hab ich's. Eben, das ist der rote Drache. Ja. Das ist die Nummer 1 Fremdgängerin in dem Land. Das ist was? Die Nummer 1 Fremdgängerin. Gar nicht wahr. Nicht? Nee, warum? Ja, der Drache hat sowas an, wie ich was, äh? Der Drache fliegt von einem Ort zum nächsten. Hm, ja, Drachen fliegen normalerweise von einem Ort zum nächsten, aber Fremdgängerin. Oh, nein. Gut. Oh, die ist übrigens spät tätig. Oh Gott, nee, danke. Kommst du da hin? Nee. Warum das denn nicht? Nee. Eine einmalige Angelegenheit. Oh nein, einmalige Angelegenheit. Warum denn nicht? Eben, sag doch mal, warte, mach doch Werbung. Wir sind voll. Gut. Siehst du, das ist gar kein Platz mehr für mich. Aber ein Späßchen, ne? Um 20 Uhr geht's los, wenn Sie mitmachen wollen, können Sie kurz davor da sein. Nein, wirklich, ich muss nachher noch arbeiten. Ich hatte jetzt vorhin ein Gespräch mit einer guten Freundin, was schon länger eigentlich nötig gewesen wäre. Und ich bin den ganzen Tag noch nicht arbeiten gewesen und es wird langsam Zeit, dass ich dann doch auch mal irgendwie wenigstens ein bisschen Geld verdiene heute. Ah, das schreit nach dem Spätätigen. Ich meine ja, für 60 Tacken sind sie dabei, was, ne? Er muss sich wieder jung fühlen, ne? Die ist doch so, naja. Ach, du bist auch da, Harald? Natürlich bin ich da. Ich überleg's mir, aber ich verschwärts. Warum lachst du den da immer? Ja, ich bin ein fröhlicher Mensch, Harald. Ja, du lachst mich aus, meine ich. Nein, ich lach dich gar nicht aus. Ich bin ein fröhlicher Mensch. Dort drüben auf dem Parkplatz, bitte. Rechts. Ja, kein Parkplatz. Ich seh es nicht. Ich seh es nicht. Ich halte an. Ich möchte nicht. Ich seh es nicht. Er hört auf, er macht den Motor aus, weißt du? Wo bin ich? Bleib einfach stehen. Alles gut. Ich darf doch nicht mitten auf der Straße gehen. So, Ed ist so. Ja, ich kann nicht. Ich möchte nicht weiterfahren. 56 Dollar, Ed ist hier zu Ende für sie. Endstation, weißt du? Okay, das ist gar kein Problem. Wie viel? 56? Genau. Den Rest teilt ihr euch bitte wieder. Ach, Sie sich. Weißt du? Riesen Dankeschön an Sie. Na klar, nicht dafür. Ja, die ist das zweite Mal. Und dann sehen wir uns später ja zur dritten Fahrt, ne? Weißt du? Ja, alle guten Dinge sind drei. Ja, alle meine, die Damen, ne? Schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Ebenso. Schönen Abend, mein Leben Sie. Tschüssi. Lidl Kraschenberg, Lidl Schoel, ne? Kenn ich nicht. Gott. Ja, es ist ein Wahnsinn. Er wird ausgelacht am Steuerer. Und ich meine, wir sind die Fußmatte der Gesellschaft. Willkommen im Feierabend, mein Lieber. Ja, und Nixi, dann hoffe ich, dass ihr bald wieder wärmer wird, ne? Liebe Nixi. Ja, Fußmatte hin oder her, ne? Umbringen muss sie uns nicht. Ja, mein Gott, mein. Oh, das spielt die Dinger Spanisch. Lass, mein. Da sind wir, Lidl. Gefällt euch die Perspektive? Da sind sie. Da sind wir. Weißt du? Da ist er auch. Super. So, eine kleine, feine Fahrt zum ACLS hätte ich gerne. Das machen wir für sie gerne, weil sie sind ja nämlich im Taxi für die kleinen und feinen Fahrten, weißt du? Sehr schön. Aber wie sagt man, je kleiner die Fahrt ist, je größer das Trinkgeld. Das ist ein Gerücht, meine ich. Gut, das Gerücht setze ich gerne in die Welt. Ja, gehen sie arbeiten oder ist ihr Auto kaputt? Ja, ich hol mein Auto ab. Ja. Ja. Das ist eine Scheiße, nein. Ich mag's für die. Das ist kaputt. Das ist halt ein Gebrauchsgegenstand. Nixi ist es gerade deswegen. So wie gesagt, ist teuer. Ja, das stimmt. Das ist ein teures Vergnügen. Ja, heute Abend die Spätätigen, falls sie es noch nicht gehört haben. Ja, ich hab erstmal genug von diesem ganzen Kram. Ja, wurden sie enttäuscht? Ja, ich hab, ich weiß nicht, ist irgendwie in letzter Zeit alles zu kompliziert gewesen. Von daher versuche ich das mal, mich auf Arbeit und zur Freizeit zu konzentrieren. Ach so, wei. Ich hab mir das gar nicht gehört. Also jetzt waren wir dann nur 8 Dollar, nein. So. Ich hoffe, sie konnten die Fahrt genießen und es war angenehm, nein. Natürlich. So. Ja, bitte sehr. Mein Gott, vielen lieben Dank, nein. Ja, wir kommen mit dir der große Ehre. Ja, dann wünsche ich auf jeden Fall noch eine schöne Art und hoffentlich viele Fahrgäste. Danke vielmals. Ach, danke schön, nein. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Tschüss. Büssi. So, insgesamt hat er die 40 gegeben. Ja, ja. Geht auch mit mehr hier rechnen, ehrlich gesagt. Du bist wirklich das aller Nächste. Ja, wenn man schon so ankündigt, war es so, ey. Na ja, für ihn ist das vielleicht viel. Denk doch mal daran. Ja, ja, für mich nicht, war es so. Ja, kann nicht jeder so reich wie du sein. Ja, ja, und mein... Das ist so Arbeit, hm. Ach, da sind wir unten jetzt die Schwur. Ja, jetzt gucken wir wegen Immobilien. Gut, das war was. Nein. So, da bin ich wieder. Liebe Community. Jetzt bin ich gestärkt für den heutigen Abend, der auf uns zukommt. Und ich hoffe, dass wir ganz viel Spaß dabei haben, wenn wir das Spieti-Ding hier hautnah bei Ebene erleben dürfen. Lucky, Pepe. Wie ist das, wie kann man noch Immobilien, die noch nicht verfügbar sind? Pass auf, das funktioniert so. Erklär mir das mal, ich weiß das nicht. Ich erkläre dir das. Ähm, es ist so. Wenn du ein Häuschen siehst, wo du sagst, oh, dat wär's, dann fragst du dat an bei deiner Steat, und die machen dir dann ein Angebot, inklusive Ausbau oder Renovierung, wenn dat tot, wenn das ist, oder wat weiß ich. Denn wir hatten noch letztens einige Häuser, die super waren, aber die noch nicht... Ja, aber das Problem ist auch, du kannst mal davon ausgehen, dass da mit 110.000 nix ist, ne? Dass wir dann eher noch weiter drüber hinausschießen. Weil dann brauchen sie nämlich McGill auch dazu und alles, weißt du? Ja, stimmt. Auch wenn es ein Bruchbruder ist. Ja, da kannst du mit deinen 20 Tackern erstmal, weißt du? Ja, ich weiß, nein. Genau. Nein. Das ist das Problem an der Sache. Nixi, da freut mich aber. Ne, allein sind wir nicht unterwegs. Evira hat ein Taxi, und die beiden. Das Ganze, also ich finde so mit zwei Taxis ist so das Ideale. Weil, wenn es zur Sache geht, kann man auch mal die ein oder andere verhandeln, wunderbar. Ja, aber wie willst du dat denn finanzieren, also? Du gibst doch dat Geld ständig aus. Aber wofür den, war's, ne? Ja. Also heute hab ich gar nichts ausgegeben. Stimmt. Hast du auch wieder recht, ne? Das ist, wir sind schon am Minimum. Wir fressen aus der Zentrale, also, also, ich zumindest sehr stark. Na, wotten kau ich kaum, ne? Ha, halt. Sprit ist im Taxi. Ich muss dir aber auch sagen, wie es ist, ne? Das eine oder andere Mal, so ein bisschen was dazu verdienen, wäre schon ganz gut. Also, so kommen wir halt überhaupt nicht in die Gänge, ne? Ja, das ist es, ne? Bei uns ist halt irgendwie so, so für die Alltagsdinge oder für eine schöne Wohnung, so reicht's ja allemal. Aber die großen Sprünge können wir halt auch nicht machen, ne? Ne. Da würde ich gerne dienen, weißt du? Da könnten wir es auch reinvestieren, meine ich. Ich würde ja gerne in der Firma investieren, das Geld. Weißt du? Und damit was Schönes machen. Ja, und dann noch mehr Gerutschefung. Ja, und dann geht's mir nicht, aber erst mal was aufbauen. Ich würde so gerne was aufbauen. Ja, aber wot, dann sag ich, in welches Gebiet würdest du gerne, wenn du die Wahl hättest? Das klingelt. Alice Taxi, wir grüßen Sie mit einem Lächeln auf den Lippen, was? Herr Schneider, guten Tag. Ich möchte mal einmal ein Taxi zum Flughafen Gate 1. Zum Flughafen Gate 1, was? Wunderbar, schicke ich in eine ganz nette Kollegin rum. Die ist gleich weiter. Nein, da bleiben sie, wo sie sind. Hat gelbe Taxi. Kommt, weißt du? Wunderbar. Gott, bis gleich, mein Fall. Alles Gute. Tschüss. 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 Harald, es reisen viele Leute in diese Stadt ein. Immer wieder, weißt du? Das wird nicht nur heute sein. Ich meine, ja. Was, was ich meine? Es ist eine Millionenstadt. Eben. Denk du mal nach, ne? Kegel, kennst du auch? Ja, Evan. Flughafen. Ja, mach ich. Kriegst du Trinkgeld von denen? Nicht wirklich, warum? Warum fragst du? Ja, weil ich gerne hätte, dass du Trinkgeld bekommst für die Fahrten. Ach so? Ja. Ja, ist halt Flughafen, ne? Guck halt, dass du beim Aussteigen sagst, ne? Ja, ist gut. Sag was, ne? Beim Aussteigen. Ich hoffe, sie war mit dem Service zufrieden. Ne? Die meisten geben 100 oder so was, ne? Ja, die sind neu, Evan. Ja, das macht ja nichts. Sie können auch einen Huni abdrücken, was, ne? Beine, ey, wir, ne? Nein. Gut, okay. Mach ich. Okay. Ciao. Bisschen Spaß, ne? Tschüss. Ja, das ist natürlich ein Traum aus. Das, also Harald, wenn, 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 das, weißte, wie ich meine. Lucky Dave! Mein Lieber! Was für ein Einreise stoppt, Chirurgi? Was meinst du? Ist auf! Scheiße. Ah, wir haben es übernommen. Ja, wir sind, wir haben es erobert, weißte. Ja, ich finde es eine Frechheit. Es gibt Leute, die wohnen in Monaco, was, ne? Und da haben wir immer noch Häuser, die ist eine Frechheit. Die kann man an die Unterschicht mal geben. Ja, ne, ich kann es vergessen. Nein, ich möchte nicht. Es ist doch eine Scheiße. So was wäre es für uns, weißte? Guck mal, wir sitzen hier abends. Ja, Harald, ich weiß es doch. Gott. Wir sitzen hier abends, wir machen eine Party hier. Ja. Wir haben einen Radioempfang, Antenni ist da. Wer denn auch Funk empfangen? Ist alles drinnen. Wir können den Taxi fahren, könnten wir mich hören. Was für Acke! Komm, wir finden was Nettes. Ich will mal wissen, wie viele von Leuten, die ausgereizt sind, die noch Häuser hier haben. Was? Oh, ist auf. Ah, du kannst du nicht von dem! Oh, ist das Ding kaputt? Ach so. Und weg. Was ist denn? Ah, Harald! Ey, wenn der Ding ist kaputt, das wollte ich nicht. Ist kaputt. Harald, du hast eben das Einfahrtstor umgefahren. Ah, du bist das Letzte. Lucky Dave, ich darf mich herzlich bedanken für 100 Bits bei dir. Ja, hier gibt es natürlich noch die Containers. Danke schön. Ja, die will ich nicht. Ich guck bei den Häusern da vorne. Ja, die waren ja auch noch ein schönes. In Grape sieht er. Meint ihr doch, dass eines von diesen Häusern frei wäre? Ja, der sagte doch, das ist doch dann nicht frei. So, da ist Auto. So, da ist Auto. Wie der Scheißdreher? Ja, guck mal hier. Ja, guck mal hier. Ja, wie den Scheißdreher, den wir zu nehmen haben. Nee, ich will ihn nicht. Das ist doch zum kurzen Jahr. Ach, Alter, du hast ein bisschen Busch umgefahren. Fahr raus aus dem Busch. Immer nicht, wächst rein. Du bist wirklich das Letzte. Oh. Wo war die noch, Ratschitz? Ach, ist das Scheißdreher? Guck links und dann rechts. Ja, würde ich auch sagen. Erstmal links. Und dann rechts vorne. Lucky Dave, ich freue mich sehr über 100 Bits. Vielen Dank für deinen Support, mein Lieber. Ja, ich will ja nur ein Haus. Ist ja zu viel verlangt. Und Patty, bei dir darf ich mich auch ganz herzlich bedanken für 200 Bits, Patty. Ich freue mich sehr. Danke, wunderschön. Aber wunderschön. Ich freue mich auf der Stating. Patty. Freut mich sehr. Freut mich sehr. Schön, dass du hier bist. Und danke an dich für deinen Support. Die macht mir eine sehr große Freude, ihr Lieben. Danke von ganzem Herzen. Soll ich jetzt mal ein paar Häuschen machen? Genau, da gucken wir auch. So, das ist vorne. Das ist vorne. Wieso? Soll ich halt den Autos links? Ja, lass dich halt nicht abschrecken. Ja, das ist aber so. Warum nicht? Ich guck da hinten. Ja, die beiden würden viel dafür geben, hier irgendwo zu wohnen. Aber die ist nichts frei. Und das Problem war, dass sie es damals verschlafen haben, die Häuser zu mieten in Sandwich. Wobei man kann nicht sagen verschlafen, sondern es war ja die Frage für Evan offen, wie macht das mit dem Ausziehen, wegen Lien und alles. Und umziehen und so weiter. Nee, hol mich ab! Still dies weg. Nee, 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 nee. Hey, hey, hey! Wir müssen ein ATM. Das? Wo ist es? Ich will es sehen! Ich will es sehen! Der knackt uns ab. Der kauft es. Harald, wo ist das Haus? Da ist es hier. Fahr da hin, ich hab Geld in der Dächtung. Ich zeig's dir. Das ist das hintere. Mit der Satellitenschüssel. Wir hören ab. Die NSA ist da. War das hier frei? Du verhörst mich doch! Das ist der Zaunis weg. Da links die Tür. Links. Wir links. 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 Warte mal. So einfach geht das auch wieder nicht. Harald. Harald, das wäre es. Ich muss Lien anrufen. Aber wie finanzieren wir die Scheiße? Ich muss Lien anrufen. Warte, ich muss Lien anrufen. Schatz, geh ran. Bitte, geh ran. Geh ran! Das ist es. Harald, das ist schon eine einmalige Anliegenheit. Scheiße. Geht die eben nicht. Brauch mal jetzt. Ja, die geht bestimmt ran, du hast ja eben. Komm. Harald. Wir machen jetzt. Wir holen uns Ed. Hast du dein Haus, Evan? Das ist doch der Traum, Harald. Das ist der Traum der Träume. Hol den Ed. Wir müssen da sofort rein. Hast du den Zaun umgefahren, du Sack? Ja, ist weg. Dann wirst du von Harald wieder ran lagern. Äh. Das sage. Das ist dein Haus, meine ich. Harald. Harald, guck dir das an. Das ist es doch. Das ist es doch, Harald. Wie mache ich denn das jetzt? Wie mache ich denn das jetzt? So, wo ist nicht hier ein MTE, was? Ja, wenn ich das wüsste. So, dahinter links ist da nicht, was? Ist da vorne nicht irgendwie so ein Tuning-Shop? So, hier ist doch auch so ein 27,6 da, was? Genau. So, da in der Ecke ist einer. Hä? Hä? 250 oder was das ist? 240 sind's. Was war das jetzt? Elis' Taxi, wo das Lächeln auf den Lippen sitzt. Hallöchen. Ähm, ich bräuchte ein Taxi bei den Apartments beim PD da gegenüber von diesem Flaschengeist-Store. Na klar. Wir sind in sechs bis sieben Minuten bei Ihnen. Alles klar, dankeschön. Ja, gerne, bis gleich. Tschüss. Ciao. Hä? 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 Harald! Harald, ich stehe nicht mehr. Mann, Gas, 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 Gas. Komm. Wir müssen noch in den Kleiderschrank gucken. Der ist bestimmt noch. Da ist noch Gold-Dukat. Harald, gib Gas jetzt. Wir haben eine Fahrt übrigens. Ja, gib doch der alten. Nein, wir werden das Haus jetzt schnell anmieten und dann fahren wir runter. Das ist ein Traum geworden. Ja, wir wollen noch weiter. Oh, ja. Ja. Was? Was sagst du? Ja, wir wollten noch weiter nach Hause gucken. Ja, aber das müssen wir trotzdem nehmen. Ja, natürlich. Das ist klar. Ach, du grüne Neune. Harald, das ist ein Traumgebäude. Wir können alle abhören. Doch, hier. Harald, du bist halt allerletzte, weißt du das? Soll ich's nicht mehr vorsehen oder was? Das ist ein Traum hier. Das ist ein Traum, Harald. Ein absoluter Traum ist das hier. Komm, miet an. Komm und dran. Ich näsch mich ein, weißt du? Ja, ist schon geschehen. Harald, willst du mit mir hier einziehen oder wie machen wir es? Ja, du musst entscheiden. Ich werde das erstmal anmieten. Also, ich miet das erstmal an. So. Ja, mach mal auf. Ich will mal den Kleiderschrank durchgucken. Und dran. Harald. Warte mal, bleib mir bitte gut stehen. Das kommt mir bekannt vor. Was soll ich sagen? Even is? Nein. Ach. Ja. Und? Ja. Ist nix. Vor Mieter war die, ey. Guck mal den Küchenschrank. Ja. 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 Grüßt. Ja, grüßt. Evan hat's angemietet, ne? Ja, ey. Du hast erwartet. Wenn du jetzt ne Villa kommt, weißt du, ey. Ja, ne, aber... Ey, die ist ja doch teuer, weißt du, ey. Aber du hast ein Haus mit Einfahrt. Und ich meine, du kannst ja nicht nur ein Auto parken, du kannst hier 20 Autos parken. Wann kann man kündigen, genau. Und du hast immer Empfang mit den Satelliten, Schüßler. Ja, das ist mir das Wichtigste. Das ist mir dann auch die Miete wert, weißt du, ey. Ja, Evan, die Häuser sind alle so, ja, ne? Wir kommen nachher zurück und gucken weiter. Das ist ja ein Wahnsinn hier. Boah. Ja, es gibt keine Hauser hier die... Also, Evan. Du meinst, das ist schon das Beste, was wir kriegen könnten, ne? Ich sag es dir. Ich habe... Ich bin nicht zum ersten Mal hier gucken, ne? Mhm. Ich war auch schon in einem teureren Boden drin. Das ist auch nicht. Das ist ja so. Im Norden, ne? Oh mein Gott. Das ist nur eine Einfahrt. Ja, ich habe einen Garten und eine Einfahrt, ne? Das ist... Ich sag dir, das ist ein... Was wert in der Stadt, mei? Ich muss leeren schreiben. Du als Grundstück. Ey, Schatz, ich habe ein unglaublich... Tolles Haus gefunden. Da ist ja schon mal ne Lüge. Bitte ruf mich so schnell an, wie es geht, weißt du? Ich liebe dich. Wo müsst ihr mal hinfahren? Äh... Jetzt sind die Wohnungen gegenüber vom PD. Gott. Ja, Evan, aber das ist eine Wohnung, ey. Ich habe ein tolles Hasu gefunden. Bitte ruf mich so schnell an, wie es geht. Das ist das vom Sheriff, meine ich. Ich meine, das ist das. Vom Sheriff? Was redest du? Ja, der hat doch gesagt, dieser eine Stück da... Ach ja! Ist die, ne? Der hat doch gesagt... Aber er meinte, es wäre ja schon weg. Aber ich meine, das ist das. Er hat sich geirrt. Ach, Alter, das ist der absolute Wahnsinn. So was kriegt man nie wieder. Das war eine einmalige Angelegenheit jetzt. Auch wenn du von ihnen warst, ne? Aber du wusstest nicht, wie es nicht ist, ne? Du kannst Partys feiern. Du hast keine Nachbarn. Also alles. Ja, das ist mir ja ganz wichtig. Du, du, Alter. Einmalmal! Ha, nixi! Ha, 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 ha! Ha, so. Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Komm, bleib am Gast. Ich muss jetzt wieder das Geld reinbringen hier für die... ...für die ganze Miete. Weißt du, was ich jetzt zahl? Ich zahl... ...Ls-Taxi, dass lächeln sitzt. Einen wunderschönsten Tag. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Hätten sie eventuell so ein Taxi frei? Na klar doch! Wohin gingen die Facht? Oder wo dürfen wir sie abholen? Ha, 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 ha! Ich bin gerade am Flughafen. Und werde einmal kurz gehen. Wir holen sie vom Flughafen ab, das ist klar. Kollege, fahr direkt Flughafen. Dankeschön. Gut, gerne. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Ich gebe Evira die Fahrt mal hier beim BD. Dann machen wir Flughafen. Ganz gleich am Hiebe bleiben. Genau, fährst du richtig. Ja, Evan? Die Wohnungen gegenüber vom BD. Ja. Super, tschüss. Bestimmt Funkgevierer. Bestimmt Funkgevierer. Gas, Gas, Gas. Für 80 Dollar ist eine Null zu viel. Ja, leider ja, Kegel. Aber nee, ohne Witz. Das ist gerade Evans Traum. Auch wenn ihm das Innen nicht gefällt. Das ist ein Haus, Evan, mein. Und du sagst das. Es ist der Gas und die Einfahrt und die Lage. Essen und alles. Nein. Da war die Stadt Dienst. Ja, abfahren hier. Rechts runter und dann wieder auf dem Hiebe drauf. Oder gerade. Nee, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Das ist Wartelsweg. Achso, wir sind ja schon hier. Ich finde es aber ein wunderbares Haus. Ja, ich weiß, ey. Was du für ein Grundstück da mit hast. Das ist eine dreifache von meinem. Ja, nur ich zahle jetzt 260 Dollar am Tag. Ja, du kannst ja schwer eins kündigen. Ja, deswegen muss ich ja mit Lehren sprechen. Ja, aber so lange kannst du es bezahlen, meine ich. Gut. Du verdienst genug, dass du da bis dahin, dass du nicht vom Rote warst, ne? Ja, ich weiß, was du verdienst, ne? Was verdiene ich denn, wenn du das nicht weißt? Ja, ich weiß, wie ich war es, ne? Ja, falsch. Ich habe mehr. So, das ist sie. Haben Sie eben ein Taxi gerufen? Ja. Ja, da kommen wir mal rein. Taxi, steig uns doch ein. Ja, da kommen noch andere. Danke. Hallo, brauchen Sie ein Taxi? Ähm, hat die Dame denn ein Taxi bestellt? Ja. Ich, vielleicht kann man sich das Taxi erteilen, ich würde mal schnell fragen. Hi. Wollen Sie mit einsteigen? Ja, ich wollte gerade fragen, ob wir vielleicht zusammen... Ja, dann gehe ich, ich steige. Wir haben halt nur mehr zwei Sitzplätze, ne? Sie wissen Bescheid. Ach so. Aber ich kann Ihnen noch ein Taxi rufen. Wir können auch doppelt kommen, was? Ja, ist klar. Du kannst auch sehr gerne einsteigen, wenn du willst. Ich kann auch noch warten. Ich ruf Ihnen... Wissen Sie, was wir machen? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Pass auf, wir machen das jetzt. Jetzt kommen Sie mal ran, alle hier. Sekunde, warte, er ruft ein Taxi. Nein, 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 kommen Sie, kommen Sie ran. Kommen Sie alle mal zu mir bitte vorne ans Beifahrerbrenzer. Wir machen das so. Wir kommen gleich nochmal nach der Fahrt und wir machen Ihnen dann einen Spezialpreis. Perfekt, danke schön. Ist das ein Angebot? Nein. Das ist ein Angebot. Wunderbar, dann warten Sie hier, wir kommen in ca. 5-10 Minuten wieder. Ja? Perfekt, danke. Super. So, herzlich willkommen in LH Taxi, wo das lächeln, sagt ihr, Kollege? Ja, und Los Santos, man kann es ja so sagen. Ja, wo das lächeln? Aber wenn ich bin, sieht es, nein. Und Sie sind mit in Rien im Lächeln, die Dame. Ah, ich hätte mal eine Frage. Sie wissen doch bestimmt, wo es hingeht, wo ich das ganze Zeug anmelden muss, oder? Ich weiß alles, nein. Okay, kannst Sie mich eventuell da hinfahren? Natürlich, ich werde Ihnen zeigen, wie man der ATM benutzt. Ich werde Ihnen zeigen, wie man hat Kontonummer, alles, nein. Aha, das wäre sehr lieb. Ja, wo kommen Sie denn her, wenn ich fragen darf? Ja, aus Frankreich. Ja, sehen Sie, ich habe Menschenkenntnis. Herzlich willkommen. Ja, Sie haben selbst zu Menschenkenntnis auch. Junior Bird, ich freue mich, dass du auch da bist. Ja, Sie haben sich auch direkt für das richtige Taxiunternehmen entschieden, nein? Junior Bird habe ich vergessen, dich zu begrüßen vorhin. Ich hoffe nicht, es würde mir total leid tun. Gut. Bei LS Taxi werden nicht nur die Taxifahrten durchgeführt, sondern es wird der Servicegedanke groß geschrieben. Sag es doch mal, Ache. Ja, das ist doch, nein. Gut. Alles klar. Ja, vor uns ist Downtown, nein, mit die Hochhäuser, alles. Da gibt es auch Hotels am Stadtpark, nein. Hi. Was ist denn, äh, Bleibe brauchen für heute Nacht? Alles klar. Gut. Gut. Dann genießen Sie in Ruhe die Taxifahrt. Hey. Das ist eine gute Frage, Griffinio. Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Aber Eben muss das auch Step-by-Step alles mal kennenlernen, nein? Aber das wäre natürlich eine Idee, das ist klar. So eine Renovierung oder so, ne? Ja gut, Harald, was machen wir heute Abend noch? Spieltätig. Ja, Spieltätig, nein. Und dann müssen wir umziehen. So ist es. Nein. Ja, ne, umziehen erst, wenn du den auch gefragt hast, nein. Ja, hast du recht. Ich habe auch keine Lust, heute Abend umzuziehen, äh. Ja, das ist wieder sehr freundlich von dir, ne? Ja, wo doch die Firma an, äh, was, ne? Patholisch? Ja, die Dreck und Weg, die machen mit Transporter. Ach, die können mich mal, das mache ich selber. Ich habe zwei Fahrzeuge, Harald, zwei Gruppe Räume und das ist gut, ne? Äh, gemietet. Hier ist das DOL, da müssen sie gleich rein, aber davor fahre ich sie zum ETM. Mhm. Und wichtig ist, dass sie den Kontonummer gleich sich merken, ne? Äh, okay. So, hier rechts, ne, da an den ETMs können sie Konto eröffnen, dann machen sie das alles und danach können sie zum DOL gehen, ne? Äh, okay. Und beim DOL hat er noch die Konto... ...und 16 Dollar. Gut, die Dame? Hallo? Gut, und schönen Tag noch. Harald, das ist sowas schon mal erlebt. Also die Gesellschaft wird einem einen Preis nicht gehabt, ne? Also, dann nicht mal mehr antworten auf das, was wir sagen, weißt du? Ich trinke einen Schluck, Harald. Gut, das auch. Muss ich erst mal verdauen, Harald. Hast du das gerade mitbekommen? Ich hab's mitbekommen, aber ich schütze mein Körper gerade vor einem Wutausbruch, Harald. Ne, ich schuze das Messer raus, ich steche die jetzt ab. Was soll ich hier rauskommen? Das kann doch wohl nicht sein, Harald. Die kommt aus Monaco hier angeflogen, ist steinreich, besitzt drei Achte, man kann's ruhig so sagen, wie die ist. Hast du die goldene Karte gesehen im Portemonnaie? Ja, ich hab's ja gesehen, was stand drauf, sagt. Ja. Le Melleux stand drauf. Was heißt auf Französisch heißt es, der reiche Fuchs fängt den Fisch? So ist es. Und wenn der Lachs erstmal vergoldet ist, ist die Gräte nicht mehr brüchig. So. So, jetzt kann sie nochmal kommen. Ich bleib stehen. Aha. Mal gucken, was sie macht. Ist jetzt ein Sozialexperiment. Wir müssen die anderen noch abholen. Das hab ich ihren Finger gezeigt. Gut. Okay, wieder da. Okay. Super, dann fahr ich sie zum Duel. Nein. Und da können sie dann auch direkt rein, ne? Haben sie alle Tini gekriegt, ja? Ja, natürlich. Zedris, ich begrüße dich. Hi. Ich lasse sie dann hier raus. Mal in einem Schiff über den Zebra schreiten. Das wäre dann 16 Dollar, bitte. Genau. Na ja, Clark, bekommen sie gerne. Einfach nach vorne geben, ne? Panza ist offen, ne? Ist offen, ja. Dankeschön, da ist ja nichts von Ihnen, nein. Vielen Dank. Alles Gute für dich, Mann. Tschüss. Tschüss. Tschüss, ey. Ah, nochmal gerettet, nein. Gas. Ja, ich überfasse, komm gut weg. Fahse um, fahse um. Ah, diese absolute Frechheit, das kann man auch nicht sagen. Da würde sie drei Meter noch gefahren werden, kannst du dir vorstellen, man hätte die doppelt berechnet können. Ja, hättest du gemacht, zweite Fahrt, nochmal acht drauf, also. Alles rein. So, jetzt nochmal Flüge haben, wenn du... Das ist so ein Spaß, oder? Ja, diese Frechheit, du kannst es auch nicht sagen. Ja, das ist ein großer Spaß. Harald, ich habe ein wunderbares Haus. Ja, freust du dich, ihr werdet nicht erwarten sehen? Ja. Mit Schüssel dran, Harald. Das hast du recht. Kannst du die Aliens mit abhören? Ja, wenn sich da mal jemand meldet auf der Erde, ich bin der Erste, der es weiß, bei den Schützen, weil es... Ah, das ist meine... Aber in die Groschen. Ja, jetzt holen wir zwei. Ja, die sind ein paar, meine ich. Ich meine, wir können die auch so begrüßen. Ja, natürlich, die sind zusammen, das sieht man noch. Ist das so, in Frankreich, dass man da die drei Meter nicht läuft, weißt du? Das ist wahrscheinlich so, nein. SK1, schön, dass du da bist. Hallöchen. Vielleicht fehlt man aber auch kein Taxi, man ist da einfach nicht drin, was, ne? Vier Stunden haben wir schon. Was, wie der Verkehr da ist. Was, dreimal vier fehlt noch geiler. Wir haben schon noch einen schönen Abend vor uns. So ist es, nein? Du weißt ja, wir sind Taxifahrer, wir sind ja die Könige des Verkehrs, mag man sagen. Schiff, auf, schiff, 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 schiff. So, da ist er, ja, zu dritt wieder. Ich, ich fress einen Steinbesen, was weiß ich. So. Ja, dann fahren wir, dann schicken wir dir wieder nochmal, ne? Doch, ich esse einen Küfteteller. Brauchst du Besteck? Ich esse mit Hand. Gut. Hallo. Hallo. Brauchst du ja ein Taxi, soll ich eine Kollegin schicken? Äh, nein, alles gut. Ah, okay. Gut. Und rein. Kommen Sie rein ins Taxi, nein? Oh, Entschuldigung, ich glaube, die Tür klemmt. Beste ziehen, nein? Wie ein Fuchs auch, nein? Bitte? Beste ziehen. Ja, fester. Beste in die Hand nehmen. Beste mit der Faust in der Finger. Beste rein? So ist das. Sehr gut. Entschuldigung, ich glaube, ich habe schon genug. Alles gut, ne? Das ist schon gut. Man muss so ein bisschen mit, mit bisschen Kraft rangehen an die Türen, ne? Ja. Beste in die Hand nehmen. So, wo geht's hin? Äh, Department of Labor. Die Department of Labor. Die haben geschlossen, meine ich. Mein Gott, wer hätte das gedacht? Wissen Sie zufällig, wann es aufmacht? Ja, jetzt. Es ist wieder offen. Und wir fahren Sie hin. Herzlich willkommen in Los Santos. Sagen Sie das mal. Sie sind ja gerade mit dem Flugzeug. Ja, Sie haben das richtige Taxi-Unternehmen heute erreicht, ne? Das ist Los Santos-Taxi. Der Name ist Programm. Und warum ist er da, Tarat? Sag er die da. Ja, wir sind die Quelle der Gesellschaft, ne? Und die gesellschaftskritischen Quellen zugleich. Das ist mir zu hoch. Ja, wir sind Philosophen im Taxi, muss man sagen, wir haben eine Ausbildung, ne? Wir sind, das ist eine Zusatzausbildung, die Sie machen. Sie machen Führerschein, Personenbeförderungsschein und dann Philosophen-Taxler. Und dann sind Sie, dann sind Sie, ja, das, was wir sind, ne? Ich dachte, das wäre ein Studium. Dann sind Sie unterschiedlich. Ja, ich habe auch Kurs 2b abgeschlossen, ja? Sie müssen sich dauernd gesuchstisch machen, oder so, war das dann eine Arbeit. Nein, 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 alles gut. Gut, das verdient man dann mehr, wenn man das macht? Nein. Das ist auch der Wurst. Absolut nicht. Wir sind leider sehr trinkgeldabhängig in dem Dienstleistungsgewerbe, das ist so, ne? Aber was willst du machen? Wir kämpfen uns durch und für uns zählt in erster Linie mal, dass Sie mit einem Lächeln hier auf den Lippen mit der Liste-Taxi mitfahren, wenn Sie wissen, was ich meine. Hackel, zacket, zacket. Ja, nicht so, Ivan, nein. Ja, und heute Abend findet was statt, nein? Weil es heute Abend nichts vorhaben. Es gibt nämlich ein Speed-Dating. Ein Speed-Dating, wo denn? Um 20 Uhr, heute Abend beim Lemmerleur ist in der Fahrschule am Yachthafen. Sind wir gerade vorbeigefahren, war hinten links, ne? Da wird heute ein Speed-Dating stattfinden und ich bin Ihr Moderator. Ist nicht nur für Dating, um die Liebe zu finden, auch um einfach Kontakte zu gründen. So ist es. Also, das könnte sich anbieten. Das bietet sich definitiv an. Wenn ich nicht verschlafe, bin ich auf jeden Fall dabei. Es ist nur einmalig angelegen, nein, das haben Sie nicht nochmal so. Genau, deswegen. Wie viel Uhr ist es dann? 20 Uhr. 20, ja. Also, es ist nicht mehr weit. Ja, Lucky Dave, 12 Stunden würde ich gerne mal schaffen. Wie ist es denn zufällig, wie es aktuell auf dem Wohnungsmarkt ausschaut? Ja. Der Mann im Flughafen hat gesagt, ich kann Sie fragen. Absolut, wir sind ja auch Profis in der Sache. Harald, man kann es ruhig sagen, wie es ist. Man kann es sagen. Ich war im Immobilienmarker in meinen frühen 60ern. Im Rontown, ja. Da ist er auch eine bekannte Größe. Ich empfehle Ihnen folgendes. Ich weiß nicht, wie Sie finanziell ausgestattet sind oder was für ein Eltern aus Sie kommen. Nein? Aber wenn Sie günstig starten wollen, ja, dann kann ich in ein Hotel am Stadtpark empfehlen. Da sind Sie mit 30, 40 Dollar dabei die Nacht. Okay, das klingt dann noch was. So, hier ist das DOL, aber ich fahre erst mal zum ETM, da können Sie ein Konto eröffnet haben. Ja, das ist halt. Absolut. Aber wenn Sie das Konto eröffnet haben, dann müssen Sie sich unbedingt die Kontonummer merken. Weißt du? Nein. Oh Gott, oh Gott. Äh? Na, ist wichtig. Sie wollen ja auch die Nummer später angeben. Und wenn Sie das nicht mehr wissen, haben Sie ein Problem. Dann wird es jetzt wissen, wie es abläuft. Ja, es läuft so ab. Sie steigen hier aus, nachdem Sie bezahlt haben. Dann gehen Sie zu dem Automaten und wir werden das Ganze hier machen. Und dann, Harald, was machen Sie dann? Ja, dann freuen wir uns erst mal. Weil die Bank wieder ein neues Konto hat, weißt du? Nein, 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 nein. Ja, danach gehen Sie einfach zum DOL. Nein, ich sage um die Ecke, ne? Alles klar. Gut, die Fahrt wäre, eben, Sarit. Ja, wir haben gesagt, wir machen in dem Fall weniger, ne? Ja, das passt an der Punkt. Habe ich nicht vergessen. Ja. Dann, ja, Harald, mach du. Machen wir 16 Dollar dann, ne? Genau. Es wäre nur 21 gewesen, aber wir machen 16. Dankeschön. Von jeden, oder? Nee, nee, eben nur von Sie beide. Deswegen ja, ne? Achso, dann, äh, gebe ich Ihnen einfach mal 16 und wir machen das dann draußen. Bitteschön. Dankeschön. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Gleichfalls. Eben, tschüss, tschüss. 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 Das ist absolute Frechart. Weißt du, was sie gegeben haben? Nee, 16 wahrscheinlich. Genau. Jetzt können wir noch die 5 Dollar drauflegen aus unserem Geld. Komm, ich will nochmal zum Flughafen, vielleicht ist es noch einer. Vielleicht können wir dann nochmal irgendwo Geld verlieren bei einer Fahrt, das wäre doch schön, oder? Das ist der Grund, warum ich nicht gerne einreise. Also, erst mal ist die Hand klitschig, weil es ist alles voll gespitzt hinten. So, und dann hat man das Geld, war schon nicht so. Wir haben wirklich 5 Dollar nachgelassen für die zweite Person. Das können wir jetzt draufzahlen. Wenn das Taxi das Lächeln auf den Lippen sitzt. Ja, schönen guten Tag Lächeln. Hier ist Ambrosius. Ambrosius. Und ich bräuchte eine Taxi zu die Backsteingebäude, zu diesem großen Hotel in Vespucci. Wissen Sie schon, was ich meine? Oder brauchen Sie noch mehr? Ach, ich weiß doch ganz genau, was Sie meinen. Das ist doch ein wunderschöneres Gebäude dort, ne? Ganz genau. Wunderschöne Menschen treiben sich hier und bald plus einen, denn Sie sind bald da. Ja, es käme eine Kollegin tatsächlich zu Ihnen, was sagen wir. Ach so, verdammt. Egal, trotzdem, trotzdem superbestimmt. Was ist meine, Ambrosius, ne? Machen Sie sich bereit, wenn Sie wissen, ob es läuft. Alles Taxi, ich komm hoch. Oh, ich freue mich. Okay, bis gleich. Evira melde und bitte im Funk, weiß ich. Mike, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen in der Community. Ich glaube es nicht. Ich sag noch im Taxi zu denen, wir sind vom Trinkgeld abhängig. Ich sag et noch was, ne? Die scheißen drauf. Haben Sie sich weiße Business Class hinzugeflogen? Ja. Oder First, ne? Auf jeden Fall. Komm, einmal geht noch. Was? Na komm, ruf an. Die Autor. Wo ist jemand? Hier ist niemand. Badebüttung oder was, ne? Ja. Ja, ruf an, die. Wart mal die ganz schön fahren. Ja, geht nicht, geht nicht ran. So, wir machen es. Komm, zack. Rotes Backstern aus. Mägeleinern, wenn du. Der Herr Ambrosius is it, ne? Hallo, gut, du bei dir. Sie wissen, wie es läuft. Ich komme rum, ne? Ja, Harald. Dass wir mal mit der Fahrt Geld verlieren, hätte ich mir auch nicht gedacht, ne? Ja, gut, ehrlich gesagt. Ich hatte ja erst mal nur Lamy verloren, ne? Kann man ja sagen. Du willst das jetzt nicht bezahlen, oder wie? Ja, was meinst du jetzt? Warum, der Lamy ist so, der kriegt das Geld doch sowieso. Ob es jetzt 16 oder 21 sind? Wir sehen von dem Geld ja gar nichts, was soll ich? Ja, natürlich, aber wir müssen das jetzt nachbezahlen, weißt du? Ja, müssen küssen, sag ich immer, mein Gott. Komm, fahr doch rein ins Wasser. Komm. Wir haben was hinter uns. Kärst unter die Decke, was soll ich? Ja. Ich streen. Weißt du, was ich mein? Was ist drin? Oh. Ja. Gas drauf, ne? Du verleitest, wie ist es Nötigung, was? Ja, du fährst langsam. Du fährst langsam. Junior, bitte. Ja. Weißt du, wenn ich jede Straftat von dir melden würde, dann wärst du dein Leben lang schon hinter Gittern. Und zwar seit 40 Jahren. Ja, ich hab schon drei, weißt du, ne? Ich hab schon drei Avalis, ey. Sag mal nochmal zu gestern. Du hast die Polizistin ums Ohr gehauen, ne? Ja, die ist gut möglich, was, ne? Die ist so eine Fifty-Fifty-Chance, ne? Du hast das nicht bezahlt und bist damit gestern deine Enthaftung gegangen. Ja, ich hab schon mal was gezahlt. Ob die das machen, oder ist ne andere Geschichte. Ja, du hast bewusst gelogen. Ich find das geil. Also, du hast dich jetzt der Verhaftung entzogen gestern Nacht. Ich hab mich rausgespielt, man kann es ruhig sagen, ja. Ja, halt, wenn die da drauf kommen, du bist weg vom Fenster. Aber ich auch dann, Alter. Ich mein, die haben gelöscht aus der Akte, ich mein, die ist weg. Das war ja überhaupt ne Krönung des Ganzen. Dark Phantom, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen bei uns in der Community. Kommen Sie rein ins Taxi. Kommen Sie rein, Ambrosius, nein. Guten Tag, ich bin in die Taxi. Sie sind ein Taxi, was? Ja, nee, ich bin in die Taxi, meine ich. Also, gut. Ich grüße Sie herzlich. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Ambrosius, wie heißen die beiden Herrschaften? Ja, ich bin Dieter, das ist Günther. Dieter und Günther. Ja, Dieter Schummer und Günther... Nizza. Ja, wo wollen Sie denn hin? Ich würde ganz gern zu die Krankenhaus. Ja, also für die MD. Oh, was haben Sie denn? Kann ich mich anstecken? Nee, ich hab nichts, was Sie anstecken können. Also, ich hab hier noch irgendwo einen Badge, den können Sie sich gerne irgendwo anstecken. Ein Beat, André. Tschüss. Au. Ist ja mein Beat. Ich bin rein gesund. Manche sagen vielleicht eine blühende, bunte Fantasie, aber ich glaube, das ist nicht ansteckend. Und selbst wenn, glaube ich, profitieren Sie davon, so wie ich profitiere, von Ihrer Jackett, das auch sehr bunt ist. Wissen Sie, warum es bunt ist? Nein, warum ist es bunt? Ist der Karneval? Sie machen sich, Sie können auch gerne ausstecken, Meister, Hermosius. Sie müssen sich nicht lustig machen, Meister. Ich repräsentiere die Vielfalt der Gesellschaft. Und warum tue ich das? Weil heute Abend um 20 Uhr Speed-Dating ist und das ist offen für alle. Weißt du, was ich meine, Hermosius? Ja, natürlich weiß ich, was ich meine, was Sie meinen. Ja, meinst du, was ich meine? Weißt du, was Sie meinen? Ich meine, ich habe in die Hose geschießen. Und das hoffe ich nicht. Da kann ich nicht helfen. Es quillt auch gleich nach hinten durch. Ich sage es Ihnen, wie es ist. Nein, hören Sie auf. Komm, man sieht Zeit zu hören, muss trockenen. Ich sehe es, glaube ich, schon. Warum haben Sie hier keine Abdeckung gefunden? Und es springen, Herr Scher. Aha. Alice Saxe, begrüßen Sie herzlich. Leute, meine Fahrt, was schreibt? Guten Abend. Ich bräuchte ein Taxi an der Alice Transit Haltestelle Morningwood. Wir können leider gerade kein Fahrzeug rumschicken, sehe ich gerade. Das würde im Moment zu lange dauern. Das tut mir sehr leid, ne? Ah, okay, schade, schade. Okay, okay, ich probiere mal, ob ich noch was anderes auch hier kann. Ambrosius, tschüss. Ah, tschüss. So, das wären dann 16 Dollar, bitte, nein? 16 Dollar wäre das? Ja, genau so ist es. Alice Taxi, begrüßen Sie herzlich. Hallo, ich bräuchte einmal ein Taxi bei Venture. Willkommen Sie, willkommen Sie, was noch eine Dollar obendrauf. Mach ich die 18. Super, danke schön. Ach, das ist nicht, danke, nein. Nein, nicht dafür. Es war mir ein Fest und ich hoffe, dass wir uns noch mal sehen. Oh, Jesus, nein, gleich war's, nein. Und vielen Dank, vielen Abend auch. Ähm, Quafan, herzlich willkommen, schönen guten Abend an dich. Ich freue mich, dass du da bist. Ah, der 18 gegen 18 ist, ob ich das da unten bin. Ah, die, was war, haben wir noch Fahrt? Nein, das macht Evira. Evira, bist du im Funk? Ich fress' einen Stockwasser. Die Nummer, die wir nicht fahren dürfen, von der Blacklist hat gerade angerufen. Habe ich auch gewinnen. Da hätte ich jetzt aber gerne gefahren. Nee, wir werden sonst kühn, ich habe Lami gesagt. Ach, Lami, wir werden ja auch nicht kühn, ich war nicht so mit der Nummer. Ja, das Blacklist, sage ich dir gleich. Hallo, Evan. Ähm, du bist nicht im Funk, habe ich gemerkt, ne? Nee. Und du hast eine Fach zu Venture. Venture, alles klar, mach ich. Gerne, tschüss. Ciao. Ja, die Nummer habe ich eingespeichert, die werden nicht mehr gefahren bei uns, weißt du? Ja, ich bin nicht immer neugierig, weiß ich nicht. Oh, tanken, guck mal mal. Genau, mach das mal. Da, alles los, das ist Wahnsinn. Ah. Jetzt geht's rum. Du hast Schnauze, oder? Ja, das stimmt, ja. Was hab ich? Du hast Schnauze gekauft, oder? Ach, halt. Das ist nicht der Wahnsinn. Ich fasse es aber gerade selber nicht. Was für ein Glück. Was für ein Riesenglück. Das müsst ihr euch mal vorstellen, Freunde. Dass das frei war, das gibt's ja normalerweise gar nicht. Es ist toll, Freunde. Man kann sagen, wie es ist. Es ist toll. So was ist wirklich eine absolut seltene Angelegenheit. Den armen Neulingen in ein Haus weggenommen. Und dann auch noch so weit weg von der Stadt kegeln, ne? Es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Ja. Also, wir haben jetzt wie viel? Viereinhalb Stunden haben wir? Nee. Wir sind knapp über vier, oder? Wir sind knapp über vier. Oh, das kann was werden, Freunde. Das kann was werden, sag ich euch. Der Trend geht zur Trittwohnung. Kegel, ja. Vier Stunden vierzehn. Huiuiuiui. Oh, nicht Startpark. Ich kann das nicht. Nein, ich kann es auch nicht schreien. Wir sind da heute gestanden mit Lamy. Da sind sie wieder im Kreis gestanden. Was da für Schwachsinn gelabert wurde. Ich muss da dann weggehen. Lamy ist dann auch weggegangen und hat gesagt, ich weiß, was du meinst. Ich gehe jetzt auch weg. Ah, das geht nicht. Das kann man nicht verkraften, ne? Nee, ich kann das nicht mehr sehen. Geht nicht. Genau, die so viele Leute nicht, was heißt? Ja, es ist irgendwann auch zu viel, ne? Es ist so. So, ich rufe den Herrn Sky von Casino an. Das soll mal aufmachen für uns. Ah, guck mal, ist auch ein Untergang, ne? So, hier ist es zwei. Was ist das denn? War das Ray? Das ist ein Freund von mir gewesen. Der hatte so ein ähnliches Auto. So, dann lass uns jetzt gucken, ob es da oben noch andere Häuser gibt. Gut, dann fahren wir mal hoch. Für dich eins. In der Nachbarn. Guck mal, das Auto hatte ich mal hier links. Das Beige. Das erste, nein. Die Farbe ist schön, ne? Sieht fast wie ein Taxi aus. Ja, dies ist auch ein schnelles Auto gewesen, nein? Oh, Svitara. Das ist aber lieb. Das ist aber ganz lieb. Es gibt so ganz mit der Acht-Stunden-Regelung, Junior Bird. Aber... Ja, das ist auch ein Taxi. Entert von jetzt. Eines Taxi, begrüßen Sie herzlich. Äh, McCarthy, mein Name, hallo. Ich bin am Airport und bräuchte bitte ein Taxi in die Stadt. Am Flughafen. Wir kommen zu Ihnen, selbstverständlich. Nein, wir sind gleich da. Alles klar, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, und wieder dürfen wir ein bisschen Geld abgeben. Wie machen wir es jetzt bei dem, Harald? Wie machen wir es jetzt? Ja, was muss ich sagen? Roy, ich grüße dich. Wir sind einfach freundlich, Marcel. Immer diese Überstunden hier leer. Stimmt, ja? Grease, das hast du aber wirklich gut ausgerechnet. Wow. Eine Viertelmillion Millisekunden haben wir. Also, ähm, äh, es ist so, acht Stunden darf er arbeiten, dann muss er eine halbe Stunde Pause machen. Ähm, da das aber mit dem Speed-Dating heute dazwischen kommt, kann er ja nicht dauerhaft bei LS Taxi sein. Damit passt das wunderbar. Und, äh, dann muss er noch 60 Wochenstunden, darf er nicht überschreiten. Aber das kommt, da kommt er ja auch nicht hin. Also, es passt perfekt. Das war Eben gar nicht, Svitara. Das war er gar nicht. Ich glaube, Eben hat fast, hat Eben überhaupt Trinkgeld gegeben, damals bei der Einreise. Also, ich glaube, von 16 auf 20, oder? Kann das sein. Aber auch nichts Besonderes. Da war der Eben nicht der Typ für damals. So ein bisschen, ne? Oder war, weiß hat noch jemand 20, glaube ich, ne? Wunderschönen guten Abend. Wir grüßen Sie herzlich. Am Morgen, komm so ran. Äh, ich möchte bitte einmal zum DOL. Ja, sehr gerne. Super, warum war ich denn da hin? Wie war denn Ihr Flug, ja? Oh, zum Glück nicht so lang. Ich komme aus San Francisco, aber... Ich bin trotzdem etwas platt. Ja, aber Eben hat nie viel gegeben, Svitara, ne? Das weiß ich noch. Aber ich freue mich sehr, hier zu sein. Immer nur ganz wenig. Ah, der hat direkt ein beste Taxi-Unternehmen gefunden, ne? Ja, wie schon lachen Sie denn? Sie lachen, das ist die Wahrheit. Ja, das finde ich gut. Ist ja mal ein Glückstag. Ja, Glückstag hin oder her, weißt du? Sie haben die richtige Wahl getroffen. Das ist ein Glück, das ist doch die Schicksale. Und das ist Ihre Bestimmung, die Sie auch getroffen haben, was, he? Genau zu hoch, ich kann mich erinnern, ne? Ja, wir haben einen wunderbaren Tipp für Sie. Heute um 20 Uhr findet ein Speed-Dating statt. Genau. Und bei dem Speed-Dating können Sie... Das ist wirklich eine ganz großartige Sache, weil ich werde das moderieren, weil es... Okay, okay, okay. Und wo findet das statt? Ich sag Ihnen das jetzt gleich. Wir fahren gleich vorbei, ne? So ist es. Das ist ja links auch am Yachthafen. Das ist ein wunderbares Patent, die ist da. Sind Sie single, wenn ich fragen darf? Ich bin single, ja. Ja, dann werden Sie da vielleicht wieder fündig. Und zwar, wenn Sie jetzt hier links reinfahren, Richtung Hafen runter. Ja. Und da war Richtung Seite, da ist ein Restoring, weißt du, he? Und da ist das Ganze. Der sogenannte Le Maillard. Okay. Es ist auch nicht nur für die Leber, es ist auch einfach, um Freundschaften zu knüpfen, ne? Ja, ja. Und das ist auch wichtig für einen, der jetzt hier kommt aus San Francisco rein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sie kennen wahrscheinlich nur Brücken, weißt du? Hier gibt es auch Menschen. Hätte ich so. Sehr schön. Ja, cool. Ne, wie viel Uhr nochmal? 20 geht's los, bis es kein früher da sein. 60 Dollar kostet die ganze Sache. Und dann sind Sie auch noch mit inklusive zwei Getränken mit am Start, ne? Ja, ich werde auf jeden Fall da sein. Wenn Sie mich finden, bezahle ich Ihnen einen Eintritt. Elis Taxi. Wir grüßen Sie herzlich. Ja, machen wir so, ne? Ja. Gibt's auch... Ich würde gerne einmal ein Taxi bestellen. Ich bin bei Venture. Glückwunsch. Nein, das ist ja der Wahnsinn. Taxi kommt zu Ihnen, ne? Ja, ich sag Ihnen das. Echt perfekt. Ich danke Ihnen. Wenn Sie wirklich aufkreuzen, ich werde auch da sein. Herzlichen Dank. Ciao. Dann gehen Sie zu mir hin. Ich bezahle Ihnen den Eintritt zurück. Das ist ein Deal. Ich werde da sein. Oh, ihr recht ist das DOR lieferst, aber erst mal zum ETM, da können Sie Kontor öffnen. Ja, okay, okay. Nein. Und wichtig ist, dass Sie die Kontonummer aufschreiben. Okay, ja. Nein. Das brauchen die Beamten. Ja, Evan. Venture. Alles klar. Ich habe ja meinen Nutzungsplatz nicht dabei. Alles klar. Ich bin jetzt mit Miguel unterwegs. Alles klar, tschüss. Ja. Au. Ja, wir machen auch Kunden heute. Ja, ja. Aber das Problem ist, wir sind schon so voll, weißt du? Ich glaube, ich sage, ich werde mehr absagen, als du denkst. Ich weiß, das ist immer so. Die Leute sagen zu, dann kommen sie nicht zu. Ich bin mindestens 30 Prozent. Jetzt geht es aber zur Sache. Hey, das Taxi, wo das Lächeln auf den Lippen sitzt. Äh, hallo, ich brauche mein Taxi, ja. Ja, wunderbar. Wohin denn? Bei Unicars. Bei Unicars? Wir sind gleich bei Ihnen, weißt du? Jo, okay, ich warte, ja. Perfekt, tschüss. Super. So, wir haben Unicars nächste Fahrt. Die ist für uns auch wieder. Die ist für uns. Die andere dazwischen haben wir schon. Na gut, wir haben heute einen Lauf, was, ne? Nur einen Lauf haben wir schon. Ist ja wie alte Zeit und was, ne? Ja, nur haben wir kein Trinkgeld, ne? Mal gucken, was er jetzt gleich einsteigt. Aber das ist auch Nebensache. Ich sag's dir, Harald. Von mir aus kriege ich überhaupt kein Trinkgeld, solange... Ja, jetzt lüge mal nicht rum, was, ne? Warte, warte, warte. Jetzt lüge mal nicht rum, was, ne? Nein, ich meine, mir sind die Fahrten wichtiger. Ja, das ist sowieso, nein. Das ging ja erfreulich einfach. Ja, ging gut, nein. Oh. So, Sie können schon mal, ne? Also 16 Dollar wären es dann für Sie. Sie können jetzt schon mal gerne nach vorne geben. Die meisten geben 100. Ja, ich geb's ihm mal durch. Ich schau mal, ob ich's passend hab. Alles klar, dem... Wem darf ich das denn geben? Einmal nach vorne, ist egal. Ist überall, nein? Alles klar. So, dann einmal hier, bitte. Dankeschön, nein. Ich bedanke mich und dann sehen wir uns später beim Speed-Dating. So ist er, dann sehen wir uns, nein. Alles klar. Tschüss. Schönen Tag noch, tschüss. Schönen Tag noch, tschüss. Aber mir sag ich dazu nicht. Ach, halt. Ach, den bezahl ich auch den Scheiß. Bezahl ich den, den Eintritt. Kann mir am Arsch liegen. Ja, weil ich schatt den. Nochmal, es geht nicht um das, aber dies doch... Nein, das ist aber eine Frechtheit. Und die nächste Fahrt... Da kommt, Junikast. Ein Öl-Taxi, wo das Lächeln auf den Lippen sitzt, meine Eisch. Hallo, ich bräuchte ein Taxi beim Ufo in Weinwood. Beim Ufo in Weinwood. Gut, dann schicke ich eine nette Kollegin zu Ihnen. Rum, meinst du? Perfekt. Werne, tschüss. Elvira, bitte im Funk melden. Gut, war es rein. Okay, ihr seid Wagen 2. Nächste Fahrt zum Ufo. Beeilte euch schnell. Leitstelle klingelt. Alles Taxi, begrüßen Sie herzlich. Grüß Gott, ein Nuss im Apparat. Ich bräuchte ein Taxi zum Generic, wenn möglich. Zum Generic. Auf jeden Fall, wir haben noch eine Fahrt davor, dann sind wir gleich bei Ihnen, ne? Wunderbar, bis gleich. Tschüss. Dankeschön. Ich frisch den Besen, du hattest mal. Miguel, für Landstelle, komm. Die Fahrten nehmen jetzt drastisch zu. Ihr bekommt die Wagenkennung 2. Bitte im Funk erreichbar sein nach eurer aktuellen Fahrt in Weinwood beim Ufo-Gebäude. Komm. Ufo-Gebäude? Mein Gott. Jetzt muss ich noch den Weg erklären, oder was, Harald? Ich frisch den Besen. Frag mal Evira. Es ist das Ufo-Gebäude in Weinwood oben. In der Nähe vom Lohner-Market. Bitte? Gut, Leitstelle Ende. Bitte melden, wenn wir wieder frei nach den beiden Fahrten. Ja, ist Prime Time jetzt. Gas, Gas, Gas! Ja, ich bin drauf. Du bist drauf. Es ist Prime Time, da ist schon eine Feuerwehr, mein. Ja, ich weiß, ob Prime Time ist. Wo ist er? Und die nächste Fahrt. Elis Taxi, hallo? Hallo, ich bräuchte ein Taxi zum Bahama Mamas. Alles klar, wir haben noch eine Fahrt vor Ihnen, dann kommen wir zu Ihnen. Wie viele Personen sind das? Zwei. Zwei, wunderbar. Da dann, wir sind ein paar Minütchen. Okay, danke. Gerne, tschüss. Ja, ich sei wohl ein schlechter Sterb, sehens. Ja, eben. Komm. Äh, fahrt Generik. Danach Bahama Mamas. Ja, wenn er nicht stahl ist, fahren wir wieder. Na, na, da bin ich. Das war ich, da bin ich verarscht von der Gesellschaft. Schlag. Dann ist wieder der Stich. Eines Taxi, wir grüßen Sie her. Ach, Sie? Oder auch nicht. Ja, guten Abend. Ich bin aufgrund beim Lolitas. Beim Lolitas. Na klar, ein paar Minütchen werden es. Ja, wir beeilen uns. Alles klar, danke. Ja, gerne, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Wagen, Heinz, vielleicht schon wieder kommen. Das ist eine Unprofessionalität. Mein Gott. Sitzt der nicht im Taxi, oder was? Jetzt kann ich da nochmal die Nummer raussuchen. Weißt du, was ist das denn? Du musst sagen, jetzt machst du eine Pflicht rein, dass man im Taxi sich zum Leibchen muss. Ja, Evan? So, wieso seid ihr nicht im Funke, Vira? Na, Miguel müsste im Funk sein. Nee, er antwortet nicht. Wir haben gerade zu viele Fahrten. Ich muss funken mit euch. Ich kann nicht immer anrufen, bitte. Es ist gerade Primetime. Ja, alles gut. Okay, bitte. Wo seid ihr gerade? Was macht ihr gerade? Ich stehe an einer Kreuzung in Weinwood und Miguel macht gerade die Fahrt. Ach so, weil die zu dritt waren? Hm. Alles klar. Gut, ich weiß Bescheid. Ich habe danach noch eine Fahrt. Es ist Wahnsinn. Meldet euch dann gleich, wenn ihr fertig seid. Ja, danke. Tschüss. Ja, ciao. So. Die machen Loli, wir machen Generics, danach machen wir Bahamas. Die machen jetzt eine Fahrt von Venture, danach machen die UFO-Gebäute, danach machen die Lolitas. Ja, schreib lieber auf die Straße. Ja, das mache ich doch. Siehst du, mein Blog nicht hier neben dir? Ich könnte mir das nicht merken. Ja, was soll ich denn machen? Freak, komm. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Und Lucky Dave, danke für die Info. Ähm, äh, ich glaube, wurde gerade schon geschrieben, tatsächlich. Ja, vielen Dank für die Info. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, lieber Lucky Dave. Hallöchen, kommen Sie ran. Ins Taxi der Liebe. Aber zur Staatsanwaltschaft, bitte. Gerne. Und wir fahren runter. Und es klingelt, heute geht alles unter. Willi ist Taxi, wir grüßen Sie herzlich. Sie ist? Äh, einen wunderschönen guten Tag. Ja, mein Gott, wir sind bestimmt gerade frei, richtig? Bitte, warte nochmal. Wir sind bestimmt gerade frei. Sie können bestimmt einmal zum DOL fahren, oder? Na, frei sind wir gerade nicht. Es wird ein bisschen dauern. Wir haben gerade eine große Auslastung. Aber danach kommen wir rum. Ja? Mhm. Okay. Alles klar, super. Dann bis gleich. Tschüss. Danke schön, tschüss. Jetzt schiebe ich mich ja schon, dass ich hier die Fahrgäste warten lassen muss. Wieso lassen Sie Fahrgäste warten? Sie sind Fahrgast. Sie sind. Ja, aber... Ich glaube auch, Freak kommt. Ich will auch gehen können, wie soll. Nee, ich sage mal, wie die... Ich sage mal, Sie sind eine Grande. Weißt du? Nee, ist so. Ich sage Ihnen, wie es ist. Sie sind eine Grande. Wir fahren Sie gerne. Wenn Sie wüssten, was wir heute alles erlebt haben, sind Sie immer herzlich willkommen bei uns. Sie genießen auch Priority, wenn er sich einrichten lässt. Weißt du? Und, hast Sie mal einen guten Tag gehabt? Ja, kann man sagen. Ja, klar. Wir müssen uns zwar wieder viel rumjagern, aber so zusammen ist es immer noch besser. Nein, 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 nein. Meine, weißt du? Ja. So, da sind wir. Ich schmeiß die 8 Dollar einfach mal rüber, ne? Machen Sie das. Machen Sie das. Machen Sie das. Genießen Sie den Abend noch und ich werde Sie wahrscheinlich mal für die Rückfahrt brauchen. Nee, das haben Sie gerade nicht gemacht. Mein Gott. 250 Dollar. Ich fress ein Kaktus. Und ich in Zweiten. Sie sind doch verrückt. Was machen Sie denn? Was geben Sie denn? Ich habe Ihnen doch schon mal erklärt. Da haben wir uns doch heute Morgen wieder schon drüber gesprochen. Sie sind reich. Sie sind reich. Ich meine, ich ziehe bei Ihnen an. Er ist reich. Woher komme ich mit Wagen an? Er ist reich. Gott, ich wünsche Ihnen angenehme Fahrten, ne? Ich kaufe mir jetzt den Sportwagen davon. Danke. Herzten Sie vor den World Bull. Bis später. Tschüss. Bahama Mamas gibt es? Ja, ich stehe um die Ecke. Ich stehe da auch. Die anderen, die machen... 250 gibt es. Ich sehe von der nicht. Junior Bird. Guten Hunger wünsche ich dir. Nee, lass es dir schmecken. Komm, 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 komm. Das ist... Ach, du Scheiße. Ja, nicht, dass die jetzt nicht so geklaut sind. Nee. Geh auf der Hupe? Verdammt. Ja, jetzt gehe ich nicht mal auf der Hupe. Katalea. Hallöchen, guten Abend. Hallo. Wir grüßen Sie herzlich. Kommen Sie rein ins Taxi der Liebe. Liebe. Ja, tut mir leid mit dem schweren Rucksack. Wagen, Leitstelle hört. Ja, sagen Sie ruhig. So, wir müssen zum Thriftjob. Thriftjob? Ja, da können wir sehen, gerade. Da ist eine wunderbare Angelegenheit. Verspruch wiederholen. Unsere Wagenkennung kommen. Wagen 2, komm. So, verstanden. Hiermit auf 50 Bar. Ist die Ufo-Fahrt abgeschlossen? So, negativ. Vergessen. Wir durchge... Ja, dann bitte die Ufo-Fahrt machen, ja? Ich glaube, das war zum Lolitas. Und das? Ich weiß nicht, da ist irgendwie heute Ladies' Night. Es gab eine Fahrt, nach der hat sie vergessen. Ah, wenn Sie sich verkleiden, können Sie auch nicht mit einer Limousine da hinfahren. Ich kann es gar nicht verkleiden. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Gut, vielleicht gehen Sie auch so als Frau durch. Das weiß ich nicht. Ich habe da sechs Fahrten. Ja, dann wird es bestimmt was. Ah, dann nicht rein durch. Noch so einen schicken Minirock dazu, dann läuft's. Ja, warum nicht, ne? Viele würden Geld dafür bezahlen. So ist es. Das glaube ich Ihnen sofort. Und zwar viel, wenn ich das mal so sagen darf, ne? Ja, das sollten Sie mal machen, dann sind Sie bald reich. Gut, morgen ist drin. So, und Sie gehen jetzt shoppen, oder wie ist das? Ja, beides. Verkaufen und kaufen. Ah, Lea. Lea, Lea! Da muss ich sagen. Konsumieren und, äh, schönen guten Abend. Good evening. I welcome you in the world. Ich weiß auch nicht, was man da sagen würde. Wie geht's? Das wollte ich sagen. Genau, genau. Lea, ruhig Blut ist schwierig, ne? Ja, das ist das schon. Wie hat's essen geschmeckt, Lea? Einmal hier Angelegenheit, ich parke. Ja. Und er parkt nicht nur, wir werden auch einen angenehmen Preis für Sie verrechnen und hoffen, dass Sie mit einem Lächeln auf und Lippen aus dem Taxi aussteigen. Ach, ganz bestimmt. Das wären dann 21 Dollar, bitte, ne? So is it. Ja, soll ich zahlen? Willst du zahlen? Ich hab ja gesagt, ich zahle, ne? Ich hab nur einen Dollar dabei, also. Was bekommen Sie denn? 21 werden's, ne? Alles klar. Dann geb ich Ihnen das mal rüber. Danke, oder ich seh nicht, ne? Ja, sehr gerne. Und danke für die angenehme Fahrt. Schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. So sind wir. Tschüss. Tschüss. Leben Sie. Leben Sie. Ja, Miguel fährt mit... Äh, wir haben einiges. Du fährst jetzt bitte zum Nolitas. So. Ich hab ja gerade sechs Fahrten in petto aufgeschrieben. Ja, aber ist doch schön. Hör mir zu, Harald. Evira fährt mit Miguel. Ich bin im Funk mit denen. Die hatten eine Fahrt nach der aktuellen. Er funkt durch, wir sind frei, sag ich. Ufo-Fahrt gemacht? Nee, hab ich vergessen. Ja, war's und... Jetzt stell dir mal vor, solche Leute haben bei uns die Leitstelle. So, und da kommt der Ruf von der Helis-Takti zusammen, war's, ne? Harald, das gibt's doch gar nicht. Das kann nicht doch, weiß nicht, sein. Der hat eine Fahrt und der vergisst sie. Warte, wo fahr ich gerade hin, Olitas, ne? Du bist das Allerletzte, wirklich. Na gut, aber du bist halt auch dement. Das ist ein Unterschied, was? So, nicht. Das ist hinter mir, was ist nötig, um den Straßenverkehr. Bremse ab, was, ja. Fahr um. Ich bremse deshalb dicht, aber nach Nordkorea. Jetzt klingelt, jetzt klingelt. Ein Taxi, wo das Lächeln auf den Lippen sitzt. Hallo, Schneider nochmal. Ich bin jetzt hier beim Department of Labor. Ich bräuchte mal ein Taxi nach Venture. Klar, ähm, ich schick gleich das nächste Freitaxi zu Ihnen, ne? Oh, jetzt geht man wieder verfolgt von irgendeinem Affen. Tschüss. Tschüss. Von wem denn? Ja, der Motorradfahrer. Ja, häng ihn ab, komm. Dann nehme ich doch gar nicht mehr ernst. Was ist denn für uns, ne Verfolgungfahrt? Wir knallen die ab, weil sie ist auch kurz, der putzt sie ist, ne? Gut, ich mach Handschuhfach auf. So, da ist die Knabe. Komm, da ist noch, glaub ich, die ist drin, ne? Ist noch drin. Ja, Lea, ich kenne das. Ich finde das auch manchmal sehr lecker. Ich esse es nur sehr häufig. Da ist er Gold, Pflaume, was ist, ne? Das ist er. Oder ist er nicht? Ich weiß es gar nicht. Na, sicher. Nein, ich verstehe Sie doch, Herr Kommissar. Also, wenn, wenn das alles, na, aber nicht. Mariko, lass mich auch strengen. Wenn das alles halt wirklich keine Hand zu füttern, genauso wie Sie es sagen. Ich bin nicht Taxi, ich bräuchte sehr herzlich. Das ist auch sicher, mein Endeffekt genau so herausstellt. Aber wir ändern das noch mal, äh, ich schenke es noch mal vor. Ähm, dann fragen wir, dass Sie doch noch in den Dienst sind. Und können da auch geldtechnisch bestimmt was machen. Verzeihung, können Sie das wiederholen? Eigentlich ganz sicher. Könnten Sie mir mal bitte noch mal sagen, wie lange Sie im Dienst sind? Ich hab jetzt noch bis circa, ähm, ich mach jetzt eine halbe Stunde. Und danach ab 22 Uhr wieder. Alles klar, super, dann bedanke ich mich schon. Keine Nachhinein. Hey, will ich gleich sofort. Wenn du ein Kind zu transformierst. Wollen wir denn 8$, nein? Ist das die aktuelle Fahrt bei euch von UFO? Im Anschluss, was haben sie gesagt? Was hast du gesagt heute? Äh, 8$, nein. Ganz entspannte 8$. Danke mich, schönen Abend. Auch sehr freundlich. Danke, schönen Abend. Tschüss. So, DOL, da haben wir noch eine Fahrt, wo wir wieder einschalten dürfen. Aber es ist doch mal schön, wenn wir wieder mal was zu tun haben. Haller, ich freue mich. Ist das Schönste. Merkst du, wie das Feuer in die Luft wird? Also lieber Stress, als im Kreis stehen, ne? Ja, hundertmal bessert. Genau das ist ja der, wofür wir leben und Taxifahrer nachhaben. Und im Strauß sind wir auch groß geworden, kann ich so sagen. Ja, wir sind Koryphäen und Granden, was den Stress betrifft, ne? Bei uns lübt das aber auch wie sonst was, merkst du? Ich kann erst im Stress richtig arbeiten. So ist es, weil wir erst auftauchen müssen. Genau. Das hat alles unterliegen, ist es nämlich, was wir brauchen. Sonst versinken wir in der Faulheit. Ja, das ist das Letzte. Ja, scheiße. Jetzt müssen wir auch gleich was verküsstigen. Vor 20 Uhr, da müssen wir mal gucken. Ja, Harald, vergiss es. Du kannst dir auch eventuell schnell was aus dem Kühlschrank bei dir aus dem Haus holen und dich faderweilen. Und du kannst dann auch einfach was essen. Ja, das ist... Ich muss es aber noch aufwärmen und es dauert mehr als so. Ach, du bist das Letzte, weißt du? Komm, geh einfach vorbei. Gleich hier oben. Aber nicht sitz. Okay. So. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Ah, Sie waren vorhin schon mal bei mir, oder? Genau, kommen Sie rein. Ah, schön. Wiehst du? Doch. Was? Was? Kommen Sie rein ins Taxi, die Tür ist hinten, weißt du? Ja. Gut. Na, weiß ich nicht. Na, wenn du kannst. Ja, wo wollen Sie hin? Ja, na. Gut. Äh, ich hab jetzt schon einen Taxi geholt. Ich muss Wohnung beantragen. Also, äh, ja. Beantragen oder zu wollen ein Hotel? Äh, ja, das ist weiter. Mhm. Gut, dann fahren wir schon ein bisschen zum Stadtpark, ne? Oder, 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 ich muss den doch... Muss ich den nicht beantragen? Also, ich könnte Sie mal vorschlagen, dass Sie bei einem Hotel übernachten. Ja, wo? Das ist erstmal relativ günstig, ne? Aha. Da kommen Sie mit 30, 40 Dollar, die nachkommen sind durch. Und die Hotels, die wir Ihnen da zeigen könnten, die liegen auch im Stadtpark. Okay. Das ist relativ zentral in der Mitte. Sind zwei Sterne, ne? Aha. Sind zwei Sterne, genau. Das eine hat sogar zweieinhalb, ne? Und da haben Sie wirklich, da sind Sie im Zentrum und haben Sie alles, was Sie wollen. Also, der Herr, der meinte zu mir, ich solle bitte, ähm, eine, eine Wohnung beantragen gehen. Gut, wunderbar. Ja, also, ich meine, der Herr, der hat sie nicht mehr alle. Wenn Sie mal meine Meinung haben wollen. Der hat sie nicht mehr alle. Okay. Ich meine, der hat komplett, ist am Leben vorbeigefahren. Wir werden sie zum Hotel bringen, ist günstiger, die ist besser, ne? Okay. Beantragen? Sie sind doch keine, sie sind doch kein Obdachlose. Ach, Alter. Das ist ein Schwachsinn. Ich will auch nicht hören. Ach, Alter. Ach, Alter. Ach, Alter. Ach, Alter. Ja, die ist doch so, ne? Ja, ich will mal das sein. Ja. Warte mal, die Spine, Herr, Alter. Warte mal, die Spine, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. So, hier ist ein Downtown, nein? Waren Sie schon mal in Downtown? Äh, ne, ich bin das erste Mal hier. Ach, das erste Mal, nein? Ja. Ja. Wir haben zwei Hotels zur Auswahl. Eines, was hier auf der Hauptstraße ist, bisschen mehr Lärm, und das andere ist vorne in der Seitenstraße, bisschen ruhiger. Was wollen sie? Äh, das ruhigere, bitte. Und dann fangen wir vorne zum Templer-Hotel. Oder, oder? Das ist auch das, was ich tatsächlich bei Verlierer habe. Ja, die ist halt schöner rein, ne? Kann man ruhig sein. Ja, es hat zweieinhalb Sterne, schon zwei. Ist besser. Okay. Frühstück soll schrecklich sein. Was? Frühstück soll schrecklich sein. Ja. Habe ich nie eingenommen, ne? Ich bin lange Schräfer. Ja. So, die ist hier rechts in der Seitengasse immer, ne? So, hier die linke Seite, ne? Richtig. Danke. Da können Sie mal gucken, da müsste was frei sein. Ja. Dann danke ich. Ja. Das wären dann 16 Dollar, ne? Ja. Komm wieder einmal rum. Mach gut, Lahn. Hallöchen. Schönen guten Nachmittag und schönen guten Abend zu wünschen. Ich grüße dich herzlich. Schön, dass du da bist. Seedrees! Ich freue mich über 100 Bits von dir. Dankeschön, nein. Super lieb und super freundlich. Dann schon einen Tag noch, nein. Tschüss, ey. Alles Gute Ihnen. Tschüss. Was ist nicht? Wo kann ich Wohnungen beantragen? Wo sind wir denn hier? Ja, du bist wirklich das Letzte, weißt du, oder? Ja, bin ich, was, nein? Ja, wie hättest du denn gesagt? Ja, komm, hol dir zwar zu Essen und ich fahre ein Schwein weiter. Ja, gut, dann, äh... Ja, komm, ich fahre dich nach Hause. Nein, ich kann auch in Zentrale Essen machen. Gut, alles klar. Machen wir dazu. Seedrees! Ich geb nur Gast, nein. Mach es. Mach es. Und ich darf... Ja, sicher, zieht ihr was ganz hübsches an. Ja, gut, dann fahr ich nach Hause. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ich hab nämlich auch ein Haus, eben. Ja, ich weiß. Das wär auch das Schönste, wenn wir Nachbarn wären, ey. Wir gucken nachher. Wir gucken nachher, ob da oben irgendwas ist, mein Lieber. Ja, das können wir aber erst nach, das Spiel, die Ding machen. Da macht ja nix zu machen. Wie lange dauern, dann gehen die die Piste schon, oder? Ja, nicht lange, nicht lange. Wir werden, wir werden heute ja, ich weiß, machen den langen Dienst, ne? Deswegen ja. Ja. Seadrees, ich freu mich riesig über nochmal 100 Bits von dir. Sehr freundlich, sehr lieb. Danke von ganzem Herzen, Seadrees, für deinen Support gerade eben. 200 Bits. Danke dir. Und danke für dein Kompliment. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es gefällt dir, ja. Ich spür schon was. Ich geh schon wieder rein. Harald. Seadrees! Bisch nachher, ich steige um. Seadrees! Klingel durch! Ich muss ja was ne Haushilfe suchen, die mir kochen tut, was. Und die Windel wechselt. Du bist das letzte Rast, das kann ich noch selber. Seadrees, vielen herzlichen Dank an dich für 300 Bits. Das ist ja unfassbar. Was für ein wirklich liebes Zeichen von dir. Was für ein starker Support. Bedeutet mir echt viel. Danke Seadrees für 300 Bits. Vielen Dank dafür. Das ist echt eine liebe Sache von dir. Das ist mal wirklich eine... Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Das ist eigentlich nicht dein Ernst. Die Familie. Danke herzlich an dich für 500 Bits on top. Ich muss was nachschenken zu trinken, ich bekomme Durst. Danke herzlich, ich freue mich wirklich sehr. Vielen Dank. Handicapped, na klar, gerne, bis später. Danke, dass du schon bis jetzt mit dabei warst. SIGGIN TREES! Schnoppe! Danke schön an dich für das Geschenk-Abo! Das ist total lieb von dir! Danke Schnoppe! Sehr freundlich! Oh man! Danke ganz ganz herzlich! Ich freue mich! Und C3s an dich ebenfalls! Vielen herzlichen Dank für 100 Bits! Oh Schnoppe, ich muss auch Herzen posten! Das ist super lieb! Danke von Herzen! Legenden Community! Ihr seid wirklich... Unglaublich, ihr Lieben! Ihr seid wirklich unglaublich! Und C3s, was sehe ich denn da? Herzlichen Glückwunsch zum neuen Abzeichen! Das Tausender ist es mittlerweile geworden! Unglaublich! Der Watch-Time-Command funktioniert nicht bei mir, also den habe ich nicht aktiviert! Wenn du wissen willst, seit wann du folgst, kannst du auch auf deinen Namen klicken, dann siehst du den Tag! Timo! Lea! 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 Truth! Schönen guten Abend! Herzlich willkommen! Freut mich, dass du hier bist! Ich begrüße dich ganz ganz herzlich! Ich finde es natürlich auf der einen Seite extrem anstrengend, so 10-12 Stunden durchzustreamen mit Roleplay, aber auf der anderen Seite macht es mir halt so wahnsinnig Spaß, diese Momente da alle mit euch erleben zu können, dass die Freude halt so viel überwiegt, dass ich das einmal die Woche jederzeit machen könnte. Und heute habe ich sogar ein extrem... Ich habe heute wirklich... Ich bin heute extrem gut entfacht! Heute könnte ich eventuell sogar einen neuen Rekord knacken! Gucken wir mal! Ich will jetzt nicht zu vor ehrlich sprechen, weil dazu müsste ich ja bis halb vier streamen und dann ist er noch ein bisschen lang! Aber so ein Zwölfer bin ich heute auf jeden Fall im Feeling, in the Mood! Sag ich mal! Das könnte ich mir heute wirklich vorstellen, dass das echt ein Zwölfer wird! Gucken wir mal! Ich bin seit halb drei! Ich bin seit halb drei oder 14 Uhr 22, glaube ich bin ich! Seed Rays! Du weißt, wir gehen jetzt schon, äh... Ja... Bald auf die fünf Stunden ziehen! Alles, sag sie! Das lächeln sitzt! Hallo! Fox, mein Name! Wir stehen vorm Thriftstore und würden gerne hier weg! Ich bin fast bei Ihnen! Oh, das ist sehr schön! Da freuen wir uns! Bis gleich! Sie werden lachen, aber ich bin intuitiv grad sogar in die Richtung unterwegs! Ja, das war Gedankenübertragung! So ist es nämlich! Fox, ne? Ich komme rum! Bis gleich! Ja, sehr schön! Bis gleich! Uptime geht! Genau! Ach, ich bin blind! Ich entschuldige mich! Ja, alles gut! Wie gesagt, ich bin mit dem Rucksack, das ist alles so schwer! So, herzlich willkommen! Ich habe das hier total übersehen, tatsächlich! Es macht nichts! Alles gut! Alice Taxi, begrüßen Sie herzlich! Ich grüße herzlich zurück! Hallo! Ich bräuchte ein Taxi bei The Weinwood Gardens Hotel! Weinwood Gardens! Na sicher doch! Klar, Mann! Der Wagen kommt zu Ihnen, ne? Das ist lieb! Danke! Gerne! Tschüß! Tschüß! Ein Momentchen! Nein! Wagen zu Rufeleitstelle, komm! Wagen zwei hört! Weinwood Gardens, kommen! So, verstanden! Haltestelle Ende! So, wo geht's hin? Ähm, Richtung Morning Road! Sie können uns da einfach an der Bushaltestelle rausschmeißen! Ah, das machen wir auch kein Problem! Gut! Wie war das Shoppen hier im Thriftjob? Ja, also ich bin ein paar Sachen losgeworden, ähm... Ach so, Sie haben einen Schwerkopf! Okay! Genau, genau! Ja, ähm... Schön, dass Sie, äh... Hier sind! Bei Alice Taxi und auch eine weitere Fahrt bei uns! Den Anschluss klingelt! Es tut mir leid! Es ist wirklich alles, meine Leute gegen den Rund! Alice Taxi, das Lächeln sitzt! Guten Abend, Scott mein Name! Ich brauche noch ein Taxi zur Kronjuwelen! Na klar, Scott! Ich bin ein paar Minuten bei Ihnen, ne? Vielen Dank! Gerne, tschüss! So, also, herzlich willkommen am Highway in einem Alice Taxi und ich hoffe, dass Sie nicht nur die erste Taxifahrt genossen haben, sondern die zweite auch, ähm... Ja, aber natürlich! Mit Genuss konsumieren! Also, ich sitze hier mit einem Löchel! Ja, ich auch! Besser geht es gar nicht! Nach so einem erfolgreichen Tag, wo man alles verkauft hat, ne? Leider nicht alles! Nicht alles, aber immerhin schon die Hälfte! Ja, das ist doch nett! Ja, ich finde auch! Besser als Gornix! Den Rest müssen Sie noch loswerden, oder wie? Ja, da habe ich überlegt, ob ich das vielleicht zu helfen der Hände, ähm, bringe! Ja, das, wenn Sie was Gutes tun wollen, macht das sicher Sinn, ne? Um was handelt es sich denn? Ähm, viele Männerklamotten, die mir einfach viel zu groß sind, ähm... Okay! Ja! Und was ist das so? Ähm, naja, das ist, äh... Ich würde sagen, eher so lässige Kleidung! Mhm, okay! Ja, wenn Sie damit was Gutes tun können, auf jeden Fall, ne? Ja! Also, ich meine, vielleicht freut sich irgendwie noch jemand drüber! Vielleicht jemand, der eben auch nicht so viel Geld hat! Das wäre bestimmt ganz gut! Ja! Ne, da weiß ich auch was zu meinen, ja! Das macht ja einen Sinn! Und wenn Sie jetzt schon, wenn Sie jetzt schon ein bisschen was verkaufen konnten, dann haben Sie auch ein bisschen Cash, ne? Also so! Sagen Sie mal gerne, wo Sie genau wohnen, dann fahre ich Sie auch genau in die Gasse rein! Ähm, ja, ich könnte das auf Ihrem Navi, äh, sonst eintragen, wenn das okay ist! Ja, machen Sie gerne, machen Sie gerne, machen Sie gerne! Ja, das mache ich! So! Ich habe es Ihnen mal markiert! Ah, perfekt da unten, die, 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 die... Die Sozialwohnungen, ja! Wieso Sozialwohnungen? Das sind doch schöne Wohnungen, ne? Ja, also, ich finde, für den Anfang reicht das auf jeden Fall! Also, ich bin ja auch noch nicht so lange hier, da hat man, äh, noch nicht unbedingt die Millionen zusammen! Na klar! Da ist das echt gut, dass es sowas gibt, also... Das macht schon Sinn, ne? Da haben Sie recht! Ja, auf jeden Fall! Wunderbar! 21 wären's dann! Ja, perfekt! Ja! Bitteschön! Och, das ist sehr freundlich von Ihnen! Vielen, vielen Dank! Ja! Ja, ich danke Ihnen! Schönen Tag noch! Schönen Abend! Alles Gute an Sie, ne? Für Sie auch! Tschüss! Danke, tschüss! Wo war das noch gleich? Wo war das noch gleich? Das Problem ist, dass ich jetzt nicht mehr genau weiß, wo das war! Oh, jetzt kommt das Speed-Dating dazwischen, Freunde! Ich dreh durch! Jetzt kommt uns das Speed-Dating dazwischen! Hui! Heute Absolut-Adrenalin! Lea, ist es so, meine Liebe! Ist es so? Ach du meine Güte! Suchst du öfter Adressen, liebe Lea? Suchst du sie öfter? Ach, hier ist das oder wie? Lea! Alles klar! Das ist kein Problem! Hahaha! Ach, da vorne ist er! Den mag eben nicht, den Char! Ich grüße Sie! Hab ich Sie gar nicht gesehen, entschuldigen Sie bitte! Den tieferen Sinn muss ich da auch nicht verstehen, oder? Was meinen Sie? Von Ihrem, äh, Ihrer Fahrt um den Vlog? Ich hab mich doch gerade entschuldigt, oder? Alles gut! Das war auch nicht negativ gemeint! Ich muss bitte einmal zum MD! Machen wir mal! So! Istrien! Hatten Sie einen schönen Tag? Ganz gut! Ja! Soweit! Ganz gut! Das freut mich! Waren Sie jetzt schon einkaufen bei Grundjubin? Die haben, glaub ich, gar nicht geöffnet! Achso! Alles klar! Aber, ich weiß nicht! Ich hab auf jeden Fall nicht eingekauft, nein! Okay! Ihnen geht's aber gut, wegen MD jetzt? So, da haben Sie irgendwas, was untersucht werden muss! Alles okay soweit! Okay! Ja gut, nee! Wie geht es Ihnen? Wunderbar! Alles fein! Stressig heute zwar! Jetzt kommt ja gleich unser Speed-Dating dazu, ne? Ich sag, heute wird los! Aber es geht! Es geht! Sie nehmen da teil bei dem Speed-Dating? Nee, ich moderier das! Ach, stimmt! Ja! Sie sind Mr. Anders und stimmt! Ich erinnere mich! Entschuldigung! Alles gut! Alles gut! Ich bin ja ausnahmsweise mal anders gekleidet als sonst, ne? Mit den ganzen Farben! Also, ich mein! Es ist sehr auffällig, ja? Genau, ja! Aber das ist ja bewusst! Dann spricht er ja zum Glück nichts gegen! Richtig! So! Dann werden wir doch mal 8 Dollar bitte! Bitte schon! Sehr freundlich von Ihnen! Vielen Dank! Vielen Dank! Ihnen auch einen schönen Abend noch! Danke! Tschüss! Wir fahren mal jetzt hin! Wir müssen runter zum Le Mailleur enttiefen! Nix! Ich geh mal gucken! Alice Taxi! Wir grüßen Sie herzlich! Äh! Einen wunderschönen guten Tag! Hallo! Sind Sie noch da? Ich bin noch da! Na klar! Okay! Ähm! Ja! Genau! Äh! Ich bräuchte halt Taxi noch! Gerne! Wohin darf das Taxi fahren? Ähm! Sie wissen doch, wo der, ähm! Wo Downtown ist, so! Ja! Was Sie mir vorhin erklärt hatten! Na klar! Genau! Und, äh! Wenn man da irgendwie runterfährt, ist da so ein, ein, ein Shop, so! Ein Supermarkt! So, ähm! Southside, so! Wissen Sie, wo ich ungefähr meine? Äh! Von Ihrem Hotel südlich aus, oder wie meinen Sie das genau? Ja, ja! Genau! Wo mein Hotel ist! Und dann fahren Sie so, aber ein bisschen weiter runter Richtung... Ähm! Richtung Flughafen! Und da ist der Autohändler und da ist eine Tankstelle mit einem Shop! Na! Ne! Hier unten ist halt so... Also Sie wissen ja, wo mein Hotel ist! Genau! Fahren Sie halt... Okay! Genau! Drücken... Äh! Hunde... Ich... Sie müssen mal für, ähm... GPS gehen! Ich bin im Auto im Navi, alles gut, ja! Ja! Genau! Genau! Am Navi! Genau! Sie... Von dem Hotel aus fahren Sie runter und dann nach rechts! Und dann... Äh! Weite wieder links! Und da unten ist halt so ein Shop! In der Nähe von einer Haltestelle, aber... Eine Straße drüber, so... Meinen Sie den Thrift-Shop? Ähm... Weiß nicht, das ist so ein... So ein... Einkaufsladen halt... So ein... Einkaufsladen eben... Wissen Sie welche Haltestelle das ist? Also unten... Das ist... Über der Autowäschung... Gut, die Autowäsche, die weiß ich nicht... Okay, ähm... Und zwar... Also, Sie wissen ja, wo die... Sie wissen ja, wo die... Ähm... Strawberry-Haltestelle ist! Ja, ja, genau! Da bin ich gerade gedanklich! Eine Straße da drüber, an der Ecke! Oder... Beziehungsweise... Ähm... Sie fahren Pillbox-Hill-Dings da... Aber nicht... Äh... Direkt da, äh... Richtung Haltestelle dann, sondern... Äh... Die Straße davor runter! Aha! Genau da! Wunderbar! Okay! Der Wagen kommt gleich zu Ihnen, ne? Dankeschön! Gut, tschüss! Wagen 2 für die Leitstelle, komm! Wagen 2 für die Leitstelle, komm! Wagen 2 für die Leitstelle, komm! Eine Anschlussfahrt für euch, und zwar zwei Straßen runter, eine links, danach zwei rechts, und etwa zwei Straßen darüber links, über der Wäscherei ist es dann! Magen 2 En Bулярnspach? Wagen 2... Нет deinerordersstellend, tschüss... Ey, ist das Taxi, ich grüße Sie her, Tschüss! Ja Hallo, waren Sie ja... Oh, hi! Ähm... Ich bräuchte ein Taxi nach... ... äh... ... Bahama Mamas! Hab ich es zu schnell abgehoben, oder wat ist los? isto... Ersch heut crushed,illery... Waa... à... who... Ich kau electrons weg... Ich habe mein Auto verlegt. Ich bin sofort da. Im Minütchen komme ich rum. Bis gleich. Okay, bis gleich. Tschüss. Ja, was soll ich sagen? Da war ich jetzt ein bisschen dezent überfordert, wenn ich das mal zusammenfassen kann. Da bin ich jetzt ein bisschen ans Limit gekommen. Freak, mein Lieber. Da wusste ich jetzt gar nicht weiter. Können wir die Wegbeschreibung als Command haben? Das lässt sich sicher engagieren. Das lässt sich sicher arrangieren, Lea, würde ich sagen. Herrlich. Herrlich. Krasser Tag heute. Aber mir macht es so wahnsinnig. Ohne Witz, mir macht es so viel Spaß. Wir sind schon seit sehr langer Zeit nicht mehr. Wenn das jetzt noch cool wird mit dem Speed-Dating. Dann haben wir heute echt einen coolen Abend. Roy! Weißt du, was ich meine, Roy? Was mache ich denn da? Oh Gott. Da bin ich. Kommst du rein ins Taxi? Oh, hallo. Hallo. Mein Gott, siehst du schick aus. Oh, danke. Ich kann das nur an dich zurückgeben. Ja, danke. Ja, müffelt ein bisschen. Ich sollte meine Kleidung wechseln. Weiß ich nicht. So weit rieche ich nicht. Weißt du, was meinst du? Oh, dann nehmen wir mal ganz viel Abstand. Ah, ja. Ja, du lachst. Haare scheißt sich immer ein letzter Zeit. Und dann riecht ihm das immer in den Rietz hier vom Sitzwasser. Ja, er ist gerade Windel wechseln. Deswegen fahre ich alleine. Es ist eine Katastrophe. Ich sagte, er hat Sitzheizung angemacht. Du sitzt auch genau drinnen, meine ich. Was war ich meine? Nein, das ist ein Spaß. Das ist ein Spaß. Wo ist das wieder? Wo geht es hin? Ja, ich will einmal zur Yin-Yang-Tankstelle. Was war ich meine? Ja. Gut, Yin-Yang-Tankstelle. Wenn mein Auto da nicht ist, dann müsste ich noch mal nach Hause gefahren werden. Aber ich hoffe mal, ich habe es dahin verliebt. Das ist kein Problem. Heute ist Speed-Dating. Ja, habe ich schon mal Winter gesehen. Du moderierst das, oder? Ja, ja, ich weiß. Und war beim letzten Mal erfolgreich? Wir machen es zum ersten Mal heute. Hey, aber ich habe doch die Werbung gesehen. Ja, die Werbung haben wir gepostet. Dafür, falls jemand anruft und mitmachen will. Das ist ein Taxi, wo das Lächeln auf den Lippen sitzt. Weißt du? Hallo. Wir bräuchten ein Taxi bei Venture. Wie haben sich viele Leute angemeldet? Bei Venture. Schicke ich sofort einen Wagen rum, ne? Danke schön. Gerne. Tschüss. Bis gleich. Wagen 2 für die Leitstelle, komm. Oh, die ist schon ein Stress, ne? Ja, das ist schon. Venture. Ja, im Anschluss dann natürlich später. Dankeschön. Grazie. So, Entschuldige. Was war denn die Frage, ob sich viele angemeldet haben? Im Moment sind wir rausgebucht. Und ich müsste nochmal zum... Echt? Ich müsste nochmal zum Crastenberg nach Hause. Das ist kein Problem. Welches? Gibt ja zwei. Ähm. Funky Fancy, vielen Dank für deinen Follow. Navi. Ja, Moment, da muss ich kurz mal rausgehen. Einmal, ja, ja, ja. So, einmal hierhin. Jut. Das ist das in Vespucci, meine ich, sozusagen. Ja, ja. Wie war dein Abend gestern, weil du gesagt hast, die Nacht war wild? Jenny, vielen Dank für 150, mit sie freu mich sehr. Ich gucke die ganze Zeit jetzt nach dem schwarzen Stratum. Ich bin paranoid, werde ich hier. Ja, ich hab auch einen, wenn du einen brauchst. Was ist das meine? Ich hab einen nicht. Ja, ich brauch immer meinen. Groß meinen. Bei mir ist eine Knarre von drin, ne? Hab ich jetzt nicht gehört. Ich hab einen Spaß gemacht. Ich hab doch keine Knarre, weil die ist so mit dir. Ja, aber vielleicht die Knarre, wo Konfetti rauskommt oder sowas. Das wird wirklich zu den Klamotten heute passen. Jetzt weißt du, wie das so bunt geworden ist als Sackhofer. Weißt du, was ich meine? Ich hab immer noch dich geschossen. Ja, mit einer Konfettipistole, ne? Und es war ein Volltreffer, wie man sieht. Ja. Ja, ne, hast du im Kopf, wie viele Personen da jetzt ungefähr mitmachen? Und wie lange haben die denn Zeit? Ich kenn's den ja. Ja, die haben so ein paar Minuten und dann geht das Switch, ne? Auf den nächsten Table. Und dann geht das so vor sich hin, ne? 60 Dollar bist du dabei, hast so zwei Getränke nach Wahl und dann ist die Sache am Lüppen. Oh, das ist aber günstig. Ja, ja, ist günstig, ne? Ist auch schon ein Test jetzt mal beim ersten Mal, gucken wir, wie's ankommt. Beim nächsten Mal kostet's dann 6.000, ne? Ja, man muss auch gucken, wo man bleibt. Ihr seid ja die Einziger, die das machen, ne? So, eben, ne? Und außerdem, ich moderiere mit dem Sackhofer, du willst du mehr? Die ist auch mal so ein Huni extra wert, meine ich. Oh Mann. Ich bin schon vergeben, deswegen bringt es nichts, wenn ich da hingehe. Ja, ich würde gerne mal ein Mäuschen spielen. Du kannst dir einfach hin und zu gucken. Weil die ist heute um 20 Uhr, du kommst hin und guckst zu. Du kannst dich hinsetzen, zugucken, zuhören, überhaupt kein Problem. Das machen andere auch. Aber wenn ich, wenn ich das schaffe, wenn ich das schaffe, dann würde ich es gerne machen. Dann komme ich vorbei. Halbes Stündchen, dann geht die Sache los, ne? Scheiße, okay, schaffe ich nicht. Egal, beim nächsten Mal dann. Ja, das wird länger dauern, wie du willst, ne? Oder beim nächsten Mal, so wie es ist, ne? Ja, ich muss da noch, noch arbeiten. Ach du, meine Güte, was machst du denn? Äh, ja, Friseur halt und, ähm, bei der, äh, Brauserei da. Wallis-Brauserei da. Ja, der Brauserei, stell dir Brauseköpfe her. Bitte? Stell dir Brauseköpfe her. Ja, ne, wir stellen die Brause her, die richtig in den Kopf geht, das machen wir. Ja, ich weiß, ich hab schon gehört davon, ne? Äh, wie viel kriegst du denn? Ja, das werden jetzt einmal 16 Dollar, bitte. 16 Dollar. Gut. Dann, bitte, dir noch eine gute Tour. Ach, das ist aber sehr freundlich. Vielen, vielen Dank, ne? Alles gut. Gute Tour und viel Spaß heute Abend. Danke. Alles Gute für die Arbeit, ne? Und, nicht vergessen beim Aussteigen, äh, Elis-Taxi, wo das Lächeln auf und Lippen sitzt. Also. Werde ich jetzt verinnerlichen. Bis dann. Gut, bis. So, jetzt müssen wir zu Elis-Taxi ausstempeln, Privatwagen nehmen, Harald abholen, zu Le Majeur fahren, einstempeln, zack. Ja. Ey, wenn du glaubst es nicht. Was ist denn? Der Tausch neben mir ist frei. Nee! Ja, nee. Ey, wenn du nicht, deine Entscheidung ist natürlich kleiner, ne? Aber wir werden nachbarn. Aber ich hab grad 240 Dollar dann verloren, Harald. Ja, musst du wissen. Mein Gott, ich muss mit Lian reden. Wir müssen das irgendwas machen. Ich würde dir die Hälfte bezahlen von ne... Von ne 240, oder wat? Ja. Aaron, um das geht's ja nicht. Du bist ein guter Freund. Ja, aber wenn es dir zu teuer ist. Es ist natürlich eine einmalige Sache, wann finden wir zwei Häuser nebeneinander? Ach du scheiße, Harald! Ja, ich weiß, ich verstehe dich. Wenn du dich dagegen sagst, ist natürlich auch nicht so schön. Solche Entscheidungen, Harald, solche Entscheidungen. Mit sowas rechnet doch keiner. Ist aber auch von der Miete nur 60, ne? Ja, die 20 sind dann auch egal, weißt du. Aber Innenausstattung ist die gleiche, erst mal. Ja, ja. Warte, ich stempel mich mal kurz aus und komm mit meinem Privatwagen rum. Ja. Wir müssen uns beeilen, ne? Ja, genau, genau. Bis gleich, bis gleich. Hast du Schleischelle gegeben, anderen? Äh, nee, noch nicht. Gut, ich guck's mir noch weitere Häuser an hier. Guck mal, guck mal. Ach, ist alles frei hier. Ich fasse es nicht. Die sind ausgezogen, oder was? Ja, ich meine schon. Harald! Ich bin auch da mit der Einfahrt frei. Jetzt werde ich aber gleich fuchsig, weiß ich, ne? Nee, du verarschst mich. Doch, jetzt sind zwei Häuser schon frei. Harald, was ist denn da los? Da stimmt was nicht. Ja gut, dann ist es nicht frei. Ja, aber zwei Häuser, weiß ich, ne? Äh, 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 äh. Und vor dem Spiel, die ich noch kurz ein Haus kaufen, ich meine, bis da geht's auch gar nicht. Ja, Harald, ich hab aber jetzt... Das ist keine Entscheidung, die ich jetzt treffen kann, weiß ich, ey. Scheiße! Ja, du machst mich schnell hinweg, ist die Pissgurke, weiß ich, ey. Nee, die Person ist weg, die ist weg. Dann zahl ich zwar doppelt, aber haben wir die Person auch nicht. Nee, mach das nicht. Harald, ich hol dich jetzt mal ab, wir quatschen gleich. Ja, aber es muss schnell entschieden werden. Ja, ich weiß es! Ich brauch Lien dazu, ich kann nicht drei Häuser kaufen, weiß du. Ja, dann kauf ich drei. Ja. Harald! Warte mal, ich hol dich ab, ich bin gleich da. Gut. Geht nicht ran. Das kann doch nicht sein. Ja. 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 Ach du Scheiße. Guck mal, also ist jetzt das hier links hinter meinem... Nein, Miguel, bitte nimm mir kurz die Leitstelle ab. Ich muss, äh, ich muss, ich muss was erledigen. Ich bin in circa ein bis zwei Stunden dann wieder frei und dann hol ich sie mal wieder, ja? Ja, okay, mach das. Gut, danke, tschüss. So, das hier links ist frei. Das neben dir ist frei. Ja, und guck mal, was, ne? Und das rechts hier. Ja, das war doch vorher nicht, oder? Ja, ich so, egal, was, ne? Das rechts ist natürlich schöner, du hast richtig Garten, was, ne? Wollen wir mal in den Garten schauen? Ne, die Zeit haben wir jetzt nicht. Ja, aber wir müssen uns heute entscheiden. Du weißt wahrscheinlich die Wohnung, weil es ist ja Markt hier, warte, ne? Alter, das ist ein Wahnsinn. Wir gucken heute Abend noch dahinten die Gassen alle ab, ne? Ja, ja, wir machen das. Harald, was soll ich machen? Aber erinnert dich, ja, also, ja, ich finde... Aber du weißt, das Haus da oben in Harmonie ist der Traum schlechthin, das ist ein riesen Garten dabei. Ja, das ist aber auch eine Bruch, oder? Wollen wir doch mal sagen... Ja, aber das hier auch, um das geht's ja nicht. Eben, wenn wir Nachbarn haben, dann unterstützt das nicht. Und du musst, wenn du schnell an den Feierabend gehst, es ist schnell da, was, weil du hast einen Fußläufig. Ja, Fußläufig ist da gar nichts. Ja, du bist aber schnell, was, weil... Ja, du musst es wissen, Eben, mein... Ich finde es aber schön, so eine Nachbarschaft zu haben. Ich finde es auch schön, nachhalt. Alles Drecksbuden, und wenn die Nachbarschaft so komisch auch noch ist, das ist halt schwierig, ne? Ja, die sind ja alle weggeht, ne? Und der eine, der komisch ist, hat uns jetzt einen Werbevertrag ausgehangen. Und bei dem sagen wir ja wieder ab, dann, ne? Ja, der wird uns schon nicht umbringen, jetzt wissen wir, wer dies. Also, da solche Entscheidungen heute auf mich zukommen, hätte ich mir echt nicht gedacht. Ich behofft mich jetzt an Michael, ich bin nicht da. Ja, geht gerade nicht, Michael, nein? Ja, ja, ich bin spätätig jetzt, nein? Super, das ist ja. Ja, das kann ich nicht, ne? Darfst du auch gar nicht, du musst Pause machen, gerade nach 8 Stunden. Bei mir sind es doch keine 8, oder? Ja, aber du wirst den 8 noch knacken, deswegen wäre es gut, wenn du dich jetzt ausstempest. Ja, ich hoffe, Lami kommt gleich, dann kann er mich ausstempeln, also, nein? Ja, nicht so, genau. Auf ihn mal an, vielleicht ist er da. Ja, Kegel, siehst du, ja? Ich würde dich ja auch theoretisch freihalten, äh. Chirurgi, das kann man so nicht sagen, ja. Aber wir sollten uns schon bald entscheiden, nein? Wem zahle ich eigentlich den Eintritt? Du zahlst gar keinen Eintritt. Warum? War ja theoretisch angemeldet, war es, ne? Ja, aber du machst ja nicht mit, weißt du, ne? Ja, aber ich so, ja, mein Gott, ich habe mich angemeldet. Spare das Geld, wir haben gerade mit Häusern genug Ausgaben jetzt. Ja, sehr, sehr neu. Einen wunderschönen Kornöchen! Na, seid ihr alle bereit? Natürlich, ich bin schon voll aufgeregt, ich freue mich schon voll. Ich auch, wir haben heute nochmal die Werbetrommel gerührt. Also wenn es sich da nicht gleich abspielt, dann weiß ich auch nicht, ne? Uh. Ja, ich habe auch extra auf Wünsche gepostet, dass einige so vorbeikommen können. Ja, also wir werden heute... Mit Eintritt. Also ich habe das auch alles im RDP schon eingestellt, mit den Getränken und mit dem Eintritt. Super, gut. Dass es einfach gemacht wird. Die zwei da hinten, die wollten nur kurz essen. Ich habe denen gesagt, bis spätestens 20 Uhr müssen die leider den Laden verlassen. Perfekt. Zwecks der Organisation würde ich gleich gerne mit euch einfach das Areal abgehen, damit wir uns jetzt ausmachen, wer wo sitzt und wie das abläuft. Hachel und ich sind nur ganz kurz am Gelderautomat und dann sind wir gleich wieder hier. Dann geht es los, okay? Natürlich, dann bis gleich. So ein paar habe ich frei. Ja, wir müssen schon einzahlen, Hachel. Weißt du, was ich in der Tasche habe? Ein paar Dukate, dann kannst du mal glauben. Ja, so ein paar habe ich rausgedrückt, weißt du? Wala, natürlich zu sehen, hi! Er hat dich heute für einen Tag wieder, erzähl es mir auch. Heute ist ein verrückter Tag, aber er ist positiv. Er macht unglaublich viel Spaß, Harald. Nein. Und mir macht es heute mit dir so viel Spaß wie schon seit langem nicht mehr. So ist es, heute sind wir drin. Nachbarn, das wäre aber was, mein. Was war ich mein? Ja, aber können wir nicht nach Harmonie ziehen, Harald. Das wäre doch so viel schöner. Ja, aber ich hab da schon oft gewohnt im Norden das, ey. Und jeden Morgen hatte ich dieselbe Scheiß, als mein Auto ich vergessen hatte in der Stadt. Ja, aber Harald... Dann musst du wieder in Busch, dann musst du das. Dann musst du, wenn du da hinfahren willst, 3.000 Jahre fahren. Aber Harald, du bist ja nicht mehr so dement wie früher, meine ich. Du hast dich ja gebessert. Ja, aber... Was soll ich meine? Das ist auch der Weg, was... So, lass mich jetzt mal rechnen. Kannst du, kannst du rechnen? Nein, du? Ach... Boah, ey, ich muss ja alles machen, weißt du, so. Ach, ich kann. Ne, ich mach schon, ist schon gut. So, wir haben 8, plus 21, plus 8, plus 16, plus 32, plus 16, plus 29, plus 24, plus 21, plus 16. So wie die Firma sind, hat mal 207. Moment. Ja... Und für uns sind das dann 425 durch 2. Das ist ja ne schöne Sache, da. Und jeder 212,15, ne? Für mich, Schatz. Die bestimmen auch über deins. Jetzt zahl ich erst mal mein sein, warte. Warte. So, ich drehen. Oh, okay. Also dieser Miguel und die Evira, also vollkommen überfordert. Evira hat gar nicht abgehoben, dann hab ich Miguel angerufen, sag ich, ich hab noch ne Fahrt für dich und die Leitstelle. Der sagt er, ne, ich hab grad ne Fahrt. Ja, wenn man sich kann, sollte man es nass. Ich hab grad ne Fahrt, sagt er, weißt du. Er muss Profis sein, Evira, ne? Ist nicht jeder. Ne, ich hab grad ne Fahrt. Ist ein feuchter Herz. Alter, was ich meine. Ja, 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 halt. 3000 Jahre. Mal gucken, ob ich auch gleich nicht gekommen war sein. Dieses Saku ist ne Limited Edition für das Speed-Dating, Leute. Das wird ein Knüller hier, sag ich dir. Oh, die Bühne ist ja dahinten. Ach. Ach. Ach, sieh ich grade. Boah. Harald, du siehst ja cool aus. Ja, danke. Nein. Darf ich mich einstempeln, Sophia? Ja, stempel dich ein. Ja, stempel dich ein. Guten Tag. Ich meine, da kommen schon die Ersten. Ich meine, da kommen schon die Ersten. Okay. Wie ist es, was? Ja, dass ich da beitragen werde zum Traumtypen der Herrschaften, da ich ja nicht mitmache, aktiv was, ne? Was? Ja, ich bin der Herr von der Hand. Ja, dein Anzug-Oberteil ist echt cool. Er soll... Er soll... Ja, er soll die Buntheit der Gesellschaft. Ja, das hat er ja schon gestern gesagt. Ja. Hat er ja schon gestern gesagt, dass er einen sehr farbenfrohen Anzug hat. Ja. Das soll auch die Gesellschaft repräsentieren und das wir auch für alle sind, ne? Genau. Um das geht's. Das ist übrigens ne limitierte Kollektion. Wenn ich das verliere, das krieg ich nie wieder. Eibler. Ähm, ich muss grad mal weiter bedienen. Ja. Ähm, gut. Jo. Ja. Da müssen wir das auch machen. Ja. Eben, willst du mal einen Mikrofon-Check machen da hinten? Ja. Ich muss auch mal testen. Auf jeden Fall. Das Mikro brauche ich dann noch, das ist klar. Ich soll da hinten. Müsste eigentlich, äh, aufgebaut sein, wenn ich mich nicht höre, oder? Ich weiß nicht. Ich meine, ja. Ich meine, ich bin grad ist gekommen, aber ich glaube, es ist aufgebaut. Ja, da gucken wir dann gleich, ne? Oh, alles gut. Daran soll ich scheitern, diese. Ja, da. Ja. Mal gucken, wie das wird, ne? Mhm. Mal schauen, diese. Das ist auf jeden Fall interessant, also ich, äh, mal gucken. Ich brauch auf jeden Fall noch kurz Sophia dann auch, ne? Wir müssen das jetzt besprechen. Ja, da, da, die ist kurz mit der... Oh, da. Kann das grad noch jemand übernehmen, Sophia, dass wir das besprechen können? Weil die ersten Gäste kommen dann gleich, ne? Ach so, äh, ja, ich bediene kurz und dann können wir ganz kurz sprechen. Okay, perfekt. Sieht so lustig aus mit der Animation. Ach so, äh, das ist mein Spruch nach heut. Ja. Äh, das ist mein Spruch nach heut. Ja, so fett ich hast, ey. So haben wir die aus, nein. Alter, du weißt, was ich meine, oder? Ja, die ist auch mein. Na gut. Das kann ja was werden, heute, meine ich. Ja, hast du das Skript schon geschrieben? Für heute? Ja. Für die Moderation. Nee. Gott. Möp, 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 möp. Was soll ich das machen? Du musst das spontan machen, ist klar. Na klar, ich kann das nur spontan. Wir müssen nur klein, wie man das organisiert. Genau, also wenn wir jetzt bis zu 20 Gäste haben, haben wir 10 Pärchen. Und wir gucken jetzt mal, wie wir die platzieren, okay? Na. So. Also ich hätt, ich hätt gesagt, wir fangen auf jeden Fall an hier, dass wir hier mal die Tische alle nutzen, ne? Also 1, 2, 3 Tische haben wir. Dann würde ich hier an die Bar, ein Pärchen, sind 4. Dann hier an die Bar ein fünftes und hier vorne noch ein sechstes Pärchen. Genau, warum denn nicht? Dann haben wir schon mal 6, das sind schon mal 12. Dann auf den großen Tisch hier, 1 sind 7. Hier auf den großen Tisch sind 8, haben wir schon 16. Dann hier, hier ein Pärchen, 9 und da vorne auch noch bei den Couch 10, haben wir 20. Und dann bleibt der hintere Bereich auch frei. Genau. Und ich kann mich dann auch vor das Mikrofon stellen und erstmal alle hier versammeln, in der Mitte begrüßen und dann zuteilen. So die einzige Sache, wo ich mir jetzt relativ unsicher bin, ist die Zuteilung. Und das ist jetzt die Frage, wir haben ja sehr viele unterschiedliche Interessen, ne? Männer die Männer suchen, Männer die Frauen suchen, Frauen die Frauen suchen, Frauen die Männer suchen. Also, es gibt nur 2 Frauen, die Frauen suchen. Aha, das ist dann genau ein... Das ist einmal die Bailey und die Akira. So, dann gibt es aber, ähm, nein, 3 Frauen sogar. So Miller, also Miller, Bailey und Akira. Oh, da geht einer aus, ne? Ne, 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 ne. Dann gibt es aber noch, äh, glaube ich, 3 Frauen, die beides suchen. Ach, das ist doch besser. Also sowohl Frau als auch Mann. Und dann könnt ihr beide nochmal beides suchen, ne? Also, das ist ganz schwierig. Was auch mein Vorschlag ist, das sagen ja dann spontan auch immer viele Leute ab oder kommen gar nicht. Ich würde gucken, wie viele Leute bis 20.15 Uhr da sind und um 20.15 Uhr legen wir dann los. Genau. Und wir stellen uns dann zum Eingang, Harald und ich nehmen die Daten auf, kassieren das Geld ab und lassen die dann erst rein, wenn sie auch bezahlt haben. Dann wisst ihr auch schon, wer drinnen ist, kann rein. Harald, da würde ich dich dann auch wirklich beim Eingang platzieren, bis es losgeht, gemeinsam mit mir, damit wir auch gucken, dass nur die reinkommen, die auch wirklich dann bezahlen oder mitmachen. Ja, machen wir. Nein. Genau. Auf jeden Fall, es wird auch im RDP eingetragen. Also sprich, du machst dir einfach eine Strichliste mit dem Notizblock, da? Ja, ja, genau. Wenn du gerade keinen dabei hast oder so. Doch, ich habe immer einen dabei vom DAX. Sehr gut. Machst du dir am besten immer so eine Strichliste, wie viele Leute das insgesamt sind, da und dann trägst du das nach im RDP ein. Also ich habe das alles unter der Veranstaltung. Habt ihr so Wuscher, die wir ausstellen können, damit die dann das Getränk dafür bekommen? Ähm, ich hatte nämlich tatsächlich überlegt, ein Glas Sekt dazu zu geben. Nochmal und top. Da, da, einfach ein Glas Sekt dazu. Ja, aber dann haben wir ja schon drei Getränke. Ja, das Getränk wäre ja beispielsweise beim Eintrittspreis dazu. Jetzt klingelt's. Herr Schönmoku. Herr Anderson. Ja. Hervorragend, dass ich Sie erreiche. Ich habe sehr, sehr gute, positive Nachrichten. Schießen Sie los. Das Konzept wurde angenommen. Nein! Herr Schönmoku! Ist wieder weit unter. Ich habe bereits die Bestätigung bekommen. Ich habe auch eben gerade die Handelsregister eintragen, etc. alles bereits schon erledigt. Das Wichtige ist nur, dass Sie sich noch schnell melden und einen Ausweis da vorzeigen. Kommt die OL! Und, ähm, genau. Herr Schönmoku! Ich werde Co-CEO und Sie werden CEO! Richtig! Herr Schönmoku! Die Herrschaften sind noch hier im PD. Ich könnte sie noch aufhalten, dann können sie noch schnell vorbeikommen. Dann zeigen sie denen einfach den Ausweis und das ist auch erledigt. Ja, ich fahr sofort hin. Ich fahr sofort hin. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Bis gleich. Alles klar. Ja, LSPD Vespucci. Ich freue mich, tschüss. Ich komme sofort. Es knallt, es knallt. Es ist ein Wahnsinn. Ja, ja, ja. Lauf, lauf, lauf. Ich bin in 5 Minuten wieder da. Ja? Ähm, komm sofort wieder. Rahmen. Äh, 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 uu cord Äh, 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 uuuhhối. Äh, nuuuhh mismo. Freunde, dass wir selber mal ein Herzensspam werden. Dass wir selber mal ein Herzensspam werden. Evan wird's Co-CEO. Man glaubt es kaum. Sein ehemaliger Mitarbeiter Katsuhiko Senmoku aus Pot and Pan-Zeiten hatte mit Evan über längeres Kontakt. Und der hat beschlossen, dass er mit Evan gemeinsam ein japanisches Teehaus gründen möchte. Das haben sie über Monate hinweg geplant. Katsuhiko hat's eingereicht und heute genehmigt bekommen. Evan wird Co-CEO. Ich fasse es nicht mehr so. Evan wird Co-CEO. Evan wird Co-CEO. Don't worry, baby. Vielen Dank für ein Fan von der Bits. Ich freu mich sehr. Vielen herzlichen Dank. Evans Traum wird wahr, Chirocki. Das ist es. Evans Traum wird wahr, Sea-Trees. Evans Traum wird wahr. Evans Traum wird wahr. Er wollte immer in die Gastronomie einsteigen und ein Unternehmen leiten. Evans Traum wird wahr, Freunde. Und ich freu mich auch gerade. Unglaublich. Freunde. Sieht, wie es uns unverrepair bittbar ist. Schatz. Du glaubst es nicht, was ich dir erzählen kann und werde. Ich melde mich gleich. Herr Senboku. Komm schon auf eine Umarmung her. Komm schon auf eine Umarmung her. Herr Senboku, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Wo sind denn die Erschaften? Da drüben. Einen wundervollen Schötenabend. Einen wunderschönen. Ich explodiere aus mir heraus. Ich sage es Ihnen. Was für eine tolle Nachricht. Meine Ohren, bitte, ein bisschen leiser. Ja, nee, ich glaube nicht, wie lange wir auf sowas hingefiebert haben. Dass wir endlich unsere gesamte wirtschaftliche und traditionelle japanische Erfahrung fusionieren können. So diesem wundervollen. Ich bin ganz aufgeregt. Ich freue mich tatsächlich ebenfalls darüber. Vor allem ging es relativ schnell. Es ging wirklich ziemlich schnell. Sie haben ja gesagt, wann dann frühestens? Frühestens Mitte Februar. Ende Februar, genau. Genau, richtig. Und das ging dann doch ziemlich schnell. Und das hat mich sehr überrascht. Und dadurch, dass es so früh gewesen ist, hatte ich Ers halt eben auch... Herr Senboku und ich sind aufgrund schon sehr langer Bekanntschaft auch sehr gut miteinander. Und wir können unsere Kapazitäten da fusionieren zu einem ganz wundervollen Projekt. Ich freue mich so sehr drüber. Ich freue mich ebenfalls, dass es für Sie geklappt hat. Herr Anderson, eine Frage noch. Sind Sie bereits Co-CEO in einer anderen Firma? Nein. Okay, dann setze ich da ein Kreuz. Dann bekommen Sie Ihren Ausweis wieder und sind ebenfalls offiziell eingetragen nach Co-CEO. Herr Senboku, wir treffen uns nachher. Es geht darum, ich mache gerade als Moderation das Speed-Dating, was gerade unten ist im Le Maillard. Das fängt in neun Minuten an. Ich muss sofort wieder runter. Herr Senboku, wir treffen uns nachher. Grüße an Frau Ivanoff. Ja, richtig gerne aus. Ich freue mich so ein Wahnsinn. Schönen Abend, bis später. Die Herren, die Damen, die Herren, die Damen, ach ich bin weiße... Atmen, 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 Atmen. Ach, du suchst dir ne neue? Was? Hä? Nein, nicht ich. Ich moderiere das Speed-Dating. Oh Gott. Du musst rumkommen. Guck, dass du irgendwie zum Le Maillard kommst. Dich kann ich nicht mehr abholen. Das fängt gleich an. Ich muss da gerade hin. Schatz. Okay, okay. Nein, ich hole dich ab. Komm raus. Komm raus. Ich hole dich ab. Das schaffen wir noch. Komm raus. Ich hole dich ab. Beilig. Okay. Wie warm ist es denn draußen? Ach, ich habe einen Anzuhang. Es geht. Es geht. Man zieht ja lieber was drüber zur Sicherheit. Ja, ich habe einen Longarm-Shirt angekleidet. Ja, das passt. Ich bin in 30 Sekunden da. Komm raus, Schatz. Ich bin doch da. Ich bin doch da. Ich bin doch da. Ich habe einen Spiegel gehabt. Weiß, auch Schatz. Du bist wirklich das. Ach, weiß. Ich bin auch so. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich bin das auch der Letzte. Ich liebe dich. Nein, ich bin das Letzte. Dann weiß ich das. Warte, 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 warte. Ich drehe, ich drehe, ich drehe, Schatz. Entspannend? Nein, ich kann mich nicht entspannen. Ich bin hier ganz außer mir. Schatz. Hallo. Ich liebe dich. Kus, Kus. Schatz, ich bin gerade als Co-CEO vereitelt worden. Nee, vereitigt worden. Wo waren die was? Welche? Du kannst dich doch an Herrn Simoko erinnern von Pot & Pen. Mit dem Teehaus-Konzept. Ja? Das wurde gerade genehmigt und ich wurde gerade eingetragen. Ja! Schatz! Und jetzt kommt das Beste. Ich habe unsere Traumvilla in Little Harmony gefunden. Oh mein Gott, du hast was geschrieben. Aber oh mein Gott. Ich habe sie schon angemietet. Wir müssen gucken, dass wir heute auf jeden Fall umziehen. Das wird dir so gefallen. Wir haben einen riesengroßen Garten, eine riesen Einfahrt, eine riesen Hütte für uns. Und weißt du was? Wir zahlen 100 Dollar für uns beide am Tag. Ich meine, das können wir uns leisten, oder? Das weiß ich nicht. Schatz! 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 Ich drehe durch! Ich liebe dich! Ich freue mich so! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Oh, ich liebe dich! Es wird so toll! Es wird alles so toll! Es wird alles so toll! Die Freude brischt aus mir heraus, weißt du? Und alle sind schon da. Schatz ist alles gut! Du kommst da, kommst da gratis rein und dann guck einfach mal, wie es dir Spaß macht. Du kannst auch zwischendurch weg, wenn es dich langweilt, aber so ballisch fertig bin, weißt du? Ich mag das alles anzüchretrisch! So, und jetzt regt keinen Stuss und gib mir einen Kuss! Ah! Ich liebe dich! Komm mit! Ah! Ah! Wahnsinn! Und ich möchte mich nochmal bedanken bei Don't Worry Be Happy für 500 Bits, bei Sea Trees für 100 Bits und bei Axel für 400 Bits! Ihr lieben Legenden, viel, viel Dank! Das ist lang überzeugend! So! Ich habe gehört, gute Nachricht, du hast einen Kurs-IO-Platz? Ja! Sehr gut, ich freue mich für dich! Aber das ist alles unwichtig, weil jetzt geht es hier ums Speed-Dating und nur um das geht es. Ich habe übrigens auch ein neues Haus gefunden, wo wir heute hinziehen werden. Es ist alles ein Traum, Freunde! Wow! Ich freue mich für dich! Es geht alles bergauf im Leben! Ist das schön! Der Bann ist gebrochen, Harald! Hey! So, sind alle bereit! Meine Freundin, darf ich kurz vorstellen, das ist Liane, die ist hier mit am Start! Hallo Annelie, wir kennen uns schon! Genau, Sophia, meine Chefin, liebe Grüße auch vom DOL, glaube ich! Soll ich dir ausrichten? Und ja, draußen habe ich gesehen, die Leute scharren schon am Eingang, Marais! Das habe ich gerade eben in der Küche gesehen! Es wird super geil! Harald und ich werden uns am Eingang platzieren, abkassieren und alles aufschreiben. Dann werde ich die Pärchen gruppieren, einteilen und dann geht es los! Genau! Und ich bediene! Also den Harald habe ich jetzt Sekt gegeben, da? Super! Es wird Sekt direkt zum Anfang ausgeschenkt, ich habe ihm mehr als genügend Gläser gegeben. Wenn es wenig sein sollte, einfach Bescheid sagen. Wollte ich direkt in der Tür geben? Genau, also gleich, wenn die Leute empfangen werden, nach und nach einfach ein Glas Sekt in die Hand. Genau, damit das ja direkt serviert werden kann, ne? Ja, Schatz, du machst dir so am besten irgendwo gemütlich, wo du dich wohlfühlst. Wie gesagt, wenn du jetzt nicht hierbleiben willst, du kannst dir auch gerne irgendwelche Freundinnen anrufen oder so. Alles gut, alles gut. Wenn sie auch möchte bleiben, dann ist sie nicht so alleine. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ihr beide versteht euch doch auch gut. Ja, die ist genauso schön hell angezogen. Freunde, heute ist aber wirklich ein Glückstag. Ja, wie gesagt, wir kennen uns durch Skinner. Da kann was sein. Vielleicht kannst du dich noch dran erinnern. Krobi, schön, dass du da bist. Da habe ich die Haare so seitlich gehabt, da war ich im Norden am SD. Oh, das ist schon sehr, sehr lange her. Ja, 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 da war, glaube ich, was. Ja, doch, 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 ich glaube, ich kann mich entsinnen. Genau. Ja, gut. Das ist so lange her. Das ist quasi schon sogar fast ein Jahr her. Das könnte sich. Sophia, meine Freude ist heute überschwänglich. Ich warne dich vor, die Gäste werden heute überschüttet mit Herzlichkeit, weißt du? Ah, sehr gut. Felgen, heute könntest du ein 13er werden. Felgen, ich bin so glücklich, Freunde, dass sich das so geil entwickelt hat. Ey, das ist unfassbar. Grobi! Also, Eva, du rechnest gleich ab, nein? Genau, genau, so machen wir. Ich drücke dann den Sekt in der Hand. Ja. So. Ja, Schatz, es ist alles ein Wahnsinn. Ich bin so nervös und es, ach, mein Gott, ein absoluter Traum. Und ich putze hier rein, aber, ja. Nein, das ist doch wunderschön, das ist doch wunderschön. Ich kann dir das Haus nachher zeigen. Es wird dir so gefallen, Schatz. Wir haben ein Haus. Ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Das Nachbarhaus von Harald wäre auch frei und das, was ich angemietet habe. Wir gucken uns beide mal an, ja? Wir gucken uns beide an, sehr schön. Haltes Bruchboden, weißt du? Aber so hieß es. So, erstmal brauche ich nur so einen kleinen Energy-Masche. Ja, das wird heute eine lange Nacht, dass sie hier schon kommen. Passt halt auch. Heißt du, Harald, wo die Liebe wohnt, ist es immer wunderschön. Ich sag's, ich hab auch eine Bruchboden und ich bin froh, aber ich will nicht einen Luxus-Schnickschnack was, ne? Ich brauche einen Garten und das ist alles, ne? Und so hieß es. Harald, wir sind beide Streifenhörnchen. So, ihr seid, nein? Hast du einen guten Geschmack? Ach, Harald, wir stellen uns auf. Was ich wieder geangelt habe mit meinem Geschmack? Oh, du B-Träger. Harald, du B-Träger, was? Ja, das ist doch neu. Wir stellen uns jetzt mal auf, Harald. Ach, los geht's, ich freue mich. Super. CRS, vielen herzlichen Dank. Lang hat's gedauert. Seit Ende Mai will Evan schon in der Gastronomie ein Unternehmen führen und aufbauen. Und jetzt endlich ist es soweit und wir haben's geschafft. Evan, wie ist er als Co-CEO eingetragen? Guck mal, Weselnuss ist auch da. Stell ich schön hin, Harald. Hallo. Ja, hi. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen beim Speed-Dating von LeMaieur. Ja. Sind Sie eingetragen bei uns heute? Ja, klar. Super. War von ein paar Tagen angerufen. Perfekt. Dann darf ich Sie auch mal auf die Liste setzen heute. Wir machen noch mal eine neue Liste dann für heute Abend, weil kommen ja nicht alle. Nee? Ja. Darf ich Ihnen einen Vornamen erfahren? Ja, Tommy. Tommy, sehr gerne. Wunderbar. Tommy, was suchen Sie? Eine Frau. Eine Frau, wunderbar. Alles klar. Dann darf ich einmal den Eintritt kassieren von 60 Dollar, bitteschön. Ja. Dann können Sie es schon mal gemütlich machen. In ca. einer Viertelstunde geht es dann los, wenn alle treten sind. Ja, alles klar. Perfekt. Ja. Da haben wir es. Hallo. Oh, der nächste Bieter, ne? Äh, Weasel News. Wir hatten uns angemeldet. Also zum einen haben wir einen Reporter, der mitmachen würde beim Speed Dating. Das wurde abgesprochen. Und zum anderen würden wir ein bisschen das Ganze begleiten. Okay. Wer ist der Reporter, der mitmacht? Äh, der Herr zu meiner Linken. Der Herr zu meiner Linken. Wunderbar. Ihr Vorname wäre bitte? Äh, Louis Goldstein. Louis, alles klar. Was suchen Sie? Äh, einen Herrn. Einen Herren. Louis, Sie suchen einen Herren. Wunderbar. Äh, Eintritt haben Sie mit der Kollegin abgesprochen? Ja, das sollte eigentlich, also sie hat uns nicht gesagt, dass wir da irgendwas speziell bezahlen müssen. Ansonsten kann ich das gerne noch vorbeibringen. Ist auch nicht das Thema. Äh, ich, warten Sie nur einen Moment. Ich klebe das nur kurz mit ihr ab, ne? Dann können Sie gleich auch rein. Einmal wechter bitte. Wir müssen raus. Schönen Abend noch. Tschüss. Bis dahin. Und dann jetzt fast, äh, von... Hey, hey, hey. Sophia? Ja? Der Reporter von Weasel News zahlt nichts? Der zahlt nichts. Nein, nein, nein. Okay, alles klar. Danke, ja, tschüss. CRS, vielen herzlichen Dank für dein Prime. Vielen, vielen Dank. Hä? So, Sie können passieren. Ist erledigt. Sie zahlen nichts. Also der Reporter und, naja, und die anderen von Weasel News ja sowieso nicht. Wunderbar. Okay. Ein Sekret kriegt er dennoch, Louis. Also schon wunderbar. Viel Spaß. Okay, danke schön. Super, tschüss. Einen wunderschönen guten Abend. Einmal der Evan und der Harald. Ach, wer ist denn da, Weasel? Ja. Kriege ich eine Gruppenumarmung oder sagt ihr, nee, ist Business? Kriegst du immer. Komm her. Oh, danke schön, danke schön. Du machst mit heute? Ja. Wunderbar. Ich mache aus Fun mit heute. Das freut mich. Harald, ich mag deine Schuhe. Willst du Kerle, du, alle, haben, Weasel? Nee, ich will die Frauen haben. So, Willi, du suchst Frauen, ne? Ja. Willi, du kriegst von mir, kriegst du einen Lecker-Seg-Trash, ey? Oh, danke dir, Harald. Das ist voll lieb von dir, weißt du? Aber, ähm, ja, ich habe trotzdem eine Freundin, aber ich habe gefragt, ob ich freundschaftsmäßig mitmachen darf. Na klar, so, ja, natürlich. Serious, ich freue mich sehr. Danke für deinen Freundschaft. Und ich habe die ganzen Mädels hinter mir, die sind zum Zugucken da. Ja. Willst du die mit zugucken? Ja, zugucken, äh, es ist halt ein Restaurant letztlich, ne, und ein Event. Sie müssten sich halt ein bisschen in einem anderen Bereich aufhalten, aber zugucken geht. Aber zuhören ist halt nicht, ne? Nein. Weil die Gespräche sollen ja unter... Nein, also, ja, die würden halt einen eintrinken, einen essen, weißt du? Ja, wenn sie was konsumieren, ist ja kein Problem, das ist klar. Du hast ja einen richtig schönen Blazer, Mensch, Evan. Das ist exklusiv für dieses Event. Wir repräsentieren die bunte Vielfalt der Gesellschaft, weißt du? Ihr seht richtig toll aus. Oh, Harald. Das sieht noch besser aus. Oh ja, schön. Schön. Dann darf ich schon mal entspannte 60 Dollar von dir kassieren, weißt du? Nimm Evan bitte, ne? Genau. Ja. Gut, ich habe 60 Dollar dabei. Du hast Glück, Evan. Das freut mich. Du hast es heute, heute hast du mal Glück. Hier. Ich gebe dir ein bisschen Trinkgeld, ja? Auch das aber lieb von dir. Oh, dankeschön, Billy. Ja, bitte schön. Und du hast, du kriegst jetzt einen Sekt und du hast auch zwei Getränke frei. Ja, ein Sekt hat sowas, ne? Habe ich schon bekommen von Harald. Genau, und zwei Getränke hast du frei. Hallo. Das ist nett. Hoppala. So. Ich habe eine kurze Frage. Ich sage den anderen mal Bescheid. Ich sage den anderen mal Bescheid. Gerne. Ich hatte mich für heute angemeldet. Ja. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das leider ausfallen lasse, weil es mir gerade nicht ganz so gut geht und lieber ins Bett gehe. Ist irgendwie in nächster Zeit nochmal eins geplant? Im Moment nicht. Ah, das ist aber auch blöd, ne? Ja. Also ich kann es ihnen wirklich nicht versprechen. Es kommt auch stark darauf an, wie das Ganze heute abläuft, ne? Ja, ja. Bezüglich haben sie eine Liste wegen den Teilnehmern, weil eine Freundin von mir, die wollte auch kommen heute. Die muss aber leider arbeiten. Die hat mich gebeten, sie zu entschuldigen. Ja, alles klar. Also wir haben auf jeden Fall eine Liste. Wie ist denn der Name? Ähm, der Name von der Freundin ist Nora Zelda Kamelli. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Ich strebe. Ja, ja, ja. Okay, gut. Und wissen Sie schon, wie Sie es machen wollen? Ja, ich weiß es noch nicht so genau. Wann geht es konkret los? Wann müssen Sie es konkret wissen? Ja, dann, ja. Ich warte mal noch fünf Minuten. Ich habe mir gerade eine Tablette eingeschmissen und dann sage ich Ihnen fünf Minuten Bescheid. Felke, nein, er kann trotzdem CEO sein. Alles klar. Wunderbar. Dann müssen wir Bescheid. Gute Besserung. Also, Evan kann CEO bei einer Firma sein und Co-CEO bei einer anderen auch. Äh, wir werden das rausfinden, ne? Ja, natürlich bleibt, ne? Hallöchen. Hallöchen. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Wie geht's Ihnen? Danke, mir geht's gut. Und Ihnen? Das freut mich auch gut. Willkommen beim Speed-Dating. Ja, vielen Dank. Darf ich Ihren Vornamen erfahren? Äh, Akira. Akira. Und Sie suchen? Äh, eine Frau. Eine Frau, selbstverständlich. Wunderbar. Dann haben wir gleich ein Speed-Dating. So ist es. Äh, ich darf dann mal die Eintrittsgebühr von 60 Dollar von Ihnen kassieren. Ja. Sie bekommen dann ein Glas Sekt und haben zwei Getränke frei während des Abends. Ja. Ich glaube, genau so ist es. Die Schlappe, ich meine, aus dem Bingo, ne? Anstatt Back. Dankeschön. Sehr freundlich. Wunderbar. Ja, Frau Akira, darf ich Sie nennen? Ja. Dann gehen Sie schon mal lecker durch. Die ersten TeilnehmerInnen warten schon. Sie können... Ja, ich höre es jeden Tag. Das war so nicht lange. Ich so, nein. Du bist schon... Du bist schon Promi-Girl hier auf der Insel, ne? So ein bisschen. Ja, ganz klar. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Wem habe ich das Vergnügen? Äh, Rosalia Milano. Ich wollte aber nur zu sehen. Sie gucken so. Wunderbar. Dann gehen Sie gerne mal durch in den hinteren Bereich, ne? Aha. Wunderbar. Viel Spaß. Wunderbar. Sie sind alles nur Schaulustige. Sie auch. Wunderbar. Dann bitte in den hinteren Bereich einmal durch. Sie auch. Wunderbar. Sie auch. Gut. Kommen Sie rein. Wollen Sie rein? Ja. Ich glaube, ich werde gleich nach Hause. Ich glaube, ich mache Speed-Dating mit Evan und Harald, ne? Wunderbar. Das sehe ich nicht. Ja, also Ihnen wünsche ich erstmal eine gute Besserung, ja? Du, Willi, ich glaube, ich düse jetzt gleich wieder los. Das hat gerade keinen Sinn. Ich merke gerade, wie sich bei mir kopfmäßig alles wieder zuzieht. Kommst du gut nach Hause, Dina? Ja, ich rufe sonst Florian. Die holt mich eben ab. Eine gute Besserung, Dina. Ja, ja, halt mal. Ich drücke dich. Halt, halt Ausschau für mich. Soll ich dir eine klar machen? Mach mir nicht deinen Wing-Moment. Ja, mach mir einfach mal, Bili, mach mir einfach eine klar. Ich mach dir eine klar. Und wenn du meinst, da ist eine, dann sagst du, hier hast du die Nummer, ruf die mal an. Ja. Das finde ich so. Ja, mach ich. Ich gehe jetzt ins Bett, das hat gerade echt überhaupt keinen Sinn. Gönn dir, Dina. Ja. Und los. Ja, sagst du den Mädels auch nochmal Tschüss von mir, dann düse ich mich jetzt ab. Ja. Alles klar. Mach ich. Jut, jut. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Ja, ich dir auch, ne? Ja. Also, naja. Ja. Besserung. Danke. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Alles Gute. Gute Besserung. Danke. Schönen Abend euch. Ebenso. Tschüss. Schönen Abend. Mal sind die Getränke mit All-Inklusive im Speed-Dating. Ja, ne? Sagt er dir. Ja, zwei Getränke, zwei hast du dabei, ne? Mhm. Gut, dann kannst du schon mal durchgehen, Billy. Wir sehen uns dann ja gleich, ne? Ja, ja, genau. Genau. Macht's gut, ihr Lieben. Super. Tschüss. Ja. Das ist eine gute Herrschaft, wenn ihr siehst aber. Jetzt wird's langsam interessant. Wir haben jetzt jetzt vier Teilnehmer. Moin, ich würde nur mit zuschauen wollen. Ist das okay bei euch? Ja, wenn sie nach hinten durchgehen. Ähm. Klar. In den hinteren Bereich, ne? Dankeschön, tschau. Gerne. Karazze. Harald, wir haben über 20 Anwendungen gehabt und vier Leute sind da. Harald. Ja, wir warten noch ein paar Minuten. Ja, ich weiß. Harald, wir hauen einfach ab. Ich bin ja sowieso Co-Zero. Die können mich, weißt du? Ja, eben. Lass den Rucksack da, ich komme nie wieder zurück. Ich bin ja sowieso Co-Zero, die können mich, weißt du? Das erzähle ich dir später. Ja, komm, du kannst doch mal sagen, was denn ist. Harald, ich habe jetzt keinen Kopf dafür. Lass den Rucksack einfach fallen. Das ist doch ein Herr. Das kann doch nicht sein. Komm, jetzt noch mal, stell dich schon mal auf. Das ist doch ein Lied. Das ist doch ein Lied. Das ist doch ein Lied, ich weiß ja. Das ganze Scheiße, das ganze Absage. Ne, wir warten noch. Alles gut. Ja, Leute sind bis jetzt da. Wat? Da ist vier Leute sind bis jetzt drin. Vier? An Teilnehmer sind drin, ja. Und alle Frauen. Aber die suchen auch mal eine Frau. Ne, wir haben einen Herr. Auch, ne? Tommy. Aber er sucht einen Mann. Ne, er sucht eine Frau. Und dann haben wir einen Mann, der einen Mann sucht. Und zwei Frauen, die Frauen suchen. Achso, okay. Wir haben zwei Minaschen. Okay. Ja, aber der eine sucht einen Mann, der andere eine Frau. Gut, vielleicht ist ja eine doppeltgewandt, was, ne? Weiß ich doch nicht. So, jetzt geh ich da mal gucken. Komm vielleicht, komm runter hier. Harald? Komm hier runter. Ja, ich komm, ey. Weil wir uns wenigstens hier hinstellen, weißt du? Scheiße. Das ist ja egal, ich schau einfach ab, weißt du? Ja, aber wir haben ja auch ein Abkommen. Das reicht doch ganz weg. Das kannst du keinem erzählen, Harald. Scheiße, ich weiß doch nicht, was. Und die sind... Ich habe auch mal nicht einen Indus. Weißt du, was wir an Anmeldungen drin haben? Das glaubst du nicht. Äh, äh. Also wir hätten... Du hast schon die Nummer von dem. Ja, ich habe von vielen die Nummer, ne? Aber ich rufe da nicht an, wenn die nicht kommt. Ja. Guten Abend, Jona. Hi, ich grüße dich. Ach, das ist ein Flop. Das kann ich sagen. Der eine sieht es schon. Den werde ich gleich sagen müssen. Ach, du Scheiße. Ja, das war es, mein Lieber. Harald. Das war klar, nein. Das war unangenehm. Mir ist das überhaupt nicht unangenehm. Das ist ja so. Das glaube ich aber worden. Ich kann ja nicht dafür. Das glaube ich aber worden. Ich kann ja nicht dafür, die Leute nicht kommen. Lea, genau so ist es. Und das ist ja das Beeindruckende, ne? Gibt es eine Geld-Zurück-Garantie, Frau Minister Wiss? Also ich gehe mal davon aus, wenn das jetzt ein Flop wird, wonach es aussieht, dann gehe ich davon aus, dass die da eine Lösung dafür finden werden. Scheiße. Spielt die Ding. Wobei, ich finde es sowas lustiger, als wenn das die Hölle los ist. Das muss ich meine. Oh, ja. Oh, ich war nicht vorbei. Ah, das ist auch geil. Wir haben geschlossen, es steht hier, sag es in der schönsten Sprache der Welt, we are closed. Da kannst du dir auch nicht ausdenken. Das ist ja, Alter. Ja, guck mal, da gehst du eigentlich, ne? Ne, wir warten auf jeden Fall bis 15 nach, ne? Ja, bis dahin kommen ja noch einige. Ja, da wird gleich die Sache rund gehen, ne? Da kannst du ja schon rausgehen. Ja. Ja, noch haben wir Glück, ne? Weil die da drinnen glauben ja noch, dass die ganzen ZuschauerInnen da vielleicht teilen. Wir müssen auch gleich die Zuschauer auffordern, dass die mal mitmachen. Meinst du, Arant? Ich meine, ja. Meinst du denn da für eine Liste? Ja, die Liste mit dem Teilnehmer. Wo hast du die denn her? Aus dem Arsch gezogen, ne? Arant, du bist das Allerletzte, wirklich. Aha. Jetzt kommt der Busch mit den Leuten. Der ist so. 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 Kannst du gar nicht sagen. Mehr, Arant. 20 Leute oder mehr haben sich... Ach. Gut, ich geh mal kurz mit Sophia sprechen. Ja, ich warte. Ja. Sophia, kann ich mal kurz sprechen? Ja. Ja. Wir können die ganze Scheiße absagen. Sophia, wir haben vier Teilnehmer. Es sollten eigentlich noch mehr kommen. Ja, wir haben über 20 Anmeldungen. Ich weiß auch nicht, wo die sind. Sophia, das ist ja eine Scheiße. Das können wir jetzt im Reporter-Team und den Teilnehmern erklären, ne? Ja. Ich sag dir, wir haben alle Leute beim Taxi fahren, haben wir... Also, das ist wirklich... Es ist ein Wahnsinn, sag ich dir. Das ist... Das ist krass. Wir können natürlich von den Leuten das Geld auch nicht jetzt kassieren, wenn das dann nicht stattfindet, ne? Mhm. Ja, Sophia, das ist eine Scheiße. Eine riesengroße noch dazu. Ja. Du hast doch gesagt, hier PD und die bringen, was weiß ich, wie viele Leute mit. Eigentlich, ja. Na, wir warten noch ein paar Minütchen, ne? Genau. Ein bisschen noch abwarten. Normalerweise... Es haben echt viele zugesagt gehabt. Ja, vor allem auch mir persönlich nochmal, ne? Und da, da. Aber so sind die Leute, ne? Und jetzt auf gleich alles vergessen oder keine Lust abzusagen, was ich noch schlimmer finde. Das finde ich auch schlimm. Genau. Das finde ich sowas von schlimm. Ich weiß, dass auf jeden Fall zwei Leute abgesagt hatten. Die eine kann auf jeden Fall nicht. Die ist heute nicht da. Mhm. Und der andere war ein Typ, der meinte, der hätte heute Geburtstag und deswegen könnte er nicht. Und dann unten habe ich ja gesagt, ja, und warum hast du dann zugesagt für das Speedtating? Ich habe, wir haben doch gesagt, der Termin wird spontan vergeben. Ja, da können wir uns jetzt schon mal auf was einstellen, meine Liebe. Mhm. Also ich warte noch mit Harald ein paar Minuten, aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass du dich schon mal mit dem Gedanken anfreunden musst, ne? Ja. Also ich hätte aber auch gesagt, Sophia, wir legen dann ein Feuer, evakuieren alle und in diesem Chaos geht es dann unter, dass da geplatzt ist. Was sagst du? Sophia ist die einzige Möglichkeit. Man muss sagen, wie es ist, ne? Äh. Äh. Ja. Wie ist, also, wie sieht das jetzt aus? Kann man schon Leute bedienen oder? Gleich, ne? Wir warten noch ein paar Minuten auf die Teilnehmer und dann geht's los. Na, ich frage nur, ich habe keine Ahnung, bevor ich jetzt irgendwas Falsches mache. Genau, und nur für die Teilnehmer gilt das halt auch dementsprechend die Getränke, die zwei Getränke für 30 Dollar. Genau. Für die anderen gilt der ganze Normalpreis. Genau. Aber noch nicht loslegen, ne? Genau, also sprich, es wird dann, ich denke mal, dass ich dann vorbereiten werde, RDP, äh, für das Speeddating, dass es dann eingetragen wird, die Getränke und so weiter und so fort, das kann man ja auch separat dann wieder löschen. Und für die, für die anderen wird dann separat normal eröffnet. Wer sind die anderen? Sascha! Moin, ich grüße dich. Die normalen Kunden oder was? Genau. Oh, nein. So, ich komme dann gleich wieder, ne? Mhm. Oh, nein. Was sagt sie? Ja, das ist gar nicht mal so lustig, ne? Ja, für sie bricht eine Welt zusammen jetzt, aber das kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, die hat ja gerade so viel Herzblut reingesteckt. Ja, ich schwebe. Harald, das gucke ich mir aber jetzt ganz genau an, was da jetzt passiert. Ein paar Leute werden so, na komm, mach mal, mach mal, mach mal, mach mal. Boah, ist das unangenehm, ey? Ja, natürlich ist es unangenehm. Aber was mich am meisten ärgert ist, dass jetzt, dass jetzt Sophia dann gleich sehr traurig sein wird, ne? Na, was ist denn alles jetzt? Bitte? Was ist denn das, dass alle Zuschauer sind intern? Ich habe gesagt, dass von den 30 Leuten, die da sind, nur vier Teilnehmern ganz... Das kannst du keinem erzählen. Nee, ich war gar nicht. Das kannst du keinem erzählen, Harald. Das kannst du keinem erzählen. Harald, da müssen alle ein bisschen spontan das Ufer wechseln, Harald. Harald, die haben es so vier. Aber jetzt mal ohne Witz, jetzt stell dir das mal vor. Über 20 Leute haben gesagt... Ja, hätte ich es organisiert, wären sie gekommen. Ja, ja, jetzt kommt das wieder, weißt du. Ja, das kommt auch keiner mehr, können wir mal ehrlich sagen. Harald, weißt du, es geht nicht um mich, mir ist das scheißegal, weißt du. Nein, das ist ja, es ist unglaublich. Mir persönlich, um mich geht es hier überhaupt als Allerletztes. Harald, sollst du dir eine Brille von der Fresse schlagen, weißt du, he? Es geht hier um Sophia. Ich bin am Ende, warte mal. Ja, ich auch. Es geht hier um Sophia. Und die hat diesen Laden nicht nur übernommen, vor kurzer Zeit, sondern die hat der Erbsblut da reingeschweckt in den Scheißladen. Und dann sagen über 20 Leute, dass wir kommen, nicht? Ja, die haben 60 Dollar für eine Person, das kriegen sie zurück. Glaubst du, ich kassiert jetzt die 60 Dollar von den Leuten, wenn die dann... Ach, mein Gott, komm. Ja, das bist du, weißt du, weißt du, weißt du. Ja, aber dann macht Sophia ja Minus, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du. Ja, dann ist das so. Das ist halt das unternehmerische Risiko, um das geht es jetzt gar nicht. Das geht ja viel mehr um die Enttäuschung, Harald. Und guck dir das mal an, hier. Gleich kommt der Heuballen durchgerollt, weißt du. Gut, ich meine, wir brechen das hier ab. Komm, wir waren weg. Komm, ist auch egal. Meinst du, wir springen einfach in den Wagen und hauen ab? Ja, ich meine, ja, Harald. Harald, ich finde das so schrecklich gerade. Nein, das tut mir auch leid für die, das ist unfassbar. Ja, das geht mir um Sophia, aber mir tut das gerade ganz einfach leid. Mir ist halt egal. Vor allem die Weselnuss ist die, das wird in der Zeitung stehen. Ja, ja. Guck mal, du hast die Grafik gemacht, wir haben das vorbereitet und geplant und organisiert. Aber das geht jetzt alles nicht. Ich habe das Geld bekommen, Lars, ne? Ja, eben, um das geht es nicht. Es geht wirklich einzig und allein um die Enttäuschung von Sophia. Ja, das ist klar. Vor allem, es hat zuletzt so viel durchgemacht mit dem Überfall und alles. Du hast es gesehen, ne? Und jetzt ist das Einzige, was hier reinfährt, das Fahrschulautofahrt. Pfff! Arald! Wat is denn? Er kann... Er kann... Er kann... Er kann... Er kann... Er kann... Er ist da und... Er ist da und... Nein, da glaubt dir keiner. Ich war ne, warte mal. Nein, da glaubt dir keiner. Ja, wir müssen starten. Ja. Weiß Arald. Ah, ne, eben. Arald! Du tut mir aber auch ein bisschen leid, da sei. Wieso ich denn? Ja, du musst die Scheiße jetzt über... Ich hab doch kein Problem damit. Das ist ja das Gute. Sophia kann mich ja vorschlagen. Ja, gut, du bist auch dort und hast du dein Topees aus Schutz für alles. So, weiß er, ich... Arald, dein Hut fliegt gleich bis nach Weinwut. Ja, das... Das war's dann, glaub ich, Sophia. Wir haben einen Mann, der ne Frau sucht, einen Mann, der ne Mann sucht und zwei Frauen, die ne Frau suchen. Also, ein Mann, der einen Mann sucht, war eigentlich nicht. Wieder? Ein Mann, der einen Mann sucht, hatten wir eigentlich nicht gehabt. Das ist dann der, der spontan vorbeikam. Das ist der von Bieselnuss, ne? Jetzt haben wir eine dicke Scheiße an der Kimmel. Sophia. Es tut mir gerade sowas von unglaublich leid, was hier passiert. Ich hab Sarah gerade gesagt, was du in diesen Laden reinsteckst, für Herzblut und Liebe. Für Kraft, für Energie und für Zeit. Für Kreativität und Inspiration. Für Weitblick. Und für Energie. Aber, dass dann sowas passiert, dass über 20 Leute zusagen und vier kommen. Das hat niemand auf der Welt verdient. Und am allerwenigsten du. Ich weiß, was das gerade innerlich für dich für eine Belastung sein muss, Sophia. Und wie dich das gerade innerlich fertig machen wird. Und deswegen werde ich jetzt im Rahmen dessen, was ich machen kann, dir das Bestmöglichste abnehmen und für dich diese ganze Sache geordnet absagen. Du setzt dich einfach. Bitte in Ruhe wohin. Und ich werde dir alles unangenehmer jetzt vom Hals schaffen. Keine Interviews. Keine Rückfragen von Leuten. Ich zahle das Geld zurück. Ich erkläre den Reportern, dass es experimentell war und leider nicht so funktioniert hat, wie wir das geplant hatten. Das wir sehr bedauern. Ich gebe auch ein Interview, in dem dein Restaurant möglichst gut dasteht. Und ich werde die Leute entschuldigen und verabschieden. Damit du dich hier nicht vor irgendjemandem rechtfertigen musst. Ja, ich weiß auf jeden Fall, die eine Dame, die hat sich auf jeden Fall total gefreut, jemanden kennenzulernen. In der Mädelsgruppe, glaube ich, war auch eine Dame, die mit der blauhaarigen ein Speedhating machen wollte. Ja. In der Mädelsgruppe gerade. Das weiß ich. Ja, wir können auch nicht von Leuten jetzt 60 Dollar für ein Speedhating nehmen, wenn die dann nur einen Kontakt hier haben, weißt du? Mhm. Das ist das Problem. Ja, das ist gerade das Problem. Das macht mich irgendwie gerade ein bisschen traurig. Ja, und schade an den Namen. Oh, Sophia. Es ist so schade. So viele Leute haben gesagt, sie kommen, weißt du. Ja. Du gibst das Go und ich blass das hier ab. Die einzige Chance, die noch wäre, wäre eventuell bis fünf nach halb zu warten, also zehn Minuten noch. Und wenn bis in zehn Minuten keine weitere Person kommt, dann würde ich absagen. Wir warten noch zehn Minuten. Alles klar. Alles klar. Wir stellen uns noch mal nach vorne, dass die Leute sehen, wir sind hier und in zehn Minuten komme ich noch mal auf dich zu, okay? Okay. Boah, Harald. Das ist eine beschießende Situation. Ja, also die ist, also ich hatte nicht mit so einer Straße gerecht. Sophia tut mir unendlich leid, so wie ich gerade gesagt habe. Gut, jetzt kann ich mir wieder ein bisschen bequemer machen, Freunde. Ah, ich konnte so was sein. Ja, was sagst du, den Minus abblasen musst, ne? Ja, mit sowas habe ich ja nicht gerechnet jetzt. Ja, da musst du sagen, geht nicht, was, ne? Ja, Schatz, das tut mir wahnsinnig leid, ne? Mir tut es sehr leid für dich. Ne, 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 um mich geht es überhaupt nicht. Es geht rein um Sophia. Es geht rein um Sophia bei der Sache. Ja, da muss man es abblasen, ne? Du kannst dir ja anbieten, dass dir alle, die jetzt da sind, noch eine gemütliche Runde da machen können. Vielleicht finden die dann im Gespräch einen Partner. Jetzt kann ich gerade irgendwas für dich tun. Du bist hier, das ist schon mal das Schönste, aber ich spüre gerade die, ich spüre gerade die, die Last innerlich von Sophia. Und die Frau fühlt sich gerade gar nicht gut. Ah, weißt du, ich lasse aber dann auch an mich ran und das ist natürlich dann, ich spüre das. Da darfst du nicht, was, nein? Ich weiß, das sagt sich so leicht, aber ich will Sophia nicht alleine lassen. Ja, das ist einfach so. Das ist so, ja, das ist schlimm. Ich will sie da nicht mit dem Gefühl alleine lassen. Ach komm, da geht es schon nicht erst, ne? Sophia. Willi? Dürfte ich euch was fragen? Ja, ob ich, ey. Was geheimes fragen? Ja. Ja, komm mal mit. Gleich, ich bin gleich bei dir, ne? Ich komme sofort. Ach so. Ich komme sofort, ne? Ja, okay. Ich brauche euch beide dann. Ja, ja, wir kommen gleich. Ja, wir kommen gleich. Ja, dann kommen sie. Sophia ist, so wie ich jetzt gerade gesagt habe, ne? Sophia ist... Soll ich mich kurz um sie kümmern? Das wäre gleich ganz lieb von dir, weil ich habe ja angeboten, dass ich das Ganze jetzt hier abbreche, dass sie sich von niemandem rechtfertigen muss und dass ich das für sie übernehme. Weißt du? Okay, ich kümmere mich um sie. Nur, dass du weißt, es ist wirklich eine extrem, extrem, extrem unangenehme Situation. Beschissene Situation. Ja, und was ist, wenn wir das so machen, wie Harald gesagt hat, dass man einfach ein... entspanntes Zusammensitzen jetzt dann noch anbietet, dass man vielleicht irgendwie, naja, den Preis rückerstatten muss man fast. Es gibt ja ein paar, die gleiches suchen, was, ne? Dass die wenigstens sich eine Ecke eröffnen, die natürlich nicht nach Hause gehen müssen, ne? Soll ich das Sophia mal vorschlagen? Vielleicht wäre das was, ne? Ja, aber abblasen ist blöd. Da machen die zumindest ein bisschen, äh, da machen die zumindest ein bisschen Umsatz noch. Jetzt kommt der Spidi da hinten noch. Ja, komm, die hauen wir aber gleich um. Ja, komm, Harald, fahr sie um. Ich bin bereit! Fahr sie um. Nee. Die müssen jetzt mitmachen, wenn sie rein wollen. Mhm. Ich geh mal zu Sophia, schlage das vor und dann... Naja, warte mal, jetzt mal wirklich Spaß an der Seite, ne? Ich will jetzt nochmal gesagt haben, Sophia ist seit Monaten hier die neue Besitzerin dieses Ladens und was die da für Kraft und Inspiration noch einsteckt, ich kriege ja die Zahlen am Konto mit, ne? Die macht doch zwischen dem Laden einen neuen Frühling, ja? Das hier hat generell niemand verdient, aber Sophia am allerwenigsten. Schatz, ich kümmer mich drum, okay? Die steht gerade unter maschiven Druck. Die wird gerade, ja. Oh, da kommt denn nichts. Ich weiß, ich bekomme das hin. Okay. Kurz im Strahlen. Hallo. Moment. Ja, wazulat denn jetzt. Werd ich da jetzt? Ich mach jetzt immer zu, ja. Hallo. Einen wunderschönen. Einen wunderschönen. Hallo, Janne. Grüßen Sie herzlich. Ja, dankeschön. Ja. Ja, beschießen. Warum? Ja, sag es eben. Okay. Ja, wir haben ein Speed-Dating, ne? Ist das noch ein vollen Gang da drin? Ja, das wäre schön, ne? Oh, je. Wäre nicht so viel gekommen, wie wir gehofft haben, sag ich mal so. Dann warst du ein High-Speed-Dating, ne? Wart ja schnell fertig. Ja, es kommt noch. Wir haben noch nicht mal angefangen was, ne? Ah, oh, okay. Ja. Mein Gott. Aber sie können gerne mitmachen. Nee, ist gerade ganz schlecht bei mir. Abgesehen von der Tatsache, dass ich vergeben bin. Ja, dieser Kanin dann ist. Ja, dann raus. Okay. Wow. Alles klar. Luft holen, Luft holen nicht vergessen. Alles gut. Ja. Wir sind am Ende ja auf Visa. Und ich könnte mir so einen leckeren Spiritus von ihm würde ich annehmen. So, Sie kennen doch bestimmt ganz viele Leute im PD und SD, die ihr kaltes Tod das Herz mal wieder aufleben lassen wollen. Vielleicht, ja. Wir fallen da mal ein, ja. Ja, rufen Sie die doch alle mal an und sagen Sie denen, die sollen herkommen. Es ist, wie gesagt, heute Abend ein ganz schlechter Abend, an dem ihr den da ausgewählt habt. Warum das denn? Ja, das kann ich natürlich nicht erzählen. Warum das denn nicht? Wir sind alle Bürger. Sie müssen auch mal Gleichberechtigung walten lassen. Planen Sie heute noch einen Überfall oder warum? Sagen Sie doch. Nee, nee, nee. Warte mal, Herr Sheriff. Wie geht's Ihnen beiden? Sie haben sich von dem Schock gestern Abend eigentlich erholt. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Sie merken ja, wie zur Sache geht. Ja, danach. Wir sind nochmal losgezogen, habt ihn abgeknallt. Dann war doch vorbei. Wir haben ihn gerichtet. Ihr beide? Ja. Was heißt denn ihr beide? Man muss ja nicht schon selbst uns stets ergreifen. Was? Wird noch keiner was machen. Sie haben ihn ja nicht gefunden. Wir haben uns auf das Fahrrad geschwungen und haben dann mit dem Teelöffel gestellt. Mit dem Teelöffel? Ja, ihr habt zu uns gesagt, ihr geht jetzt rein und guckt Fußball. Ja, aber doch auch. Lassen Sie sich doch noch einen Morgen nehmen. Ich weiß. Nein, wir sind natürlich... Aber ihr habt verdammt geile Outfits an, muss ich euch sagen. Wirklich. Ja, danke. Danke, na immer. Wie viele Leute sind jetzt da drinnen für Speed-Tating? Ungefähr? Wir dürfen leider nicht mehr dazu sagen, so wie Sie in Ihrem heutigen Überfall sprechen. Darf man denn, Sie planen, weißt du? Ist wie im Internat. Ich weiß nicht doch. Ich plan doch keinen Überfall. Ach, jetzt kommen Sie so an. Ich planen eigentlich. Das sagen Sie alle. Gucken Sie, da kommen die Kollegen. Die sichern ab und gleich ziehen sie die Knarre, weißt du? Ich kann das Geld rausrücken. Sagen Sie doch, wie es ist. Ich lieg's, weißt du? Ja? Vielleicht bin ich am Boden. Gleich knallt's. Ach du meine, bitte. Nee. Also da wollen Sie uns doch nicht verarschen jetzt, ne? Ja, definitiv. Okay, ich höre da einen ganz leichten Anflug von Zorn raus. Darf ich Sie fragen? Könnte ich kurz zu 4 sprechen? Äh, Sie könnten gerne mal fragen, ob die verfügbar ist, die Dame. Ich glaube, die Kollegen quatschen gerade mit der. Ja, 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 das sehe ich auch. Ach, in Gott, was ist denn hier schon wieder los, ne? Das ist halt jetzt ein ungünstiger Zeitpunkt, ne? Und so toll aus, Sie werden wieder. Wollen Sie sich gerade loslegen, oder wie? Naja, ich muss jetzt, ja, es ist gerade ungünstig, ne? Ah, okay. Ja. Warum, welche Kollegen sind denn unsympathisch? Oder warum, warum sind Sie unsympathisch? Ja, wer ist nicht unsympathisch, ist die Frage, ne? Bin ich unsympathisch? Bangen wir mal ganz oben an. Oh. Ehrlichin, los. Mhm. Ach so, ey? Der Juni mal weiß genau Bescheid. Soll ich noch ein nettes Zusammensetz machen, eine kleine Runde für die Anwesenden mit Geldrückerstattung? Ähm, komm, lassen wir das Speed-Dating jetzt erstmal laufen. Laufen? Du gibst ihnen den 15 Dollar wieder. Jeden Einzelnen, der sich angemeldet hatte, sodass sie nur den Heimpreis zahlen. Für die Getränke zahlen sie dann gar nichts. Aber wir haben zwei, die haben... Guck mal, wir haben da zum Beispiel zwei Teilnehmer, die haben jetzt gar niemanden zum Speed-Daten. Und nur zwei Frauen, die sich da daten können. Das von Wiesel News, die waren sowieso nur Dekot. Also der hatte gesagt, der hat die nur mitgenommen, damit die eventuell, wenn jemand da wäre, mit zum Speed-Dating kommen könnten. Aber die wären halt auch mit zum Report dabei. Ja, aber dann haben wir noch einen Mann, der eine Frau sucht. Ja, da ist aber auch eine Frau, soweit ich weiß, die sucht beides. Sowohl Mann als auch Frau. Oh Gott. Ja, dann geben wir den 15 Dollar wieder, sodass sie nur den Heimpreis zahlen, dann ist es halt so. Aber die Getränke haben sie noch nicht konsumiert. Das sind dann 30 Dollar, die Hälfte. Stimmt. Also Sophia, ich sag dir, wie du siehst, ich würde sagen, aufgrund dessen, dass es nichts geworden ist, müssen wir halt einräumen, dass wir das nicht machen können und ihnen das Geld zurückgeben. Obwohl, das wird doch auch schon so eine gute Sache, oder? Auch wenn nur vier Personen da wären, trotzdem das Speed-Dating stattfinden lassen. Wenn du mich fragst, Sophia, ich mach dir einen Vorschlag, okay? Ich würde die vier zusammensetzen, ihnen allen das Geld zurückgeben, ihnen vorschlagen, dass sie regulär bestellen können und sie die vier zusammensetzen, damit sie gemeinsam noch quatschen können. Dann verlieren wir nicht unser Gesicht, die kriegen das Geld zurück und wir schädigen den Ruf auch nicht. Genau. Machen wir das so. Gut, wunderbar. Danke, tschüss. Bitte. Wenn die Buletten hier weg sind, was ist das? So, ich komme jetzt zu Ihnen. Darf ich mal ganz kurz rein? Ja, ist klar. Dann nehme ich Sie mal mit, bitte, der Herr. Ja, bitte. So. Darf ich Sie mal bitten, hier Platz zu nehmen? So, und ihr beide seid auch Teilnehmerinnen, ne? Nee, nur ich. Ja, du. Kommst du auch mal kurz mit? Ja. Perfekt. So, wo war jetzt die andere Dame noch? Nee, von meinen Damen wollte ich eine. Fragst du die mal Harald? Hallo. So. Wir sind Clash komplett. Also, ich warte nur kurz, dass wir alle zusammenkommen da. Momentchen noch. Ja, alles klar. Kommst du mit Billy? Ja, natürlich komme ich mit. Harald, guckst du, wo die Dame ist? Ich brauche die unbedingt. Welche Dame? Ja, die sich angemeldet hat. Ja, ist ja die dahinter, die telefonieren. Nee, nee, das ist sie nicht. Akira. Nee, warte mal. Nee, kommst du nicht. Hier sitzt du ja da vorne. Ja, kommst du nicht. 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 Ach nee, dann haben wir ja alle. Passt schon. Oder Evan, komm. Billy, komm mit. Ja. Ja. Ja, muss auch, ne? Ja. So, ich darf mich kurz vorstellen, ich bin Evan Anderson, ich bin der heutige Moderator und leider, wie Sie es vielleicht schon mitgesehen, mitbekommen haben, muss ich mich mit einer sehr schlechten Nachricht an Sie wenden. Wir hatten unglaublich viele Zusagen für heute Abend und am Ende des Tages sind es leider doch viel zu wenige geworden, die erschienen sind. Es passieren Dinge, die liegen nicht in unserer Kraft oder in unserem Ermessen. Und so hart wir uns auch bemühen, das hat alles funktioniert, wenn letztlich die angemeldeten Personen nicht kommen, sind uns Hände gebunden, so leid man das tut. Selbstverständlich werden wir die gesamte Gebühr an Sie alle zurückerstatten und Sie brauchen auch für die bisherigen erhaltenen Getränke nichts bezahlen, das ist selbstverständlich. Wir möchten auch im Namen von Les Maiers erstmal eine Entschuldigung aussprechen, dass das heute alles nicht so klappen konnte, wie wir uns das hier alle zusammen erhofft haben. Wir sind natürlich traurig darüber, dass Sie Ihre Zeit verloren haben, die Anreise und die Abreise und würden Ihnen deswegen gerne vorschlagen, dass Sie natürlich neben dem Geld, das Sie zurückbekommen, noch so in einer netten kleinen Runde hier zusammensitzen, wenigstens die übrig gebliebenen Teilnehmer und Teilnehmerinnen und so noch die Möglichkeit bekommen, ein bisschen zu quatschen, statt dass wir da jetzt einen kalten Abbruch machen. Ich wollte gerade fragen, ich wollte die anderen beiden mitnehmen, dann können wir eine ganz große Gruppe machen. So, das ist mein Vorschlag. Zum lockeren Kindern, wenn du Lust hast oder wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr gerne dazu kommen und dann machen wir eine lockere Runde. Ja, also das Geld könnt ihr so behalten, da will ich nichts zurück. Nee, das kriegen Sie auf jeden Fall zurück, da geht es auch um den Ruf, weißt du, den wollen wir da auf gar keinen Fall irgendwie angekratzt sehen. Wir entschuldigen uns auch dafür, dass das so passiert ist und wenn Sie das Geld nicht zurück wollen, ich gebe es Ihnen erstmal, Sie können es ja hier für Getränke ausgeben, wenn Sie das wollen, aber ich will Ihnen auf jeden Fall erstmal die Gebühr zurückgeben. Naja, die Getränke, die zahle ich schon, behalte das Geld. Ich meine, ich habe da Mühe gegeben und im Endeffekt könnte ich ja nichts dafür, dass das halt so ist, also behalte das Geld. Das ist wirklich lieb, aber ich möchte, dass Sie wissen, dass unser Bedauern, dass Sie Ihre Zeit jetzt verloren haben, so viel größer ist, als dass wir den Fokus auf diese 60 Dollar legen. Ja, wie gesagt, bald so. Ja, dann mache ich für Ihnen aber auch mal die, dann machen wir es so. So, Ihnen gebe ich es erstmal zurück. Billy, kommst du mal zu mir her? Ja. Kriegst du das mir 70 gegeben, ne? Du, kann ich einen Wunsch äußern? Ja, da hast du mal die 70. Aber... So, dann bitteschön auch für Sie. Bitteschön. Dankeschön. Und dann machen wir für Sie, Entschuldigung, dann machen wir für Sie auf jeden Fall die beiden Freigetränke, ne? Die bleiben dann für Sie auf jeden Fall bestehen. Ja. Und dass Sie dann auch in einer netten Runde mit den Damen und Herren zusammensitzen können, okay? Ja, alles klar. Dann werden wir die Runde hier aufbauen, hätte ich gesagt. Und ich schicke schon mal dann die Kellner zu Ihnen rüber, ne? Ja, alles klar, machen Sie, ja? Danke für Ihr Verständnis und ich hoffe, dass Sie dann noch einen schönen Abend haben werden. Ja, bestimmt. Dankeschön. Ja. So, ich bin gleich bei Ihnen. So, eben. So, an die beiden Mietarbeiter. Also, wir haben das jetzt so gelöst, dass die Gäste, die hierbleiben, also jetzt zusammengefasst, jeder bezahlt, was er bestellt. Ja? Okay. Es gibt nur noch einen Typen, der da vorne sitzt, der mit der schwarzen Kutte. Äh... Der sitzt da vorne. Ihr seht das ja auf der Couch, da ganz vorne, auf dem Stuhl, bei der Lounge. Oh, da, da. Ja. Der bekommt zwei Freigetränke, was er will, weil der will das Geld nicht zurückhaben. Okay? Okay. Der bekommt zwei Freigetränke, alle anderen werden ganz normal abgerechnet. Und ihr könnt schon los und die Gäste jetzt nachbestellen und fragen. Ja, wissen die Gäste Bescheid alle? Ja. Na, okay. Dann würde ich mal sagen, weg. So, ich gebe jetzt noch ein Interview, Sophia. Okay. Nein. Sag ich, du willst alleine mit dem? Äh, ich komme mit. So, darf ich da ins Gespräch platzen, die Herren? Natürlich. Ja, wunderbar. Sie sind beide von Weasel News? Äh, ja. Das freut mich sehr. Ähm, sind Sie hier wegen Interview oder Ähnliches? Äh, ich bin wegen Interview gleich hier und der Kollege ja fürs Speed Sating. Also quasi, er wird live davon berichten. Gut, ich darf Ihnen schon mal erzählen, dass es leider zu einem, ja, traurigen Zwischenfall gekommen ist. Okay. Wir hatten hier ein sehr großes Event geplant und wir haben uns über Monate hinweg sehr viel Mühe gegeben, dass wir das heute so organisieren, wie wir uns das alle vorgestellt haben, mit einer sehr großen Anzahl an teilnehmenden Personen, zu denen es dann leider nicht gekommen ist. Und wir hatten Zusagen für eine erheblich größere Menge an Leuten, die heute gekommen sind. Und aufgrund dessen, dass das dann durch welche Gründe, die individuell natürlich sind, auch immer geschehen ist, müssen wir leider einräumen, dass dieses Event heute so nicht stattfinden kann. Okay. Ja, wir haben uns sowas gerade schon gedacht, weil, äh, also es sah jetzt überschaubar aus tatsächlich. Genau, wir haben das in einem wesentlich größeren Rahmen geplant, das ist ja, leider. Wir haben, wir sind sehr bestürzt, aber was ich zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass wir hoffen, dass sie ihre Zeit entschuldigen können. Ja, das ist kein Problem. Nein, also die Sache ist halt auch die, falls sie das Ganze jetzt nochmal als Wiederholung planen oder so, ähm, wir werden da ein Auge drauf haben und wir kommen natürlich trotzdem nochmal vorbei. Das liegt ja außerhalb ihrer Hand, wenn Teilnehmer nicht auftauchen, was soll man da machen, also es ist ja... Ja, leider, das ist das Problem, ne, wenn wir jetzt, wir haben, wir haben eine, eine, eine sehr starke zweistellige Anzahl an Zusagen und wenn wir natürlich Absagen bekommen, ist ja das eine, aber wenn alle abgesagt hätten, die sich hier angemeldet haben, dann, ja, dann hätten wir schon vorab nicht stattfinden lassen heute, aber dem war nicht so, verstehen Sie? Ja. Ja, kann man nichts dran machen. Gut. Werden Sie den noch mal in den Artikel schreiben? Ähm, ich gehe jetzt nicht davon aus tatsächlich, weil wir haben jetzt in dem Fall ja nichts, worüber wir groß berichten können, wenn das Ganze jetzt abgesagt ist, ähm, wir werden dann, wenn das Ganze jetzt wiederholt wird, kommen wir gerne vorbei und dann machen wir sehr gerne was dazu. Ähm, wir können auch gerne, wenn Sie da Lust zu haben, äh, wenn es eine Wiederholung gibt, können wir auch, können Sie sich gerne mal an uns wenden, ob wir vielleicht das Ganze ein bisschen bewerben, eine Vorberichterstattung oder sowas, wir können natürlich nichts versprechen im Vorfeld, aber es ist vielleicht, vielleicht auch eine Möglichkeit mit einem Werbeartikel oder sowas, da können Sie gerne mal auf uns zukommen. Es ist eine überaus freundliche Geste von Ihnen, ähm, diesbezüglich eine Unterstützung anzubieten und ja, ich sage schon mal vorab, auf gar keinen Fall Nein dazu. Aha. Detailliert müssen wir uns natürlich bei der nächsten Planung besprechen. Ja. Auf jeden Fall. Ja, klar. Ähm, erstmal danke, dass Sie jetzt auch dann bereit wären, die Berichterstattung zu verschieben auf ein weiteres Treffen. Das rechnen Sie Ihnen hoch an, das ist eine sehr schöne menschliche Geste, weil Sie könnten natürlich auch darüber berichten, dass es heute nicht stattgefunden hat und das wäre natürlich nicht in unserem Sinne. Nein, natürlich nicht. Insofern wissen wir das über die Maßen zu schätzen, dass Sie diesen Weg so gehen. Ja. Äh, welche Unterstützung Sie auch immer brauchen, ich stehe Ihnen jederzeit für ein Interview zur Verfügung, aber natürlich auch unsere CEOs, das ist vollkommen klar, wenn auch immer Sie sich wenden wollen, nur für den heutigen Tag muss ich ja... Zum Kontakt, wunderbar, ja. Genau, wir haben ja schon gesprochen und sobald wir dann gerne, wenn Sie was, wenn da gerne was geplant ist, kommen Sie gerne auf uns zu. Ähm, ansonsten, wenn wir was sehen, dann melden wir uns einfach nochmal. Gut, dann machen wir uns auch auf den Weg. Waren wir noch auf die Kollegin, die kommt da vorne, glaube ich, und dann... Ja, tut uns sehr leid, dass es nicht geklappt hat. Gut. Danke auf jeden Fall für Ihr Verständnis. Ja, kein Problem. Gut, dann machen wir uns auf den Weg. Schönen Abend noch. Ja. Danke. Danke Ihnen so. Tschüss. Tschüss. Erinnerst du dich noch an die Pot and Pan Veranstaltung? Mhm. Ja, tue ich. So was kann dir bei jeder Sache drohen, ne? Ja. Boah, das ist jetzt so richtig... Das ist jetzt so... Das ist jetzt so ein richtiger Downer. Weißt du, was ich meine? Ja. Tut mir leid, Schatz. Nee, das muss dir erstens überhaupt gar nicht leid tun und zweitens schon gar nicht wegen mir. Guck mal, die beiden Damen da unterhalten sich gerade ganz nett. Und den Herrn werden wir auch noch einbinden in die Runde. Das mache ich eben noch, dass er nicht allein sitzt. Ich habe mir gedacht, okay, komm, such dir einen Beruf, wo du dich definitiv wehren kannst. Entschuldigen. Wollt ihr den Herrn da noch drüben noch mit einbinden ins Gespräch? Ja, den hole ich gleich mit ran. Ich wollte sie erst mal... Alles gut. Dann sage ich ihm nur, dass er noch einen kurzen Moment warten soll. Die Freundin, die nicht mitmachen konnte beim Speed-Dating. Und ich bin hier gerade am Wingman, weißt du? Ja. Oh. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin das hier am Klären. Du, ich sage, das Schiff, ich steuere das gerade. Das Schiff ist am Sinkenmanns. Ja, ich stehe aber noch drinnen. Weißt du? Ich mache das hier schon. Ja, da gehen wir von aus, ne? Ja, und jetzt holen wir den anderen und dann freut er sich nämlich. Hat er das in Gesellschaft. Genau. Guck mal. Komm, Akira, wir holen ihn jetzt. Komm. Da. Ja. Boah, Harald, ich muss gerade einfach... Ja, dann können wir aber auch nicht viel hier mehr machen. Nein. Harald, ich brauche gerade einfach so eine Minute für mich. Du musst mich ein bisschen beruhigen. Ja, ich beruhige dich. Es ist alles gut. Du bist gut. Oh, jetzt was, ne? Du hast vielleicht ein Haus. Es ist nicht alles schade heute. Ja, wenigstens reden die Leute hier. Ja. Boah, Harald, das ist... Das ist eine innerliche Belastung, sage ich dir. Ja, ich verhasere mich. Boah, mich ist mir gerade eingefallen, wenn ich so früher mal mit Fahrrädern beschießen hab. Also, Harald, wirklich? Ich hab früher geklaute Fahrräder weiterverkauft. Ja, der hat gar... Ach, das hat Peter was gemacht. Hat mich. Ich bin mir dann geklaut an. Die haben die verkauft. Du hast Fahrräder geklaut und die weiterverkauft. Ich hab weiterverkauft. Ja, das war mal eine kriminelle Zeit. Du weißt, wann die kriminelle immer war. Junior Bird, so ist es, genau. Tut mir das natürlich noch mehr für... Sehr leid. Das Schlimme Junior Bird ist, ich bin natürlich sehr gut gelaunt wegen den positiven Veränderungen für Evan, aber ich muss natürlich Evan an sich jetzt extrem gebremst ausspielen. Dann beruhige ich dich jetzt. Gerade gar nicht mal so einfach, weil das ist so eine 180-Grad-Wendung gerade gewesen. Ja. Du sagst halt so, weißt du. Aber ich seh mich auch an die Zeit zurückversetzt von... Als ich bei Pote und Pandy Feier hatte und ich dachte mir gerade, weil dies, wenn uns dann damals auch so passiert wäre, dass es... Ups. Harald, wenn du mir jetzt... Ich schau dir an, oder was? Ja, aber Pote und Pandy ist aber wunderbar gelaufen, weil du auch nicht vor warst, oder? Ja, ja, natürlich. Da hatten wir Glück, aber du siehst, wie schnell es gehen kann, weißt du. Und das macht mich einfach dann auch so total fertig, das gut zu erleben, weil ich war selber in der Situation, sowas veranstaltet zu haben. Und ich hatte auch diese Angst, weil dies, wenn niemand kommt, weißt du. Und jetzt passiert Sophia das und ich kann mich gerade so hineinversetzen. Nach dem Ganzen, was gestern noch war, du hast das ja mitbekommen. Harald. Das macht mich gerade einfach nur fertig, weißt du. Ja, aber ich glaube es. Harald. Sehr schön. Gut. Gehnt ihr euch zu uns, das ist Sumi und das ist Arizona. Hallo, ich bin die Anne. Und das ist Akira. Aber vielleicht hast du halt... Doch. Du steckst mir schwer, kann das sein. Ja, die Tränen kommen einfach mal her. Ich ähm... Ich ähm... Ey, die ist auch traurig für mich. Raphael, mein Lieber. Also ich bin leider schon vergeben. Ich auch, ich auch. Lieber Raphael, vielen herzlichen Dank an dich für zwölf Monate auf Stufe 2. Ich brauche mich sehr. Ja, warte denn. Was soll ich jetzt hier sagen, Harald? Die Anne. Ich habe dir gerade alles gesagt. Warte mal, komm mal zur Seite. Kann, kann es sein? Ich kenne hier sehr viele Leute. Halte ich zum Gotzen. Kannst du vergessen den Abend? Ja, nicht jetzt den gesamten Abend, aber ich meine die Veranstaltung kannst du vergessen. Und es ist eine Traurigkeit, was hier passiert ist. Ich hoffe nur sehr, dass die, die jetzt noch da sind, dass die wenigstens eine gute Unterhaltung haben. Ja, das hoffe ich auch, mein. Aber ich denke, nein. Du bist das Letzte. Lieber Raphael, nicht nur Dankeschön für die Treue ins mittlerweile zwölfte Monat und das auf Stufe 2, sondern vor allem möchte ich mich ganz herzlich für die liebe Nachricht bei dir bedanken und ebenso für dieses tolle Jahr voller großartiger Momente. Raphael, danke von ganzem Herzen und schön, dass du heute Abend da bist. Cedric Domwolf darf ich auch herzlich begrüßen. Ach, das ist wirklich scheiße. Das ist auch traurig für der Gute, wenn man da sitzt, nein. Und Kubarino, das werden wir auch gleich erfahren, das geht um ein Teehaus, so mein japanisches. Ich finde deine Frau voll nett. Freundin. Da freut sich ja was für dich, nein. Nein, für mich nicht. Aber ich habe sie mir da zugeholt. Ich mache jetzt so ein Bündel, ne? Mach das mal eben. Ich muss mich auch ein bisschen sortieren gerade nach all dem was. Ja, das glaube ich. Das ist schief, nein. Ja, Harald, das brauche ich jetzt, weißt du? Ein schiefes Toupé. Ja, das ist schief, ich wollte schon mal solle. Oder seid ihr nur zum Treten hier so? Ähm, sag mal, kann man euch auf eine Hochzeit einladen? Oh, bitte. Wir bieten doch. Oder, oder, oder würdet ihr sagen, das wäre zu viel, wenn ich euch irgendwann auf meine Hochzeit einladen würde, wenn ich heiraten würde? Warum ist das denn zu viel? Ja, weiß ich nicht. Weil ich euch so selten sehe. Die Frage ist, ob wir zu viel sind für eure Hochzeit. Ja, natürlich ist es, wir werden uns mehr preisen. Weil ich brauche nämlich einen von euch, der mich dann später bei meiner Freundin zum Altar führt. Ja. Einen von euch beiden. Du würfelst das. Ja, was ist denn du getrieben bis jetzt heute? Weil ich habe euch nämlich beide gleich gerne. Kommst du mal zu mir? Wann ist die hier? Dann hast du die angesäßt. Also, ähm, ich habe den beiden Damen das Geld zurückerstattet und der Herr wollte es nicht. Ich gebe dir jetzt die 60 Dollar von dem Herrn. Ich habe aber gesagt, er kriegt dann dafür noch zwei Getränke gratis. Okay. Die Kellner sind schon angewiesen von dir. Okay. Ich habe mit Wiesel News gesprochen. Die machen keine Berichterstattung über diesen heutigen Abend. Damit ist das schon mal vom Tisch. Und sie würden uns auch, falls wir das nochmal versuchen zu veranstalten, äh, helfen wollen mit einer Werbung dafür. Okay. Und alle teilnehmenden Personen habe ich informiert, habe mich, so gut es geht, professionell dafür entschuldigt und die dürften wohl auch alle Verständnis dafür haben und sich jetzt da in Gesellschaft zusammensetzen, um wenigstens eine gute Unterhaltung heute zu haben. Ich habe versucht, jetzt den Schaden so gut es geht zu begrenzen. Okay. Ähm, kommst du mal nochmal ein Stückchen weiter? Ja. Also folgendes, ähm, du hast gesehen, dass PD ist anscheinend aktiv am Arbeiten. Ähm, es ist wirklich ein Fall. Das sind die Typen, die du, wenn du mal ganz leicht so seitlich hinguckst, äh, die Typen, die da bei der Mayhem sitzen, das waren die von gestern Abend. Du, dich drehm ich jetzt nicht um? Und das ist eine Frechheit, dass sie hier sind. Eine Frechheit. Du willst mir nicht sagen, dass die gerade hier sind? Die sind hier, von gestern Abend. Kennst du die namentlich? Weiter nein. Aber das PD weiß Bescheid, die beobachten das alles. Äh, es wird noch mehr von PD hier sein. Ähm, ich stehe jetzt momentan ziemlich stark unter Schutz. Ich glaube, du kannst dir denken, warum? Weil anscheinend die Gefahrenlage ziemlich hoch ist. Sophia, und das alles jetzt noch in der Situation obendrauf? Du tust mir gerade so leid, wie mir nur ein Mensch leid tun kann. Eine Umarmung, Sophia? Ja, bitte. Was du gerade durchmachst, muss die absolute Hölle sein. Das ist auch die Hölle. Es gibt Momente im Leben, da geht es einem einfach nur scheiße, so richtig scheiße. Aber du erlebst gerade was, da geht es einem nicht nur extrem scheiße, sondern dann fällt nochmal ein Ambush obendrauf. Du musst dich gerade fühlen, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich fühle mich schrecklich. das PD hatte mich gerade, also das ist ja die DTU, die hat mich gerade eben darauf aufmerksam gemacht, dass es die Leute sind von gestern Abend. Noch das Schlimme ist daran, dass Mayhem auch noch da ist. Ja, Sophia, mein Kopf explodiert gerade und ich will dir eigentlich nur sagen, wie sehr ich für dich da sein will. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich habe hier gar keinem irgendwas angetan, keinem die Fliege zu leide getan oder sonst was. Ja, Freakum, so ist es wohl. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Das ist das Problem, ja. Ich kenne das so gut, mir ging es auch schon so oft so. Man fragt sich wirklich, wie man was angetan hat, dass man so vorgeführt wird. Ja. Deswegen ist ja die DTO da. Die hatten auch gestern bei der Aussage gefragt, wann das Speeddating stattfindet und wie viel Uhr und wollten dann hier sein, damit ich wenigstens nicht in Gefahr bin. Dass dann, wenn was passieren sollte, sofort eingeschritten werden kann. Weil die sind auch bewaffnet. Aber so kann es ja nicht weitergehen, Sophia. Nein. Du weißt, warum die hier sind. Gegen mir und ich denke mal, dass sie Geld haben wollen. Die wollen den Laden hier hubsch nehmen. Glaube ich auch. Ich meine schon gestern allein die Andeutung, ja wäre viel zu schade, wenn so einer hübschen Dame was passiert oder im Restaurant. Das klang irgendwie nach Schutzgeld. Inhaltlich stimme ich ihnen zu. Es wäre wirklich sehr schade, aber natürlich habe ich eine andere Intention dahinter. Ja, aber die, so wie die das gestern gesagt hatten, war das wie so eine Art Drohung. Sophia, ich verstehe das. Alles gut. Mich macht es noch gerade einfach komplett. Das Problem ist, weißt du, Sophia, bin ich ein Typ, der dann hingeht und sagt, ja komm, das ist jetzt alles dein Problem. Ich schüttel das ab und mach weiter mein Ding. Das bin ich nicht. Ich bin zu empathisch dafür, weißt du. Deine Gefühlslage geht auf mich über. Und das ist jetzt nicht eine Kritik, sondern ich will dir damit nur sagen, dass ich mir alle Mühe gebe, nachzuempfinden, wie es dir gerade geht. Ja. Ich fühle mich beschissen. Ja, mehr als das. Ich habe darauf, um ehrlich zu sagen, keine Lust, weißt du. Dann kann ich hier nicht mal abends in meinem Restaurant alleine sein und die ganze Scheiße hier alleine durchziehen. Weil manchmal ist es so, wenn ich meinen Scheiß Papierkram mache, dass ich dann hier einfach meine Ruhe brauche, dann setze ich mich hier ins Restaurant und mache dann meinen ganzen Papierkram. Die kommen wieder. Die kommen wieder. Da kannst du mal fest von ausgehen, dass die wiederkommen. Und die werden immer und immer wiederkommen. Und der andere, der telefoniert und schreibt und, und, und. Soll ich mal so unbedarft an den Tisch gehen und fragen, ob sie noch was wollen? Mhm. Mach das mal. Aber ich gehe nicht gleich von dir dahin, weil. Nein, nein, gehe am besten mal so ein bisschen hin und her oder da mal zu der Gruppe von Harald und so unterhalten. Mann, Sophia, hast du persönlich geünt heulen gerade? Das hast du nicht verdient. Ich sehe, was du aus der Firma machst, weil ich ja die Zahlen auf dem Konto sehe. Du hast in der kurzen Zeit ein Geld mit der Firma verdient, das ist atemberaubend. Das zeigt, was du für eine Leistung hier in den Dach legst. Und dann versucht man das alles kaputt zu machen und das Event. Ja, und ich glaube, die haben was damit zu tun. Ich vermute es, dass sie was damit zu tun haben. Weil es haben wirklich so viele Leute zugesagt und auf einmal gar keiner mehr da. Ja, die Menschen sind so, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ja, leider. Und die haben auch nicht Einfluss auf alle Privatpersonen hier, weißt du? Das glaube ich jetzt nicht. Die haben vielleicht zwei, drei Leute oder so erreicht und woher sollen die das wissen? Nee, nee, das glaube ich nicht. Da. Wir dürfen jetzt auch nicht paranoid werden, ne? Nee, 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 nee. Scheiße, Sophia. Ja. Ganz, 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 ganz böse Leute, die Leute sind wohl gerade anwesend. Okay. Also, die schlimmste Sorte, die du dir nur vorstellen kannst. Sophia wurde seit Tagen erpresst und bedroht. Die Leute sind wohl gerade anwesend. Können wir irgendwas machen? Ich bin schon mit... Ich bin schon mit... Lass mich warten, der Tisch da hinten. Na genau, ja. Ich bin schon mit... Aber lustigerweise geht's nicht um den Typen in der Kute. Um den geht's nicht. Es geht um die anderen beiden. Hab ich mir fast gedacht. Was glaubst du warum? Sie steht unter Schutz. Ja. Aber die Situation ist ja kurz vorm Explodieren. Wenn ja einer eine Waffe oder sowas zieht, dann verwandelt sie statt hier in ein Kriegsfeld. Können wir irgendwie raus? Ja, wir da vorne ist der Ausgang. Warte, was ist mein Erbum? Das geht jetzt mal gar nicht. Ich war schon in Kontakt mit unseren Jungs, aber die können nichts machen aktuell. Das braucht auch Zeit, ne? Vor allem, wir wissen, wer die sind. Wir wissen es ganz genau. Und, ich sag mal so, die sind uns gewachsen. Ich glaub man so sagen darf, ne? Weißt du, was ich meine? Platz? Das fickt gerade mein Gehirn. Ich weiß, aber ich sag dir, was du jetzt machst. Ich geb dir jetzt meinen Autoschlüssel und du setzt dich in mein Cabrio und machst das Dach zu. Ich weiß nicht mal, wie man das... Ich weiß, ja. Aber ich muss, nee, ich zahl jetzt noch kurz für die Damen. Ich hab das Getränk übernommen für die. Okay, da ist mein Schlüssel. Setz dich ins Auto. und guck, dass du diesen Platz hier verlässt. So unauffällig, aber so schnell, wie es nur irgendwie geht. Okay. Ich komme dann gleich nach. Okay. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich schaffe, das Dach zuzumachen. Ist egal, wenn es nicht geht nicht, aber guck erst mal, dass du hier rauskommst. Wie gesagt, die Leute, die hier sind... Ich liebe dich, Schatz. Pass bitte auf dich auf. Ich auch. Ich bin gleich bei dir. Okay. Also schön. Noch etwas zu trinken? Nee, gerade nicht, aber danke dir, Evan. Okay, alles klar. Ja, wir kommen langsam zu einem Ende auf jeden Fall. Würde ich sagen, nein. So ist es. Harald kommt im Helikopter zu meiner Hochzeit. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Dann musst du mich zum Altar führen, Evan. Ach, es wäre mir die größte Freude und Ehre zugleich. Das weißt du aber, oder? Ja, für mich auch, Evan. Ich würde mir den schönsten Anzug raussuchen, den ich schon habe dafür. Ja, dann nimm den nicht. So. Um dir der unauffälligste, aber edelste Begleiter zum Altar sein zu können, den du dir vorstellen kannst. Das würde mich wirklich freuen, Evan. Weil ich glaube, du bist dafür geschaffen und ihr seid dafür geschaffen. Es ist eine Frage der Ehre für uns. Das freut mich. Und Harald wird sich auch extra, ne? Ich werde nackt ankommen. So ist es. Ich kann es mal sagen. Ja, das kannst du auch machen, ja. Okay. Jetzt fällt der Stress ab, Evan, ne? Ja, ja. Ja, da steckt ja was dahinter, ne? Die Leute glauben, man stellt sich hin und das war's, aber sie haben monatelange vorbehalten, und weißt du, Ja, 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 ihr habt lange geplant. Schatz? Ja? Äh, ich wurde gerade gefragt, ob ich noch kurz was sehen kann, aber ich glaube, du wolltest los, oder? Ne, das sollte wohl gehen. Ah. Okay. An's Mikrofon? Mhm. Dann holen wir mal die Leute dazu, ne? Alle saufroma oder was bis jetzt. Wollt ihr mal alle mit dazu kommen? Wenn die Endes was singt, ihr alle am Mikro? Mhm. Wat? Ja, wunderbar. Meine Freundin würde immer am Mikro was singen. Wollt ihr dazu kommen? Ja, gerne. Wollen wir mal die Schuhe? Wahrscheinlich. so ihr Lieber neben mir würden wir noch eine Gangeanlage bekommen. Wollt ihr dazu kommen? Oh ja, natürlich. Oh, wenn sie Endes singt. Das ist jetzt sehr spontan. Ich bin darauf nicht vorbereitet, aber ich gebe mein Bestes. Mach noch mal Titanic Diesel, bitte. Nee, kommt was anderes. Oh, schade. Ich glaube, wir können aber auch alle ein bisschen näher. These scars long have you earned for your tender currents to bind our fortunes damn what the stars are rent my heart open then your love profess a winding weaving fate to which we bow the tone you flee my dream come the morning your scent your scent your scent berries to hold you in the cold in the cold to hold you in a heated embrace you flee my dream come the morning your scent Berries tart, lilacs sweet To dream of raven locks and twisted stormy Of violet eyes glistening as you weep I know not if fate would have us live as one Or if by love's blind chance we've been bound The wish I'd whispered when it all began They did forge a love you might never have found You flee, my dream come the morning Your scent, berries tart, lilacs sweet To dream of raven locks and twisted stormy Of violet eyes glistening as you weep Bravo Super Bring mal ne kleine Zugabe Wow, schön Ja, sehr schön Ne kleine, weißt du, ne kleine Zugabe Wunderbar, wunderbar, wow Ne kleine, weißt du, ne kleine, weißt du So, da muss ich doch Zugabe, wow Und los, komm Ja, mach mal weiter, bis mir einfällt, was ich singe Und los Hast du, was du schon mal, ne? Äh, ähm Aber das ist wirklich nur kleiner Wunderbar Oh my love, my darling I've hungered for your touch A long, long time And time goes by So slowly And time can do so much Are you still mine? Need your love Need your love Got to speed your love To me Lonely river flow To the sea To the sea To the sea To the open arms of the sea Lonely river sigh Wait for me Wait for me I'll be coming home Wait for me Oh my love Down, that is it 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 Down, down Wounds That is That is even That is the time And time goes by There is no So slowly So slowly And time can do so much So, also da kannst du wirklich nichts mehr sagen, wenn ich jetzt mal das Wort erheben darf, weißt du? Es ist eine wirklich tolle Stimme, wow, ganz schön, wahnsinn, wundervoll, das, ladies and gentlemen, ist meine persönliche Traumfrau, ja, spart ihr deinen Kommentar, Harald, was, ja, wie heißen sie denn, ich hab das gar nicht mitbekommen, äh, ich heiße Lange, will ich meinen, schon mal Taxi gefahren, bitte? Natürlich, wir sind die Taxifahrer ihres Vertrauens und ihres Herzens, Wasch, ja, ich mach das schon ein bisschen länger und so, ja, aber, äh, ich wollte das sagen, der Partibus, oder? Ja, genau, komm mal, von den Paintbrothers zum ACLS, hat mir das Vergnügen, und wir warten immer noch auf die Weiten Tour, und, ähm, warte mal, was war das denn, das Zuhause von, äh, Brad Pitt? Brad Pitt, ja, ja, genau, das kommt bald, ja, da warten wir immer noch drauf, ja, gemacht, dass ich da auch bezahlt würde, das für uns, ja, Das wird auf jeden Fall bald was werden, das sage ich Ihnen, also, wenn Sie sich auf jeden Fall ein bisschen gedulden, wenn wir auch die Weiten Tour spart, mit Ihnen durchführen, sage ich mal, wie es ist, ja, super, da freue ich mich dann drauf, ja, moin, also, wenn Sie mal ein Event haben, Ja, und, äh, herzlichen Glückwunsch zu die N, was soll ich sagen, ja, meine Nummer ist öffentlich auf Wensche, alles richtig gemacht, haha, ja, das ist eine Traumfrau, ne? Ja. Wieso? Ja, was soll ich sagen? Erwin, du hast eine ganz tolle Frau. Danke. Bitte. Aber ihr seid auch alle genauso toll. Ja, dann nehmen Sie doch was, ne? Harald, ich meine es höflich, weißt du, jeder Mensch ist so, wie er ist, in seiner individuellen, in seinem individuellen Dasein, perfekt und schön. Weißt du, wir alle. Bei jeder ist es auch irgendwie schon hochgegriffen lassen, ne? Ja, du vielleicht nicht, aber die normalen Menschen schon lassen. Es gibt immer noch Walterschweiß, was, ne? Ach, schön. Das sind Evan und Harald, ne? Ja, ich werde ihm auch heute nochmal eine schießen, meine ich. Ach, ich habe dir heute Häuser besorgt, habe ich dir aber auch nicht. Harald, nur weil du einmal im Kugstreffer landest, du hast eine blinde Abfrau, du magst nicht glauben, dass du dich... Ich habe eine große Schnappatmung. Ich rieche mich auf, der Typ, einfach. Nee, danke für dein volles Geschenk. Ich bin so Kreislauf, Rüchter, so Kreislauf. Ja, es war wieder sehr, sehr schön. Du hast den Arm gerettet. Oh, oh, alles gut hier? Ich bin gleich Herzen. Ich kenne das. Nein, Kreislauf, ich bin Kreislauf bei dir. Ich sage das, ne? Ihr fahrt euch selber, ich kann ja nicht fahren. Oh, scheiße. So, wir gehen jetzt, komm. Also, ist jetzt hier vorbei, heute? Nee, ihr könnt alle noch bleiben, ich muss mich noch was finden. Ja, und wir müssen eventuell umziehen. Ja, eben. Ja, Dinge. Wir haben noch ein bisschen was vor, ne? Schönen Abend euch. Ja, danke schön. Man sieht sich quasi, in den Tatschen sieht man sich. Das ist mein inneres Blumpflückbuch. Da ist er, tschüssi. Ach so, immer wieder ausstempeln, meine. Ja. Warum wir denn jetzt mit dem angebrochenen Abend? Deinen ganzen Tag! Was ist denn, ich meine Community? Schönen Abend zu wünschen, ne? Schönen Abend. Schicker, sagen wir mal schon mal die Cola, bitte schon. Ja. Dankeschön. Ah, so. So, einen schönen Abend noch. Ah ja, danke dir auch. Nee, bis bald. Bis bald. Schönen Abend, die Herren, alles Gute noch für den heutigen Tag. Alles Gute noch, schick's out. Trotzdem, danke noch. Entschuldigung, bitte, was haben Sie gesagt? Nicht so, schick's out, wir dürfen Sie. Ach so, danke, ja. Ja, das wäre ja für das Event. Aber Sie müssen auch nicht lügen, was? Ich glaube, das findet gar nicht statt, ne? So ist es, nein. Ja, dies ist eine Scheiße gewesen, nein. Na gut, schönen Abend noch. Alles Gute. Schönen Abend, tschüss. Ja. Wiedersehen. So, schönen Abend. Guten Abend. Alles Gute. Tschüss. Bitte seh. Tschau. Dann würde ich mich verabschieden. Mhm. Ich bin telefonisch erreichbar heute, noch länger. Okay, du weißt Bescheid, ja? Okay, ja. Gut, dann mach ich später. Okay, ich danke dir, ja? Nein, ich danke dir und ich bin da für dich. Okay. Tschüss. Bescheid. Ja. Tschüss. 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 Hatten wir sie zahlen? Na klar. Tschüss. Kann ich mal kurz den Schlüssel wieder haben, Schatz? Nee. Du musst mir den Feuer gegeben, das ist jetzt mein Fahrzeug. Irgendwo ist es ja so, ne? Dankeschön. Ja, geh du ruhig als erstes, das war's, ne? Dankeschön. Ja, aber die Satin jetzt schon wieder für ne Schatz. Diese Dreckskarte. Diese Dreckskarte. Ich krieg so einen Anfall. Ich krieg so einen Anfall. Ich krieg so einen Anfall. Ja, aber du weißt schon, Harald, ne? Was weiß ich? Ja. Dass du da jetzt langsamer einsteigen solltest. Langsamer? Nee, dass du einsteigen solltest. Ja, ich bin auch nicht doof, was? Ah, das ist so eine Dreckskarre, wirklich. Es ist so ein Schmutz. Du darfst dich mal probieren. Versuch dich mal nach hinten zu setzen. Weil das Problem ist nämlich, Schatz, diese Sitze sind so weit hinten. Du bist auch du, Nulli, ähnter. Ja, genau. Ich krieg jetzt mal vorne hin. So. Da. Und Gas, Evan. Was ist das, Mann? Ja, ich erfe das Gefühl. Auch ich bin zu dick. Meinst du, dass die Sitze so weit hinten sind? Ja, aber das kann doch nicht sein. Was ist das für ne Fehlkonstruktion, was? Ja, ich verstehe jetzt auch nicht. Harald, es wäre nicht, was? Das krieg mich doch am Arsch, was? Nee, jetzt gerade ist die Schokolade zu günstig. Du bist widerlich. Harald, hör auf. Ich hol dich gleich ab, Harald. Wo war ich denn jetzt hin eigentlich? Ach so, Schatz. Oh Gott, das Haus. Und ich bin Co-Zero und die ganze Scheiße hier. Weißt du, wer die waren? Nee. Die sind nach meiner Zeit gekommen. Gut, also du weißt Bescheid, wunderbar. Wo fahr ich dich eigentlich hin jetzt? Ich fahr dich jetzt mal zentral, ehrlich, Taxi. Dann treffen wir uns stark. Nee, oder? Nee, was machen wir eigentlich? Ach, Schatz, ich spät. Bist du verwirrt? Ja, ein bisschen. Was ist das? Okay. Das Haus ist super schön. Schatz, du fährst mich jetzt zur Wohnung. Dann fährst du Harald dahin, wo er hin muss. Ja, du kannst ein paar Sachen packen. Und dann packe ich schon mal ein paar. Ja. Okay, wir gucken uns jetzt erstmal die Wohnungen an. Ja, nee, Harald hat zufälligerweise das Haus neben ihm ist frei. Aber ich muss dir sagen, wenn ich dir das zeige, in Harmonie, Schatz. Schatz, alleine schon, das wird eben Harald-Wurm, glaube ich, ist keine gute Idee. Ja, es ist zwar etwas günstiger, aber vielleicht kriegen wir es ja auch so hin, Schatz. Ja? Warum fährst du jetzt wieder hierher? Ja, weil ich nicht weiß, was ich mache. Scheiße. Schatz, tief durchatmen. Ja, ich bin gerade etwas neben mir. Ich kann sagen, wie dies. Ja, nee, neben dir bin ich, weil sonst würde jemand auf meinem Schuss sitzen oder ich auf jemand einen Schuss und das... Ja, nee. Ist doch alles in der Scheiße hier. Ja, ist doch alles gut mit, Schatz. Ich muss noch so viel mit den Jungs heute auch noch besprechen, aber das ist dann spät nachts, ne? Wenn ich still erzähle, was passiert ist, ist ein Wahnsinn. Ja, ich... Schatz, das Konzept. Alles gut, das Konzept. Ja, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, ich bekomme das nicht hin. Nee, nicht du. Das ist schon lange in Arbeit. Oh. Ich will nur wissen, ob ich beim DOL angeben kann, dass wir 100.000 investieren können. Ähm, also ich kann nichts geben. Also, beziehungsweise ich kann was geben, aber nicht so viel. Wie viel kannst du denn? Weil es wäre dann unsere Firma letztlich, ne? Deswegen die Frage jetzt auch. Ja, es ist halt trotzdem fraglich, wie viel wirft die Firma ab? Ja, das ist schon klar, aber es fragt sich jetzt mal, ne? Also, die Schmerzgrenze ist 50 für mich. 50, ja, das ist ja gut. Wenn ich dann meines noch zusammenrechne, perfekt, alles gut. Und weißt du was? Das wird wundervoll, das sag ich dir jetzt schon mal. So. Ähm. Ich hol dich dann gleich wieder hier ab, ne? Mhm. Ich kann schon mal die Sachen packen, Schatz. Wir haben einen Rucksack noch, ne? Schatz, lass mich die Wohnung doch erst mal angucken. Nein, das ist fällig im Fels, mein Fels. Ich ziehe um mit dir. Nein, alles gut, ne? Ich meine ja nur. Ach, ich darf also kein Vito einlegen, hm? Natürlich darfst du das. Aber ich sag nur, es wird dir gefallen. Ich sag nur, Lidl Harmony. Ich meine, weißt du Bescheid, ne? Mein Schatz, ich pack die Sachen schon mal. Wunderbar, bis gleich. Was soll ich machen, Liden? Zack, und umgefahren. Ja, das weiß ich. Was? Lost hoch 2 trifft es eher genau. Ah. Es kann aber auch wirklich nicht einmal so ein Tag alles glatt laufen, oder? Freunde, was sagt ihr? Es kann nicht sein, dass Evan und Leon umziehen, ihr Konzept, ähm, besprechen, Evan Co-CEO wird und das Speed-Dating beim Le Milleur klappt. Es klappt alles, aber die Sache stört jetzt natürlich dann gewaltig die Ruhe, ne? Es wäre zu einfach, Hanukotoba, so ist es, ne? Es leben vom Evan, was soll? Es wäre zu einfach, wenn das so einfach ginge, meine ich. Und Knudelfrosch, ich darf mich ganz herzlich bedanken für dein Follow. Willkommen bei uns in der Community. Ähm, ich bin ein bisschen spät dran, aber es ist so. Ich freue mich sehr. So ist es, Fritzi, ne? So ist es. So ist es. Ja, Harald. Ja. Dein Wagen ist an der Firma, glaube ich, oder? Ich meine, ja. Gut, pass auf, ich zeichne dir jetzt das Haus neben dir und dann das in Harmonie um. Gut, ja. Ich glaube, dass ich schon mal beantwortet werde. Nee. Ja, ich muss zugeben, ich auch, Harald, aber weißt du, ich würde dich gerne fragen, ob du mitkommst, oder wir für dich da auch gucken. Ja, aber wenn, das würde dann mal und weiter weg sein, wahrscheinlich. Ja, erst mal gucken, Harald. Das würde ja nicht nebenan sein. Wir wissen es dir noch nicht. Erst mal gucken, Harald. Hm? Also, was ich meine? Ja. Würdest du mir auch umziehen helfen? Was könnte ich tun, ne? Ich wäre total lieb von dir. Wir werden uns auch gleich einstempeln, ne? Dass wir da auf jeden Fall auch für den Umzug Geld verdienen. Was soll ich meine, Harald? Ich werde gleich, du zeigst dir gleich die Wohnung. Ja. Ich fahre derweil schon mal in den Norden und gucke mir da weitere Häuser an. So machen wir das, Harald. Und wir treffen uns dann, ähm, wir treffen uns dann bei meiner neuen Gute, weißt du? Ja, so können wir es machen, ne? Harald, Harald, es wird herrlich. Es wird herrlich, ich sage es dir. Dein Wagen ist hier, ne? Ja, aber ich nehme nicht Regina. Also, dann nehme ich lieber den kleineren Kofferraum, was, ne? Ja, ist richtig. Gut. Ja, okay, ne? Wie ist es dann? Ja, bis gleich. Also, einstempeln. Nie schon. Ah, da bin ich schon. Jetzt bin ich aber echt auf die Bude gespannt. Also, Hanako Dober, um vielleicht mal gleich so ein bisschen Vorfreude zu nehmen, innen sieht es so aus wie bei Harald. Aber, die Lage, die Einfahrt und der Garten, ich sage mal so, mehr kann man sich nicht wünschen. Es ist in jeder Hinsicht perfekt und genau das, was Evan und Leanne sich wünschen. Und nachdem solche Immobilien sowas von extrem rar sind, hat sich natürlich der lieber Evan auch gar nicht lange lumpen lassen und hat das Ding erstmal angemietet, weißt du, was ich meine? Muss man als Los Santos Bewohner was mieten zum Wohnen? Naja, irgendwo musst du ja schlafen. Oder meinst du jetzt, Leo, dass es irgendwie die Möglichkeit gibt, kostenlos unterzukommen? Das wäre mir nicht bekannt. Aber es gibt halt sehr, sehr günstige Wohnungen, die, glaube ich, bei 20 Dollar anfangen. Aber ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Das kann sich mittlerweile auch geändert haben, weil Evan hat den Wohnungsmarkt in dieser Situation schon sehr, sehr lange nicht mehr wahrgenommen. Dann gibt es Hotels, die haben bei Evan damals 30 Dollar die Nacht gekostet. Es gab eben so Wohnungen um 20 Dollar, die waren aber nicht immer in der besten Gegend. Und dann geht das eben hoch bis zu irgendwas. Und man kann halt auch kaufen, aber kaufen liegt dann, so wie es aussieht, im sechsstelligen Bereich. Das ist dann zwar keine Miete mehr fällig, aber du musst erstmal natürlich unglaublich viel Geld hinlegen. Ich sehe schon wieder die SMS vom Chef Essen vor dem Einstempeln aus dem Kühlschrank. Ja, sie kommt, 100%. Sie ist schon, sie wird schon getippt, was, ja, glaube ich. Ah. So, jetzt bleibe ich einfach gerade drauf, ne, auf der zweiten Spur, wenn ich hier nach Esputschi will. Genau. Den Piero Fairway. Freeway, Fairway. Das ist... Freeway, man, ist nicht Fairway. Ich bin beim Golfen. Naja, Leo, du musst deine Charaktertreue ja ausspielen, ne. Und ein Charakter, der freiwillig unter der Brücke wohnt, um Geld zu sparen. Also ich will das jetzt nicht bewerten, aber ich sag mal, klingt erstmal für mich schwierig, ne. Vor allem gibt es ja Witterungsverhältnisse, die es auch teilweise unmöglich machen, ne. Also wir hatten ja jetzt vor Weihnachten so den Winter mit den Temperaturen und so weiter. Also, sehr schwierig. Das mit dem Wagen ist aber blöd, wenn das mal geht mit dem Viersitz und dann wieder nicht. Felken, es ist total ärgerlich, genauso wie du sagst. Ich verstehe es auch nicht, woran das hapert. Aber okay, es ist nicht mein Café. Ich muss es nur fahren, das Fahrzeug. Ne, es ist, Felken, insofern schade, weil du erinnerst dich vielleicht, Eben wollte ja unbedingt diesen Wagen damals kaufen, weil es ja Cabrio und Viersitzer ist, was ja so viele Lichts sind. Und jetzt geht es halt technisch nicht. Das ist so schade. Weil so wie jetzt gerade haben wir den Nachteil gesehen, ne. Was willst du machen, was willst du machen, was willst du machen. Cherokee ist eine gute Frage, ob es vielleicht dann geht. Müsste man gucken. Ah, das ist vielleicht gar nicht mal... Cherokee, das müsste man mal testen. Das wäre aber dann eher so eine Bugsache, ne. Ja, vielleicht ist das ein Bug und es geht dann, ja. Da müsste man gucken. Knuddelfrosch, Hallöchen, schön, dass du da bist. Nochmal vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. So, wir sind drin. Und Fiti darf ich ebenfalls einen wunderschönen Tag wünschen. Schön, dich zu sehen. Hallöchen. Hallo, Schatz. Hast du schon die ganzen Wasserflaschen eingesammelt? Ja, noch nicht ganz, aber... Du, pass auf, ich werde noch mal kurz auf Toilette laufen. Das war so stressig, alles. Ich komme sofort, ne. Gib mir noch ein Minütchen. Bin eben noch im Bad. Ja, bevor du in die Hose pinkelst. Auf, auf. Dann können wir los. Perfekt, bis gleich. Tschüss. Warum tschüss? Weil ich kurz auf Toilette bin. Ja, aber dann warten wir noch. Okay. Bis gleich. Gut, würde ich sagen, ne. Fahren wir los. Schatz. Jetzt zeige ich dir erstmal die Vila, die Harald mir vorgeschlagen hat. Und dann fahren wir zu dem, was ich schon gemietet habe. Aha. F-Soul, vielen Dank für unglaubliche 500 Bits. Das gibt's doch gar nicht. Guten Abend auch an dich, F-Soul. Herzlich willkommen. Ähm. Ja. Ich finde so den Kontrast zwischen uns beiden Grauen ist so gut. Was unsere Kleidung angeht. Ja. Ja, es könnte nicht schlimmer sein, ne. Oh mein Gott, wir könnten ein Foto machen. Foto von dir machen vor dem Gebäude mit den ganzen bunten Lichtern. Das könnten wir machen, das stimmt, ja. Mr. Black, ich darf dich ganz herzlich im vierten Monat begrüßen und mich bei dir für dein Geschenk, aber für dein Abo bedanken ins vierte Monat. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Treue, Mr. Black. Ist mir eine sehr große Ehre. Schatz. Und bei Peter Solberg darf ich mich für 100 Bits bedanken. Danke herzlich und schönen guten Abend. Ja, was denn? Ich will nicht neben Harald wohnen. Gut, dann biegen wir gleich auf die Stunde an. Ne, ich habe das andere Ding ja auch schon angemittelt. Also wir können uns das eigentlich auch sparen. Wir fahren direkt in den Norden. Ich hoffe, das ist nicht zu gemein. Nein, es ist nicht. Ne. Ich will es auch deswegen nicht, weil der Garten und die Einfahrt nicht schön ist und die Straße. Es gab ein paar Probleme da bei ihm. Du kannst dich ja erinnern und man muss es auch nicht provozieren. Außerdem weiß ich, dass du den Norden lieber hast und dann sind wir auch dahin. Nur wie gesagt, das sind halt 100 Dollar am Tag statt 60. Das müssen wir halt, ja, das muss uns beiden bewusst sein. Das ist klar, weißt du? Was ich meine? Ja, ich habe halt jetzt einfach bei mir jetzt schon länger kein Geld mehr genommen von der Firma. Also ich werde mir jetzt definitiv auch nochmal was auszahlen. Also an dem soll es nicht scheitern. Okay, alles gut. Und das ist auch mit Nikita abgeklärt, dass ich mir definitiv noch nehmen kann. Okay, alles klar. Also du bist flüssig und du hast Geld und alles. Ne, ich bin, also Aggregatszustand ist fest. Ja, na hoffentlich. Vielleicht Plasma oder Gas für mich. Also nein, alles gut. Wir fahren durch die Nacht, mein Schatz. Also ich erinnere mich, äh, nicht mehr so viel, aber... Ich weiß, dass hier irgendwie sehr, sehr dunkel wird. Ja, da war was los. Oh Gott. Naja. Also das Harmonie kennst du, ne? Mhm. Es ist relativ weitläufig. Man kann auch schnell aus der Stadt hoch, aber jetzt waren wir schon am Highway, ne? Ich fahre jetzt hier ab. Ich meine, das kennst du ja noch. Alles gut. Ich schätze, alles gut. Ich geh mit dir, wohin du willst und das weißt du auch. Kronprinz. Ich bin für dich sogar in die Stadt gezogen. Matthias. Alles, ne? Ja, und das werde ich dir auch nicht vergessen. Das ist ein Wahnsinn, ne? Dass du das für mich gemacht hast. Wir haben übrigens auch riesengroße Satellitenschüssel im Garten, ne? Da können wir dann die Aliens abhören, wenn sie dann mal vorbeikommen, weißt du? Was ich meine. Ich kleide alles mit Alufolie aus. Alles gut. Herrlich. Ganze Wohnung. Ja. Ich weiß halt nicht, ob sie dir innen gefallen wird. Das ist halt das Ding, ne? Schatz, ich hab in einem fucking Trailer gewohnt. Gut. Alles klar. Ja. Ich weiß nicht. Ich brauch nur dich zum Glücklichsein. Ich brauch nur dich. Ich will Mary schön nicht zu sehen. Hallöchen. Einen wundervollen wünsche ich dir. Junior Bird. Ach du meine Güte. Ihr Lieben. Eskalationsstufe hochgefahren, ne? Harald und ich sind schon seit vor Wochen rumgefahren und haben mir geguckt, ob irgendwas frei ist. Und aufgrund der Anzahl dieser Häuser muss einem auch klar sein, dass sowas ein absolutes, rares Stück ist. Aber was da auf dich gleich warten wird, würde ich umhauen. Gut. Hervorragend ist es nicht. Warum? Alles gut. Und da sind wir. Ja. Herzlich willkommen zu Hause, weißt du? Also, wie viel Glück kann man haben? Falsch, 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 falsch. Der Eingang ist auf der anderen Seite. Hm? Seh nicht falsch. Nee. Siehst du da was? LX, Hallöchen. Ja, Little Mary, ne? Evan ist noch immer sehr dankbar dafür. Das ist echt ein geiles Ding. Siehst du das? Wir haben hier eine Einfahrt hinten. Das habe ich selber noch gar nicht gesehen. Ich sehe eine Wüste und das macht mich glücklich. Ja, mich auch irgendwie. So ein Riesenkunstwerk. Wie viele Autos und Menschen, die hier verschwinden lassen können. Wie viele Autos wir uns kaufen könnten. Vor allem, wir könnten uns ein eigenes Grab für die ganzen Menschen hier hinten machen. Ja, das meine ich doch. Du bist verrückt. Du bist schwer krank, weißt du das? Schatz. Darauf wärst du mal einen Kuss, weißt du? Ja, Epsul. So ein bisschen, ne? So ein bisschen. Oh, da hat schon immer gepuddelt. Oh mein Gott, das ist so gut. Es ist ein Wahnsinn, oder? Guck es dir an. Krofi! Schatz, und hörst du das? Die Kojoten heulen. Ja. Schatz, ich will nichts sagen. Ja, toll! Und keine Sirenen und es ist nicht so laut. Und es kommt nicht so wie gestern Abend einfach jemand am Bike vorbei und überfällt dich vor dem Eingang, weißt du? Harald wurde gestern über... Ne, Harald. Ja, okay, Harald ist mega. Harald, also wirklich, weißt du. Harald, nein, Harald wurde gestern... Was auf, Harald wurde gestern überfallen. Wir sind nach Hause gekommen, wir haben uns... Ich habe mich in die Seitenstraße geparkt, Harald stand vor dem Eingang und Harald wurde schlicht und ergreifend einfach überfallen, als ich in der Seitengasse war. Aber Schatzi, guck dir das nochmal an. Wir haben einen eigenen Baum, wir haben Gebüsch, wir haben Zaun, wir haben eine Heckeinfahrt. Schatz, kannst du kurz was nehmen? Ja, 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 sicher. Was ist das denn? Ich, äh, muss da kurz mal... Oh! Ja, ähm... Harald mag Lien nicht und Lien mag Harald nicht. Ist das schön? Ja. Es ist ein Wahnsinn. Und das alles gehört jetzt uns. Schatzi, ich sag dir, wie viel Glück können zwei Menschen haben? Guck es dir bitte an. Ich hab zu den anderen schon gesagt, ich hab dich halt damals literally geangelt. Wieso geangelt? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, du bist dreimal ins Wasser geplumpst und ich hab dich nicht so geangelt und... Ja, da hast du recht. Gehen wir mal rein, komm. Das ist doch gut. Ja. Reicht doch. Schatz, es reicht doch. Natürlich reicht es für uns. Ich muss dir auch sagen, also da, guck mal, dafür, dass wir diesen Garten, die Einfahrt und die Lage haben, ist es okay. Aber man muss trotzdem, natürlich sind 100 Dollar sehr viel Geld, am Tag wohlgemerkt. Das heißt, wir müssen im Monat über 3.000 Dollar zahlen, nur dass wir hier zur Miete wohnen können. Das ist halt so ein kleines Ding. Aber dafür, was uns hier geboten wird, ich nehme es in Kauf, also ich nehme mein Teil in Kauf, ich hoffe du auch und... Nee, ich gebe dir einfach nichts, ne? Ach, du weißt, was ich meine. Das ist ein Wahnsinn, ne? Hier, Küche ist da, ne? Wir haben, guck mal, hier ein Wohnzimmer haben wir auch. Wir haben ein Schlafzimmer. Ja, mein Gott, ne? Was soll ich dir sagen? Es ist klar, dass in einem Schlafzimmer... Das Bett ist nicht so toll wie unser, was wir hatten, aber... Guck mal, wir können ja vielleicht mal irgendwann auch das Bett erneuern oder so. Ich gucke erst mal, wie viel Platz wir im Kleiderschrank haben. Ja, das ist mal so eine kleine Idee, ne? Wenn es ist, ich kenne da jemanden, der hat Lagerplätze. Ja, da kenne ich auch immer. Ja, aber das sollte reichen. Ich brauche ja eh nicht... Also ich habe jetzt eh festgestellt, so viel Kleidung mehr brauche ich nicht und dann packe ich das halt alles nicht so großzügig. Ja. Genau. Also bist du einverstanden? Heißt das, wir ziehen um? Ja. Ich freue mich so. Guck mal, das Bad. Also ganz ehrlich, statt einer Luxuswohnung irgendwo in Downtown nehme ich lieber so eine Hütte in der Wildnis draußen. Du weißt, was ich meine. Der Doe, vielen Dank für die Wohnabitze. Sehr lieb von dir. Also dem, wer soll so eine Luxuswohnung immer putzen? Richtig. Du sag mal, ich habe noch so eine Sturmhaube bei mir in der Tasche. Soll ich die einfach in den Schrank geben oder wie wollen wir das machen? Hm. Ich würde die ganz, ganz, ganz nach unten packen. Das ist eine Idee. Und wir fahren jetzt dann zu einem ATM und ich gebe dir dann einfach mal einen Batzen Geld und dann haben wir die nächsten Monate einfach, müssen wir uns gar keinen Kopf machen. Okay? Ja, das ist mal ein Vorschlag von dir. Gut. Aber dann gebe ich meine Sachen. Kofferraum. Müsste auf sein. Hol mal den Rucksack rein, ich vertelle schon mal meine Sachen hier. Oh, Freunde, wie schön. Sie ziehen da hin. Och, ich freue mich für die beiden gerade so sehr. Aber so sehr. Ja, das glaubt ihr gar nicht. Ich freue mich für die beiden gerade unglaublich. Mal ganz ehrlich, mir gefällt die ganze Hütte nicht, Angel, aber es muss ja nur Avan gefallen und nicht mir. Das ist ja mal ein Vorteil. Wenn es ihr nicht gefällt, tut mir das sehr leid. Aber ich hoffe mal, dass sich da irgendwann mal zukünftig was ändert. Aber ich bin ehrlich gesagt von der Charaktertreue her auf jeden Fall der Meinung, dass Avan sich da, wo sie jetzt hier gerade mit dem Häuschen sind, so wohl fühlt, dass das innen auf jeden Fall gar nicht mal das Thema ist. Da werden sie auf jeden Fall zurechtkommen und zufrieden sein damit. Wie teuer ist deine aktuelle Wohnung? Also Avan zahlt im Moment für beide 62,50 Dollar pro Nacht und jetzt zahlen sie dann 100 Dollar pro Nacht. Ist ein Batzen Geld. Ist vor allem ein Batzen Geld mehr, muss man schon sagen. Mein Schatz, ich glaube, das Beste ist dir noch gar nicht bewusst. Was denn? Wir haben eine Bank vor dem Haus. Ja, wir haben die Bank. Das heißt, wir können uns da hinsetzen und können über die Nachbarn lästern und können mit der Schrotflinte da sitzen und sobald jemand das betritt, dann runter von meinem Rasen. Schatz, ich kaufe uns eine Schrotflinte. Welches Kaliber? Sehr schön. Was soll ich meinen? Ich glaube, ich habe da mehr Erfahrung als du. Mit Schrotflinten stimmt das wohl, ja. Das wird natürlich alles fachgerecht hier aufgestellt, so wie Avan das gerne macht. Das ist eine glasklare Angelegenheit. Denn ihr wisst ja Bescheid. Avan hat das mit den Wasserflaschen so in sich. Innen kann man aktuell so viel, ich weiß, gar nichts machen. Ich weiß nicht, ob man über McGill da innen was renovieren kann. Das weiß ich nicht, ob das mittlerweile geht oder nicht, aber das sieht aus wie ein Bonsai, ja. Das sieht aus wie ein Bonsai. Ich weiß nicht, guck mal, man hört sogar, dass die Geräusche immer noch dagegen läuft. Das weiß ich nicht, aber ich hoffe es halt sehr für die beiden, dass sie irgendwann mal aus diesem Häuschen auch was machen können. Und wenn es nicht ist, es ist erstmal für die beiden ein Schritt in die richtige Richtung, weil sie wollte immer wieder in den Norden zurücklehren. Sie ist ja mehr oder weniger nur für ... Sag mal, mein Schatz, warum schleppe ich eigentlich den ganzen Scheiß? Gute Frage. Du gibst mir sofort den Rucksack rüber. Ich habe mir jetzt extra den Sakko dafür ausgezogen, weißt du. Dankeschön. Nee, alles gut, ich kann das schon tragen. Wir packen den jetzt erstmal in den Kofferraum und fahren mal runter und ach, ich freue mich so. Mein Gott. Dann trage ich dich jetzt gleich mal hier als Mieterin ein. Oder wollen wir das diesmal ändern? Das wäre cool, Mr. Wiss, wenn man das gestalten könnte. Schauen wir mal, ob das kommt. Oder willst du als Hauptbieterin drinstehen? Nee, alles gut. Ich überlege dir, was besser wäre für uns. Ich glaube, es ist besser, wenn ich dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Geld gebe und dann ... Okay, dann hast du. Ja. Zweitschlüssel gebe ich dir. Scheiße, verraten, das ist viel geiler. Aber hundertmal. Guck mal, ob dein Schlüssel sperrt. Ach ja, das wäre vielleicht eine Idee. Okay, Kronprinz, coole Sache, gut zu wissen. Vielen, vielen Dank. Perfekt. Geil, ne? Guck mal, der Müll ist auch hier. Und wir haben einen Carport, wir haben ein riesen Grundstück. Ich kann uns einen Rasenmäher kaufen. Ich kann einen Rasenmäher ... Oh, Schatz, endlich aus der scheiß Stadtwohnung raus. Ich sag dir was. Ich sag dir was, Schatz. Ich sammle jetzt dann erst bei alle Flaschen ein. Genau. Außer Harald. Den muss ich übrigens anrufen, der will uns helfen, damit das schneller geht. Da müssen wir vielleicht überhaupt nicht so oft fahren. Ja? Ja, mein lieber Harald, wie sieht das aus? Ja, ich suche durch dich, ich weiß nicht. Okay. Und? Aber sogar die Wohnung, die wir letztens gesehen haben, an allen Wegen, ne? Das weiß ich, das weiß ich, ja. Ist schwierig, ne? Ja, Lamy hat gerade wieder ein Gespräch und alles. Ach, scheiße. Mit irgendwelchen Typen. Ach, die wollen ja Lamy jetzt sagen, warum die Mitarbeiter entführt wurden. Ja, genau deswegen. Ja, gerade das Gespräch ist genau um die Sekunde, ne? Ich glaube, ob du jetzt ein bisschen aufpassen, dass dem jetzt nichts passiert, ne? Okay, dann sind wir in Alarmbereitschaft. Ja, so wie gesagt. Kommst du eben zu meiner Wohnung, dass wir schon mal anfangen können? Je schneller wir das erledigt haben, desto besser ist es. Ja, ich komme gleich, ja. Ich bin noch hier oben, also ich muss erst runter und alles. Ja, ja, ich fahre auch gerade wieder runter. Du hast ja schnell den Wagen, ne? Bis gleich bei der Wohnung. Ja, bis gleich. Ja, die sind gestern oder vorgestern sind zwei überfallen, sag ich, entführt worden. Äh, Geralt, kennst du ja, ne? Mhm. Geralt und irgendeinen anderer, den wir nicht kannten. Äh, liebe Lea, schlaf gut und ein ganz herziges Dankeschön an dich, dass du hier mit dabei warst heute. Schönes Wochenende darf ich dir wünschen, liebe Lea. Und vielen, vielen Dank nochmal. Schlaf schön. Dann hat Lamy 6.000 Düsengeld bezahlt und du weißt Bescheid. Äh, ATM, mein Schatz. Dürfen wir nicht vergessen. Ja, machen wir gleich genauer hinter uns, ne? Das ist unangenehm, weißt du? So, pass auf, ich bin Co-CEO. Das ist für mich nicht unangenehm. Okay. Ich bin, ich bin ab jetzt Co-CEO von, ähm, ohne Lichtfahren hier, von Freiland, ist auch lustig. Äh, von dem T-Haus. Es wurde heute genehmigt, das ging überraschenderweise sehr schnell. Und Katsuhiko Senmoku ist der CEO. Und Schatz, du weißt, dass mein absoluter Lebenstraum war, immer in die Gastronomie einzusteigen und da einen Chefposten zu begleiten, um gastronomische Entwicklungen zu erleben. Für mich ist heute ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen, Schatz. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr für dich. Und vor allem kann ich damit ein zweites Einkommen machen. Und wenn ich bei der Öffnung singen soll, dann gibst du mir Bescheid, dass man das nicht sieht. Du musst das singen. Es passt auch, es passt auch ganz gut dazu. Das ist ein japanisches T-Haus. Da brauchen wir keinen Rap. Da brauchen wir keinen Gitarrenspieler. Da brauchen wir keinen, äh, Riesem and Blues. Da brauchen wir dich. Eine wunderschöne Gesangsstimme, die vielleicht irgendwas japanisches zur Öffnung singt. Also, du musst jetzt nicht auf japanisch singen, aber du weißt schon, was ich meine. Gut, haben wir auch. Gut, japanisch ist drin, weißt du? Was ich meine. Ja. Also, ich würde dich sehr darum bitten, ne? Ja, ich guck mal, ich muss meinen, also ich kann unter Vorbehalt noch zwei, andere japanische Lieder, aber da muss ich üben. Ja, wir gucken mal, ne, was wir draus machen. Ich muss ja letztlich auch erstmal den CEO fragen. Ich kann jetzt nicht das große Ohrlein und sagen. Aber ich bin es, ich bin Chef, Schatz. Ja, Schatz, ich hab so das Gefühl, du bist jetzt dann der Moneymaker bei uns beiden. Naja, das ist ein T-Haus, ne? Das ist kein Storage. Ja, aber allgemein jetzt, ich, äh, ja. Warlord, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Gute nach. Ich erreiche halt Nikita irgendwie nicht, das ist irgendwie schlechter. Wegen der Auszahlung, oder was? Naja, allgemein, dass wir mal wieder ein bisschen quatschen, auch über das, wie die Firma läuft. Also, ich bin momentan eigentlich ziemlich raus, muss ich sagen, was das alles angeht. Ja, der macht das aber, glaube ich, ganz gut. Ja, ja, er macht das hervorragend. Also, ich sehe es ja auch an den Zahlen. Ja, eben. Also, ich bin da die Letzte, die sich beschweren darf. Also, der... Was ist denn da los? Der macht das fast besser als ich. Also, er macht es besser als ich. Deswegen hat er auch die Firma bekommen. Ja, ja. Nee, der dürfte das wohl wirklich sehr, sehr gut machen. Ja, da unten ist der ETM. Dann gehen wir da eben schnell mal hin. Mal gucken, ob Nikita mir schon den Hahn zugedreht hat. Okay. Hättest du sonst Überweisungen erwartet, oder wie? Nee, alles gut. Huh! Ja, der Junge hat... Gewirtschaftet, oder wie? Ja, komm, zieh raus, statt Bündel. Nee, nee. Mr. Witz, sie ist Co-CEO. Ich kläre das mit ihm ab und wir was machen. Und du bekommst jetzt erst mal das Geld, das ich noch beiseite habe, was so oder so genug noch ist. Wow. Da geht es darum, Mr. Witz. Ich habe noch... Willst du es wissen, wie viel ich jetzt noch habe? Ja. Ich habe noch 110.000. Nein! Ach komm, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, doch. Du hast nicht über 100.000 am Konto. Ja, doch. Meinst du, warum sowas wie mit dem Fahrzeug so easy drin war, ne? Du musst jetzt kurz durchhalten, mein Schatz. Wieso? Das ist schwer. Schatz, bitte gleich einzahlen, weil sonst, wenn wir jetzt überfallen wären, wäre es schlecht. Zahl bitte kurz ein. Nein, wir diskutieren nicht. Fühlte sich an, reich zu sein. Du hast mir gerade 60.000 Dollar gegeben. Lass mich doch mal aufs Konto gucken. Also ich glaube ja schon, ne? Ja, doch waren 60.000. Das ist die falsche Richtung. Ich habe dir doch gesagt, ich gebe dir ein Batzen Geld. Atmen Sie tief ein und tief aus. Ach, du Scheiße. Okay. Lass uns das vielleicht mal ganz kurz auftröseln. Können wir das im Auto machen? Naja, Mr. Wiss, überleg mal, ne? Lien hat ihm mittlerweile 70.000 in Cash gegeben. 75.000 in Cash, schätze ich mal. Sind es mittlerweile. Plus die Kleidung, das Essen und die Uhr. Also gehen wir mal von 80.000 Dollar aus. Und er hat gerade 93.000 am Konto. So, jetzt kannst du ihn etwa abschätzen. Gut, er hat dafür noch seine Fahrzeuge. Also er müsste dafür wohl ein volles Jahr lang Taxi fahren. Und sehr sparsam leben. Damit er 60.000 verdient. Uff. Uff. Ja, Stratum und so weiter. Und die Hexe auch, Switara. Ne, genau. Da kommen ein paar Sachen dazu. Hexen! Alles gut, Schatz. Uff. Da haben sich ja jetzt gerade ein paar Dinge... Uff. Äh! Achso, die haben es stoppt, ne? Schatz. Uff. Was? Uff. Bitte sag mir jetzt, wie wir das auftröseln. Ähm. Kronprinz, wenn es ruhiger wird, nachher gerne, ja. Wirtschaft ist gut damit. Also, nee. Für was ist das jetzt? Ja, für... Für Wohnung, für... Das neue Unternehmen. Das ist jetzt für alle zukünftigen Ausgaben so in nächster Zeit. Wie viel da... Die sind da wieder. Wie viel ist dafür für die Wohnung? Wie viel ist für das Konzept und was das ist? Für Konzepte, habe ich gesagt, machen wir... 50, ne? Ja, und dann ist der Rest für die Wohnung. Gut. Ja, easy. Ja, aber das sind ja mehrere Monate... Okay. Ja, easy. Gut. Also 50 fürs Konzept, 10 für die... Ach, du bist wirklich... Komm her. Gut, dann werde ich dir das aber zurücküberweisen, wenn das nix wird mit dem Konzept. Das ist ja wohl klar. Ja, Schatz, entspannen. Okay? Ich hoffe, es wird was. Ich hoffe, es wird was. Sache stören. So, Harald. Schatz, kann ich dich nochmal ganz, ganz kurz sprechen? Und selbst wenn es nicht funktioniert, behalten wir das Geld einfach und dann kaufen wir uns halt nochmal ein schönes Auto, jetzt haben wir ja Platz. Du hast mir dann aber 60, dann hast du mir aber 50.000 Dollar geschenkt, wenn das nix wird mit dem Konzept. Schatz. Weißt du, wie verdammt glücklich ich bin, mein Leben mit dir teilen zu dürfen? Es geht mir doch nicht anders mit dir. Aber das Geld hat doch damit nix zu tun. Ja, und für mich auch nicht. Ich will, dass wir beide gut leben können. Ja, wenigstens weißt du, dass ich das nicht für irgendwas rausschmeiße, sondern ich mach es höchstens mehr daraus oder ich kaufe ein Auto, wie du sagst. Ja. Und ganz ehrlich, für was brauche ich das Geld? Es liegt seit Monaten auf meinem Konto rum. Ich wirtschafte damit nicht. Und das ist viel, viel besser, wenn es bei dir in der Hand ist, dass du damit wirtschaftest oder wenn du es nutzen kannst. Ja, dann gucke ich natürlich erstmal, dass ich mehr draus machen kann. Also jetzt auch mit dem Teehaus, ich werde da jetzt nicht groß investieren, aber mal gucken. Ich versuche mehr draus zu machen, okay? Ja. Also wenn es weniger wird, dann ist es auch okay. Ist alles in Ordnung. Okay. Ich liebe dich. Dann lass uns mal eine schöne neue Bude umziehen. Ja. Nachhalt, mein Lieber, es ist mir eine große Ehre, sag ich dir. Dass du uns hilfst beim Umzug. Ist offen. Gott. So. Harald? Ja? Dankeschön. Bitte, nein. Von Herzen. Sie meint es so, Harald. Ja, das freut mich, nein. Ich freue mich, dass du dich freust. Danke für die sehr liebe Nachricht von dir und dir ein wundervolles Wochenende zu wünschen und eine gute Nacht schon, Juppert. Wie man gespannt hat, die gelagert hat. Hast du einen Rucksack oder sowas, Harald? Ja, habe ich doch gerade auf, siehst du noch. Gut. Ja. Dann, ähm. Gut, der nimmt die ganzen Flaschen. Dann komm mal bitte kurz zumindest ins Schlafzimmer. Dann hast du, du kannst relativ viel jetzt nehmen, ne? Ja. Okay, dann gebe ich dir mal was durch. Ich gebe dir mal die ganzen Schuhe, ja? Ja, soll ich die nicht einfach direkt da rausnehmen und ich sage, die haltbarer? Ja, schon, hast du recht. Das wäre lieb von dir. Oha. Okay. Da wurde schon eine geschehen gepackt, sehe ich gerade. Alles klar. Die Schuhe sind komplett leer, nein. Ich ziehe mir auch ein paar Dinge an. Ach du Scheiße, was habt ihr denn hier alle drin? Dann lecken wir doch die Füße da. Da ist was drinnen, meine ich, ne? Guck mal, so schlecht sieht das gar nicht aus. Ich bleib gar nicht so heute Abend. Also ich meine. Aber das andere war da auch nicht schlecht, du weißt, ne? Ja, 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 da hast du recht. Da hast du wohl recht. Wo nimmst du von oben oder von oben? Ja, ja. Ja. Das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Die ist wesentlich hübscher, Mr. Vista, stimmt. Aber die Lage passt halt so gar nicht zu den beiden Charakteren, ne? Und? Jetzt habe ich keinen Rucksack, das ist so doof. Ich gebe meine Sachen in meinen Kofferraum und komme nochmal hoch. So machen wir das. So, Junior, ich würde nochmal herzlichen Dank an dich und einen wundervollen guten Abend zu wünschen. Weißt du schon? Und Volkspolizist darf ich begrüßen. Hallo! Ja? Mir kann gerade niemand das Wasser rächen. Das rächt. Alles im Rucksack drin. Was macht Harald da? Gibt es denn einen Rucksack hinten rein? Äh, den Rucksack habe ich dir vorher gegeben. Ach ja, den haben wir ja noch. Schau an. Dann nehme ich den jetzt drauf und räume den mal oben ein, ne? Komme ich sofort wieder. Mhm. Ja, kapau. Ui, es ist viel passiert. Heute ist wahnsinnig viel passiert. Das wird ein episches Kapitel 90. Ich sehe es kommen. Und ich glaube, wir schaffen es heute auch in 12 Stunden Stream zu machen. Ich glaube. Schauen wir mal, ob es wie ist. Hahaha. Äh, kapau. Das ist eine Katastrophe geworden, das Spiel. Eine absolute Katastrophe. Hat dies passiert? Das wurde abgesagt. Warum das denn? Nein. Was ist los? Die wollen Geld haben. Die wollen schon wieder Geld haben? Äh, nee. Und was wollen die für Geld? Wie viel? Wie, und das jetzt pro Woche mehrere Tausend? Ja, komm. Ach, weil die sind da jetzt wieder. Komm, wo die Knarre, die ist ja wohl damit. Nein, das können wir nicht machen. Da musst du dir eine Alternative überlegen. Es geht nicht. Ja, es ist nicht möglich. Du kannst das Geld ja nicht aus dem Arsch ziehen. Wie ist das denn da? Wie ist das denn jetzt, Harald? Was wollen Sie jetzt? Ich glaube, ein Vaternamen hat fertig. Ach, du Scheiße. Jetzt werden die von Alice Taxi wieder erprässt. Ach, jetzt kotzt es mich aber an. Was ist denn das jetzt hier? Soll ich übergebe dir den Wagen wieder an? Du hast den Bürsten mitgenommen. Ah, sehr schön. Guck, das ist der Wagen. Ich auf, pass auf. Ich komm gleich. Okay, das ist echt... Boah, da kommt wieder was auf uns zu jetzt. Das sehe ich. Ui, ui, ui. Kapau! Ui. Das ist aber ein Zufall. Ne, das schaffen wir nicht schon in der Fahrt. Die sollten das gehen. Och, Harald. Aber eine Fahrt danach und dann haben wir es. Das ist ja schon mal schon eine schöne Sache. Ja, was habe ich verpasst? Ähm, Elrond. Puh, gerade sehr viel. Ich bin gerade etwas überfordert. Ich kann es gerade nicht alles nacherzählen, weil es gerade so viel ist. Ähm, boah, also gerade ist das Karo, gerade ich lande unter. So, Schatz. Ist so das Dach geschlossen, das finde ich gut. Äh, ich schläge den Rest auf dem Rücksitz. Wir werden noch einmal fahren müssen dann. Alles gut. Guckst du noch mal, ob du es zu ist? Wo war das jetzt los? Guckst du, ob die Wohnung zu ist? Entschuldigung, ich habe vergessen. Aber es freut mich, dass wir den Umzug innerhalb von zwei Fahrten erledigt haben. Das ist ja doch was, ne? Weil die beiden haben doch mittlerweile sehr viel. Stresst dich nicht alles gut. Hallo, schöner Mann. Stresst dich nicht alles gut, weißt du? Ich grüße dich herzlich. Willkommen, 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 fremde, etrange, stranger, glücklich zu sehen. Just twee, so chante, happy to see you, bleibe, rest is day. Willkommen, 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 im cabaret, oh cabaret, tu cabaret. Da brauchst du, ja, da brauchst du kein, da brauchst du kein Radio anmachen, oder wie ist so, ne? Ich versuche gerade den schnellsten Weg nach Hause zu finden. Du freust dich auf die neue Wohnung, oder was? Ja, das ist ja genau das, was du möchtest, ne? Ja, ja. Ich höre es durchkommen, hier war es für die Freude. Ja, das ist auch nur mit der Bär, das ist perfekt. Ach, es wird herrlich. Es wird ganz herrlich. Wir ziehen da in ein Paradies, ne? Und ich kann wieder mit den Wölfen tanzen, auu. Du kannst, ja, du kannst mit den Wölfen tanzen, ja. Ja, eher mit den Kujuten, aber auu. Wir machen es uns ganz nett, Schatz. Ja. Und ich glaube, Lami zieht jetzt irgendwie da in das Haus neben Harald, das passt. Das passt ganz gut. Ja, ja, lass die beiden dann, ja. Ja, ja, sag ich schon, das passt wunderbar. Weißte, wir beide. Ja, stopp. Weißt du, wir haben schon top. Ich hab top, weißt du. Shut top. Ja, es ist so, Schatz. Es ist so, herrlich, herrlich, herrlich. Merkste, ich bin kein der Hype. Ja. Und das macht mich gerade am allerglücklichsten, weißt du. Weil du hast mir ja vom ersten Moment an, wo du gesagt hast, dass du für mich bereit bist, in die Stadt zu ziehen, hab ich mir ja gedacht, ne, dass das für dich nicht das Nonplusultra sein kann. Und dann haben wir uns ja jetzt auch über die Immobilien mit Dynasty 8 unterhalten. Ich hatte übrigens letztens ein Gespräch mit einem Makler. Das lief übrigens so ab. 110.000 kosten manche Wohnungen. Dann gibt's neue in Weihru, die kosten uns 150. Da haben mir andere gesagt, die sollen gar nicht mal so toll sein. Und dann ist es so, hat er mir gesagt, wir könnten uns jederzeit mal ein Gebäude suchen und ihn anfragen, ob das frei ist, wenn wir ein Haus finden, was uns gefällt. Irgendeines, wenn du verstehst, was ich meine. Und dann würden uns die ein Angebot machen mit McGill zusammen, ob das umgebaut oder renoviert werden muss oder wie auch immer, was das ausmacht und was das kostet. Ja, da hab ich auch erstmal so eingeatmet wie du, aber das ist halt der Nisch mit 110.000, ne? Da können wir beide nochmal ordentlich wirtschaften. Und, ja, Schatz, da haben wir ein Ziel. Eben, das meine ich auch. Wir haben ein Ziel. Und McGill Olsen, da könnte ich eventuell Bruno, könnte ich da fragen. Da müsste ich halt den Kontakt wieder etwas aufleben lassen. So, jetzt haben wir fast den Graben gestürzt und gestorben. Was? Das war das Ganze vorbei. Ja, ja, wir haben ja aber den Friedhof auch hier oben. Der ist eh schöner als der in der Stadt. Was? Ja. Ja, gut. Ja, ich könnte versuchen, den Kontakt zu Bruno wieder aufleben zu lassen. Vielleicht macht der uns da unter der Hand vielleicht ein gutes Angebot für die Wohnung. Ja, nicht Wohnung, Haus. Also wenn, dann bitte auf jeden Fall ein Haus mit Einfahrt im Garten. Ja, ja, Haus. Ich will nie wieder eine Wohnung sehen. Ja, 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 aber dass der uns da vielleicht ein bisschen was macht und dass wir das Haus jetzt so kaufen, wie es ist und dann eventuell Bruno selbst mal anfragen, ob der da was machen kann. Okay, dann müsste ich erstmal mit deines Diät sprechen, ob das geht, ne? Weil die Linken so ein Gesamtangebot vorhaben. Ja, also ich würde mich interessieren, was da so das Gesamtangebot ist von denen und ja, das lassen wir uns einfach mal geben und dann gucken wir, ob wir da nicht einfach hinsparen, weil... Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Ich bin mit der Sache auch zufrieden, aber natürlich so eine Perfektion irgendwann zu erlangen, wäre schon schön, ne? Ja, ich habe mir das vorher schon auch gedacht, dass wir da vielleicht irgendwann mal so sagen, gut, machen wir ein bisschen was an der Wohnung, weißt du, ein bisschen Spachtelwasser und so und dann... Ja, vielleicht auch dann, ne? Ja, vielleicht... Körnchen, Tapeten. Meinst du, meinst du, meinst du, meinst du, dass man das so einfach machen kann, dass man da einfach umbaut? Ich glaube, dass, also ich habe da absolut kein Gespür dafür und also ich reiße dir gerne alles ein, aber... Arali ist schon da. Ja, da hätten noch 20 Autos Platz. Ja. Also, ich sag mal, wie es ist. An Geld ausgeben wird es hier nicht scheitern. Nee, das ist nicht, aber... Die Möglichkeit, ich es hier gebe. Ja. Hoppla! Ihr werft mir das Zeug einfach in den Schrank und ich sortiere dann. Wunderbar. Ach, du bist ein Schätzchen, weißt du? Wir werfen halt einfach in den Schrank und sie... Sortiert. Genau. So ist offen, ne? Mach gleich wieder zu, nicht, dass die Kojoten plötzlich mit dem Pfoten da aufmachen und so. Das ist eine gute Idee, Harald. Ich fang von unten an, okay? Ja, ich hau rein, was, ne? Hau rein. Okay. Vielen Dank. Schatz, meine Uhr ist ganz unten, pass bitte auf auf die. Lass die vielleicht auch im Schrank ganz unten drin, ja, bei der Haube, weil das Ding ist, die wurde mir schon einmal abgenommen und dann bei einer Entführung und, ne, ja. Die Uhr. Wie die Uhr. Die Uhr. Diese Uhr. Ja. Von dir. Ich habe übrigens ja bei unserem, da, es wurde uns ja mal die Wohnung ausgeräumt, ne, und da wurde ja auch dieses Tag entwendet, wo drauf stand, dass das eine, genau. Genau, ich habe damals dann übrigens einen Mitarbeiter von Kronjuwelen mal an der Leitung gehabt und habe den gefragt und der hat mir gesagt, du hättest die Uhr gar nicht gekauft. Bitte, bitte, was? Ja. Der hat ja die in der Namensliste, nicht der Kunden für diese Uhr. Das ist vielleicht auch schon zu lang her, aber ich, also ich bin mir sehr sicher, dass ich die damals gekauft habe. Ja, ich mir auch, deswegen muss das ein Fehler sein, ne, aber ich sage ja nur, was er behauptet hat, ne. Äh, ich hole noch was aus dem Kofferraum, da war noch was, da war noch einiges. Oh, für die beiden geht ein Traum in Erfüllung. Ein echter Traum. Seht euch das nur an. Ah. Oh, ich bin durch, ne. Mein liebster Harald. Ich danke dir sehr. Checkst du das mit Lamy jetzt, was da los ist? Ja. Kriegt ihr die nächste Fuhre allein hin? Mhm. Aber du hast doch eigentlich, du hast doch eigentlich noch einen Zweitwagen, nur, ihr könnt doch beide nehmen, dann habt ihr ja auf jeden Fallschaften. Sie hat keinen Führerschein. Warum das hier nicht? Den habe ich noch nie gehabt. Ach du Scheiße. Warte, ich komme sofort raus und fein weg, ne, Moment. Ich komme da schon mal um, ne. Das ist das Problem, Harald, weißt du, weil jetzt, weiß ich ja nicht, wie ich die Wagen dann hochkriege, ne. Ja, Kapau, wenn das ginge, ne. Wenn das ginge, vielleicht geht es ja irgendwann. So, noch der Rechte aus dem Körperraum. Naja. Ah, sortieren. Die ist eine schöne Sache, meine ich. Fahren wir schon mal den Rest hochholen? Ja, ich würde in der Zwischenzeit einfach sortieren. Kurzi, wie lange für dein Follow? Ich würde dich ja brauchen zum Tragen, tatsächlich. Oh, okay. Weil du kannst auch so ein paar Dinge mitnehmen. Aber sortieren. Würdest du das dann danach machen, wenn wir fertig sind? Weil dann kann ich die Wohnung schon mal kündigen. Ja, ich muss dann, aber das Zeug, das ich noch da habe, also die ganzen Flaschen muss ich dann zumindest noch in den Kühlschrank oder irgendwo hinten. Einfach in den Kühlschrank, einfach in den Kühlschrank. Die Flaschen mache ich. Die Flaschen mache ich. Stellen wir die Wohnung auch wieder komplett zu mit. Ich überlege es mir noch. Ich überlege es mir noch. Vielleicht ein Esstisch wohl, schauen wir mal. Entschuldigung, die eine Krawatte muss da noch sein. Alles gut. Da war es der Krawatte auf den Tisch, ne? Krawatte auf den Tisch, meine ich. Lisa! Einen wundervollen guten Abend. Und ich freue mich, dass du da bist, an diesem äußerst... Nie is ready to go. Holz, ich habe noch Käse. An diesem äußerst intensiven... ...Abend heute. Okay. Ja? Ja, Harald, können wir den Rucksack wenigstens bekommen oder sowas? Nein, die letzte Woche mache ich jetzt noch. Ach so, super. Danke dir. Du bist ein Schatz. Bin gleich da. Super. Was dann? Er hilft uns noch bei der letzten Fuhre. Oh, er ist ein... Ja, und das, obwohl Lamy gerade das Gespräch hatte mit den Verhandlern. Die wollen da jetzt jede Woche, warte, weiß ich, wie viele Tausende von Dollars haben. Ja, deswegen lässt man sich lieber einmal abknallen als... Ach, Schatz. Das ist hart, aber sobald die wissen, die können Geld von dir ziehen, dann tun die das. Ja, das ist aber ein lahmes Problem. Das hat er noch nie verstanden. Jetzt wieder, ne? Die wurden entführt, haben angerufen, haben gesagt, wir legen nicht auf, bis sie die 6.000 überwiesen haben. Na, was denkst du, was er da gemacht hat, ne? Er hat ja aber... Ja, ja, ich weiß schon, ja, in der Situation, dann macht man es. Aber er hatte monatelang Zeit nach der letzten Sache, das vorzubereiten. Weißt du, was ich meine? Ja, vor allem tot bringt er denen nichts. Das bringt denen nur Ärger. Stimmt. So weit denken die nicht. Stimmt. So weit denkt er auch nicht, weil... Ja, hast du recht. Lamy dachte wirklich, die knallen dir. Aber warum? Aus welcher Intention heraus? Das ist doch Schwachsinn. Tot bringt ihnen doch gar nichts mehr. Ne. Ach, guck mal, so einfach wäre das zu lösen, ne? Ja, inzwischen... Ja, inzwischen ist die Sache natürlich brandheiß, wenn der sagt, die haben mich das ausgenommen und, äh, ja, da irgendwie was gegen dich vorbringen kann. Jetzt ist ein Tod natürlich besser für die als lebendig, weil die wissen, dass die jetzt bald nichts mehr aus ihnen rausprügeln können. Ja, nee, 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 so, die sind wieder frei. Aber die haben wohl damit gedroht, dass sie zukünftig weitere Mitarbeitende entführen von LS Taxi, wenn er nicht jede Woche Geld zahlt. Aber das Problem ist ja, wir haben es ihm damals gesagt, als er die 20.000 bezahlt hat. Wir haben zu ihm gesagt, Lamy, warum bezahlst du das? Harald und ich haben gesagt, nein, es macht keinen Sinn, die kommen immer wieder, ja, nee, ich habe es bezahlt, na, was ist jetzt? Und er hat jetzt monatelang Zeit, sich auf so einen Fall vorzubereiten, der hat wieder nichts gemacht, so wie er halt immer nichts macht. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, das ist letztlich auch irgendwo sein Verschulden, das einfach immer wieder den Leuten zeigt, mit ihm kann man es machen, ne? Ja. Weißt du, einfach mal mit das Rot und wo das ist? Ja, gut, ganz so einfach ist es nicht, aber er hatte jetzt Wochen und Monate lang Zeit, sich da vorzubereiten. Ja, das sage ich ja gerade, ne? Kontakte zu knüpfen, um Hilfe zu fragen und so weiter. Auch ich habe ihm tausendmal, ne, angedeutet, dass es bei mir Leute im Hintergrund gibt, ne? Nix, alles scheißegal. Ja, dann... Ich habe kein Mitleid mit ihm, absolut gar keins mehr. Und ich schätze mich auch für die Firma nicht rein. Schatz, ich habe da das Gefühl, wir behalten sie ja auch paustenfrei. Nee. Du, ich entwickle mich gerade woanders, Taxifahren wird immer bleiben bei mir, weißt du? Das ist mein Herz. Aber für ihn als Chef setze ich mich ja für die Firma so nicht mehr ein. Ich fahre Taxi, ich mache die Kunden glücklich, ich werde gucken, dass die Kunden auch zukünftig gerne bei uns fahren, werde mir mein Bestes dafür geben, so als Ausbilder, der ich bin. So, aber die Chefsachen, da werde ich kein Wort mehr dazu verlieren, das ist allein seine Sache. Gut. Also, was ist denn los? Permanent ist ja irgendwas, das kann doch nicht wahr sein. Ja, siehste, und deswegen ziehen wir weg. Ja, dann kann ich da oben gleich tanken auch, weil die Kiste ist leer. Ah. Genau, Dark Master. Warum lachst du da? Mit wat lache ich? Wenn ich gähnen muss? Ah, du hast gegeben, ich dachte, du hast so einen lustigen Schrei ausgestoßen, weil wir da runter sind, über den Hügel. Nee, ich hab gegeben. Ach so, Entschuldige. Ja, Lisa, wie soll ich das zusammenfassen, was heute alles war? Ich schaff's gar nicht in ein paar Minuten zwischen den RP-Strängen. Vielleicht nachher, meine Liebe. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Und Dark Master, schön, dass du auch da bist. Herzlich willkommen. Gleich wie's Fohlen, ey. Ja, ja. So is it, weißt du? Ja. Jetzt rufe ich noch den Simoku, anders wünsche ich dafür 0 Uhr einen Termin ausmachen. Ach, ich bin nervös, das sag ich dir. Ach, Schatz. Wir werden da was ganz Feines draus machen. Da bin ich mir ganz sicher. Mr. Anderson. Herr Sinmoku, gerade eben ziehe ich um. Sie werden es nicht glauben, dieser Tag hat so viele Wendungen in sich, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich anfangen würde mit Luft holen, Herr Sinmoku. Ähm, ja? Haben Sie Zeit, um Sie ein bisschen zu besprechen und zu bereden? Gerade will ich fragen, wann wir uns heute treffen können. Perfekt. Ähm, weiß nicht, haben Sie jetzt Zeit oder erst später? Ich muss noch schnell den Umzug abschließen, weil es hat sich eine einmalige Möglichkeit für mich im Norden da gegeben und die habe ich sofort wahrgenommen. Ich habe gerade ein kleines Häuschen für mich und meine Freundin da bezogen und wir karten gerade die letzten Sachen da hoch. Ich komme gerade aus dem Speed-Dating raus, das überschlägt sich alles, wirklich. Das ist unglaublich, Herr Sinmoku. Daher wollte ich Sie ganz höflich fragen, ähm, ob Sie jetzt dann im Anschluss seid hätten und wie lange Sie heute wach sind. Ich hätte genügend Zeit tatsächlich, also ich würde auch länger wach bleiben, wenn Sie sagen... Ah, das wäre ein Träumchen. Ja, also ich schätze jetzt mal so 0 Uhr. Wie klingt das für Sie? Das wäre machbar, ja. Dann 0 Uhr. Herr Sinmoku, mein CEO. Sie sind große Klasse, ich sage Ihnen das wie Sie es, ne? Also das Konzept, Herr Sinmoku, ich selbst, wenn ich in der Lage gewesen wäre, es uns zu erteilen, hätte es gemacht, nachdem ich das gelesen habe. Also? Ich muss ja auch, Sie haben ja auch festgestellt, es ging relativ schnell, also anscheinend hat das Ding genauso groß, wie es, also so, 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 so in der Bombengröße, in der es aufgetaucht ist, hat es dann anscheinend bombenmäßig eingeschlagen. Dadurch, dass es so schnell durchgekommen ist. Also dementsprechend denke ich, dass wir da anscheinend ziemlich gut überzeugt haben. Einen Nerv getroffen, einen Nerv getroffen. Erstmal Sie, ne? Genau, richtig. Ich habe keinen Auftritt hingelegt bis jetzt, muss man sagen, wie Sie es sind. Ja, stimmt. Das ist richtig, ja. Aber Sie sind ja auch nur ein Teil davon. Deswegen. Ich bringe mich da jetzt voll und ganz ein, ja, Senmoku, denn ich werde Ihnen mein breites Portfolio an Ideen darlegen und in den kommenden Tagen vor allem auch mit detailliert fundierten Vorschlägen begründen, damit Sie sehen, dass für mich auch gerade so sich eine neue Welt eröffnet, die ich mit voller Begeisterung in Ihrem Sinne umsetzen will. Ich denke, das wird eine wunderbare Möglichkeit und Gelegenheit für uns beide, uns völlig frei zu entfalten. Und jeder von uns wird einen eigenen Vorteil daraus schlagen können. Ja, die Synergie und die Tradition. Ich muss Ihnen sagen, wie es ist. Die Synergie aus unseren beiden Kompetenzen, Herr Senmoku. Und das muss man aber wirklich sagen. Sie waren bei Portion Ben die kompetenteste Person, die mir jemals über den Weg gelaufen ist. Und ganz ehrlich, Herr Senmoku, bis heute sind Sie die kompetenteste Person, die ich in meinem Leben jemals getroffen habe. Und ich sage das nicht, um mich bei Ihnen einzuschleimen, sondern ich sage nur das, was ich Ihnen schon mehrfach angekündigt hatte bisher. Vielen, vielen lieben Dank. Ich sehe das genauso wie Sie im angekehrten Sinne. Das heißt, Sie sind bisher auch die einzige so kompetente Person, die mir bisher in den Weg gelaufen ist. Und Sie waren auch der Erste, mit dem ich halt so intensiv über diese Idee dann auch gesprochen hatte. Also die ich auch, also die erste Person, die mir sofort in den Sinn gekommen ist als Koseo, sofort in den Sinn gekommen ist als Partner eben für dieses Unternehmen, wo ich mir auf jeden Fall vorstellen konnte, mit Ihnen gemeinsam kann ich es auf jeden Fall schaffen, was Großes aufzubauen und was Großes zu erreichen. Und deswegen freue ich mich umso sehr darauf, dass auf 0 Uhr, auf die Stunde, die ich jetzt noch warten muss und freue mich darauf, mit Ihnen die nächsten Schritte zu planen. Ich hoffe sehr, dass Sie es jetzt nicht als müssen sehen. Ich versuche mich zu beeilen, Herr Senmoku. Das ist kein müssen in der Hinsicht. Ich kann auf jeden Fall mir die Zeit nehmen und ich wollte mir die Zeit auch sowieso nehmen. Also ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass Sie mir irgendwann Bescheid sagen. Und ansonsten wollte ich Sie sonst sogar tatsächlich gleich anrufen. Dementsprechend, ja, weiß das nicht, dass Sie in irgendeiner Art und Weise mich zu irgendwas drängen. Ich bedanke mich für das Entgegenkommen. Ich freue mich auf diese Synergien, die wir beide aus unseren Kompetenzen schöpfen werden. Und ich bin mir ganz sicher, dass es bei uns nicht nur darum gehen wird, dass wir die Tradition der japanischen Kultur aufleben lassen in Los Santos, sondern dass wir auch viele höhere und schönere Ziele damit erreichen werden können. Exakt richtig. Auch so wie es ein Konzept formuliert hätte, mir geht es vor allem darum, dass die Menschen glücklicher sind und dass sie in der Hinsicht einen Ort haben, an dem sie sich zurückziehen können und erleben können und sich von diesem Alltagsstress einfach befreien können. Ein Ort der Ruhe, Gelassenheit und des Friedens. Ja, wunderbar. Ich sage Ihnen, wie es ist ja, Sie haben mit dem Ausdrucksstarken Konzept alles bewiesen, was sich an Einstellungen beweisen hat lassen. Und deswegen freue ich mich darauf, dass wir uns dann gleich weiter unterhalten werden. Genau. Dann noch viel Glück bei Ihrem Umzug. Frohes Schaffen und bis später. Bis später. Ich freue mich. Tschüss. Tschüss. So, Schatz. Mein Rucksack ist voll. Kleidungsstücke sind alle drin. Ich habe dann auch nochmal an Lebensmittel jetzt so eingesteckt, was da ist. Was würdest du sagen? Was lassen wir zurück? Unser altes Leben. Auf jeden Fall. Ich kann dir noch ein bisschen was in den Koffer heranpacken. Ja, das wäre gut. Ein Lebensmittel. Willst du die Blumensträuße hier lassen? Nein. Ja, aber die hast du doch getrocknet. Ja. Soll ich das Essen auch mitnehmen? Ey, warte mal, Harald, guck mal hier rein. Das ist hier wichtiger. Das Essen können wir auch eigentlich lassen. Das können wir lassen. Es geht mir hier um diesen Wodka und den Tequila, wenn du die beiden Flaschen vielleicht nehmen kannst. Ja, die kann ich locker mitnehmen. Was soll ich noch? Ich habe noch ein bisschen Platz. Okay, dann nimm die beiden getrockneten Rosenblätter ganz unten im Regal. Ja, gut. Und den Rest kannst du hier lassen. Ich fress jetzt ein bisschen was, ne? Ja, da dachte ich mir. Ich mach das auch. Wegen der langen Fahrt, ne? Ich gönne mir jetzt noch was, bevor ich das alles zurücklasse. So ein kleiner Burger. Ja, ich nehme nochmal alles mit, was ich mitnehmen kann, ja, ne? Und ich werde auch noch ein kleines Täfelchen von der Schokolade gönnen, weil die hat nämlich mein Schatz mitgenommen. Ja, der mich jetzt mitgenommen hat, ne? Ah, ja. Au. Oh. Da müssen alle. Oh. Der Hundweg. Das hat dir den Fiebweg von mir auf den Boden geworfen. Ja, ich weiß. So abwahrt. Haben wir alles? Ja, nee. Der Plan war genial und dann hab ich festgestellt, dass... Was denn? Ja. Dass ich ja keinen Schlüssel fürs Auto hab, ne? Hm. Ja, wir haben ja alles. Aber ich glaub, das, was sie... Okay. Ja, ich dachte... Pass auf, Schatz. Ist jetzt deine Aufgabe. Guck nochmal in alle Schränke, ob wir alles haben und ob das passt, was wir hier zurücklassen. Okay. Dann warte ich unten am Ausgang. See Black Wolfpack, mein Lieber. Ein herzliches Dankeschön an dich, dass du heute Abend so lange mit dabei warst. Ich wünsche dir einen wundervollen, gute Nacht und ein wunderschönes Wochenende, lieber See Black Wolfpack. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Und liebe Lisa, ich freue mich schon darauf, dir nachher erzählen zu können, was alles, ja, heute Abend passiert ist. Das mit dem Co-CEO ist nicht nur... Das ist nicht nur... Das ist nur ein Teil davon. Der Umzug auch. Das ist leider nicht zustande gekommen. eines Speed-Datings, die Bedrohungen und der Überfall auf Le Maillard. Und jetzt werden wir diesen großen Schritt setzen. Ja, auf, los geht's los, los. Und... Damit lassen wir unser altes Leben in der 6B hinter uns leben. Leben sie. Ein riesengroßes Kapitel geht zu Ende. Ja, ja. Ja, ja, Lisa, es ist einiges passiert. Ein Kapitel, wo ich zum ersten Mal... Ja. Unten am Strand, bei dieser Wohnung, überfallen wurde. Ach du Scheiße. Hab ich nicht vergessen, das passiert im Leuten nicht. Nee. Da kannst du mal von ausgehen. Setz ich zwar auch nicht am Strand, aber okay. Das ist ja... Das ist ja wirklich weiss, ja. Aber Sand ist da auch genug. Da hast du nicht Unrecht. So, ich pack meinen Rucksack hinten rein. Hast du irgendwas für einen Kofferraum oder können wir los? Nee, wir können los. Mr. Black, auch bei dir möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken und dir eine wundervolle Gute Nacht wünsche. Schlaf schön. Danke, dass du heute mit dabei warst. Ich bin eingepennt und habe alles verpasst. Lisa, ist doch halb so schlimm. Ich kann dir alles erzählen, meine Liebe. Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben heute ja noch viel Roleplay vor uns. So, von dem her. So, ich fahre jetzt mal hier. Das wird bestimmt schneller gehen. Wir fahren einen Highway hoch. Und dann fahre ich bei Harmony rüber. Wir fahren wieder durch die Stadtgurken die ganze Zeit. Hast du? Die Wohnung drin mit Harald verkauft. Wir haben es hinter uns. Und du sortierst jetzt noch im Schrank alles ein? Also du würdest mir einen riesen Gefallen tun damit. Schatz, das glaubst du gar nicht. Ja. Das heißt, wenn ich heute von der Arbeit nach Hause komme, dann ist da alles im Schrank gemacht. Du bist wirklich Zucker. Dann schmelze ich im Regen oder im Wasser. Ja, aber ich kann dich auch davor schützen, weißt du, was ich meine? Ja, das heißt, du bist ein Regenschirm oder was? Ja. Nee, du bist meine kleine Meerjungfrau. Bist du nicht meine kleine Meerjungfrau? Nee, wenn dann bin ich in der Sirene. Also, das ist fein. Genau. Gut. Wunderschön. Nee, ist so. Hast du wurscht, als rechts muss? Nee. Hier ist das nicht, ne? Das ist die nächste. Oh mein Gott, ich kann wieder die Prinzessin des Nordens sein. Yes. No, klar. Weißt du, wen ich heute gefahren habe? Wen denn? Ariane. Oh, und wie geht's ihr? Tja, ganz gut. Sie hat irgendwie erzählt, dass sie zwei Jobs hat. Sie ist ja Friseurin und sie ist bei Wallis Brause. Oh, okay. Ach, die will doch nur wieder kostenlos Sprank abgreifen. Ja, nicht Sprank, nicht. Das ist irgendwie ein neues Getränk, was da gerade ist. Ja, okay. Das ist ein neues Getränk, was da am Markt ist. Und irgendwie nachhaltig... Ja, Skinner trinkt irgendwie so ein Zeug sehr gern. Ah, okay. Ja, ich weiß nicht, ob sie es deswegen gemacht hat oder nicht. Aber, nee, es ging eigentlich ganz gut. War eine ganz lustige Taxifahrt, die wir hatten. Sie hat irgendwie ihr Fahrzeug... Wir sind nicht nach Hause, müsste sie so weit abgenau. Oh, Schatz. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen makaber, aber dann können wir meinen Bruder öfter mal besuchen. Das ist dann auch nicht mehr so weit. Ja, nee, das ist wesentlich näher, ja, genau. Das können wir auf jeden Fall machen. Handicap! Vielen Dank, dass du dabei warst und dann noch dazu so lange. Ich hoffe, dir hat es sehr gefallen und ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende-Handicap. Schlaf schön und erhol dich gut. Hat mich gefreut, dass du da warst. Ja, das Treffen mit meinen Eltern und mit meinem Bruder war irgendwie etwas unangespannter als mit deiner Familie, ne? Hallo? Grüß Gott, sind Sie im Dienst? Können Sie Taxi... Äh, gerade nicht, gerade nicht. Aber wenn Sie noch etwas warten, wäre ich mit deinem Dienst. Äh, wann denn? Äh, in so einer halben Stunde. Nee, Viertelstunde. Ja, gut, dann warte ich, dann melde ich mich in einer Viertelstunde, oder mal? Wunderbar, Sie können mich direkt privat anrufen, ne? Oh, okay. Alles klar, Herr, das ist ein Stück auf Nacht. Tschüss. Mein Stalker, ne? Ah, ich bin vorbei. Äh, vor dem Fest in unsere Brunner. Ja, ich bin vorbeeren. Danke, Handicap. Ah, ich bin vorbeeren. Ich bin wieder vorbei. Ja, ich muss mich in die Einfahrt erst gewöhnen. Ich hörte, dass die Grillen zirpen und das Wind rauschen. Keine Sirenen, kein Stadttlärm, nichts. Das ist genau das, was Eben gesucht hat. Ach, ja. Ja. Den Rucksack gebe ich auch ganz nach unten, den Rucksack gebe ich auch ganz nach unten, die Uhr und die Haube auch. Mhm. Und ich hab das jetzt alles mal so. Ich erfreue mich lustigen Sortierens, mein Schatz. Genau, du siehst da jetzt alles. Jetzt gucke ich noch, was ich mir eben anziehe. Du bist nichts. Du bist nichts vor uns, weißt du? Was? Achso, du bist wirklich ein Schatz, weißt du? Ne, was zieh ich da für einen Sakko jetzt an? Das ist die Frage, ne? Das Blaue, das mag der Herr Senmoku ja so gerne. Die blaue Krawatte dazu? Ne, aber das ist das falsche Sakko. Ich meine das andere Blaue. Die Farben mag er ja so gerne, weißt du? Da will ich mich auch ein bisschen anpassen an ihn. Ne? Das ist es. Das ist es. Sind dazu braune Oxford nichts besser? Nee, der Göttel ist ja auch schwarz. Und nix ist braun, also das passt schon. Ja, Harald, danke ganz, ganz herzlich für die Hilfe. Ja, alles gut, mein. Dann werden wir jetzt gucken, was mit Lame los ist. Ui, ui, ui. Jetzt komm mal mit raus. Ich räume dann hier ein und dann gehe ich ins Bett. Das ist auf jeden Fall, wenn du müde bist, eine gute Idee. Schatz, ich will dir Dankeschön sagen für diesen unfassbaren Tag heute. Also, dass du an meiner Seite warst und ich dir das alles erzählen konnte. Und, 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 und. Grießt und Antihiro, schlaf gut. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich dich auch. Ich habe Harald gesagt, dass wir immer für ihn da sind und dass er hier jederzeit willkommen ist. Hast du ihm das gesagt? Mhm. Oh, du bist wirklich das Beste. Da freut er sich bestimmt. Ich hoffe doch. Schatz, danke für den schönen Abend. Sonst hat er ein Problem. Für die tollen Erlebnisse zusammen, die wir heute hatten und für deine unglaubliche Großzügigkeit. Und ich hoffe sehr, dass du dich hier in dem neuen Haus mit mir noch mehr wohlfühlst als in der Wohnung. Schatz, ich kann gerade nicht glücklicher sein. Ich laufe nachher vielleicht nochmal eine Runde draußen rum. Mach das, aber pass auf dich auf. Ja, immer. Kennst mich doch. Ich liebe dich. Und wenn es was Neues vom Konzept gibt, sage ich dir Bescheid. Und lass uns bald wieder zusammen in der Stadt unterwegs sein. So ein gemeinsames Essen und so. Das fand ich schon ganz toll. Ja. Ich liebe dich. Schlaf schön. So dann auch. Bis später. Ciao, Schatz. Ciao, Schatz. Liebe Community. Na, das ist ja mal so ein richtiger Tag heute. Und wisst ihr, was ich geil finde? Das sind heute nicht einfach nur, also nur unter Anführungszeichen, zwölf Stunden Taxi fahren. Wo man ja sagen muss, das gibt ja ohnehin massiv viel Roleplay, sondern es ist auch noch mit allem möglichen durchwachsen. Wir haben Firma, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben Beziehung, also es ist alles mit am Start heute. Das macht diesen 12 Stunden Stream dann auch wirklich, sag ich mal einfacher für mich, die zwölf Stunden da durchzumachen. Als wenn das quasi, ähm, ja, nur eine Sache ist, die passiert. Und danke Antihero, hat mich sehr gefreut. Schlaf schön nochmal, ne? Und Toddi WB, willkommen zurück. Genau, Kronprinz, sehr, sehr gerne, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Also, Lien ist schon relativ lang in Los Santos und ist irgendwann zur Firma Ellis Storages gekommen. Das ist eine Firma, die Lager vermietet. Und da ist sie dann irgendwann zum CEO geworden und hat mit der Firma richtig Geld geschäffelt. Und deswegen ist sie heute in dieser äußerst wohlhabenden Situation. Da sie aber aktuell weniger für die Firma machen möchte, hat sie diesen, äh, CEO-Posten an Nikita abgetreten und ist selbst jetzt Co-CEO. Damit ist eigentlich schon mal alles zusammengefasst. Evan und Lien haben sich im Sommer letzten Jahres kennengelernt, Anfang des Sommers, meine ich, das war Anfang Juli. Und das ist, äh, ja, auch in einer der ersten Folgen von Evan passiert, äh, von Evans Journey. Ich weiß nicht mehr, welche Folge war das? War das 19 oder 18 oder war das 17? Die haben irgendwann schon telefoniert, als es noch bei Potenpen war. Und dann haben sie sich irgendwann kennengelernt, sind zusammengekommen, irgendwie so 19, 20, 21, 22, irgendwas in diesen Kapiteln herum war das. Weiß jetzt noch jemand von euch genau? Ja, und sind eigentlich seither zusammen, was eine wirklich lange Zeit ist, ne? Und absolut glücklich und alles, ne? Leanne hat auch eine sehr krasse, ähm, Vergangenheit in Richtung Crime gehend. So, von dem her, ähm, passen die beiden heute noch besser zusammen denn je. So, ich bin in circa 10 Minuten bei Ihnen. Supi, alles klar, danke schön. Bis gleich. Na, Kronprinz sehr gerne. Ich hoffe, das war schon ein kleiner Überblick, der auch verständlich war. Alles klar, Tierroki, alles klar. Äh, Evan und Leanne, ich dachte, Evan und Maya Kappa, ja. Wer das Kapitel gesehen hat, wo Evan beim ersten Date Leanne immer mit Maya angesprochen hat, ihr tümlich dann, die Person weiß dann Bescheid, was hier gerade gemein ist. Es ist herrlich, es ist wunderschön. Ach, was passiert heute hier alles? Unfassbar. Also, für mich ist es gerade extrem anstrengend, weil es so lange durchgehend ist, ne? Keine Leerphasen, wo ich auch mal entspannen kann. Aber ich komme ganz gut zurecht, weil es ja auch so schöne Ablenkung ist. Gemeinsame mit euch, ihr Lieben. Schön, dass ihr hier am Start seid. Und heute hat er noch viel vor, hat er lieber Evan. Ganz viel. Also, die zwölf Stunden, die werden da oben sein wie nix. Svitara! Ja, wunderbar. Weißt du das noch so genau? Sehr schön. Kronprinz, ich weiß Bescheid. Vielen, vielen herzlichen Dank. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für die Fragen. In Wenshow. Hi. Mit dir in den Sportwagen, hey. Ganz kurzes Update nur. Ich habe schon die nächste Fahrt, ich muss gleich weiter. Ja. Sagst du mir nur so in zwei Sätzen, was aktuell ist? Äh, ich war da, die wollten ein Gespräch haben und dann ging um das Thema Schutzgeld. Äh, dann wurde da irgendwie rumgeschossen und die haben gesagt, ja, Lami, du musst weg, wir verschieben das Gespräch. Ah, okay. Mhm. Ja, das ist erstmal gut, ne? Ja. Ich werde mir nochmal genau aufschreiben, was ich denen sag und wenn die es gar nicht checken, dann haben die Pech gehabt. Was sagst du ihnen? Na, mit Subventionen und sowas halt auch stimmt, ne? Ja. Aber dann sagst du quasi nichts anderes, also ich habe nicht genug, dann sagen die ja gut, dann gib uns tausend im Monat. Aber dann gibst du nicht weiter. Ich bin in der Leitstelle, ist das okay? Wir haben nicht mal tausend im Monat, ja. Ja, aber ist doch egal, ob die jetzt 50 oder tausend im Monat. Aha. Du hast auch noch die Leitstelle nicht besetzt. Gut, hier gibt es mittlerweile fast nichts mehr, weißt du, ja? Aber die Seko ist vielleicht für den Dienst auch nicht so geeignet. Ich bin in der Leitstelle nicht so geeignet. Mach dir das Tor bitte zu, du lassst offen, ich muss direkt los. Ist das okay? Ja, 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 ja. So, ich hoffe sehr, dass es euch gefällt, Svitara. Angel, Chiroki, Krumpens und alle, die hier mit am Start sind. Ich finde das echt schön, dass ihr hier seid und es freut mich unglaublich zu lesen oder lesen zu dürfen, dass ihr auch an der Geschichte von Evan und seinem Werdegang, seiner Entwicklung vom ersten Tag an weg, auf dieser langen Reise durch San Andreas mit Evan und drumherum so interessiert seid. Das ist mir wirklich eine große Ehre. Vielen, vielen Dank dafür. Ich darf die liebe Zute ganz herzlich begrüßen. Schönen guten Abend, wie geht's dir? Und Hallöchen auch an Don't Worry Be Happy. Also, Hallöchen sag ich, Entschuldigung. Danke fürs Herzposten, meine ich, Don't Worry Be Happy. Da ist denn hier Hallöchen. Aus mit Dara, das freut mich sehr. Und Axel, nochmal ein Riesendank an dich für den heutigen Abend. Und viel Spaß heute im Lörg. Und Dankeschön für das Kompliment, Axel. Es freut mich sehr. Barbarossa Gaming darf ich begrüßen. Schönen guten Abend. Schön, dass du hier bist. Das geht dir auch gut. Hi. Angel sagt auch, es macht Spaß. Das freut mich. Und Zute geht's gut. Das ist doch wunderschön. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Kronprinz, das freut mich. Kommt noch jemand? Hallöchen. Nee, du, wir sind das. Kronprinz, das ist ein Riesenkompliment von dir. Das bedeutet mir viel. Alles gut, da hin. Dankeschön. Ja, ich habe einen wahnsinnig intensiven Tag hinter mir. Sind wir zu zweit? Äh, ja. Wunderbar. Hallöchen. Hallöchen. Schönen guten Abend zu wünschen. Ebenfalls. Wo darf ich Sie beide denn hinfahren? Mich zum Generic und den Herren. Ja, das verstehen Sie. Ähm, hier unten. Ah ja, ich weiß so. Bei dem Asia-Pavir. Ja, wir haben doch öfter schon das Vergnügen gehabt, ne? Ja. Ed freut mich. Wie war der Tag für Sie beide? Oh, ja, ja. Das freut mich, ja. Wie war Ihr Tag bisher? Ach ja. Recht intensiv, ne? Na, das klingt... Naja, das klingt halt so, oder? Nicht überzeugt, irgendwie. Nee, überzeugt vom Tag bin ich nicht, aber es sind einige tolle Dinge passiert, muss man auch sagen. Ich bezahle schon, alles gut. Hm, okay, gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Schlafen Sie gut. Ebenfalls. Und Siechenerics, ne? Genau. Liebe Nixi, nochmal danke für das grandiose RP. Herz in Ihnen den Chat, ihr Lieben. Gut, dass Sie jetzt so schnell noch einspringen konnten. Ja, ich sparke gar nicht im Dienst, aber wenn Sie hochführen, kann ich schnell. Oh, dann tut es mir immer leid, dass ich jetzt den Dienst geholt habe. Nein, Sie missverstehen das vollkommen. Also, Sie haben ja nicht nur den Grund, meine Nummer. Ich mag Sie ja. Und wenn Sie mich brauchen, komme ich. Weil das, ich schon sehe das anders. Aber wenn Sie, wenn Sie im Dienst, außerhalb des Dienstes, dann, nee. Also, dann hätte ich, jetzt hätte ich Sie extra in den Dienst geholt, tut mir leid. Nee, das muss Ihnen nicht leid tun, das ist okay. Sie haben doch, nein, Sie haben doch auch, also, Sie haben doch auch ein Leben, oder nicht? Äh, ja, und weil es gerade gepasst hat, bin ich für Sie in den Dienst gekommen. Wenn es nicht gepasst hätte, hätte ich es auch nicht machen können. Ist doch alles klar, bitte. Sie wissen doch, wie es läuft. Elis Taxi, der Pläschchen fährt mit, weißt du? Gute Nacht, meine Liebe. Herzlichen Dank für einen wundervollen Abend. Und Freakum, vielen Dank an dich für dein RP. Schön, dich zu sehen. Ist mir trotzdem ein bisschen unangenehm, wenn ich ehrlich bin. Es tut mir sehr leid, ich versuche Ihnen das Gefühl gerade zu nehmen, weil es überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Ach, alles gut. Ich fahre jetzt auch weiter, es passt einfach. Ich bin gerade fertig geworden mit meinem privaten Arbeiten und jetzt bin ich bereit für den Dienst. Ja, dann. Und deswegen bin ich auch jetzt in den Dienst gekommen, ne? Also, das muss Ihnen nicht leid tun. Ja, doch schon. Ich mache ja den Dienst, auch weil ich ihn gerne mache. Ja, dann. Und wie war sonst Ihr Tag in der Staatsanwaltschaft? Durchwachsen. Wissen Sie, man bereitet sich auf Sachen vor und dann sind die Personen nicht da. Das ist so. Da könnte ich heute ein Lied davon singen. Wir sind dann im wundervollen Zuhause angekommen. Und das wäre dann einmal, lassen Sie mich mal kurz zusammenrechnen, dass wir dann 21 waren. Brauchen wir nicht, bitteschön. Achtung, meine Güte, was machen Sie denn? Was machen Sie denn? Wir haben, wie gesagt, Sie haben ein kleines schlechtes Gewissen jetzt. Also, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, nicht Sie. Jetzt haben Sie es auf mich schon übertragen. Weiß ich... Haben Sie gut gemacht, haben Sie gut gemacht, weißt du? Brauchen Sie doch gar nicht. Ich habe das doch Ihnen schon mal erklärt. Alles gut. Dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Tag noch. Genießen Sie noch Ihren Dienst. Brauchen Sie keine Scheiße. Und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Nee, was denken Sie von mir? Ich bin Taxifahrer. Wie gesagt, außer dass ich mal ein paar Leute zu Tode fahre. Oder mit den Steißwohnen fahre. Das passiert da nichts. Ja, passen Sie auf sich auf. Sie sind der Beste. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Und ich will Ihnen sagen, ich freue mich über das Trinkgeld wirklich sehr. Sie haben es alle verdient. Dankeschön. Gute Nacht. Schönen Tag noch. Sie sehen. AFC, ich darf dich ganz herzlich begrüßen. Schön, dass du da bist. Wundervollen guten Abend. Herzlich willkommen. Heute war ein extrem intensiver Tag. Coole Taxifahrt mit Donaham. Coole Taxifahrt mit Harald. Le Maillieu wird erpresst und bedroht. Der Speed Diva heute da und hat die dann alle beschützt. Währenddessen ist das Speed Dating hat stattgefunden und ist abgesagt worden, weil keine Teilnehmer kamen oder zu wenig. Waren nur vier da. Riesenchaos dann. Sophia, die Chefin, war am Ende. Wegen ganzer Crimesache da und Absage vom Event. Lien ist dazugestoßen. Evan hat ein Traumhaus in Harmony gefunden und ist mit Lien heute umgezogen in den Norden. Lien hat ihm 60.000 Dollar geschenkt. 10.000 für die Miete für die nächsten Monate und 50.000 zum Reinvestieren für seine zukünftigen Projekte oder um ein Auto zu kaufen. Das Haus ist unfassbar. Jetzt haben wir gerade von Lamy erfahren, dass der wohl zukünftig mit Schutzgeld erpresst wird und wöchentlich bezahlen muss, damit die Firma in Ruhe gelassen wird. Und tausend andere Dinge, die mir gerade nicht einfallen, weil das so ein unglaublich intensiver Tag ist. Es geht zur Sache, das kann man sich gar nicht vorstellen. Schön, dass ihr alle da seid. Also das alles ist heute Abend passiert. Und es steht noch so viel an. Achso, das Wichtigste habe ich ja noch ganz vergessen. Evan, Achtung, jetzt kommt es. Evan wird Co-CEO. Katsuhiko Senmoku, so ein ehemaliger Mitarbeiter von Potent Pen, mit dem er über Monate hinweg Kontakt hatte bezüglich eines Konzeptes für ein japanisches Teehaus, hat die Zusage bekommen. Das heißt, Evan ist heute vom DOL bereits als Co-CEO eingetragen worden. Und das steht heute um 0 Uhr. Das heißt, in weniger als 50 Minuten die erste Besprechung mit Senmoku an, bezüglich dieses neuen Gewerbebetriebs. Evan hat es geschafft. Sein Lebenstraum ist heute ebenfalls in Erfüllung gegangen. Er wird Co-CEO in der Gastronomie. Real Sim. Nee, Evan wird weiterhin Taxi fahren. Das macht er ja von Herzen gern, Green, ne? Ja. Boah. Nein, ist wieder die Zeit, wo nichts reinkommt, ne? Nee, gar nichts. Nee, die waren jetzt auch zu lange unbesetzt, glaube ich. War niemand im Dienst? Nee, seit 19.40 Uhr nicht. Aber den Michael, ne? Und die Dings, die waren noch überfordert. Das war eine Frechheit heute. Echt? Das war absolut eine Schlicht. Nee, lange nicht, dass du glaubst, mich über Kollegen äußern, aber das war ja wirklich nett. Das war mal ein Rock-O-Fairer. Elis Taxi, begrüßen Sie, Herzlisch. Guten Abend, ich bräuchte ein Taxi beim Opi. Ja, willkommen zum Opi, sehr gerne. Wunderbar, bis gleich. Ciao, ciao. Bis gleich, tschüss. Ich mag ihn, er ist unglaublich sympathisch, aber er fährt immer zum Opi oder zurück. Aber nicht kurz gleich, ne? Ja, wir werden das jetzt fahren, Harald. Ne, pass auf, also die waren im Dienst zusammen in einem Taxi und was ich ja gut finde, aber wenn sie halt trotzdem überfordert sind, bringt's halt nix, ne? Die Leitstelle hat geglüht, du hast halt gesehen und die hatten ne Fahrt und ich hab über Funk durchgegeben, dass sie noch ne zweite Fahrt bekommen und dann war die Reaktion, nee, jetzt nicht, wir fahren gerade. Und ich hab da sechs Fahrten im Petto. Ich verstehe allgemein nicht, dass Leute nicht zwei Fahrten haben, okay? Das war noch nicht alles, ne? Nach zwei Minuten rufen wir wieder an, Harald. Und dann sagen die, ja, ich bin wieder frei, ne? Dann fragt der, der, ihr würden ja, habt ihr die Fahrt gemacht? Ne, haben wir nicht. Was hab ich vergessen, Harald? Also die absolute Freche Art. Ne, es ging dann um die zweite Fahrt, ne? Sag ich schon. Ja. Im Anschluss dann, wenn ihr fertig seid, zum Ufo-Gebäude in Weinburg. Da ist die nächste Fahrt. Ja, okay, machen wir. Er meldet sich nachher so ein bisschen frei, sag ich. Habt ihr die Fahrt schon gemacht? Ne, die haben wir vergessen. Weißt du, er hat eine Fahrt und bei uns explodiert es und auf meinem Blog habe ich mittlerweile sechs Fahrten im Petto stehen gehabt. Die waren vollkommen unfähig. Und dann sag ich zu ihm, nimm bitte die Leitstelle, ich muss jetzt außer Dienst gehen. Dringend. Das war um 19.40 Uhr. Das ist wahrscheinlich zu zweit gefahren, oder? Ja. Die sind zu zweit gefahren, haben es nicht gebacken gekriegt. Und um 19.30 Uhr sag ich, nimm bitte die Leitstelle, ich muss jetzt außer Dienst gehen. Sagt er, ne, mach ich nicht. Ich hab gerade eine Fahrt. Hä, ne, das geht gar nicht. Kannst du dir das vorstellen? Das geht halt auch nicht, dass... Alice Taxi, wir grüßen Sie herzlich. Einen wunderschönen guten Tag. Bonjour, Moscheli. Hallo. Kannst du eventuell zum... Wo sind wir nochmal? Stadtpark kommen, wo die Garage ist. Oder wo eine Garage ist. Ja, na klar. Kommen wir hin. Wie viele Personen? Okay. Ähm, wir sind gerade... Äh, der eine ist mit Fahrrad, der fährt alleine, äh, und deswegen sind wir nur zu dritt. Sie sind zu dritt? Ja. Weil das ist gehend. Bester Tag. Na klar, wir kommen. Sehr gerne, ne? Bis gleich. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ja, eine Fahrt zu dritt vom Stadtpark und eine vom Opi. Mein Gott, bin ich geil gerade, weißt du? Ist widerlich bist du. Ja, und dann habe ich ihm um 19.30 Uhr die Leitstelle gegeben und gerade erfahre ich, dass er es um 19.40 Uhr außer Dienst gegangen ist. Vollkommen inkompetent. Aber komm, lass gut sein. Ist mir lieber so weit, als da sind Leute, Leute im Dienst, die uns die Fahrten klauen. Passt schon. Also ist es nicht. Wir hatten sogar mal für 10 Minuten Stress gehabt. Das war heute ziemlich schön, sage ich dir. Ja. Ziemlich schön. Komm, Harald, wir fahren. Du musst ein Taxi nehmen und ich. Fährst du Opi? Wer? Harald. Oder Lami, nimmst du auch ein Taxi? Ja, ja. Du wolltest ja sowieso fahren, ne? Fährst du Opi? Ja, mach ich. Ja, warum? Da sind doch die eine Person. Ach so, dann fahren wir Opi und du Stadtpark. Das wäre vielleicht klüger, was weiß ich. Ich bin auch schon, weißt du? 5 Stunden. Ne, Lami, weißt du? Ich mache heute wieder so einen Zwölfer-Dienst, ne? Zwölfer und kleinen. Einen kleinen Zwölfer, ne? Kleinen reinschmeißen. Ja, der Lami ist traurig. Das merke ich, ne? Probezeit und weg, Green. So ist es, ne? Der Lami ist traurig. Ja, sicher. Ne, das verstehe ich aber auch. Der ist gestresst natürlich, ne? Nur du fährst, ich kann nicht mehr. Mehr explodiert der Kopf. Ja, ich kann nicht, ich kann. Warte, jetzt nur noch drei Stunden. Ne, das kann nicht sein. Vier sind es noch, oder? Vier sind es noch. Oh. Mountain! Ich fress ein Vieh schneiden. Ja, da kannst du immer von ausgehen. Ach, warte. Vize Hansen. Es sind nur mehr drei Stunden. Boah. Ja, vielleicht schaffen wir heute einen neuen Rekord. Und wenn ich mache noch vier Stunden, dann hätten wir einen neuen Rekord, ne? Weißt du? Willst du nochmal vielleicht dieses Ding an, die Werbefirma anrufen? Ach, halt, ne, heute nicht mehr. Gut. Ich bin am Ende. Ich bin wirklich am Ende. Was kannst du mal sagen, was das für ein Unternehmen ist, ne? Ja, es ist ein gastronomischer Betrieb, Harald. Okay. Ich habe da so einen ehemaligen Bekannten, den kenne ich schon seit Monaten, besser gesagt. Im Bucco? Genau, den, ja. Und der hat das Konzept eingereicht und ich dachte mir, das wird eher nichts, ne? Weil, ja, es ist sehr speziell, aber ich dachte mir, ja, wir haben schon was extrem Spezielles, ne? Aber das wird extrem schnell genehmigt jetzt, überraschenderweise. Also, ich wurde eigentlich schon das Grosio eingetragen, mein Lieber. Und da komme ich dann auch auf dich zu, weil, mein lieber Harald, du weißt ja, wir beide sind unzertrennig. Da bin ich mal gespannt, was, ne? Und ich bin mir sicher, dass wir dich da auch gut gebrauchen können dafür. Aber jetzt muss das Unternehmen erstmal wachsen und eröffnet werden. Und ich muss dich fragen, ob du Bock hast, da mit uns irgendwas zu machen, was lustig ist. Ja, theoretisch, ich werde dich da auch von führen, ne? Totti, freut mich, dass du dabei bleibst. Und Jenny, ich möchte mich bei dir noch einmal ganz herzlich bedanken für einen großartigen Abend. Danke dir und einen wundervollen Schlaf. So wie ein schönes Wochenende wünsche ich dir, Jenny. Gutes Nächtele. Aber ich merke auch jetzt, Leute, dass ich langsam so müde werde, ne? So richtig müde. Also, Cam, Abend ist gerade nichts bei mir, wegen des Lichts, ne? Brauche ich im Moment nicht. Bin gerade... Boah. Ja, von euch ist von Beginn an dabei heute. Mal die Einzündungshed. Ja, mein lieber Harald, viele Dinge ergeben sich, ne? Aber das mit dem Umzug da, also da bin ich ja überglücklich. Ja, dann hast du es geschafft, was, ey? Weil dies vorbei ist. Ja, auch ein riesen Grundstück, ne? Kann man auch nicht sagen. Wir haben uns jetzt mal den Garten hinten angesehen. Ja, ich hab's auch gesehen, ne? Mit der riesen Einfahrt nochmal da hinten. Wahnsinn. Unglaublich. Und das für den Preis, ne? Wir zahlen jetzt zu zweit 100 Dollar, aber das ist ja... Das ist ja ein riesen Grundstück, ne? Das ist ja kein zweites Mal. Viele Hansen, Angels, Vitara, Timo, Elrond, Chiroki, Jenny, don't worry, be happy. Und viele von euch sind schon sehr, sehr lange dabei auch, sehe ich gerade. Unglaublich. Also großen Respekt an euch, dass ihr das auch wirklich, dass ihr auch wirklich so lange hier mit da... Also ich bin echt, ich bin echt begeistert und überrascht zugleich. Ihr seid echt cool. Danke an euch alle, die da sind, egal wie lange, ne? Ob ihr jetzt fünf Minuten zuguckt oder zwölf Stunden, ich bin einfach glücklich, dass ihr vorbeischaut. Das wisst ihr. Danke an euch alle. Ja, Evan ist nach Harmony gezogen, Freakum. Korrekt. Der Umzug ist gerade abgeschlossen. Sie haben ein schönes Haus mit großem Garten, doppelter Einfahrt. Der absolute Traum schlechthin. Und das war frei. Neun Stunden habe ich schon, drei sind es noch, genau. Vitara! Wow! Wow, wow, wow! Ja. Mein Lieber, so sieht es aus, ne? Aber Ereignis reicht, das kann man mal sagen. Das ist für mich noch lange nicht zu Ende. Und für dich ja auch nicht. Halb drei, ne? Du weißt Bescheid. Das spielt ja wohl ab, nein? Genau, solange machen wir. Andal, ich grüße dich! Hi! Aber das ist, um ehrlich zu sein, ein Angenehmer, dass ich gerade auch mal so ein bisschen auf dem Beifahrersitz sitzen kann und dich fahren lassen kann, weißt du? Ja. Aber Cedric, das ist meine Ehre. Danke für die ganz liebe Nachricht von dir. Kannst du noch Hache, oder soll ich übernommen? Ja, sicher, ne? Ich bin noch gut dabei, ne? Andal, sowas von super intensiv. Wow, wow, wow! Was heute alles passiert, ist gigantisch. Man hat so das Gefühl, als hätte Evan dann ab der nächsten Folge ein neues Leben. Ja, bitte Hansen. Ich bin ohne Stream, ist es auch entspannt, Alter. Das ist ganz normal, ne? Das ist bei mir auch so. Danke, ist auch gleich sehr super. Das ist eine klare Sache, ne? Aber mir macht es halt mit Streamen wesentlich mehr Spaß, das muss ich auch dazu sagen. Wenn ihr nicht da wärt, dann wird mir irgendwie so alles fehlen. Ne? Muss ich sagen, wie es ist. Also ohne euch ist das für mich, ja, ein Zehntel. Fricko, ich konnte nur kurz ins AP, klappt nicht. Wie lange warst du drin? Danke für die ganze Zeit, das ist total lieb von dir, ne? Weiß ich sehr zu schätzen. Sehr lieb von dir. Und Sid, der begrüßt dich ganz herzlich. Hi. Kommen Sie rein ins Taxi. Hallo, guten Abend. Wie war der Burger? Ah, der war wundervoll. Super. Das freut mich. Den nächsten Tag so gerne hier, ne? Ja, und jetzt zum Yellow Jack-In, bitte. Na klar. Yellow Jack-In, ne? Das ist ja wunderbar. Das ist auch eine herrliche Einrichtung, kann ich Ihnen sagen. Ja, auf jeden Fall. Und bei Ihnen, alles gut? Ach, was soll man sagen? Nicht mal ein Jahr, ne? Also wir sind heute ein bisschen ruhiger als von uns, wenn wir etwas müder sind. Wir haben schon einen unglaublich intensiven Tag hinter uns. Das hoffe ich, nehmen Sie uns nicht übel. Aber wir freuen uns trotzdem sehr, Sie fahren zu dürfen. Nein, kein Problem. Verstehe ich doch. Ja, Freak, da ist immer so, ne? Wir sind heute auch irgendwie sehr früh müde geworden. Keine Ahnung warum. Haben Sie auch viel zu tun gehabt? Äh, gestern schon, aber heute wachte ich eigentlich mit viel Energie auf, aber plötzlich bin ich sehr früh dann müde geworden. Okay. Keine Ahnung warum. Ja, ne, ich, ähm, ich hoffe, dass Sie, dass Sie einen ruhigen und erholsamen Schlaf finden. Ah, dank. Wünsche ich Ihnen auch. Und es ist uns wirklich eine große Ehre und Freude, dass Sie mit uns wieder Taxi fahren. Sie als Stammgast bedeuten uns viel. Ja, das freut mich da. Das kann man einfach mal so sagen, wie es ist, ne? Ja, und ich fahre auch sehr gerne immer wieder mit Ihnen. Werden Sie jetzt im Mellow-Check-in noch ein bisschen was konsumieren? Ja, vielleicht ein Bierchen oder zwei. Ach, das toll. Das ist doch toll. Und danach geht's nach Hause, oder wie? Ja, kann sein. Ich warte, ehrlich gesagt, schon den ganzen Tag auf einen Anruf einer Freundin. Aha. Aber bis jetzt noch nichts. Was ist der Inhalt des Anrufs? Ob sie das Wochenende da ist, oder nicht. Kann sein, dass sie für eine Weile abreisen muss. Ui. Ja. Okay. Dafür müssen wir uns natürlich richtig verabschieden, erstmal. Na, das ist verständlich, wenn man... Weil ich eine klare Angelegenheit, ne? Ai, 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 ai. Da wollen wir wohl, ich denke, ja, nicht dran aufzuhören, aber es geht. Alles Taxi, das Lächeln auf den Lippen sitzt, weißt du, ne? Ja, das ist doch schön. Schönen guten Abend. Ich bräuchte ein Taxi zum Quickhouse, bitte. Nochmal, wohin? Quickhouse. Wo ist das denn? Äh, am Stadtpark, die Straße und ein Stückchen weiter hoch. Da, wo Secure Surf und sonstige Firmen sind. Quickhouse? Quickhouse. Da ist auch viel Gewinn. Die Kanzlei Goldbaum ist hier mit im Haus drin. Ach, die Kanzlei Goldbaum. Ja, ja, ja. Also, ich hab den Namen noch nie gehört. Entschuldigen Sie. Ich fahr schon so lange Taxi. Ja, okay, ne, macht ja nix. Bis gleich dann. Fünf Minuten. Bis gleich. Tschüss. Jo, bis gleich. Ciao. Brickhouse, hast du das schon mal gehört? Ey, riechst ja der Scheiß rein. Ja, aber wirklich. Aber eine gedämpfte, weißt du? Willst du Lame da hinschicken, oder? Ne, das machen wir. Doch, da sind wir, mein. Oh, wunderbar. Sidney, ich wünsche dir eine gute Besserung. Wie viel macht das? Ja, was würden Sie sagen? Jetzt verlassen wir Sie mal raten. Ach, ähm, 32 Dollar? Leider nicht. Mehr oder weniger? Diesen Ticken mehr, mein. Okay, dann... 42. 40 Dollar, sie in zwei. Ah, 40, okay. Dann runde ich das ein wenig auf. Hier, bitteschön. Ach, sind Sie freundlich. Danke herzlich an Sie. Danke, Störmarin. Schönen Abend noch, alles Gute. Danke, gleichfalls. Und weiterhin gute Fahrt, ja? Danke, nein, tschüss. Ciao, bis die Tage. Leider nicht, weißt du? Ach, der ist total nett. Ich mag den unglaublich gerne. Der ist wie so ein Engel, der Typ. Ja, ja. Der hat ja noch nie in seinem Leben ein Schimpfwort gesagt. Ja, furchtbar freundlich. Wo fährst du denn hin? Du bist ja vollkommen im Moment. Ich fahr mal kurz, danke. Weil ich komme gleich nicht mehr weg. Oh. Wo ist Gerald? Ich kann nicht mehr fahren. Gerald. Ach, Gerald. Sieht Ihnen eine gute Besserung, ne? Danke, dass du im Lack dabei bist. Gas. Ja, was? Gas nicht läuft, was? Pass blöd auf mit dieser scheiß Tankstelle. Die ist uns gestern in die Luft geflogen. Oh, nee. Da können die mit aus, was? So die Scheiße, ne? Ja, dann tank schneller, Harald. Ich will dich hier nicht über den Platz fliegen sehen. Ich will los, Gerard. Bei euch? Oder bei mir? Nee, bei dir, nein. Ja, geht so. Ich habe gerade eine Vorladung von der Staatsanwalt. Ach, das kann ich nicht. Dann freue ich mich. Ja, ich habe eins. Und ich habe keinen Bock. Na, glaube ich, nein. Ich habe nicht... Ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt eingeleitet werde. Ich habe nichts gesehen. Die laden ja auch nichts, die Akte. Nö. Das ist halt wirklich so. Ach, das macht mich alles wieder sauer. Ich hasse mein Leben. Ich verstehe, Gerard. Ich bin auch am Ende. Das ist halt wirklich so. Was soll? Du kannst mich einfach überfahren. Wäre gut. Kann ich erledigen, was, ne? Hm. Gut, Gerard. Wie Sarah. Das war ja ein Knüller. Mein Gott, habe ich mich damals erschrocken. Ja, was glaubst du, ne? Heute ist nichts, was, ne? 2 Dollar. Ach, ich sage dir, die zu groß sind. Also müssen los, der wartet. So, wir geben Gas, nein. Tschüss. So, Brickhaus. Gut. Ich wohne jetzt in der Harmonie, weißt du? Guck mal. Gehst du raus im Navi? Boah. Ja, komm, die 3 Stunden packen wir jetzt auch noch. Boah, das sind aber jetzt lange 3 Stunden, kann ich ja sagen. Ah, jetzt kack dich nicht ein, weißt du? Ja, ich piss mich an. Bis wir mal durchhalten, nicht immer nur, weißt du? Gut, da bin Punkte halb, bis aber dann auch Schluss. Na klar. Da will ich dann keine Entzündung weiterhaben, was, ne? Hahaha. Halb 3 ist immer zu Hause im Bett, ne? Und schlafen. Ja, langsam kommt sie denn, wie die Stadt, ne? Ich kann mich mal mal Arsch lecken. Ja, glaub ich, nein. Ja, glaub ich, nein. Ach, Sydney, ich hab keine Ahnung, was der aktuelle Stand ist. Puh, jetzt werde ich Co-CEO. Also schon ganz gerne, nein. Weil ich alles in Kraft investiert hab, ne? Guck mal, Alice Taxi, Downtown Cap und Potenpen. Und jetzt werde ich bei nem Tee laden Co-CEO. Es ist, wie mal jemand zu mir gesagt hat. Tee laden? Ja, nicht nur. Das wird schon ne ganz andere Sache noch, ne? Aber ich hab das jetzt nur so schemenhaft zusammengefasst. Aber es ist so, ne? Äh. Hier hab ich auch das Gefühl. Ich hab mich angestrengt, was ich wollte. Aber durch Glück bin ich letztlich dann CEO geworden. Nicht durch Fleiß. Ja, das ist ja in der Israel schlafen. Das ist ein Langsame. Es ist traurig, aber es riefst du ja selbst auf die Worte nach, halt. Sonst wäre jeder CEO was, ne? Ja. Nee, fleißig sind viele. Die werden nix, ne? Nee, die werden nix. Aber wenn du Glück hast, dann, weißt du, ne? Nein, dann kommt es rein. Du weißt, weil ich meine. Ja. Nein, du an Geld. Du bist mein Lebensfreund, wirklich. Ja, auf das freu ich mich am meisten, Felgen. Nein, das wird ein Traum. Aber das Schöne ist, er kann weiter Taxi fahren und lässt sich dann einfach weit auszahlen. Janus, schlaf schön. Was ist das für ein Typ, der wir jetzt abwollen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab ihn auch vergessen, ne? Mittlerweile. Oh, die ist besser wahrscheinlich, ne? Fährst du jetzt öfter mit Fliege? Ja, ich mag mein Outfit sehr gerne, ne? Ja, die ist dann still. Das Zebra steht mir sehr gut, meine ich. Ne, und die Fliegen stehen dir auch gut. Das passt wunderbar. Da ist er. Fahin um, komm. Hallo, Janus. Wir grüßen Sie herzlich im Taxi der Nacht. Achso. Gott. Gott, alles klar. Ja, ich sag mal so. Es wird teuer. Achso, ja. Schönen guten Tag. Gut, jetzt haben wir das. Ich soll auch den Mund aufmachen, wenn ich was sage. Ich wollte gerade sagen, wenn Sie mit uns nicht reden, werden wir lange fahren und Sie werden viel bezahlen lassen, ne? Ja, wie ist denn hier wohin? Äh, zum Allies, bitte. Ui. Zum Allies. Na klar, fahren wir gerne. Jawohl. Sind Sie bereit? Alle geordnet und alles? Jawohl. Ja, ich sag mal so. Ich sitze angeschnallt, halte mich gut fest. Ratchet! Vielen Dank für deinen Raid. Ich freue mich sehr. Ja, herzlich willkommen an dich und deine Community. Das ist schön zu hören. Das freut mich. Dann wollen wir uns auch dafür bedanken, dass Sie sich erneut für Alice Taxi entschieden haben, weißt du? Fahren nur Alice Taxi. Och, Sie sind aber einer, weißt du? Du schlingel. Wie kommt das denn da her? Der schlingelt, was war das? Alice Taxi, wo das Lächeln auf den Lippen sitzt. Ja, welches Gericht? City Hall oder unten am Stadtpark? Nee, hier in der City Hall, mitten in der Stadt. City Hall. Alles klar. Wagen kommt, weißt du? Super, danke dir. Schönen Abend noch. Tschüss. Liebensum. Lass mich ein bisschen Funk. Red Hat, vielen Dank für deinen Raid und ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht. Ja. Danke fürs RP. City Hall. Achso. Klar, danke dir. Gerne. Ja, aber dass Sie das für die Zukunft wissen, wenn Sie das noch gar nicht wussten, das Gebäude nennt sich Quick House. Da ist nämlich auch eben die... Ach, Quick House. Ja, jetzt ergibt Sinn. Quick House, weißt du? Wir haben Brick House verstanden. Ach, das ist so. Du bist aber nicht Sattel für den Schatz, ne? Ja. Quick House habe ich schon gehört. Da hätte ich es auch gewusst. Ach so, ja, okay. Ja, ja, das war ein Missverständnis. Wir sind aber auch schon müde. Wir müssen uns verzeihen. Wir fahren jeden Tag. Wir haben auch einen kleinen E-Bus. Wir haben auch schon was, ne? Ja, alles gut. Wir sind ein bisschen besoffen. Oh, das wäre dann 16 Dollar bitte. Es ist Spaß, mein Gott, ne? Ja, alles gut. Muss ja auch mal sein. Danke herzlich. Wir wünschen noch einen wundervollen Abend. Alles Gute. Ja, gleichfalls. Dankeschön. Tschüss. 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 Hier schaut los, ne? Boah. Er ist ein Spät-Dating. Ja, das ist traurig. Du kündigst was an und ist es weniger als in so einem Ding, wo immer offen ist. Ja, es ist wirklich erschütternd. Es ist echt ein Scheiße obendrein, ne? Es ist halt nicht notwendig, weißt du? Und auch wenn ich dann gucke, ich achte, das ist doch wirklich... Ja, aber das haben jetzt alle, weißt du? Alle wollen so gucken und gaffen, keiner will mitmachen. Ja, ist abgesagt. Ja, weißt du? Oh, Reddent! Ich hab mal Lust, was eigentlich denn auf den Beinen zu stellen, Egon. Ja, ich weiß nicht. Ich auch, Harald. Wir müssen irgendwas machen. Weißt du, das Problem ist halt, wir beide sind ja auch Typen, die sind in der Lage, kompetent anzupacken. Ja. Und wir werden halt permanent eingeschränkt durch unsere Vorgesetzten. Harald. Weil wir wissen, wie es geht, wie man Kunden anspricht, wir wissen das, ne? Ja, für uns ist Marketing... Ich glaube, wir könnten nie der Scheiße verkaufen, wenn wir gut vermarkten, kaufen die uns das Ding leer. Aber das kann ich immer sagen. Sie machen das auch wegen uns, weißt du? Das muss man schon sagen, wie es ist. Ich sag, da würde ich einen... Naja, was kann man rausspringen, ne? Boah. Ja. Gibt ja schon so viel, ne? Oh, Redhead, vielen Dank für's Kumpelman. Danke für das Orpeer. Nein, wie ein Poster rausspringen von uns beiden. Redhead und Lawless, ich wünsche euch beiden eine wundervolle, gute Nacht schlaft. Vielen Dank, dass ihr beide hier wart. Lawless, Lizard und Redhead. Eben, dann musst du auch gar nicht sagen, was, ne? Nee, ja. Nee, ja, weißt du? Nee, das ist schon okay. Das ist es schon. Das ist es schon, ah. Weißt du? Du weißt, was du meinst, ne? Ja. Ja, ist halt die Frage, was mich halt so ankommt, ist das Konzept schreiben, ne? Da, wo ich jetzt groß CEO bin, habe ich halt auch zum Konzept nicht mal einen Punkt beigetragen. Man muss es vielleicht mal einmal tun, ne? Ja, aber hast du Bock auf sowas? Ja, natürlich habe ich da keinen Bock. Harald, weißt du, wie solche Konzepte auszusehen haben? Ich habe mittlerweile schon ein paar gesehen. Ja, halt. Das ist nicht so zwei Seiten runter tippen. Das würde ich ja noch machen. Es sind halt so 25 Seiten, ne? Äh. Mit Arbeitsverträgen schon ausgearbeitet. Ach, so leben wir. Das ist die Kalkulation, ja. NS-Taxi, das Lächeln fährt mit. Hallöchen, ich spreche mein Taxi zu, äh, Two Wheels, Two Engines. Two Wheels, Two Engines. Wir kommen zu Ihnen. Two Wheels, irgendwie so. Gucken Sie, wenn ich... 2 und 2 und Engines und... Wenn ich mit dem Taxi komme, haben wir 2 Wheels und 2 Engines, dann passt das ja, ne? Ja, ja. Fahren Sie, wie sind die Künstler vor Ihnen? Was soll ich denn warten? Vorne oder hinten auf dem großen Parkplatz? Wegen der scheiß Einbahnstraße ist wahrscheinlich vorne besser. Nee, warten Sie direkt an der Straße am Bürgersteig beim Ausgang. Müssen Sie nicht auf dem Parkplatz oder so weit. Ne, wir kommen von oben rum. Alles klar. So war das. Bis gleich. Tschüss. So, was haben wir für einen Typen? Äh, recht freundlich. Gut. Ja, aber was unfreundlich ist, ne? Du würd mich jetzt zum Platz hinbringen, ne? Das kann ich ja sagen. Wirklich? Bist du gereizt? Nein, nicht gereizt. Aber wenn er langsam die Müdigkeit einsetzt, ne? Dann möchte ich auch Freundlichkeit erwarten. Du möchtest Freundlichkeit erwarten, wenn du müde wirst? Du kannst ja nicht der Fahrgast nix dafür. Ja, der muss auch freundlich sein. Und ich hab dann keine Geduld mehr, was, ne? Da ist er, da war ne M8. Komm, Mund rein. Ich fahr wieder 1,2. Ach, du bist ja komplett nachblind. Hallöchen. Guten Abend. Lecker gegen die Einbahn gebogen, siehst du? Ja, wo wollen Sie hin? Ja, wo wollen Sie sein? ACLS. Gott. Wie springt. Der war an der Arbeit, du. Ja, aber Handbremse reisen, dann kommen Sie schnell rum. So ist das. Nee, da sind Sie doch schon mal gefahren, meine ich, ne? Bitte? Wir sind Sie doch schon mal gefahren, meine ich. Ja, mehrere Male. Unzählige Male. Ja, ich erinnere mich. War immer sehr nett mit Ihnen. Also freue mich auch auf die heutige Fahrt. Wie war Ihr Tag? Beschissen, also. Gut. Also, sie ist beschissen. Sehr stressig. Viel Arbeit. Was ja im erster Linie erstmal gut ist, aber. Ja. Ja, es gibt auch zu viel Arbeit, vielleicht ist es ja auch neu. Man kann sich auch überarbeiten. Sagen Sie ruhig, wie es ist, ne? Naja, ich weiß nicht, die Leute werden irgendwie immer empfindlich, habe ich das Gefühl. Ja. Das Durchhaltevermögen fehlt einfach mal, sei. Jetzt will jemand, will jemand, will jemand, will uns da irgendwie alle Gutachten haben und ach. Ich darf schwach sehen. Gefühlen. Na klar, natürlich. Ich will nur sagen, der Typ hat mich nochmal angeguckt. Mir ist so teuer, also ich nehme mal das Feedback, was ich nicht so richtig begreife. Falls du verfolgt werdet, du das. Ach ja. Das ist einfach alles. Für uns kein Problem, danke trotzdem. Machen Sie sich einen ruhigen Abend. Ja, ich muss jetzt noch ein Gutachten schreiben. Ja gut, ne? Dann nimm sich ein Geffchen dabei, ne? Ja, einfach. So, was kriege ich jetzt, 20 Dollar oder sowas, ne? 16, ne? 16 sind es genau. Entspannte 16 Dollar und natürlich einen entspannten Feierabend für Sie. Sie machen den guten Job. Ich möchte Ihnen auch mal Danke sagen, dass Sie sich... Ja, ich auch. Dass Sie den Zündschlüssel drehen, ist für mich auch, die ist eine wunderbare Sache. Ja, man kann den Zündschlüssel drehen, dass Sie sich einfach hier auch für die Reparaturen der Fahrzeuge entsprechend einsetzen. Es muss gemacht werden. Für mich sind Fahrzeuge auch Lebewesen, man kann das ruhig so sagen. Ich fahre jeden Tag mit diesem Dreckskopf, seht ihr. Es ist an mir angewachsen. Ja. Ja, ich habe Gefühle für das Entwickel und ich kann es ruhig sagen. Ja. Harald ist in Beziehung mit dem Taxi, ne? Oh, du bist das letzte Mal drüben war, ne? Ja, man baut eine Beziehung auf, ne? Ja, das stimmt. So, Isat. Das stimmt wohl. Das letzte Geld in dem Mitteljahr, ja? Oh, ja. Ach, danke schön, ich schneide sein. Dann Ihnen nur noch einen schönen Abend. Ja, Ihnen auch. Alles Gute. So, Isat, nein. Bis bald. Bis bald, war es aber die Schmeine. Ja. Oh, Isat gehört. Gott. Was hat die Tlami gesagt? Ich habe es nicht mitbekommen, was? Ja, wir könnten verfolgt werden. Ja, komm, knallen wir ab. Wir wissen ja mittlerweile, wie man damit umzugehen hat. So ist es. Ja, ich habe es beeindruckt. Mich lieb mehr, was zu verfolgt werden. Was soll ich? Ich bin die Hose scheiße. Ich habe es schon getan. Ja, öhm. Du bist ja gut, du bist aber ein Exemplar von. Wie soll ich das Licht anmachen, Harald? Nee, ich bin nachblind. Ja, aber ich würde gerne was sehen, bitte. Ah, das stimmt. Wie ist das Letzte? Dement und nachblind. Dement? Das ist eine Frechheit, mich so zu nennen. Inkontinent bist du auch noch. Da kommen alle zusammen. Das stimmt. Da musst du nicht lachen, du hast ein Toupet mit 28. Komm, ich schneide mich als die Frechheit. Du hast direkt... Du hast mit 28... Du bist so ein... Du bist ein Wrack. Du bist ein Wrack, man kann nicht sagen. Nein, man kann nicht immer ruhig sagen. Du machst mich runter mit dem Menschenhaut. Bei mir ist das aber das Alter, was mittlerweile... Ich stehe im Stadtpark und bräuchte ein Taxi. Na klar, wir sind gleich bei Ihnen, ne? Stadtpark. Perfekt, danke. Alles klar. Tschüss. Ist ja die Besitzerin vom Hannisteiner. Was? Ich habe nicht Lama in die nächste Bahn. Ach, scheiße, ja. Komm, gib ihm neu. Lami! Gut, gut. Harald, wo bist du? Ja, na gut. Okay, ich drehe um. Ich sammle nur den Fahrgast auf, ne? Richtung, Richtung der roten Dings, wo ich abgestürzt bin. Komm, 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 komm. Tschüss. Tschüss. Hi. Ja, erstmal herzlich willkommen bei Elis Taxi, wo das Lächeln aufhören lieben, siezt, meine ich. Wo geht's denn hin? Ähm, das bin ich gerade auch am überlegen. Können Sie mich kurz zum Lohnermarket fahren, das kurz warten und dann zum MD bringen? Aber klar, das ist überhaupt kein Problem. Das machen wir. Ja, machen Sie es erstmal bequem, auch wenn die Fahrt kurz ist, ist der Komfort wichtig für einen kleinen Moment Ihres heutigen Abends hier. In der Fahrt durch die Nacht, wie war der Tag bis jetzt? Ja, ja, die letzten fünf Minuten nicht so gut. Okay. Nee. Ich sammle nur den Kollegen ein. Bitte? Ich sammle lieber den Kollegen ein, mach's, ne? Ja. Ich bin gleich am Weg Richtung Lohnermarket, ich meine. Gut, ich hab keine Ahnung, wo der jetzt wieder ist. Mein Gott. Der Kollege oder der Lohnermarket? Der Kollege, den Lohnermarket kenne ich. Ich war schon ein bisschen... Da ist jemand auf der Straße. Also jetzt hinter uns. Ich muss drehen, ja. Wahrscheinlich nicht, oder? Na, das könnte sein, dass er das war. Es tut mir leid, dass ich die da verwicke. Sie sind im Stress, oder? Alles gut, alles gut, alles gut. Nee, nee. Oder geht das? Ah, es geht. Okay, gut. Ich muss ihn nur aufsammeln, weil er ist... Ach, da ist er doch. Was ist mit dir? Ich stand mir, ja. Was? Officer Hallöchen. Was? Hallöchen. Was, hä? Ja, mein Lieber. Wir haben nur einen Fahrgast. Da ist er auch mal, Officer. Brauntown. Das Brauntown? Ja, aber ich bin Texas, ne? Ach so. Er war gut, meine ich. Er hat sich alle abgeknallt. So ist es. Sag es ruhig, sag es. Das war so. Du warst ein Profi-Killer, ne? Ja. Was weiß ich, meine da hinten, der Volkssitzbank. Jetzt sitze ich mal hinten. Ja. Ja, er lässt sich ja öfter auch von mir kutschieren. Sie wissen nicht vielleicht nicht, ne? Aber er ist eine Diva. Wenn ich ihn abhole, setzt er sich immer noch hinten, weil er sagt, nee. Was, hä? Sag er da halt, du bist eine Diva. Ich sag er, die ist also auch mal. Ja. Stopp, Schild, Frau Officer. Schalte er an. Frau Officer. Ich sage, Frau Officer bestanden. Bitte, wat? Gestanden. Ja. Ja. Ich meine, Sie hätten das hier sehen, oder? Ich bin nicht drübergeholt. Frau Officer. Frau Officer, sind Sie heute nicht in Gespräch? Nee, ach, alles gut. Der Funk. Sie kennen es wahrscheinlich hier mit Ihrem Fahrzeug-Funk, oder? Schmeißen Sie raus, ne? Ich mache es auch von... Fenster ist offen. Werfen Sie die Kacke einfach raus und dann haben wir einen schönen Abend. Und haben wir Ruhe. Genau. Warum sitzt du denn heute mit Uniform hier am Fahren mit dem Taxi? Ähm... Meine Kollegen hatten es eilig und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, kurz aus dem Auto auszusteigen. Ähnlich wie bei Ihnen, glaube ich. Ach so, ja. 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 Ist schwierig, ne? Ja, manchmal schon so ein bisschen. Aber ich freue mich, dass Sie dann bei uns anrufen, weil es kommt ja doch selten vor, dass Autobesitzer oder auch mal so im Dienstbefindliche, ne, das Taxi rufen. Sie machen uns natürlich auch eine Freude. Weil wir schieben hier sehr oft die Nachtschicht, also mehrfach die Woche, stundenlang. Und das ist... Jetzt habe ich schon... Warte, wir gehen. Machst du was? Das ist falsch auch. Ja, was ich in der Lektion mich abgetan habe. Frau Officer, die Sohn. Ja. Wir sind auf den Zug, was Fahrten betrifft. Und da kann ich hier drehen? Das ist jetzt die Frage, ne? Na ja, du kannst hier drehen. Frau Officer. Kannst du auch zumachen? Was machen Sie dafür, wenn Sie nicht? Das ist hier ein Übergang, weißt du, Frau Officer. Ich habe jetzt gedreht am Übergang. Ich bin hier ständig, weißt du. Kann ich die Augen wieder aufmachen? Ja, ich bin über den Bürgersteig und über den Stopp gefahren und da hinten liegt einer. Was? Was ist mein, Frau Officer? Ja. Sie wissen nicht, ne? So, wir warten hier gerne, ne? Ja, perfekt, super. Bis gleich. So, du hast beim Aussteigen die Tür zugemacht. Ich weiß nicht, was du hast. Ja, ich habe es vergessen. Ich bin dem Hint. Hast du das nicht vergessen? Halbes Schwert im Hint, weißt du, ey? Dass du überhaupt noch hier fahren kannst. Ah. Frau Officer. Ja, genau. Dann haben wir mal die Ehre. Knuddelfrosch, so ist es. Frau Officer, in der Leitung. Thomas, willkommen zurück. Schön, dass du da bist. Hi. Ja, ist aber eine Nette, ne? Gibt andere auch. So ist es, mein Mann. Erinner dich an die, die uns hier angezeigt hat? Ach, die alte Klange. Fake and so is es. Dat war ein Kaliber, ne? Dat war wirklich damit. Der willst du auch nicht, wie war es bei ihm? Aber das ist ja zum Glück Vergangenheit. Ja, das stimmt. Das haben wir hinter uns. So, willkommen zurück. Jetzt dann zum Emdi, bitte. Emdi, nein? Wofür steht's? Wissen Sie nicht? Der Medical Department. Ach, herrlich, weiß ich. Haben Sie schon mal eine Waddis-Brause getrunken? Ja, hab ich, ne? Ich muss mich fast übergeben, meine ich. Was? Was hat man da meint? Wissen Sie, was hat man da meint? Nee, Sie mussten sich fast übergeben. Ja. Was soll ich sagen? Ich sag, dat ist die Geschichte, ne? Warum? Ja, dat weiß man nicht. Er hat einen schwierigen Magen, ne? Ach, wenn die Brause einmal schäumt, ne? Vielleicht kennen Sie dat von Shampoos, ne? Wenn Sie da mal so ein Gläschen zu viel reinkippen, und dann schäumen die Magen auf, ne? Wenn Sie so einen empfindlichen... Oh, haben Sie sich nicht nur eine Dose gegönst? Nein, ich hab mir zehn auf einmal reingekippt. Er hat so reingedrückt, ne? Er ist aber auch ein Kaliber, der Harry. Man muss sagen, wie dies. Guck mal, hier ist ein... Hier ist ein Polizeiwagen, meine ich. Ja, das blingt zumindest so. Ich kann auch Blaulicht dann machen, wenn Sie wollen. Ja, machen Sie mal. Leider geht das heute nicht. Ach, hier ist perfekt heute, ne? Oh, was kriegen Sie denn? Oh, was ist denn dat hier? Die Fahrendahme. Ja. Äh, 16 Dollar wäre noch später einmal. Ganz interessant. Bis warten. Danke schön. Machen Sie es gut. Alles Gute, machen Sie es gut. Vielen Dank für die Fahds. Lavi, du bist das Letzte. Warte, ist das Lame, ey? Wo denn? Ja, dann... Wir sind eben die gerade, ne? Ja, hat einen Unfall. Er will nicht so gut hier nicht. So, es ist leicht. Harald. So, der will mit uns irgendwas besprechen. Warte mal hier, der kommt jetzt. Sagen wir nicht, ihr werdet schon wieder ein Problem mit uns. Wir sind so wenig überwiesen, jetzt mal. Wirklich? Das muss auch gesagt werden. Nein, nicht wahrzunehmen. Also, gib mir mal das Geld von den letzten beiden Fahrten rüber. Wo habe ich das Geld jetzt von der Auton gegeben? Du hast mir gar nichts gegeben, so sieht es aus. Gott. Ist es die Schatze gegeben? Ja. Hä? Ich weiß, ich habe nicht mehr in der Tasche. Ja, und die Fahrt davor? Welche Fahrt davor? Habe ich dir doch gegeben schon? Also, ich habe jetzt 6 Cent in der Tasche noch, warte mal. Ja, die hätte ich gerne. Was? Ja, wenn du willst, geschleifst die in die Frische, warte mal. Nein! Er hat jetzt gesagt, Lami, entweder du zahlst 500 oder du musst mit den Konsequenzen rechnen. Dann habe ich gesagt, ich zahle euch gar nichts. Ich kann auch keine 500. Oh Gott, die ist schon mal richtige Wahrseite. Ja, okay. Auftreiben. In der Woche oder was? Ja. Aber kann ich ja so gesehen auch nicht machen. Das ist nicht mal eine Lüge, Evan. Ist es nicht. Ich würde auf die kleinen Bauern immer gegangen sein. Und dann hat er gesagt, äh... Entschuldigung. Engel Staxi, wir grüßen Sie her. Gut. Bonjour, Moshri. Bonjour. Wir haben das schon heute sehr oft, oder? Ja. Ja, ja, ja. Ja, äh, könnten wir eventuell ein Taxi bekommen zum Pier? Na klar, der Wagen kommt zu Ihnen. Vielen Dank für den Anruf. Merci, Goku. Au revoir. Au revoir. Einmal zum Pier, bitte, Lami. Ja. Ja, ist erst mal hier besprechen. Ja, ist gleich fertig. Dann, äh... Dann merkst du immer, wie die sich beraten, ne? Dann sagt er, ja, Lami, warte kurz. Dann beraten die sich so drei Minuten und dann... Ja, was machen wir? Dann hat er zu mir gesagt, ja, komm, fuck mich nicht. Ich habe, ich melde mich morgen. Eieieiei, das ist ja wieder ein Kaliber, was, ne? Wieder Profi. Die sind so hohl, glaub mir. Ja, aber das lassen wir uns nicht gefahren, Lami. Nein, nein, nein. Ich rufe die morgen zurück und hau den dann ane rein. Ich zahle auch keine 500, ich zahle auch keine 50 an die. Ja, auf das auch keine 50 sind, was, ne? Mhm. Die können nicht alles mit uns machen. Die müssen jetzt mal ein bisschen auf den Widerstand treffen, ne? Nee, vor allem, die haben ihre 6.000 und reicht doch jetzt auch mal. Ja, die Frage ist, was machen wir, wenn ich sage, was? Ja. Das können wir jetzt noch nicht wissen, weil der wird ja dann nochmal anrufen. Ja, wie oft soll das auch gehen? Bis dahin sollten wir mal einen Plan in der Tasche haben. Ich werde mir nochmal alles aufschreiben, was ich sagen will mit Subventionen dies, das. Und wenn er es dann nicht versteht, dann kann ich ihm aber auch nicht helfen. Na, das ist nicht, ich fahre endlich zu haben. Weil wenn er dann sagt, ja, dann zahl doch von deinem privaten Geld ja am Arsch. Ich geh jetzt nicht für den Arbeiten, so. Nee. Wo muss ich nochmal hinfahren? Äh, Pia. Ja, mach ich. Scheiße, ich sag nicht, Scheiße. Ja, jetzt, warte, morgen habe ich, glaube, die werden es zwar nicht verstehen, aber dann ist es halt so. Aber die Frage ist, was machen die? Ich will erst mal warten, was machen sie denn, wenn wir es nicht tun, ne? Ja, die sind schon aggressiv da unten, ne? Ja, die sind halt auch, die, die entführt haben, ne? Ja, ja. Ja, gut, dann wissen wir ja, was sie in der Lage sind zu tun, ne? Ja, ich weiß allgemein auch verfolgen, rumschießen, ne? Das werden die schon alles tun, dann. Scheiße, ey. Wieder dieselbe Kacke, ne? Und am Ende werden wir doch wieder bezahlen, was dann doch wieder nicht mehr geht, ich weiß ja auch. Also, Lame, ich sag dir nochmal, Clip und Clip für alle Mal. Also, nichts bezahlen, überhaupt gar nichts. Hm. Ja, aber ich finde, wir brauchen auch eine Alternative, ne? Ja, mich sollen sie holen, ich freu mich dran. Gott, komm mit. Dann haben die Spaß, das sag ich dir. Nee, wenn das ist, dass die Sportwagen fahren. Ey, das ist wirklich so. Das glaubst du nicht. Wieso haben wir so viel Geld eigentlich? Achso, na gut, ja, wenn wir mittlerweile 25.000... Ja, aber muss man dann noch auf die armen Taxifahrer gehen, wenn wir schon Sportwagen in der Altwart abfahren? Wir haben mehr Geld als wir, ne? Das ist eine Frechheit. Wahnsinn. Harald, fährst du mich kurz zu Venture? Ich muss weiter liegen. Gut. Na ja, passt auf, ich hoffe. Na klar, du auch. Also, ich ja. Ja, wir können auch nicht ab, mein. Jo. Ja, Co-CEO werde ich, weißt du, äh? Super. Don't worry, be happy. Vielen herzlichen Dank nochmal an der Stelle für deine 10 Euro Donation gerade eben. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Ihr lieben Legenden, es bleibt mir der Mund offen einmal mehr. Ja. Ja. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ja, vielleicht bist du was ganz groß hier oben, wenn du abgeknallt wurdest, nein? Lame, mich, 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 lass mich nicht so einfach abknallen, weißt du? Ja, du weißt, sie werden auf uns gehen, da ist er klar, nein? Ja, Issa, sag hinein, komm. Dat Issa, mein Gott, wo fährst du denn hin? Harte, du mit deinem Kreis, komm. Ach, dat Issa, ja. Herrschön Moko? Herrschön Moko, was war? Ja, der hatte ein Simmi. Steigen Sie ein, in Staxi, in Liebe. Wir fahren an einen ruhigen Ort, wo wir reden können, Harald. Perfekt. Lass uns an einem ehrwürdigen Ort aussteigen, Harald. Ja. Und fahr uns nicht zur Mülldeponie jetzt, ich kenn deinen Humor. Oh, du hast getrieben, was? Ich weiß noch, wie das mit dir läuft. Julio, schönen guten Abend wünsche ich. Das ist tatsächlich nicht der charmanteste Ort, um sowas zu besprechen. Sidney, bei dem Test ist noch nichts rausgekommen. Liebe Kinder, warte rein. Nee, wir kennen wirklich einen sehr schönen Ort, Herrsen Moko. Und das ist das Observatorium. Und da fährt der Harald uns jetzt hin. Perfekt. Und nicht nur Lüge. Nee, bitte zum Observatorium. Gut. Ja, die Nachricht war natürlich sehr erfreulich. Ich kann nicht sagen, Herrsen Moko, ich bin in den letzten Wochen mehrfach mit dem Geschmack unserer zukünftigen Produkte auf dem Gaumen, auch wenn es nur imaginär war, eingeschlafen. Und ob sie es glauben oder nicht, ich bin mittlerweile auch so ein bisschen vom Kaffee weggekommen. Mich streibt es mittlerweile auch mehr zu diesen naturbewussten, körperbewussten Teesorten hin. Hervorragend, das ist gut. Dann können sie sich in der Hinsicht auch vor allem ganz den grünen Teenten sich auch öffnen und auch den verschiedenen Sorten und Möglichkeiten in der Hinsicht. Das gibt ja wirklich... Also in der Schweißkarte, die ich da ja mitbehalten hatte in dem Konzept, gab es ja viele verschiedene Möglichkeiten und auch gewisse Dinge, die man vielleicht so nicht zuerst im Sinn hat. Ja, aber vor allem das Menü, was sie ja schon grafisch designt hatten. Und dann auch noch in Japanisch. Also sie sind wirklich ein... Multi-Talent. Sie sind ein ganz besonderer Mensch, das würde ich Ihnen sagen. Sie haben eine Liedernste Teil gelegt bei dem Konzept. Das ist einfach... Die grafische Aufarbeitung alleine war so ein Augenschmaus. Vielleicht liegt es auch daran, Herrsen Moko. Vielleicht liegt es einfach auch daran, dass der Gesamtauftritt makellos war. Also ich habe mir da wirklich die bestmögliche Mühe gegeben, die ich halt hatte. Also alles, was ich bringen konnte. Julio! Und bin auch froh, dass es halt einfach geklappt hat. Julio, was machst du denn da? Und Christian, Hallöchen. Julio! Ja, sie haben das Beste abgeliefert. Das muss man einfach sagen, wie es ist, ne? Anscheinend, sonst hätten wir jetzt nicht so schnell die Antwort bekommen. Ja, das ist wahr. Haar, nimmst du Leitstelle? Ja. Okay. Ich meine, du musst nicht warten, aber ich würde mich freuen. Du kannst mich auch gerne fahren in der Zwischenzeit, ne? Ich würde mich dann wieder melden, wenn wir fertig sind. Okay, super. Alles klar. Dankeschön. Ja. Herrsen Moko, was ist ehrwürdiger, als wenn wir hier vorne hinlaufen? Herrsen Moko. Ich habe mir heute extra dieses blaue Sakko angezogen, weil ich weiß, das mögen Sie. Sie, Sie ... Sie ... Sie ... Sie ... Sie ... Sie ... Ja, ich schleime ein Zwischen, weißt du, ne? Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ja. Und dafür liebe ich Sie. Ich sie auch, Herrsen Moko. Weißt du? So ein Küsschen. Nein? Nein, Spaß. Nein. Ich mache Spaß. Ich bin übrigens nach Harmony gezogen. Ach, nach Harmony, okay. Ich habe eine Villa. Das würden Sie nicht glauben. Ich habe einen Garten, der ist größer, als wenn Sie fünfmal Ihre Wohnung nebeneinander stellen. Geht schlecht. Das war aber nicht jetzt, weil ich schon reich bin. Das ist gar nicht mal so teuer gewesen. Sondern da geht es darum, dass er einfach Glück hatte, Herrsen Moko. Unbeschreibliches Glück. Das ist gut. Und sobald Sie auch die Möglichkeit haben, muss man es doch sofort ergreifen. Genau. Und darf es nicht ... Warte, lass mir an. Kommen Sie hier hin. Es ist schön hier, oder? Was sagen Sie? Ja. Die Aussicht ist wunderbar. Ey, Flammo, schön, dass du da bist. Ja, war leider etwas ärgerlich. Und Christian, mach heute ein Zwölfer. Da ist die Ken manchmal zwischendurch aus, ne? Es gibt einige Dinge, die wir jetzt die nächsten Tage machen müssen. Und erledigen müssen. Geben Sie mal so ein kleines Briefing, dass in Moko was auf uns jetzt für einen Fahrplan zukommen, weil das ist für mich auch die erste Unternehmensgründung. Okay. Also das Duel hat mir gegenüber erklärt gehabt, wie die schwierigen Prinzip sind. Ja. Ab dem Zeitpunkt, wo das Unternehmen gegründet ist und auch eingetragen ist, muss auch geführt werden. Das Duel kommt alle zwei Monate auf uns zu und wird nach den letzten Eintragungen fragen quasi die letzten beiden Monate. Ähm, das heißt wir müssten halt dann demnächst auch schon anfangen mit der Buchführung. Ja, wir fangen jetzt fortan. Also selbst. Genau. Quasi jetzt. Ähm, das Unternehmenskonto müsste noch gegründet werden. Da bin ich noch dabei, das zu machen. Morgen wollte ich mich beim Duel machen. Das wäre auch der nächste Punkt. Wir müssten eine Leitstellennummer durchgeben. Ah, okay. Da hätte ich sogar schon einen Vorschlag für Sie. Perfekt. Julio! Welchen? Ja, gucken Sie. Das Problem ist ja, das müssen sechs Ziffern sein, ne? Exakt. Jetzt machen wir ein kleines Ratespiel aus der Moku. Sind Sie für einen kleinen Spaß zu haben? Natürlich. Eine spezielle Zahl in Bezug auf Japan. Was kommt Ihnen in den Sinn? Mhm. Julio, vielen herzlichen Dank für Sie. Einiges. 700 Bits. Also mir keine. Das ist das Problem an der Sache. Das wäre auch die richtige Antwort gewesen. Das ist mein Moku. Julio! Das ist... Man müsste halt einige... Gute Nacht, lieber Freakum. Es gibt halt gewisse Glückszahlen. Schlaf schön. Vielen Dank, dass du da warst, Freakum. Gute Nacht, mein Lieber. Und so weiter. Es gibt halt verschiedene Möglichkeiten in der Hinsicht. Ja, aber... Man muss halt gucken, was auch noch nicht vergeben ist, ne? Exakt. Weil das Ding ist halt... Es ist jetzt nicht so wie bei einem Taxi-Unternehmen, dass die meisten Kunden die Telefonnummer ständig brauchen und immer anrufen müssen. Ich gehe mal davon aus, dass auf die Gastronomie bezogen, das war mein Gedanke hinter der Leitstellennummer, dass da die meisten einfach die Nummer raussuchen werden, wenn sie dahin wollen. Und jetzt nicht so wie beim Taxi ständig anrufen auf der Nummer. Das ist schon richtig, ja. Ähm... Nur ich wollte halt trotzdem, dass es halt so gut es geht, einprägsam ist. Und, ähm... Ja. Also ich hätte ein paar Vorschläge. Dass man damit halt auch gut werben kann. Ja. Genau. Richtig. Äh... 1-1... 4-4... 7-7... 1-4-7-1-4-7... 1-1-5-5-9-9... Julio! Couscous hatte ich für 1.000 Pizzama! Das gibt's ja gar nicht! Und dann die logische Schlussfolgerung 1-5-9... 1-5-9... 1-5-9... Ich weiß ja nämlich nicht, welche hier belegt sind, etc. Und dann einfach schauen, ähm... Was uns da in der Hinsicht ermöglicht wird. Ich mein, wenn's, wenn's darum geht, dass es einprägsam bleibt... Julio! Das gibt's doch gar nicht! Sind die Nummern eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ja, ähm... 9-8-8... 8-8-9... Die wird mir persönlich am allerbesten gefallen. 9-8-8-8-8-9, ja. So, die 8 von 2-9 begrenzt. Oder dann vice versa, die 9 von 2-8 begrenzt. Wissen Sie, was ich meine? Sowas find ich besser als diese klassischen 1-4-7, 1-5-7 und so weiter. Ja, ja, nee, das find ich ja tatsächlich auch besser. Das find ich tatsächlich auch wirklich besser. Weil diese klassischen Nummern, ähm, wie so 1-5-7 und so weiter... Die hab ich zwar so aus Ideen irgendwie so aus dem Kopf gebracht, aber... Es bleibt wenig in Erinnerung als irgendwie so eben die 9-8-8, 8-8-9. Mhm. Oder vielleicht auch die 9-9-8. 8-9-9. Mhm. Mhm. Ich werd einfach die 9-8-8-8-8-9 vorschlagen. Und hoffen, dass das durchkommt. Ansonsten hat er einfach die andere. Quasi 8-9-9. 9-9-8. Genau, oder 9-9-8-8-9-9. Sowas mit 8 und 9 spielen, das find ich ganz nett. Ich auch. Okay, wunderbar. Okay, wunderbar. Das passt auch und, ähm, sind auch keine Unglückszahlen. Okay, das freut mich ganz besonders. Genau. Julio, ich freu mich sehr. Danke für nochmal 250 und 151. Ich binst du Legende. Kuss, Kuss. Wenn drin vorkommt, ist auch alles gut. Julio. Julio. Richtig, seh ich auch so. Das heißt, sobald wir die Leitstellennummer haben, haben wir halt eigentlich schon Zugriff darauf, ne? Unternehmenskonto machen Sie? Was heißt das konkret? Das heißt, ich muss einmal bei der Bank quasi, also quasi einfach, so wie es halt der übliche Weg ist mit der Kontoeröffnung, quasi das als Firmenkonto machen und das halt einfach auch mit angeben. Das ist halt wichtig, auch gerade die Leitstellennummer, weil wir sonst halt vorher kein RDP bekommen würden. Also, ja. Ich muss das auf jeden Fall morgen angeben, damit das auch dann in der Hinsicht auch klappt. Das ist halt auch wichtig, damit die das abgleichen können. Wird das dann morgen gleich freigeschaltet? Ne, dazu, da komme ich halt noch dazu, wir müssten jetzt in den nächsten Tagen auf einige Unternehmen bzw. ja, Institutionen zugehen, um eben diese ganzen Sachen zu erledigen. Also zum einen wäre halt Venture wichtig, wegen Venture Sites bzw. Venture Account und dann wäre noch wichtig, Bytes irgendwie, irgendwie Bytes war das nochmal, ich hab's vergessen, wie das nochmal hieß. Nur Bytes aufgeschrieben. So eine Tech-Firma, die sich nochmal um das RDP-System kümmert. Ähm. Okay, das hör ich alles zum ersten Mal gerade tatsächlich. Also im Moment. Ja, ich weiß tatsächlich, also in das Moment, ich nur kurz einmal mal nachgucken. Ähm. ByteHunterIT, so rum. Aha, okay. Noch nie gehört. Zu denen müssten wir auch noch hin, die kümmern sich um das RDP. Ähm. Genau. Dann müssten wir noch zu McGill-Owsen bezüglich des Standortes und des Ausbaus etc. Genau, okay, okay. Dann, ähm, also das wären erstmal so die wichtigsten drei Orte an denen wir dann, also zu denen wir dann hin müssen. Gerade ByteHunterIT und McGill-Owsen, das sind so die wichtigsten. Was ist für Sie schon gesetzt, Herr Simoko? Ähm. Da hatte ich schon tatsächlich eine Idee, die mir am besten gefallen hat von allen Möglichkeiten in der Stadt. Die würde ich Ihnen auch später zeigen. Das ist direkt gegenüber da, wo ich wohne. Oder weniger. Direkt gegenüber von Venture ist ein Gebäude, was mir sehr gut gefallen hat. Ähm. Was ich denke auf jeden Fall eine ziemlich gute Wahl wäre. Das ist in der Nähe vom Casino, ne? Ähm. Das ist, glaube ich, relativ weit nah dran, ja. Ja. Ähm. Ja, da gucken wir uns gleich an nachher. Genau. Wir brauchen halt Parkplätze, nicht vergessen. Ja, das hab ich nicht vergessen. Da ist auch eine Parkmöglichkeit da. Okay. Da freue ich mich auf die Lokalität nachher, ja. Gut. Nicht, nicht so riesengroß, aber das soll hier auch so sein, da das auch traditionell... Ja. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja? Ähm. Da das auch traditionell in der Hinsicht, äh, relativ... Achso. Nein! Die danach? Hat Harald die Leitstelle? Ja, Harald hat die nicht ich. Harald telefoniert. Scheiße. Ja, ich, ich bin grad in dem Gespräch, ich bin grad nicht bei Harald. Okay. Alles gut. Es tut mir sehr leid, ich bin eigentlich im Dienst, ich muss auch mein Geld verdienen. Alles gut. Ähm. Ähm. Es sollte sowieso nicht so extravagant sein, weil, also, gab's natürlich zum Beispiel in Little Soul so ein riesengroßes Gebäude, ähm, zum Beispiel, aber das ist viel zu extravagant für sowas und auch nicht traditionell und würde auch nicht der Philosophie entsprechen, die ich vertrete. Ähm. Genau, wir holen uns ja wirklich nicht auf Luxus und Reichtum. Genau. Ich möchte, dass jeder, ähm, sich da wohlfühlt und jeder eingeladen fühlt und nicht irgendwie, genau, weiß ich nicht, extravagant ist in der extravaganten, ähm, aber ich denke, das wird ihnen sicherlich auch gefallen. Ähm. Ja. Das wären also quasi die drei wichtigsten Unternehmen, zu denen wir hinmüssten, also Venture, Bythunter und McGill Olsen. Mhm. Dann würden als nächste Schritte natürlich auch noch folgen, eben, ähm, möglichen Partner, das heißt, von denen wir auch vor allem die Rohstoffe und so weiter, ähm, beziehen während Cyprus und sowas würde auf uns eh zukommen. Dann meldet sich L bei denen. Die kommen dann auf uns zu. Okay. Auch das Department of Commerce wird noch auf uns zukommen. Okay, wunderbar. Dass sie bei mir melden. Haben die auch alle meine Nummer, dass sie, falls sie nicht erreichbar sind, bei mir durchklingeln können? Das Problem ist, äh, das haben sie nicht, weil ich halt in der Hinsicht der Hauptverantwortliche bin, auch für McGill Olsen. Okay. Also das Wichtige ist halt vor allem für die, äh, dass ich da bin. Okay. Da kann ich dann gar nichts machen, sozusagen, ne? Quasi, im Prinzip. Also sie können da halt nichts machen, aber, ähm, sie können halt immer dabei sein und ich werde natürlich selbstverständlich ihre Meinung halt immer mit einbeziehen. Okay. Wir müssen halt nur das formell in der Hinsicht sie leider, äh, nichts zu sagen haben, was das angeht, ähm, sondern das Ganze immer über mich läuft. Ja, aber wir können ja uns ja intern absprechen, bevor wir dann die Entscheidung treffen, ne? Genau, deswegen bin ich auch, äh, wollte ich ja unbedingt heute oder sonst halt morgen auf sie zukommen, damit wir uns einfach absprechen. Im besten Fall ja sogar irgendwie einen Termin oder sowas ausmachen können, ähm, wo wir alle dann können. Ja, immer so früh wie möglich, ganz wichtig. Immer so früh wie möglich. Und, ähm, also für sie jeden, also so früh wie möglich? Nee, nicht den Termin. Ich meine jetzt zum Beispiel auch, dass wir quatschen, immer so früh wie möglich. Genau, okay. Ähm, ja, genau, dass wir da halt einfach, äh, gemeinsam den Termin finden können, wo wir auch zu MacGill außen können und so weiter. Also bei Tante IT, das kann ich ja auch so erledigen, ist ja jetzt nicht so schlimm, da müsste halt nur das RDP halt eingerichtet werden, ähm, so eine RDP-Schulung oder so würde ich wahrscheinlich auch bekommen. Ja, das ist ja eine gute Sache, dass man da nochmal so weiß, wie man das Ganze zu verwalten hat. Also, ich war ja in vielen Unternehmen schon so weit im RDP drin, dass ich die meisten Funktionen kenne, aber ich war halt noch ganz sicher. Oh, da gibt's ja nochmal ein paar Funktionen wahrscheinlich mehr, ne? Genau, richtig. Da würde ich sie sonst aber auch nochmal unterrichten, mitschungsweise sowieso, äh, generell darüber informieren, wie die Termine oder sowas aussehen, die ich ausmachen konnte. Und, ähm, sie da sowieso mit einbeziehen. Ähm, das heißt, also wie gesagt, das wären so die Hauptdinge. Und dann müssten wir halt auf, ähm, beispielsweise die Außen, ähm, die, die, die Wissenfarm, genau, äh, Wissenfarm zum Beispiel zugehen, mit der Tee-Produktion, et cetera, dass wir darüber dann beziehen können. Da müssten wir noch gucken, äh, ob wir über irgendwelche, ähm, anderen Unternehmen noch, äh, zum Beispiel Fisch für den Sushi und so weiter, äh, beziehen können. Alkohol bezüglich Sake. Fisch weiß ich nochmal herkriegen. Perfekt. Aber da kenne ich mich halt nicht so gut aus. Da habe ich, äh... Da habe ich sogar einen sehr guten Kontakt. Da werde ich gute Preise aushandeln lassen in Moko. Da lasse ich meine Kontakte spielen. Perfekt. Also Fisch ist klar. Ne, Sushi, äh, ach, wie geil ist das denn? Sushi in Moko. Sie glauben gar nicht, wie sehr ich Sushi und Maki liebe. Ja. Um nur die zwei prominentesten Beispiele zu nennen. Es gibt ja noch so viel mehr, ne? Ja, ähm, weil die werden halt natürlich auch in der Hinsicht, das gehört hat, mit so diesem Chakai-Sake, was man sich dann ja halt zusammenstellen kann. Ja, genau. Ähm, da bräuchte ich halt auch noch für Sashimi zum Beispiel ja auch, ähm, Fisch zum Beispiel auch natürlich auch. Sashimi, genau. Algenblätter? Auch. Wichtig. Ich brauche vor allem, ähm, auch, äh, Braunalgen. Braunalgen. Genau, für Kombucha, also das ist halt Braunalgentee. Ja. Das wäre auch ein speziellerer Tee. Gut, die Liste von den Ingredienten, die wir brauchen, wo wir die Kooperationspartner, ähm, anschreiben müssen, das würden wir uns nochmal dann zusammen, äh, gehen wir immer strukturierter durch, bevor wir jetzt mit den Handelspartnern Kontakt aufnehmen. Was ist der, was sind die unmittelbar nächsten Schritte für morgen und übermorgen? Ähm, okay, gut, dann, das ist eine gute Sache, das zu sagen. Ich bin so voller Taten dran. Sie auch. Es gewillt uns. Ich kann es einfach nicht erwarten. Also, ähm, die nächsten wichtigen Stritte sind, dass ich mich, oder dass wir uns morgen bei Maxon und bei Tante IT wählen. Ja. Ähm, mit dem, mit einem, mit dem Herrn von Venture. Habe ich schon telefoniert, der sagt, der würde sowieso noch mir schreiben, sofern er die, ähm, Benachrichtigungen durch das Studio schon erhalten hat. Weil die das wohl machen, auch bezüglich Venture-Sites. Und erst dann kann er quasi uns auch einen Unternehmensaccount machen. Okay. Dann, genau, das heißt, die wichtigen Schritte jetzt erstmal für morgen wären, äh, die ich wollte ja ursprünglich schon mal ein bisschen eher anfangen, auch wie es im Konzept erwähnt hatte, und nicht darauf warten, dass das Gebäude schon fertig ist, sondern schon mit einem Foodtruck anfangen, bisschen Promotion machen. Und das geht nicht? Ähm, das hängt jetzt davon ab, ob die das schon direkt in die Lizenz mit aufgenommen haben. Und die Lizenz uns, äh, erlaubt, das schon zu machen. Also mobiler Verkauf unserer Waren. Genau, richtig. Wenn es das nicht tut, müssen wir nochmal zum Department of Labor und eine Lizenzerweiterung anfordern. Das machen wir auf jeden Fall. Genau. Das wäre halt... Wie viel Kapital haben Sie zur Verfügung? Aktuell dadurch, dass ich halt schon wieder welches investieren musste, und da ich die letzten, äh, leider nicht da war, nur 3.000 Dollar. Okay. Ähm, Herr Senmoku, Geld spielt von meiner Seite keine Rolle. Ja? Wir können so viel investieren, wie wir brauchen. Mhm. Also, wirklich, wenn Sie das verstehen? Ich verstehe, was Sie meinen. Also, wenn Sie da wirklich, also, dass Sie nichts ausmacht und so weiter, ist... Wir müssen natürlich einen, sozusagen einen Geschäftspartnervertrag auch zwischen uns beiden irgendwo treffen, wie auch immer der aussieht, ne? Also, wenn ich natürlich jetzt hier im Prinzip fast 100% des Kapitals stelle, dann, dann brauche ich natürlich auch eine vertragliche Sicherheit, das ist klar, ne? Natürlich, klar. Also, aber, so wie ich uns beide kenne, wird das kein Problem sein. Das ist dann ein Formalakt, aber es muss halt auch klar sein, dass ich nicht nur Geld einschieße und dann war's das, und Sie machen dann, sondern wir müssen dann natürlich schon gucken, dass wir, ja, ein Übereinkommen finden, auf das wir uns bei jeder Entscheidungsfindung berufen können. Ja, exakt. Deswegen will ich ja auch, dass Sie zum Beispiel vor allem bei McGill außen mit dabei sind, weil das ja letztendlich sind die weniger ich zu tragen habe für das Gebäude, sondern mehr Sie. Das ist halt das Ding. Und deswegen will ich Sie auch in den Entscheidungsfindungen bezüglich des Gebäudes mit anbeziehen, weil Sie letztendlich auch derjenige sind, der das Gebäude auch finanzieren würde, nicht ich. Das ist halt so die Sache. Unter anderem, wir brauchen ja auch Investitionen für die ganzen Ausrüstungen, wir brauchen ja die ganzen Lebensmittel, wir brauchen eventuell einen Furtrag, wir brauchen ja die Personalkosten, bevor die ersten Einnahmen reinkommen, Werbekosten. Exakt. Da kommt so viel auf uns zu, Herr Senboku. Das ist richtig. So oder so rechne ich auch nicht damit. So ist es halt meistens immer bei so einer neuen Themensgründung, in den ersten paar Monaten oder in den ersten paar Wochen irgendwie Profit zu machen. Das ist auch nicht meine Absicht, wenn es wichtig. Also all das, was ich sowieso an Geld habe und was ich zur Verfügung habe an Liquiden, werde ich sowieso einsetzen. Noch habe ich leider nicht so viel. Ja. Ich habe auch eigentlich nicht damit rechnet, dass es so schnell geht, weil in der Zwischenzeit hätte ich es dann vielleicht auch geschafft, aber ja. Ist ja auch egal. Was meinen Sie mit geschafft? Ein bisschen mehr Geld reinzubringen. Aber von uns sprechen wir, Herr Senboku. Von ein paar tausend Dollar mehr. Herr Senboku, ein paar tausend Dollar machen, das fällt nicht graudig, was? Das ist richtig. Allerdings fühle ich mich immer noch so schlecht, dass ich letzten Endes in der Hinsicht nicht so viel mit einbringen kann. Herr Senboku, Moment, Stopp, Abbruch. Wir gehen eine Geschäftsbeziehung ein. Als zwei geschäftsfähige, hoffentlich kompetent genug Personen. Sie bringen ihren Teil ein. Ich meinen. Und keine Seite muss sich schlecht fühlen. Ja, ich weiß. Das weiß ich tatsächlich auch. Allerdings, gebittete seid einfach in der Hinsicht, ähm. Herr Senboku, ich investiere ja mein Kapital nicht irgendwo. Ich habe das Konzept von Ihnen gesehen. Und glauben Sie mir, Freundlichkeit hin oder her. Ich habe natürlich auch immer daran gedacht, was ist, wenn ich mit Ihrer Idee nicht ganz konform gehen würde. Dann hätte ich Ihnen auch mitgeteilt, dass ich aussteige. Habe ich aber nicht. Weil Sie mich vom ersten Tag an begeistert haben. Sie haben mich schon bei Potent Pain überzeugt und begeistert. Deswegen will ich mit Ihnen zusammenarbeiten und investieren. Sie müssen sich nicht schlecht fühlen, weil Sie mit Ihrer Arbeit, Ihrem Engagement, Ihrer Kreativität und Inspiration etwas an den Tag bringen, was ich meine, dass Los Santos so noch nicht gesehen hat. Und ich schließe meinen Teil dazu. Das ist ein bisschen Erfahrung mit Personal. Das ist der menschliche Umgang, den ich auf jeden Fall in Großbuchstaben in meinen Erfahrungslebenslauf schreiben würde. Und das ist auch Kapital. Und das Gespür für das geschäftliche und das menschliche. Und dafür brauche ich Sie auf jeden Fall. Und wie gesagt, Sie sind auf jeden Fall der gleichberechtigte Partner in der Hinsicht. Und genauso will ich es auch handhaben. Sie dürfen uns nur nicht übernehmen, dass ich halt leider intensiv. Das ist halt einfach meine... Es gebietet einfach von dem, der ich genossen habe und von dem, wie ich es kenne, einfach auch der Freundlichkeit wegen sich deswegen quasi schlecht zu fühlen. Ich weiß zwar, dass es zu sein muss. Ich weiß Ihre Kultur. Ich kenne Sie gut. Alles Gute, Asomoko. Ähm, genau. Ähm. Heißt, in den nächsten Spielen, ich würde morgen mich da einfach mit denen auseinandersetzen. Sie haben wahrscheinlich eher so Richtung Abendzeit. Können Sie mir da eine genaue Uhrzeit nennen? Ja, Asomoko. Freitag, Samstag ist immer so ein Ding bei mir, weißt du? Mhm. Ähm. Wenn es jetzt auf jeden Fall morgen sein muss, dann wirklich spät. Also, meine... Bei mir ist halt, ja... Alles gut. Ich meine, also es muss auch nicht unbedingt morgen direkt sein. Nein, nein, nein. Asomoko, so läuft das nicht. Nein, nein. Wir machen das so schnell wie es geht. Wir beschleunigen das Ganze. Wir haben da ein Konzept. Das bietet Möglichkeiten, weißt du? Es ist genehmigt, Herr Asomoko. Es ist durch. Wir sind eingetragen als SEO und GoSEO. Schon richtig, ja. Aber wie gesagt, wenn es nicht anders geht für Sie, dann muss das ja doch nicht sofort passieren alles. Das ist das... Wir haben ja sonst auch... Also, so oder so. Das Problem ist, wir müssen halt leider auf die Lizenz in der Hinsicht warten, weil wir je nachdem so noch eine Lizenzerweiterung beantragen müssen und die dann auch erstmal bekommen müssen und dann überhaupt wirklich an den Start gehen können in der Hinsicht und schon längst anfangen. Ansonsten, wenn wir sie nicht bekommen, müssen wir eh warten, bis McGillowson fertig ist. Also, dahin können wir leider halt in der Hinsicht nicht viel mehr machen, außer halt den Kontaktschirm zu den ganzen Leuten suchen. Ja, aber das können wir ja schon mal vorab machen. Und wenn Sie... Also, das Problem ist, ich will ihn jetzt für morgen Abend keinen fixen Zeitpunkt nennen, weil wenn ich ihn dann nicht einhalten kann aus Gründen, dann ist das eine schwierige Angelegenheit für Sie. Klar. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass McGillowson dann um 0 Uhr verfügbar ist. Nein, das denke ich auch nicht. Ich denke vielleicht sogar, glaube ich, so gegen 10 Uhr ist bei denen auch schon Feierabend. Ich suche einfach, so spät wie möglich irgendwie auszuhandeln. Ich schaue einfach, was möglich ist und ich teile es ihnen dann auch einfach mit. Am besten so oder so werde ich ihnen immer mitteilen, ob in schriftlicher Form oder persönlich, was denn überhaupt das Ergebnis erstmal von den Geschichten und immer mit ihnen Rücksprache halten, sodass ich es dann an den nächsten Tagen und folgenden Tagen mit denen dann wieder besprechen kann oder sie dann einfach beim nächsten Mal dabei sind. So oder so wird ja nicht innerhalb eines Tages jetzt fest sein, ob das überhaupt möglich ist. Denn die Sache ist ja die, McGillowson muss mir dann auch mitteilen, ob sie es hinkriegen in diesem Gebäude dann auch. Ob das alles möglich ist, ob die Kosten nicht hoch sind etc. pp. Das müssen sie mir auch erstmal mitteilen. Sie müssten sich den Standort auch erstmal angucken. Deswegen ist das auch gut, wenn sie sonst noch irgendwie Ideen haben und noch irgendwie wissen, wo man sonst noch hin könnte. Das wäre ja jetzt erstmal nur ein Vorschlag, den ich habe und der nicht unbedingt zwangsweise möglich sein muss. Es kann auch gut sein, dass es nicht geht, weil McGillowson sagt, das funktioniert nicht etc. pp. Okay, machen wir Nägel mit Köpfe. Zeigen Sie mir das Gebäude erstmal unten. Okay, alles klar. Achso und Herr Senmoku, für die Eröffnungsfeier und auch für regelmäßige Auftritte, was halten Sie von einem exquisiten japanischen Gesang? Das wäre wunderbar. Ich habe was für Sie, Herr Senmoku. Wir haben was für mich? Ich bin nicht untätig. Ich kann Ihnen jetzt hier nicht eine Sängerin präsentieren, aber ich habe eine für Sie. Und das ist hervorragend. Ja, Senmoku, Sie arbeiten mit einem Profi, was? Ich tut er nicht. Und deswegen habe ich sie mir auch rausgesucht. Ach, ich bin, ich weiß gar nicht. Sie sind gerade wie ein Engel. Ich muss es einfach so sagen. Nein, Sie sind ja Engel, Herr Senmoku. Wir werden etwas Großartiges daraus machen. Es ist Ihre Idee, es ist Ihr Konzept und ich freue mich, wenn ich helfen kann. Los geht's. Das wäre, wie gesagt, auch hervorragend, weil ich es ja auch schon abgeschrieben habe. Und das ist heute diese Restriktion und diese Rahmenbedingungen muss ich leider festlegen. Es ist in irgendeiner Art und Weise mit japanischer Kultur und Tradition zu tun haben. Ansonsten passt es, dass das leider nicht in so einer Lage ist. Das haben wir doch abgesprochen von Beginn an. Genau. Genau. Richtig. Richtig. Deswegen... Und ich sage Ihnen noch was für den Mobilverkauf, ja. Wenn es mit dem Wagen nichts wird, solange wir mobil verkaufen dürfen, wir schneiden uns einen Rucksack um und werden diese Traditionsprodukte auch mal in der Nachtschicht anbieten. Und es gibt Teesorten, die durchaus Koffein beinhalten, die aufputscht werden. Der WGT beinhaltet vor allem, also je nach Zubereitungsart und wie er dann geröstet ist, etc. sowieso auch Koffein. Und ich habe... Herr Samurko, warten Sie noch kurz bevor wir einsteigen. Ich weiß selbstverständlich, wie Sie zu Herrn Ecker stehen, der im Taxi sitzt. Aber Herr Ecker ist ein Verkaufstalent. Und es gibt Situationen, wo man ihn einsetzen könnte. Ja. Nicht da, wo es um die Vermittlung der Kultur geht. Da bin ich natürlich bei Ihnen. Aber es gibt Situationen, wenn es um den Umsatz geht, wenn es ums Verkaufen geht, wo wir Herrn Ecker mit einbeziehen könnten. Ich mache mit ihm mittlerweile auch Lebensmittelverkäufe. Für ein anderes gastronomisches Prinzip. Diesen Verkauf von Lebensmitteln würde ich natürlich einstellen, sobald wir mit unserer Tätigkeit beginnen, weil ich hier einfach eine Konkurrenzsituation nicht bedienen möchte. Das ist klar. Nein. Aber ich habe mit Herrn Ecker festgestellt, dass er im Verkaufen exzellent ist. Das ist natürlich auch hervorragend. Und wenn Sie sagen, Sie vertrauen in deren System und Sie würden diesen Schritt dann auch machen, dann vertraue ich Ihnen. Sie haben mein vollstes Vertrauen. Ich habe Ihnen ja gesagt gehabt, das ist eine 100-prozentige reine Partnerschaft, eine geschäftliche Partnerschaft, die auf gemeinsame Zusammenarbeit beruht und nicht auf ich sage, was Sie zu tun haben. Aber wenn Sie sagen, haben Sie auf jeden Fall jemanden, den Sie kennen und den Sie so einschätzen, dann vertraue ich Ihnen voll und ganz und schenke Ihnen dieses Vertrauen. und wenn Sie sagen, es sind Ihnen ein bisschen fürs Verkaufen, nein, um noch ein bisschen Ummo zu machen für später, dann machen wir das auf jeden Fall. Ja, wir brauchen ihn dafür auf jeden Fall. Äh, ich weiß natürlich auch in welchem Rahmen wir ihn einsetzen können und in welchem nicht. Also machen Sie sich da keine Sorgen. Da können Sie mir ganz vertrauen, noch wenn das erstmal wie ein Kulturschock wirkt. Aber ich weiß die Brücken zu schlagen. Ja, dann Moko. Keine Sorge. Und jetzt gucken wir uns mal das Gebäude an. So Harald, würdest du uns da runterfahren? Es gibt da ein Gebäude. Ähm, am Casino unten. Nicht direkt beim Casino, wenn dann bei Venture direkt einfach. Venture erst mal. Ähm, das ist ein Gebäude quasi. Ah, ich weiß welches Sie meinen. Ja, ja. Das ist ein gutes, ich glaube ich weiß, was Sie meinen. Das mit der Veranda vorne. Ja. Genau, richtig. Guck mal, so gut kennen wir die Stadt. Daxifahrer, nein. Daxifahrer kennen die den Backstein hier, nein. Daxifahrer müssen das auch wissen. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Ich kann mir auch vorstellen, dass Sie die Ecken und Enden der Stadt und der Umgebung hier gesehen haben, die ich noch nie gesehen habe und wahrscheinlich vielleicht auch nie sehen werde. Aber das ist das Gute. Also in Moko. Hier rechts sehen Sie schon die Luxuswielen, können Sie schon mal eine aussuchen und so rein schreiben dann. Ja, hier wohnt zum Beispiel Brett Bitt hier rechts, nein. Genau, und gleich daneben Harald Egger. Ja, für mich schon. Ja, für mich schon. Aber es geht ja nicht darum, dass ich, dass ich, dass ich, ja nee. Eigentlich, ja gut. Also Geschenk würde ich jetzt nehmen, aber mein Geld würde ich dafür nicht ausgeben, das muss ich auch sagen. Sehe ich genauso. Ne, wenn Sie wüssten aus dem Moko, wie ich jetzt wohne, das ist ein schönes Grundstück, aber das Haus ist natürlich eine Bruchbote. Aber um das geht es mir nicht. Wissen Sie, warum ich da hingezogen bin? Weil wir, meine Freundin und ich, diese, äh, diese, diese Ruhe total genießen können, ne? Dieses, dieses... Ach, das war schon da, nein. Genau. Ich bin auch blind. Ja, mach alles gut. Ja, da bin ich jetzt aber gespannt wegen der Parkplätze. Das ist hier im... Ah, ja, 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 ja. Ja, das ist ein Moku, das ist es doch. Genau. Und, ähm, es gebe theoretisch, wir sind relativ eng leider, da habe ich mich schon umgesehen, theoretisch auch Zulieferungsmöglichkeiten hier an der Seite, dort hinten ist ein Garagentor tatsächlich, ähm, das habe ich gesehen gehabt. Also es wäre möglich, es soll ja auch nicht zu klein ausfallen, weil wir brauchen ja eben den Platz auch für Bühne und Garderobe in der Hinsicht für die, ähm, Bauspieler, etc. Ausgang theoretisch, ne? Genau, richtig. Und, ähm... Ja, genau, die Lieferung mit dem Tor. Ja, genau. Es ist halt relativ eng und klein, aber... Also das Gebäude ist groß, nicht eng und klein. Also ich meinte halt hier diese Möglichkeit, ne, hier so das Zuliefern und so weiter, aber ich finde das Gebäude ist groß genug. Hier muss ja keiner wohin landen, was, ne? Ja, richtig. Und wenn, dann haben wir ja einen Flughafen vorne, ne? Veröselt, nein? Exakt. Ähm, ne, aber es ist tatsächlich groß genug und es hat halt, ähm, das Potenzial, am Endeffekt auch ein japanisches Teehaus zu werden und, ähm, darum habe ich mir das einfach ausgesucht. Also das ist mit Abstand das beste Gebäude für unser Vorhaben. Ne, aber welches findet man nicht, das ist klar. Ne, Haralds Sache, wie es ist, ne? Ne, das ist wunderbar, auch mit der Terrasse und alles, ne? Ne, die gucken wir uns jetzt nochmal im Detail an. Also Zufahrtsweg, kann ich Ihnen mal sagen, wie es ist, ist auf jeden Fall, können Sie vergessen, wird permanent zugeparkt hier, sehen Sie ja? Ja, das ist richtig. Also können Sie ja gerne mal knicken, Herrsenmoku. Das ist permanent verstopft hier. Muss man gucken, ob man von der anderen Seite rein kann, ne? Ja. Aber ansonsten, das wäre halt ja die Terrasse und statt, äh... Ah, Stuhl ist weg. Was, äh? Harald, du bist wirklich das Letzte. Ah! So. Genau, das wäre die Terrasse und dort hier vorne rechts müsste dann, äh, Eingang sein, genau. Hier? Okay. Hier rechts sind ja normalerweise die Eingangstürn, genau. Ah, hier sieht sich dann immer. Man kann sich natürlich auch umbauen. Ich finde, ähm, da wäre sicherlich ein bisschen was möglich, man kann dann halt mal schauen. Aber das Einzige, was ich mir auf jeden Fall schon gedacht habe, ist halt, dass ich das Ganze hier ein bisschen, ähm, die vorne die Veranda schön grün halten möchte. Super eben. Und, ähm... Was haben Sie sich wegen der Palme überlegt? Die passt ja immer sowas von gar nicht. Die wird wegkommen. Ja. Will ich nicht haben. Ist, äh, nicht passend. Wenn, dann vielleicht ein Kirschblütenbaum. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ein Kirschblütenbaum. Herrsenmoku. Es kann nicht ein Stich aus sein, weißt du? Harald, hol die Axt. Komm weg. Ich im Kofferraum. Da müsste man halt schauen, ob, äh, das, äh, McGillowsen auch hinkriegt, äh, alles zu besorgen. Ja, Harald ist verwurzelt, ne? Das Teil, muss man schon gucken. Ja, wunderbare Kontakte da auch zu, äh, Asien. Hm? Du? Oder McGillowsen? Ich. Dann musst du uns den Kirschblütenbaum importieren. Halt den ruhig rein, weißt du? Ich kann ihn direkt genau ruhig rüber. Was? Perfekt. Herrsenmoku. Wunderbar. Ähm, nein. Aber, genau. Ich würde das Ganze hier ein bisschen begrünen. Dat muss weg. Das ist wunderschön. Ja, es ist wirklich wunderschön. Haben Sie mal überlegt, so'n, 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 dass man vielleicht auch einen Bonsai-Baum irgendwo auf die Tische stellt? So kleine? Exakt, ja. Also, hier draußen wird's ja faul am Hauptsächlich Tische geben, drinnen ja eher weniger, weil es ja eben traditionell so ist, dass man auf dem Boden sitzt und trinkt und isst. Das machen wir nun nicht auch so. Herrsenmoku, ähm, lassen Sie sich einen Tipp von mir geben. Aus persönlicher Erfahrung, ich bin viel gereist, in solchen traditionsbewussten Etablissements, wo auch traditionelles Sitzen während der Konsumation angeboten wird. Immer, das ist wirklich wichtig, immer, auch so wie es uns tut, die Option, klassisches Sitzen anzubieten. Natürlich, selbstverständlich. Deswegen würde ich da auch eine Kombination anbieten oder machen. Am Ende soll's natürlich eine angenehme Erfahrung für alle sein und jeden einladen. Ähm, nur ich möchte halt indirekt in der Hinsicht so'n bisschen versuchen, den Schubser zu geben, sich nicht unbedingt an einen Tisch zu setzen und dort den Tee zu trinken und so weiter, so wie man's kennt, sondern wenn dann halt mehr Raum dafür bieten, eben sich auf dem Boden zu setzen und das so zu genießen. Es soll ja auch nicht der kalte Boden schlechthin sein, sondern es wird auch einige Kissen auch geben. Gucken Sie mal da drüben, da hab ich schon wieder die nächste Idee. Dass wir mit Megill sprechen, dass dieser Bereich hier gerodet wird, weil der ist zu wild verwachsen, dass da eine schöne Wiese gepflegt wird und dass man auf der Wiese dann auch einfach anbietet, hier traditionelles Sitzen auf der Wiese. Ja, das wäre auch sicherlich eine Möglichkeit. Das ist gar keine schlechte Idee. Ich meine, Ihre Vorfahren sind ja auch nicht immer nur auf Marmor gesessen, ne, meine ich. Nein. Die haben wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auch, wie ich's angedacht habe, dort drinnen auf Marmor gesessen. Meistens. Oder auf dem Boden. So oder so ist das, ja, gewisse Sachen habe ich auch ins Konzept geschrieben. Können wir nicht? Ich weiß, ja. Machen wir das halt, ne? Ja, ja, ich weiß schon. Unangenehm ist für die ganzen Gäste und dann kommen die hier nicht her, weil diese Spücken müssen erst noch ums Reinkommen. Ja, nee, das geht nicht. Es ist nicht sehr... Man muss es anpassen an die, ja, sag ich mal, amerikanisch-westische Welt hier. Exakt. Es ist ja amerikanisiert. Es ist so angenehm. Es ist nur ganz wichtig, dass wir uns vielleicht auch bei der Gestaltung dieses wundervollen Hauses hier überlegen, dass wir nicht nur hier zum Beispiel auf der Wiese was anbieten, sondern dass wir so Erlebniswelten bauen, so kleine. Dass wir den Gast fragen können, in welcher Erlebniswelt er sich hier aufhalten möchte während seines Aufenthalts. Ja, natürlich, klar. Ähm, deswegen wäre ja das hier sonst zum Beispiel die Sitzecke und dann vielleicht ein anderer Teil der Terrasse halt eben die Möglichkeit, um halt, also nicht auf dem Boden zu sitzen, sondern an dem Tisch zu sitzen. Matze, danke fürs Kompliment sehr lieb von dir. Ja. So drinnen dann ebenfalls Bereiche in der Entsicht einrichten und auch verschiedene gestalten. So oder so soll es ja grundsätzlich erstmal relativ schlicht ausfallen. Also es sollen jetzt nicht so extravagante Sachen letzten Endes da rumstehen, aber verschiedene Gestaltungselemente sein. Also wenn es möglich ist, würde ich halt gerne auch Gemälde zum Beispiel aufhängen. Vom Namensgeber zum Beispiel. Nobunaga ist ja der Fürst, von dem ich gesprochen hatte. Oder von den anderen Fürsten, den Reichsanigern, den ich genannt hatte im Konzept. Aber auch zum Beispiel, ja, Rüstungen und so weiter. Und es soll auch Möglichkeiten geben, die Räumlichkeiten so ein bisschen zu trennen. So dass es halt auch in der Hinsicht privat quasi, ja, für einige Gäste halt irgendwie Möglichkeiten sind, dass sie was reservieren können etc. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall zusammensetzen und da ein bisschen andere Welten schaffen. So vielleicht ein bisschen fürstlicher natürlich auch. Ich will ja in der Hinsicht, ne, für alle halt irgendwie eine Möglichkeit bieten. So. Jeder soll das bekommen von Japan, was er auch gerne irgendwie hätte. Genau. Und die Abwechslung ist es. Ich will nicht, dass ein Gast wieder zu uns kommt und sagt, jetzt sitze ich wieder hier, sondern ich will, dass sich das wieder zu uns setzt und sagt, ich will jetzt in einem anderen Bereich mal sitzen und das kennenlernen. Genau, richtig. Und damit es halt auch nicht langweilig wird, wie gesagt, kommt ja auch noch das Element halt eben mit hinzu, dass die Kultur und Geschichte mit vermittelt wird und dann halt eben durch die Bühnenauftritte oder halt eben, ja, andere Formen von Kunst, ob es Dichtung ist oder eben Gesänge etc. Da, ähm, richtig einfach in der Hinsicht in einer gewissen Regelmäßigkeit, aber nicht taglich, weil das halt nicht möglich ist, aber in einer gewissen Regelmäßigkeit immer Abwechslung bieten und in der Hinsicht immer was Neues bieten. Perfekt. So, dass sie sich halt immer, ne, wie sie schon sagten, mal dahin sitzen können, mal dahin, mal andere Einflüsse erledigen können. Auf eine Sache muss ich aber bestehen, ja, sein Moko. Ja. Das haben wir ja schon von Anfang an schon so vereinbart, also alles gut. Aber beim Personal, das muss ich für mich reklamieren. Das können sie natürlich, können sie natürlich machen. Das ist ihr Bereich in der Hinsicht. Ich habe so viele negative Erfahrungen gemacht mit Vorgesetzten, die Personalentscheidungen getroffen haben in letzter Zeit. Ich bin da wirklich gebrandmarkt. Also die Personalentscheidungen, die möchte bitte letztendgültig ich treffen. Natürlich. Ich weiß, dass ich da das Gespür dafür habe und ich traue mir zu, dass es dadurch erst recht funktioniert. Sie haben mein Talent und das ist ja auch erkannt, dementsprechend. Sehen Sie. Ich vertraue ihnen zu 100 Prozent und dieser Bereich wird auf jeden Fall ihnen gehören. Ich halte mich da weitestgehend raus. Ich würde halt höchstens die Dreißigkeit haben, einfach mal dabei zu sein und anzugucken, was sie tun. Aber im Endeffekt ist es ihre Entscheidung, wen sie da einstellen, wen sie auch im Endeffekt befördert und so weiter. Das würde ich ihnen einfach in der Hinsicht überlassen. Ich habe ja auch im Konzept eben auch beschrieben gehabt, sie sind derjenige, der eben das das Finanzielle, das Verweiterische und diese Buchführung und so weiter hat. Und ich bin derjenige, der einfach der Ideengeber ist und in der Hinsicht einfach die Ausbildung und so weiter übernehmen kann. Aber alles Weitere, die Personalfragen, das ist alles ihr. Das gehört ihnen. Und das ist auch das, wofür sie die Begabungen besitzen. Und ich möchte auch, dass sie in der Hinsicht ihr Talent auch entfalten können. Und das ist ja doch der Sinn dahinter gewesen. Es ist ja nicht einseitig. Und ich bin hier jetzt ihr Boss und ich sage ihnen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und wir beide sagen hier, was alle anderen zu tun und zu lassen haben quasi. Es beginnt natürlich schon bei dem sehr respektvollen Umgang, den wir beide miteinander pflegen. Exakt. Aber es geht einfach dahin, dass ich wirklich glaube, ich glaube, Herr Senmoko, ich habe Erfahrung wirklich. Ich habe mittlerweile schon Erfahrung hier gesammelt im Start des San Andreas. Ja. Und was wir beide da gerade freilegen könnten, diese Synergie aus unseren Fähigkeiten. Dass wir hier wirklich einen ungeahnten Höhenlauf nehmen. Ich sage ihnen. Das denke ich auch. Und sie sind da wirklich halt einfach auch der beste Mann dafür. Wirklich. Also ich könnte mir niemanden vorstellen, der besser wäre gerade. Der oder die besser wäre. Es gibt keine Person, die ich mir da besser vorstellen könnte. Und ich vertraue ihnen auch voll und ganz. Deswegen sagte ich ihnen auch. Also wenn sie sagen, dass sie den Herrn Harald hier mit einbeziehen wollen in den Verkauf, dann vertraue ich ihnen da voll und ganz. Sie haben jederzeit... Muss ich mal aufpassen. Ja, klar. Aber jetzt für den Verkauf, für den Beginn, traue ich ihnen da voll und ganz. Ich weiß, wenn ich ihnen quasi die Schlüsse geben würde, weiß ich, dass hier alles noch stehen würde, Kasi. Ich vertraue ihnen da wirklich voll und ganz. Sie müssen... Wenn sie mir die Schlüssel geben, haben sie am Ende des Tages nicht nur den ganzen Laden wieder, sondern sie werden wahrscheinlich zweifach wieder raus. Exakt, richtig. So verstehe ich auch die Aufgaben von uns beiden. Exakt, genau. Und deswegen, wie gesagt, einzig, sie können mir einfach Bescheid sagen, was sie getan haben. Das werde ich ja auch immer machen, bevor ich auch überhaupt eine Entscheidung treffe. Und ich schummel da auch nicht in den Bereich rein. Aber wie gesagt, wenn sie irgendwelche Ideen haben oder Entscheidungen treffen müssen, und dann zack, in dem Moment, sie haben da in der Herzen wirklich mein vollkommenstes Vertrauen. 100%. Ich vertraue ihnen voll und ganz, dass sie die Entscheidungen treffen werden, die für das Unternehmen für uns beide wichtig sind und auch gut sind. Das heißt, ich habe da überhaupt keine Befürchtung. Wirklich nicht. Ebenso. Wir stecken unsere Bereiche ab und die Bereiche, die wir nicht abstecken, entscheiden wir gemeinsam. Exakt. Wir machen das ganz professionell. Dann bitte gehen Sie unbedingt schon mal zu McGill morgen. Machen Sie einen Termin aus und machen Sie eine Besichtigung. Ich sage mal so, was die Gestaltung betrifft, ja, innen und außen, natürlich würde ich gerne mitentscheiden. Aber da sehe ich Sie dann wiederum eher, ja. Sie wissen einfach wirklich, welchen Stil das gehalten werden soll. In dem Konzept habe ich das gesehen. Tun Sie mir nur einen Gefallen. Also in Moku. Die Farbe Rot hat im Marketing nichts verloren. Rot soll es nicht werden? Nein. Wenn dann was Einländer aussehen. Rot, also im Marketing, ne? Mhm. Wenn Sie hier jetzt innen irgendwas gestalten, aber Rot ist im Marketing, hat im Marketing nichts verloren. Null. Ist so. Habe ich mir nicht ausgedacht. Dann, 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 da vertraue ich natürlich ganz auf das, was Sie mir sagen. Dann wird es auch kein Rot geben. Wenn Sie jetzt hier was gestalten, ist ja was anderes, ne? Also jetzt ein Zelt oder, also ich sage jetzt ein Zelt, ich sage jetzt Sitzkisten. Aber Marketing halt natürlich. Es geht um Marketing, genau. Wenn wir Werbung machen. Das meine ich. Genau, richtig. Dann würdest du was nicht geben. Das ist halt so oder so. Das wäre auch das nicht. Aber das kommt ja dann halt alles mit Venture. Wenn das so weit erstmal geklärt ist. Wir müssten da natürlich erstmal auch Grafik mit sein. Eben. Nein, müssen wir nicht. Müssen wir nicht? Nein, ja schon Moku, müssen wir nicht. Ich habe vergessen, dass sie immer ihre... Ach man. Das ist... Ich weiß auch nicht. Wo waren sie nur all die Jahre? Wirklich. Wo waren sie nur die ganzen Jahre? Hätte ich sie nur vorher getroffen. Moku, schlagen Sie sich nicht mit Komplimenten, Marcel? Wir sind beide, was wir sind. Ich muss mich da auch nicht überschlagen. Ich bin halt einfach... Wie gesagt, ich... Glauben Sie mir, ich hätte freuen können vor Freude gestern und ich weiß nicht. Ich bin... Ich gebe mir einfach mit jedem Wort, mit jeder einzelnen Minute, mit denen ich die Zeit verbringe und hier vorne stehe und mit denen über das spreche, was zukünftig möglich sollte. Ich verleihe mir einfach mit jeder einzelnen Sekunde einfach noch mehr Energie und ja, noch mehr Freude an dieser ganzen Sache und... Ich kann das nun Sie zurückgeben. Der Sinn Moku, denken Sie darüber nach, welche Möglichkeiten wir wirklich haben für die Zukunft. Dieses Teehaus, vielleicht ein mobiler Verkauf, das ist nur der Anfang. Exakt. Es ist ein Tropfen eines noch nicht erschlossenen Ozeans. Exakt. So sehe ich es auch und deswegen, wie gesagt, Sie... Ich freue mich einfach so sehr drauf. Ich bin so voller Taten drin, wirklich. Und ähm... Ich... Ich bin einfach... Ich kann das nicht mal beschreiben, ich bin einfach so glücklich. Ich auch und ich danke Ihnen. Für das, was kommt. Für das, was bisher war. Und für die aktuelle Situation, also in Moku. Sie werden sehen, ich lehne mich aus dem Fenster. Ihre Professionalität habe ich hier noch nicht gesehen. Von niemandem. Ihre Professionalität ist mir hier noch nie untergekommen. Nein, ich hab's... Ich lehne mich aus dem Fenster. In meinem gesamten Leben noch nicht. Wenn jemand eine Chance hat, was zu erreichen, sind es wir bei dem Team. Das ist richtig. Ja, es ist so. Es kommen schöne Zeiten auf uns zu. Viel Arbeit. Aber das Endprodukt wird imperial sein. Das sehe ich genau so. Und das... Das ist das, worauf ich mich am meisten freue. Einfach... Wissen Sie, wo wir... Wie das Ganze angefangen hat mit uns und Penn. Wo Sie als Verkaufsleute noch gewesen sind. Und jetzt... Grish, ich möchte mich noch mal herzlich für 100 Wins bedanken. Für 100 Wins bedanken. Frei von... Das wäre eine sehr große Freude. Ja, Beschränkungen und Reglementierung von irgendwelchen anderen Personen. Die glauben, sie wüssten es besser. Aber... Die wissen es besser. Also diese Inkompetenz bei Bottled Penn war ja ganz besonders gravierend, ne? Das war wirklich sehr gravierend. Und ich freue mich umso mehr. Bei Downtown Cape wird nur mal eins drauf gesetzt, ne? Also wenn Sie die CEOs von Downtown Cape jemals kennengelernt hätten, das geht noch schlimmer als Bottled Penn. Oh je. Ach, da bin ich froh, dass ich da nicht arbeite. Wirst du wirklich froh sein, das sage ich Ihnen. Ich bin da wirklich sehr froh und ich bin auch froh, dass wir dann in der Hinsicht unsere eigenen Entscheidungen treffen können. Wie gesagt, ich bin sehr froh, dass wir da unabhängig sind und ich bin auch sehr froh darüber, dass ich Ihnen in der Hinsicht auch die Unabhängigkeit konnte, die Sie verdient haben auch. Deswegen auch, wie gesagt, Ihre eigenen Bereiche, in denen Sie voll und ganz mein vollstes Vertrauen haben und machen können, was Sie wollen und wie Sie es wollen. Und ich möchte halt einfach, dass zwei wunderbare Menschen ihren Traum einfach erfüllen können. Und das ist auch das, worum es geht und das, worum die Philosophie dieses Hauses dann werden soll, dieses Unternehmens, Träume werden lassen und Menschen zufriedenstellen. Ich habe in der Form, wie ich dieses Verhältnis zu Ihnen gepflegt oder wie wir das aufrechterhalten haben über die letzten Monate hinweg, seit Sommer letzten Jahres, mit keiner anderen Person geführt, mit keiner anderen Person über Konzepte in so einer engen Form diskutiert und so konkret ausgearbeitet. Also ein Moko. Sie waren, wenn man es so will, die einzige Person, das einzige Pferd, das ich ins Rennen geschickt habe. Beziehungsweise auf mich gesehen ins Rennen geschickt habe, ne? Weil ich habe ja Sie nicht geschickt, sondern Sie sind ja einen Weg selber gegangen. Aber dass ich mich Ihnen angeboten habe, vor allem was die Finanzierung betrifft und auch die Zusammenarbeit in der Unternehmensführung, da habe ich nur Sie. Da habe ich meine Hoffnungen nur auf Sie gesetzt. Und es hat sich zu 100% bewiesen, dass es die richtige Wahl war. Ich bedanke mich wirklich sehr für dieses Zertrauen und es ehrt mich sehr, dass Sie dieses Zertrauen in der Hinsicht in mich gesetzt haben und dass Sie mit mir gemeinsam diesen Weg gehen werden. Ich freue mich ebenso. Herr Sinmoko, dürfen wir Sie nach Hause bringen oder haben wir noch was zu besprechen? Nein, wir haben sonst erstmal nichts zu besprechen. Ich glaube, Sie können leider im Moment nicht mehr tun, um auf den morgigen Tag zu warten. Sie sind ja nachts auch immer erreichbar, oder? Exakt. Ich bin nachts auch immer erreichbar. Die Sache ist halt nur die, solange ich halt nicht erwarte, dass mich jemand anruft oder dass irgendwas passiert etc., dass ich halt noch was vorhabe oder sowas, kann es halt gut sein, dass ich halt nicht da bin. Deswegen ist es halt immer gut, wenn man mir irgendwie vorher Bescheid sagt, können wir auch einfach eine SMS schreiben und dann, wenn ich sie sehe, dann weiß ich ja Bescheid. Dann tauche ich auch auf oder beziehungsweise, ja, schalte mein Handy auf laut, weil ansonsten, genau, würde ich mich halt einfach zu Hause fahren. Ja, das verstehe ich gut, das haben Sie auch verdient. Gucken wir uns das bitte auf jeden Fall dahingehend aber an, was morgen und übermorgen betrifft. Ich würde mich natürlich selber ein persönliches Gespräch freuen, wenn es klappen sollte, nur da ich halt nicht weiß, ob ich morgen überhaupt und wenn, wann verfügbar wäre, muss ich sagen, ich muss es darauf ankommen lassen, dass wir uns morgen und übermorgen über den Weg laufen oder auch nicht. Wenn es klappt, dann ist es bei mir sehr, sehr spät und damit meine ich auf jeden Fall dann schon Mitternacht oder später. Und wenn nicht, dann spätestens am Sonntag. Okay. Sonntag auf jeden Fall wieder. Okay, alles klar. Ich sage Ihnen aber, wie gesagt, trotzdem Bescheid. Ich schreibe Ihnen sonst eine SMS oder beziehungsweise eine Mail, je nachdem, wie viel es halt am Endeffekt wird, was ich halt an Informationen für Sie habe. Also ich würde Ihnen aber auf jeden Fall trotzdem, wie gesagt, Bescheid sagen, sodass Sie halt so früh wie möglich und so schnell wie möglich die Informationen bekommen. Egal auf welche Art und Weise, ob ich jetzt persönlich dran kriege oder halt Ihnen einfach eine SMS schreibe. Wenn Sie die Schritte, die Sie zukünftig tätigen, in eine kleine Mail fassen könnten, wäre es vielleicht noch besser. Da würden Sie sich auch leichter tun, oder? Ja, ja klar. Wie gesagt, wenn das ein Haufen Informationen sind, die ich morgen bekommen werde, und das werde ich wahrscheinlich auch, weil morgen ja tatsächlich dann hoffentlich auch wirklich alles erledigt ist. Zumindest haben die Herren mir das in die O.A. so versprochen. Und ich musste dann halt nur noch auf die Lizenz warten. Dann würde sowieso eine Menge... Das heißt, Sie würden ByteHunter, nee, den McGill-Oson und Venture Bescheid sagen. Und wir könnten dann in der Hinsicht schon mal dahin gehen und das auch schon mal alles erledigen. Venture-Account einrichten, etc. Die Venture-Site-Seite einrichten lassen. Und so weiter. Bei Gill-Oson reden, bezüglich des Gebäudes. Für die... Ja, so ein Moko für die... Boah, ich bin schon müde. Ich habe heute... Also ich bin schon seit... Alles gut. Ich war seit 10 Stunden Taxi und nicht nur das. Oh Gott. Oh je. Ich habe einen Umzug hinter mir, das Speed-Dating. Also, äh... Ich bin am Ende. Ja, ich glaube, Sie sollten auch langsam... Nee, ich mache noch. Okay. Ähm, was sollten Sie sagen? Sie... Äh... Ja, nee, dann machen wir es einfach so. Schicken Sie mir bitte morgen eine Mail über jeden... Machen wir es so, dass wir uns entweder, wenn es nur wenig ist, per SMS oder wenn es mehr ist, per Mail austauschen, über alle Schritte, die passiert sind oder wir auch getätigt haben. Und so können wir uns morgen und übermorgen auf jeden Fall absprechen. Und wenn wir uns sehen, noch besser, dann können wir es bequatschen auch. Und sonst sehen wir uns spätestens am Sonntag und lesen uns bis dahin eben. Exakt, genau so machen wir es. Und ich bin jetzt beim DOL schon eingetragen im Handelsregister. Exakt, deswegen habe ich sie angerufen gehabt, damit sie noch schnell vorbeikommen. Ansonsten habe ich mit den Herrschaften ausgemacht, dass sie später beziehungsweise morgen sonst oder die Tage vorbeigehen. Und, äh, sie würden... Die hätten dann sonst einen Eintrag im Vermerk gemacht gehabt, in, äh, im System bei denen. Ähm, dass das halt okay geht und dass sie da einfach nur noch hinein hinkommen müssen. Sie brauchten halt einfach den Hausweis unbedingt. Sonst ging es halt nicht anders. Aber das hat sich halt erledigt. Das heißt, wir sind beide, ähm, CEO und Co-CEO vom Nobunagas. Genau. Wie viele CEO-Posten kann man begleiten? Bitte? Wie viele CEO-Posten man begleiten kann? Wissen Sie das zufällig? Also, es ist mein einziger, nicht, dass sie da ist, ne? Nein, nein, alles gut. Ich, äh, man kann nur einer Co-CEO und CEO von jeweils einem Unternehmen sein, soweit ich das weiß, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich bin ja noch dabei, am Samstag meine Anwaltsprüfung zu machen. Das würde ich auch noch schnell hinter mir bringen. Ähm, aber genau, soweit wie ich... Dankeschön. Ähm, aber, ja, man kann, äh, ich schaue es nochmal nach im Gesetz. Das müsste unter dem, ähm, Gewerbeordnung, ähm... Ja, ist gut, weil ich muss das nur wissen, weil ich bin Investor, also er ist in Moku, und ich muss natürlich auch für die Zukunft gucken, wo ich überall investiere. Ja, ja, klar. Ähm, genau. Eine Person kann maximal einmal CEO und einmal Co-CEO, beziehungsweise zweimal Co-CEO sein. Okay, so man kann zwei CEO-Posten begleiten, aber nur einer davon ist CEO. Genau, richtig. Genau, richtig. So ein Schmach, sie nehmen. Das heißt, sie könnten noch sie in der Hinsicht, ähm, entweder einen Kniff unternehmen, als Führer nochmal gründen, also als Co-CEO, oder da halt in der Hinsicht investieren. Das könnten sie nochmal machen. Das ist, äh, möglich. Ja, Felken! So, ich muss ganz so lachen. Gut, sie müssen mich nach Hause fahren, ich kann auch laufen. Das ist ja quasi hier um die Ecke. Ach, ja, das ist ein Moku. Das ist, also ich bitte Sie wirklich. Das müssen Sie wirklich nicht, das ist... Ich bin Investor, oder was, ne? Da wird gleich geknackt, ja. Komm. Also, ich rufe Sie gleich zurück, nein? Super, du seien. So. Alles, Taxi, hallo ich hier, ne? Die machen wir, Harald. Hier vorne links. Gut, Taxi, hallo ich rein. Und dann auch direkt rechts rein in... ...ein Fahrt hier. Genau. Dankeschön. Wir haben uns einen wundervollen Abend, wir hören oder lesen uns morgen. Ebenfalls, bis dahin. Ich danke Ihnen ganz herzlich und ich freue mich auf eine tolle Zukunft. Echt, ebenfalls. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Oh, Pidi einmal. Pidi? Ja. Was habe ich noch mal verpasst? Ja, natürlich. Das mache ich gerne, ich bin Taxi, aber jetzt mein Job. Ja, äh... Buongiorno. Oh, ich meine Arme hier. Gut. Einmal MD, bitte, nein? Ja, mach das bitte. Wir haben auch eine Fahrt gerade. Wir fahren ins Filmviertel rein. Arschloch. Was flötest du? Gut, wir machen die Fahrt. Ja, bitte fahr hin. Gott. Arme wurde angeflirtet. Wo denn? Die wollte mit ihr den Abend verbringen. Ja, mit irgendeiner Dame, einer Kundin. Ja, die ist so, da muss auch nichts mehr sein. Und folgendes, ich wurde angerufen. Ja, von wem? Der Filmmacher hat mich angerufen. Am Sonntag will er das mit uns planen und alles. Ach so, der jetzt von der andere oder was? Ja, der Rainy. Was für ein Rainy? Der Rainy heißt so Rainy Energy Drink. Ach so, der mit dem Tiger meinste. Sicher, weil ich seit den hier. Gut, dann machen wir das am Sonntag. Arrisch. Arrisch. Einmal Weinwutgarns, bitte. Weinwutgarns? Wir rollen. Ja, erstmal gute Besserung, ne? Ist ja klar, ne? Die Vorfahrt, ich glaub' bald, wa? Ja, das sind sie. Ja, ich sag' ihnen mal was, ne? Die Taxifahrer sind ja nur die Fußmatte, der hier selbst schafft, ne? Boah, warum das denn? Ja, ich kann mich nicht erinnern, Alex, ich kann mich nicht erinnern, Alex, tatsächlich. Ja, sind sie der Einzige, ne? Auch das glaub' ich nicht. Ja, aber wir sagen ihnen doch aus Erfahrung. Bitte? Wir sagen ihnen doch aus Erfahrung. Das ist aber auch dann schade, wenn's so ist. Ja, damit leben wir jeden Tag aufs Neue. Wir fahren uns für'n steils Wund und für wat? Für Beschimpfungen. Das ist die Regel. Ey, also, ist das kein Witz, oder wie? Nein, das ist kein Witz, deswegen sind wir scherzen. Nein, das ist nicht. Also, ich hab' nach 10 Stunden Dienst daran noch was zu scherzen. Ah, ich hab' mal noch eine Sekunde, Alex, dachte ich, ich fahr' uns den gerne. Nein. Ich fahr' uns den gerne und ich tatsche. Ja. Lutsch. Die im Norden. Ach du Scheiße. Die ist an der Seilbahn. Der Holzhütte. Kenn' ich. Machen wir. Ja. Die sind mit diesem Männchen, diesem Riesentypen, der da steht, ne? Ja. Ja, ja, ne, dies, wir wissen es, ne? Gut, kommt gleich, ne? Ja, gut, das wende mal, ne, weil dafür gibt's extra Trinkgeld. So, das machen wir, ne? Dafür machen wir's doch. Ja, das wären, das wären's, nein? Ach so, äh, 16 Dollar sind's. 16 Dollar. Ja, das runden wir mal auf. 60! Das ist wieder ein Blöder. Und lassen sie sich nicht beschimpfen. Ach, gleichfalls, ne? Gute Besserung. Danke. Alles Gute Ihnen. Tschau, tschau. Tschüss. Fährst du, Harald? Ja, das andere können wir nicht machen. Die ist drei Personen. Ach, scheiße. Ja, die ist allein. Ja, da haben wir ihn. Na, wir haben ihn. Okay, warte, ne? Kommt von ATM einzahlen, erstmal. Ich hab ein bisschen gemacht... Oh, Mensch, ne? Ja, Harald, ich sag mal so viel. Was ist denn? Was ist denn? An ATM jetzt hab ich mal verkackt. Soll ich dir was sagen? Was? Ich mache nix ohne dich. Und du bist auch bei der Sache drin, mein Vater. Amir fahr mal diese Lodge da oben an, da war eine Seilbahn. Nein, ich möchte jetzt nicht. So 300 weniger, 21, 279. Ja, 93.135, man kann damit leben, meine ich. Pfff, du meine Güte. Elis Taxi, Le Maillard. Immerhin ein bisschen was. Ähm, nee, was wollte ich jetzt? So, dann haben wir das Taxi. Geld, das ist 40, 60, 61, 71, 77, 87, 93, 103, 109, 119, 125. Und dann 86 trinkelt für die beiden, das ist 43 für beide. So, dann gebe ich dir mal dein Trinkgeld. Bis jetzt. Ja. So, dann machen wir die nächste, ne? So ist das, ne? Ja, mein Lieber. Sogar die nächsten zwei. So, die nächsten zwei machen wir, genau. Wir sind, mein Lieber, wir sind das, meine ich. Ja, also ich bin Co-CEO und du bist drin, mein Lieber. Ja, wat bin ich drin? Ja, ich werde dir da mal eine schöne Tätigkeit organisieren. Äh, bin ich mal gespannt. Fahre ich im Teehaus, wenn du eine Tätigkeit bauen kannst? Ja, nicht im Teehaus. Draußen in der Freiheit mit den Menschen. Okay. Es wird ein bisschen dauern, bis die ganze Sache losgeht, ne? Ja, glaube ich, wie lange dauert es so weit, ne? Mit der Hausbau und dann alles in der Ewigkeit. Ja, ganz so schlimm, jetzt hoffentlich nicht sein, aber... Ja, du weißt, wie das hier läuft, ne? Ja, ja, ich weiß, ja. Ja. Kannst du mich schon mit drei Monaten rechnen? Ach, war zu schlimm. Na klar. Bitte ausbauen, weißt du, wie lange das dauert? Hm. Dieser Technoladen. Ja. Als ich das erste Mal von ihm gehört habe, der Kunde war vor sechs Monaten, ne? Pff. Das ist eine freche Art, teilweise. Ja, gut, wir werden es ja sehen, ne? Ja, das war hier so, nein. Egal, es ist ein langfristiger Invest, weißt du? Ja, das ist jetzt sowieso, nein. Ach, komm, wir begrüßen den. Ja, das ist sowieso, nein. So eine Scheiße. Was ist das für ein Pin allein? Was fragen wir denn heute? Das machen wir spontan. Das ist das Beste für uns. Wir können ja nichts planen. Wir sind völlig unfähig dafür. Das geht nicht, meine ich. Der wird sich gleich wundern. Der wird sich gleich umgucken. Vielleicht ist er auch ins Kühlregal gefallen. Nee. Könnte ich mir auch unsere neue Partei vorstellen. Wie heißt die denn? Aber die sind nur dein Spruch. Aber ich wäre wirklich gerne Bürgermeister. Jaja, ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Also nicht rumlaufen wie ich gerade rumlaufe. So. Jetzt bist du das allerletzte. Ja. Du siehst aus wie das letzte Harald. Ich weiß. Aber es passt zu dir, weil du bist es auch. Aber wer da extra stehen bleibt, hat schon gar keinen Bock auf uns halt mal. Mhm. Ich weiß. Was? Da geht ihr nie wieder raus. Ich hoffe es ist ein bis morgen. Ja. Einmal. Einmal. Dann ist es. Dann ist es. Hallo. Hallo. Gott. Morgen geICKen. Guten Tag. Guten. Guten. Guten Tag. Guten Tag. Hättet ihr Lust mitzumachen. Wieso nicht. Bin immer offen für Umfragen. Wunderbar. Einmal der Kollege schon im Telefonf переж Alien. Wie geht es Ihnen? Gut. Und Ihnen? Ja. Um uns geht es.. واشndes. IGNμο days Schon die Antwort, die wir hören wollten. Schönen Tag noch. Wir wollen schon die Um i achten, die wir nahwachen jetzt los. Ja, wir wollten wissen, wie es Ihnen geht. Mein Gott, ist ja zu verwerflich, weißt du. No, 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 auf gar keinen Fall. Ich hab mit, äh... Upras. Komplizierten Fragen gerechnet, darf ich mal so nicht, weiß auch nicht. Wir schließen. Wir schließen, ist so. Also, mir geht's gut, danke für den Nachhinein. Ja, das wollten wir jetzt nicht wissen. Wir schließen. Wie ihr schließt. Ja. Meint ihr, ihr schließt. Wir schließen das Taxi ab, was, ne? Ja, aber ich will doch kein Taxi. Ach so, das haben wir missverstanden. Wir dachten, sie... Das machen wir mal. Weil... Nochmal? Ich könnte den Alen da drüben fragen, ob ihr es denn geht. Den Umfragen machen, meine ich. Meine sind angetrunken. Haben Sie so einen kleinen Intus? Geben Sie zu. Ja, was? Haben Sie einen Intus? Tatsächlich nicht, no. Das wundert uns aber. Also, noch nicht. Gut. Aber gerade nicht, no. Okay. Ja, nee, also immer Spaß an der Seite. Sie kaufen ja hier einen, ne? Wie zufrieden sind Sie mit dem Einkaufserlebnis? Ähm, also ich komme ja immer mein Lebensmittel kaufen, sage ich mal so. Also, sehr zufrieden. Das freut mich auch, wenn es eine Skala von 1 bis 5. Wenn 5 sehr zufrieden ist und 1 leck mich in den Tisch. Äh. Was? Weil ich würde sagen 4 ist schon teuer. Ist doch überteuer, aber kann ich ruhig sein. Gut. Das bringt uns auch zur nächsten Frage. Es ist indiskret. Sie müssen nicht antworten, das ist klar. Nein, 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 ich bin offen für sowas. Okay. Ihre Einkommenssituation. Verdienen Sie täglich 0 bis 200 Dollar? 200 bis 500? 500 bis 1500? Oder mehr als 1500 am Tag? Wenn verdienten wir so viel Geld? Was? Ich bin, wenn verdienen wir so viel Geld? Ja, ich nicht, das kann ich Ihnen sagen. Weil ich auch nicht. Sie sind, weil ich, der Ersteren tatsächlich. 0 bis 200 am Tag. Weil. Ja, dann ist traurig. Wenn überhaupt. Das ist sehr schwer für mich zu überleben, sage ich mal so. Ist denn die Unterschiede? Ich muss das zur Sache gemein. Das muss ich nicht peinlich sagen. Oh Gott. No, no, denn es, denn soll, denn, denn, die UL soll den peinlich sein, weil den den Sozialgeld kürzen. Jetzt sagen Sie endlich mal. Wunderbar. Komm, notier da, Treven. Ist, ist notiert gerade. Wie war Ihr Name nochmal? Äh, David Leroy war mein Name. David Leroy. 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 So. Ihr raus. Geben Sie zu. Äh. Wie kommen Sie auf so einen? Sie sind verlobt, mein Lieber. Ja, wie komme ich wohl da drauf, was weiß ich? Weil, weiß ich doch nicht, wie Sie jetzt darauf kommen. Ja, die Barbara hat es mir erzählt. Ich bin doch nicht verlobt. Sondern? Ja, und woher kommt das Gerücht dann, was weiß ich? Schaut mal, ich habe doch keinen Ring um meinen Finger. Schaut mal. Woher kommt das Gerücht dann? Barbara. Wenn den von Barbara kommt, dann wundert mich den auch nicht. Wusstet ihr eigentlich, dass Barbara sich noch mit 50, in den Hosen gescheißt hat? Entschuldigung, in den Pampers. Notiert er das mal eben. Das schreibe ich oft. Barbara mit 50 in die Windel. Meine ich, ne? Habe ich da gehört. Ist das korrekt? Ja. Und insgeheim? Wollt ihr doch den richtigen Alltag von denen wissen? Ja, klar. 80. Ja, das ist uns klar, meine ich, ne? Ich sag nur, ein Solis, die Finger von der Rosweg. Nein, 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 nein. Nein. Du legst die Finger da weg, nein? Ob sie den Finger lecken von der Rosweg? Nein, du sollst die Finger von der Rosweg lassen. Achso, ich habe doch sowieso nichts mit denen zu tun. Gut. Ich weiß nicht, was Barbara euch da erzählt hat, aber denen ist scheißen. Gut. Ja. Scheißen habe ich aufgeschrieben. Okay. Ja. Äh. Also, ich sag ihnen, wie es ist, ne? Wohl. Ich muss los. Äh. Bis zum Abend. Ja, bis heute Abend. Auf eine Fahrt. Oh Gott. Ja, warte, ich sag denen. Da habe ich glatt einen Ehemann von der Rosse getroffen. Ich nehme wieder Leitstelle. Also, hätte ich jetzt nicht, äh, die Fahrt gehabt, hätte ich die Unifresse geschlagen. Kannst du mal in Ordnung? Bitte, was ist denn da passiert? Ich bin bei Le Maillard gekündigt. Harald! Fahr da sofort hin. Ich muss nicht warten. Fahr da so... Das verhofft ihr nichts an. Alles, das Taxi. Du bist im Herbst. Ja, ich bin auf dem Weg, Fahrzeug. Ich bin in 20 Sekunden da, maximal, ne? Tut uns leid, wir hatten gerade eine Verkehrskontrolle. Der Officer hat mich fast erschossen. Harald, du bist ein allerlöser. Okay. Nein, nein. Das Piddy war gerade hinter mir, ne? Ich bin gekü... Alles klar, 57 Sekunden da, ne? To same. Harald, was ist das denn für eine Scheiße? Ja, das erklären wir gleich. Hey, Flipper, kann ich gleich noch mitfahren? Ich muss nicht was... Komm so rein. Komm so rein. Komm so rein. So wie es im Sammeltag ist, ne? Keinen Moment, ich komme gleich. Ja, dann läuft der Weg, ne? So, herzlich. Der läuft zum Autofahrer. Ich fahre mal hinterher, ne? Ja. Wir drehen da vorne. Von mir aus fahren sie ihn um. Wollen wir den Platz fahren? Wollen wir den Platz fahren? Ja. Die ist nur Dienstleistung. Ja. Was bezahlen sie? Was? Der trifft König. So ist es jetzt, ne? Ja, wissen wir nicht. Nein. Aber die ist jetzt? Fährt der weg? Oder war die Stadt denn nichts? Ne, der braucht was aus dem Barger raus. Weil der ist angetrunken. Ich muss auch den Schlüssel zurückbringen. Eine Minute. Ja, boh. Ey, wirklich. Ich kenn den Typen nicht. Aber... Ich sag dir nicht von der Straße. Fahr wieder rüber. Ich frage mich auch gerade. Ja, aber soll ich jetzt wieder hinterher fahren? Nein. Das nervt mich. Warte mal. Ja, kann ich verstehen. Mich nervt auch. So eine Scheiße habe ich nicht erlebt. Ja, äh, danach... Jetzt frage ich vor. Ne, nicht sie, der Typ. Ich hab... Ich weiß... Ich wurde gekündigt gerade. Das meine ich damit. Sie wurden gekündigt? Ja, nicht bei Taxi. Alles gut. Wo denn? Wo haben sie davor gearbeitet? Ich weiß es nicht. Wo ist er denn schon wieder hin? Ja, der war so dumm. Ey, wirklich. Hufen sie mal. Was ist der wahnsinnig für ein Freund? Der kann gar nichts. Wirklich, du... Peinlich. Peinlich. Du... Blamierst mich vor meinen neuen Freund. Gut, wir fangen nochmal von vorne an. Äh, Masse Beach. Herzlich willkommen bei einem Staxi, wo das Lächeln auf dem Wegbein sitzt. Wo wohnen sie ihn erstmal rein? Masse Beach. Schaf. Machen sie Sport jetzt rein? Äh, no, aber wir wohnen dort. Und Masse Beach ist das nächste dort, äh... Was so allgemein bekannt ist. Euch mal was sagen. Und hat da unter euch mal was sagen. Das hat da unterrichtest ne kriminelle Gegend. Und ich rate ihn da weg zu ziehen. Ja, ich wurde, ich wurde gestern überfahren. Das Problem ist, welche Gegend ist nicht kriminell hier. Ja, aber der Strand ist aber ein, äh, also ist ein Brennpunkt. Ein sozialer, meine ich. Ein sozialer Brennpunkt. Ja, aber wo gibt's günstig Wohnungen, wo ich mir das erlauben kann? Das war Gott, ja. Brennpunkt ist. Im Süden ist ja da, äh, da. Ja, im Süden können sie auch nicht hin. Das ist ja klar. Das geht nicht. Das können sie vergessen. Wie? Ey, da müssen sie weg vom Strand, ne? Nee, das geht nicht mehr. Vor allem mit ihrem jungen Alter. Nee, und so auch. Nein, sie werden ihr Leben verhauen, da. Und sie haben nur eines. Ach, ich, wir arbeiten im Kamaklub. Wir haben einen Job. Wir kriegen unser Leben auf die Reihe. Ja, da sagen sie, bis sie gekündigt werden, ey. So geschmiert hat sie. Ja, ich hab' bei diesem Scheiß Los Santos Transit gekündigt, die Dreckspenderos. Ja. Ohne Grund. Die haben nicht einen Grund gesagt. Die kündigen sie ohne Grund, so hart kenne ich ja gar nicht. Warte mal. Ja, ich hab' einmal so nachgefragt, einmal per E-Mail und sie haben nur gesagt, ihre und unsere Erwartungen sind verschieden. Ja, hä? Nein, da können sie auch ruhig einen Brief dann hinschreiben, wie sie denken. Die können sagen, sie kommen hier mal im Arsch lecken. Dann müssen sie mir hinschreiben. Ja, aber ich hab' auch gemacht, so. Das gibt's ja gar nicht. Aber taube Ohren und so. Ja, ich sprach. Das sind auch so Schlipsträger, die zu viel Geld verdienen und so. Die können uns hier rauslassen. So, was wollen sie mir damit jetzt sagen? Äh, nee. Ich bin Taxifahrer nur, weil ich mich ordentlich schreide, damit ich irgendwo nach oben aufhörfe. Nein, das geht natürlich gar nicht so. Warte, ich komm mal vorne an ihr Fenster. Ich bin Unterschicht. So, Fiefe. Er hat die Leinstelle verloren. Aber nicht so mein Portemonnaie. Verpiss dich. Ich will dir doch noch was gehen. Du bist mein Freigeist. Du machst auch wirklich anders anstrengend. Ey, Gott, ey. Ja, was? 15 Dollar? Was soll ich damit? So, danke, Henry. Das reicht. Adios. Tschüss. Und? 35 ist okay. Gut, ich geh' drüber. Ja. Wie viel war das jetzt für die Fahrt? 21, ne? Ja, ja. Hat beide nicht gerechnet mit so viel Trinkgeld. So, was ist jetzt mit der Kündigung? Ich weiß es nicht. Ich hab die Lein... Ich kann auch vielleicht... Verarsch mich nicht. Ich fahr' mal zur Lein-Majeur. Ich kann auch vielleicht nicht mehr dazukaufen. Und wir haben den Kopf weg von der Kante. Jetzt will ich aber wirklich wissen... Jetzt stimmt eine Schwankung, die Alte. Ja, da kannst du... Also, die kann mich aber mal jetzt dezent am Arsch lecken. Nachdem ich jetzt sowieso... Weißt du? Das gehört, da du den Teerladen aufmachst. Das ist weg, was? Bei dir hat überhaupt nichts gehört. Hab's dir gesagt. Danach ist es passiert. Das geht aber nicht. Was geht nicht? Ja, das liegt dich gründlich da. Ja, das weiß ich auch. Aber was ist jetzt hier? Ich fahr' da hin. So. So, und rein. Komm, Polmesser. Nein, ich stech' die ab. Ich sag' dir das. Guck' mal, ob du hier zugreifen kannst. Mit einstempeln und alles. Ja, hier komm' ich rein. Gut. Ja, dann bin ich wohl nicht gekündigt. Aber warum kann ich plötzlich auf die Leitstelle nicht mehr zugreifen? Was ist das denn wieder für'n Spaß jetzt? Ja, vielleicht, weil das Ding jetzt zu spätätig vorbei ist, hast du dir jetzt die Richtlinung, weil du da niemand brauchst. Was, ne? Ja. Danke für die Info, ne? Für die schmale SMS am Rande. Die kann mich mal... Harald, hilfst du mir, meine Fahrzeuge umparken? Och, leg' mich am Arsch. Sag' mal, ich schau' dir gleich schon in die Fresse mit deinem Mikrofon in der Hand, weißt du? Was, ne? Sei doch einmal kollegial. Einmal? Ich hab' dir den Scheiß, äh, Haus umgeräumt, du Affe, ey. Ja, aber da musst du mich nicht dafür angehen, weißt du? Harald, das ist ein scheiß Tag heute gewesen. Ja, das ist ein scheiß Tag, sagt der Gussi, oh, was, ne? Ach, jetzt wirst du neidisch. Ja, komm, leg' mir am Arsch was, ne? Vielleicht kriegen wir Lahmi auch noch dazu, dann haben wir das nur einer vor. Und dann ab ins Bett. Wahnsinn. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zugucken bei Kapitel 90. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich sehr freuen, euch bald wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.